»Wenn ich nach Menschenart in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferstehen?« Erster Korintherbrief. »Muss ich auf einen Totenkopf am Ring schauen, wenn ich einen im Gesicht habe?« John Donne. Andachtsübungen. Die Abteilung Verhaltensforschung, die beim FBI für Serienmorde zuständig ist, befindet sich, halb unter der Erde, im untersten Geschoss der Academy in Quantico. Nach einem raschen Fußmarsch von Hogan's Alley auf dem Schießstand kam Clarice Starling mit rotem Kopf dort an. Weil sie sich auf dem Schießstand bei einer Festnahmeübung mit Feindbeschuss auf den Boden geworfen hatte, hatte sie Grashalme im Haar und Grasflecken auf ihrer FBI Academy Windjacke. Im Vorzimmer war niemand, deshalb brachte sie sich anhand ihres Spiegelbilds in der Glastür rasch in Ordnung. Sie wusste sie sehr, auch ohne sich groß zurechtzumachen, ganz passabel aus. Ihre Hände rochen nach Pulverdampf, aber um sie zu waschen reichte die Zeit nicht. Abteilungschef Crawfords Anordnung hatte gelautet »Sofort«. Sie traf Jack Crawford allein in der Bürosuite an. Er stand inmitten des allgemeinen Durcheinanders am Schreibtisch von jemand anderem und telefonierte, so dass sie zum ersten Mal seit einem Jahr Gelegenheit hatte, ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Was sie sah, beunruhigte sie. Normalerweise sah Crawford aus wie ein sportlicher Ingenieur mittleren Alters, der sich sein College-Studium mit Baseballspielen verdient haben könnte, ein geschickter Fänger, der an der Homeplate nichts anbrennen ließ. Doch jetzt war er mager, sein Hemdkragen war zu weit und er hatte dunkle Tränensäcke unter den geröteten Augen. Jeder, der Zeitung lesen konnte, wusste, in der Verhaltensforschung war der Teufel los. Starling hoffte, Crawford hatte nicht zu trinken angefangen. Das schien hier höchst unwahrscheinlich. Crawford beendete das Telefongespräch mit einem scharfen »Nein«. Er zog ihre Personalakte unter seinem Arm hervor und schlug sie auf. »Starling, Clarice M., guten Morgen. Hallo.« Ihr Lächeln war nur höflich. »Es gibt nichts zu beanstanden. Hoffentlich haben Sie sich keine Sorgen gemacht, dass ich sie herbestellt habe.« »Habe ich nicht.« »Nicht ganz wahr«, dachte Starling. »Ihre Ausbilder sagen, Sie machen sich gut. Oberstes Viertel der Klasse.« »Das hoffe ich. Aber Sie haben die Bewertungen noch nicht im schwarzen Brett ausgehängt. Ab und zu erkundige ich mich bei Ihnen.« Das überraschte Starling. Sie hatte Crawford als einen Rekrutenbewerber abgeschrieben, der sich einen Dreck um sie scherte. Kennengelernt hatte sie Special Agent Crawford als Gastdozenten an der University of Virginia. Die Qualität seiner kriminologischen Seminare hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass sie zum FBI gegangen war. Als sie die Zulassung zur Academy erhielt, schrieb sie ihm einen Brief, auf den er jedoch nicht antwortete. Und in den drei Monaten, die sie inzwischen in Quantico in der Ausbildung war, hatte er keine Notiz von ihr genommen. Starling stammte aus einer Familie, in der man andere nicht um Gefallen bat oder sich aufdrängte. Aber Crawfords unerklärliches Verhalten hatte sie ihren Schritt bedauern lassen. Doch als sie jetzt vor ihm stand, mochte sie ihn wieder, stellte sie zu ihrem Bedauern fest. Offensichtlich stimmte etwas nicht mit ihm. Crawford war nicht nur intelligent, sondern hatte auch einen gewissen Stil, was Starling zum ersten Mal an seinem Sinn für Farben und Materialien seiner Kleidung aufgefallen war, und das selbst innerhalb der wenig Spielraum lassenden Kleiderordnung für FBI-Agents. Jetzt war er korrekt, aber fadgekleidet, als sei er in der Mause. »Ich hätte da einen Auftrag, bei dem ich an Sie gedacht habe,« sagte er. »Eigentlich ist es gar kein richtiger Auftrag, eher eine interessante Nebenbeschäftigung. Nehmen Sie Barrys Sachen vom Stuhl da und setzen Sie sich. Sie haben hier geschrieben, dass Sie sofort zur Verhaltensforschung wollen, wenn Sie mit der Academy fertig sind. Das ist richtig. Sie haben zwar viel forensische Praxis, aber so gut wie keine Erfahrung im Polizeidienst. Das Minimum sind sechs Jahre. Mein Vater war Marshall, ich weiß Bescheid.« Crawford lächelte verhalten. »Was Sie allerdings vorweisen können, sind zwei Hauptabschlüsse in Psychologie und Kriminologie. Und wie viele Sommer haben Sie in einer Nervenheilanstalt gearbeitet? Zwei?« »Zwei.« »Ihre Therapeutenlizenz. Ist die noch gültig?« »Sie ist noch zwei Jahre gültig. Ich habe sie gemacht, bevor Sie das Seminar an der UWA hielten, bevor ich beschloss, mich hier zu bewerben.« »Sie gerieten allerdings in den Einstellungsstopp.« Starling nickte. »Trotzdem hatte ich Glück. Ich machte noch rechtzeitig meinen Abschluss in forensischer Chemie, deshalb konnte ich im Labor arbeiten, bis in der Academy ein Platz frei wurde.« »Sie haben mir geschrieben, dass Sie hierher kommen würden, aber ich glaube, ich habe Ihnen nicht geantwortet.« »Ich weiß, ich habe Ihnen nicht geantwortet.« »Ich hätte es tun sollen.« »Sie hatten genug anderes zu tun.« »Wissen Sie etwas über YCAP?« »Ich weiß, es ist die Abkürzung für das Violent Criminal Apprehension Program. Im Law Enforcement Bulletin stand, Sie arbeiten an einer Datenbank, die aber noch nicht einsatzreif ist.« Crawford nickte. »Wir haben einen Fragebogen entwickelt. Er eignet sich für alle bekannten Serienmörder der jüngsten Vergangenheit.« Er reicht hier einen dicken, provisorisch zusammengehefteten Stoß Papiere. »Er besteht aus einem Teil für Ermittler und einem für überlebende Opfer so vorhanden. Der blaue Teil ist für den Mörder, falls er die Fragen beantworten will, und der rosa Teil enthält eine Reihe von Fragen, die ein psychologischer Gutachter dem Mörder stellt, wobei er sowohl seine Reaktionen wie seine Antworten festhält.« »Es ist eine Menge Schreibkram.« »Schreibkram.« Clary Starlings Eigeninteresse schnüffelte los wie ein eifriger Biegel. Sie witterte ein Stellenangebot. Vermutlich irgendeine stumpfsinnige Tätigkeit wie Basisdaten in ein neues Computerprogramm eingeben. Einerseits war es verlockend, schon mal egal in welcher Funktion ein Bein in der Verhaltensforschung zu haben, andererseits wusste sie, was mit Frauen passierte, die einmal als Sekretärin abgestempelt waren. Man wurde diesen Makel bis an sein Lebensende nicht mehr los. Eine Entscheidung kam auf sie zu, und sie wollte sich gut entscheiden. Crawford wartete auf etwas. Er musste eine Frage gestellt haben. Starling versuchte angestrengt, sich daran zu erinnern. »Mit welchen Tests haben Sie schon Erfahrung? Minnesota Multifersic, haben Sie den schon mal gemacht? Rorschach?« »Den MMPI, ja, Rorschach nie. Ich habe den Tät gemacht und mit Kindern auch Bänder gestalt.« »Sind Sie schreckhaft, Starling?« »Bisher nicht.« »Wissen Sie, wir haben versucht, sämtliche 32 Serienmörder, die sich in Haft befinden, zu vernehmen und zu untersuchen, um für ungelöste Fälle eine Datenbank zur Erstellung von Psychogrammen aufzubauen. Die meisten haben mitgemacht. Ich glaube, Sie können gar nicht anders, als sich aufzuspielen, jedenfalls viele von Ihnen.« »27 zeigten sich kooperationsbereit. Vier Todeskandidaten mit anhängigen Gnadengesuchen haben sich verständlicherweise gesperrt, aber den, der uns am meisten interessiert, konnten wir bisher noch nicht rumkriegen.« »Ich möchte, dass Sie morgen in der Anstalt Ihr Glück mit ihm versuchen.« Clarice spürte ein freudiges Klopfen in der Brust, aber auch eine gewisse Besorgnis. »Wer ist der Kandidat?« »Der Psychiater. Dr. Hannibal Lecter.« »Auf diesen Namen folgt unter zivilisierten Menschen immer ein kurzes Schweigen. Starling sah Crawford unverwandt an, aber sie war eine Spur zu reglos.« »Hannibal der Kannibale.« »Ja.« »Okay, gut. Ich freue mich über die Chance, aber ich sollte Ihnen vielleicht sagen, dass ich mich frage, warum ich?« »In erster Linie, weil Sie abkömmlich sind,« sagte Crawford. »Ich rechne nicht damit, dass er mitmacht. Er hat bereits abgelehnt, aber das lief über einen Mittelsmann, den Leiter der Klinik.« »Ich muss sagen können, unser qualifizierter psychologischer Gutachter hat ihn aufgesucht und persönlich gefragt. Für diese Entscheidung gibt es Gründe, die nichts mit Ihrer Person zu tun haben. Ich habe in dieser Abteilung niemanden mehr, der es tun könnte.« »Personelle Engpässe, hm? Buffalo Bill, die Geschichte in Nevada.« »Ganz richtig, Starling. Das alte Lied. Nicht genug Menschenmaterial.« »Sie sagten, morgen.« »Sie haben es eilig. Irgendwelche Auswirkungen auf ein laufendes Ermittlungsverfahren?« »Nein, aber ich wünschte, es wäre so.« »Wenn er nicht mitmacht, möchten Sie trotzdem ein psychologisches Gutachten?« »Nein. Ich stecke bereits bis zum Bauchnabel in Patient-unzugänglich Gutachten über Dr. Lecter, und jedes fällt anders aus.« Crawford schüttelte zwei Vitamin-C-Tabletten in seine Handfläche und gab am Eiswasserspender noch ein Alka-Selzer dazu, bevor er alles hinunterspülte. »Es ist wirklich lachhaft, wissen Sie. Lecter ist Psychiater und schreibt selbst für psychiatrische Zeitschriften lauter hochkarätige Beiträge, aber nie über seine eigenen kleinen Anomalien. Einmal tat er so, als ließe er sich von Chilton, dem Anstaltsleiter, verschiedenen Tests unterziehen, saß mit einer Blutdruckmanschette um seinen Penis da und sah sich Bilder von Autounfällen an. Doch dann veröffentlichte Lecter vor Chilton, was er über ihn herausgefunden hatte, und stellte ihn in aller Öffentlichkeit bloß. Er antwortet auf ernsthafte Zuschriften von Psychiatriestudenten in Forschungsbereichen, die nichts mit seinem Fall zu tun haben, und das ist alles, was er tut. »Wenn er nicht mit Ihnen sprechen will, möchte ich nur einen simplen Bericht. Wie sieht er aus, wie sieht seine Zelle aus, was macht er? Lokalkolorit sozusagen. Nehmen Sie sich vor der Presse in Acht, wenn Sie die Anstalt betreten oder verlassen, nicht vor der richtigen Presse, vor der Regenbogenpresse. Die lieben Lecter noch inniger als Prinz Andrew.« »Hat ihm nicht so ein Revolverblatt 50.000 Dollar für ein paar Rezepte angeboten? Irgendetwas ist mir da in Erinnerung.« Crawford nickte. »Ich bin ziemlich sicher, dass der National Tattler jemanden in der Klinik geschmiert hat. Sobald ich einen Termin für Sie vereinbare, wissen die vermutlich, dass Sie kommen.« Crawford beugte sich vor, bis sein Gesicht einen halben Meter von ihrem entfernt war. Sie sah, wie die Tränensäcke unter seinen Augen hinter den Gläsern der Lesebrille verschwammen. Er hatte vor kurzem mit Listerin gegurgelt. »Und jetzt? Hören Sie mir bitte ganz genau zu, Starling. Habe ich Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit?« »Essa.« »Seien Sie extrem vorsichtig mit Hannibal Lecter. Dr. Chilton, der Leiter der Nervenklinik, wird die Modalitäten Ihrer Begegnung mit Lecter bis in alle Einzelheiten mit Ihnen durchgehen. Weichen Sie nicht davon ab. Weichen Sie, egal aus welchem Grund, nicht ein Jota davon ab. Falls Lecter überhaupt mit Ihnen spricht, wird er nur versuchen, etwas über Sie herauszubekommen. Es ist die Art Neugier, die eine Schlange in ein Vogelnest spähen lässt. »Uns beiden ist klar, dass der Erfolg von Vernehmungen immer von einer gewissen Gegenseitigkeit abhängt. Aber erzählen Sie keine persönlichen Dinge von sich. Es kann nicht in Ihrem Interesse sein, dass er solche Dinge über Sie weiß. Sie wissen, was er mit Will Graham angestellt hat?« »Ich habe damals davon gelesen.« Als Will ihm auf die Schliche zu kommen begann, schlitzte er ihn mit einem Teppichschneider auf. Ein Wunder, dass Will überlebt hat. Erinnern Sie sich an den Roten Drachen. Lecter hetzte Francis Dollarhide auf Will und seine Familie. Dank Lecter sieht Wills Gesicht aus wie von Picasso gemalt. In der Anstalt hat er eine Schwester zerfleischt. Tun Sie Ihre Arbeit, aber vergessen Sie nie, was er ist. Und was ist er? Wissen Sie das? »Ich weiß, er ist ein Monster. Was darüber hinausgeht, das kann niemand mit Gewissheit sagen. Vielleicht finden Sie es heraus. Ich habe Sie nicht zufällig ausgesucht, Starling. Sie haben mir ein paar interessante Fragen gestellt, als ich an der UVA war. Der FBI-Direktor bekommt Ihren eigenen Bericht mit Ihrer Unterschrift vorgelegt, falls er klar und knapp und gut gegliedert ist. Darüber befinde ich. Und er liegt mir bis Sonntagfrüh neun Uhr vor. Okay, Starling, machen Sie sich wie besprochen an die Arbeit. Crawford lächelte sie an, aber seine Augen waren tot. Dr. Frederick Chilton, 58, Leiter des Baltimore State Hospital für geistesgestörte Straftäter, hat einen langen, breiten Schreibtisch, auf dem keine harten oder scharfen Gegenstände sind. Einige Mitarbeiter nennen ihn »den Wallgraben«, andere Mitarbeiter wissen nicht genau, was ein Wallgraben ist. Dr. Chilton blieb hinter seinem Schreibtisch sitzen, als Clary Starling sein Büro betrat. »Wir hatten schon eine Menge Polizisten hier,« sagte Chilton, ohne aufzustehen. »Aber ich kann mich nicht an einen so attraktiven erinnern.« Ohne überlegen zu müssen, wusste Starling, dass der fettige Glanz auf seiner ausgestreckten Hand von Lanoline herrührte, weil er sich ständig über die Haare strich. Sie ließ sie los, bevor er das tat. »Es ist doch Miss Starling, oder nicht?« »Starling, Herr Doktor, mit einem A. Danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben.« »Jetzt greift also auch das FBI schon auf Mädchen zurück, wie überall sonst.« Er schob das Tappergrinsen nach, mit dem er seine Sätze voneinander trennte. »Das FBI macht Fortschritte, Dr. Chilton. Auf jeden Fall.« »Werden Sie mehrere Tage in Baltimore bleiben? Sie sollten nämlich wissen, wenn man sich in der Stadt auskennt, kann man sich hier genauso gut amüsieren wie in Washington oder New York.« Um sich sein Lächeln zu ersparen, wandte sie den Blick ab und wusste sofort, dass er ihren Abscheu bemerkt hatte. »Ich glaube gern, dass Baltimore eine tolle Stadt ist, aber meine Anweisungen lauten, Dr. Lecter zu treffen und mich heute Nachmittag zurückzumelden. »Kann ich Sie vielleicht später irgendwo in Washington erreichen, falls sich etwas Neues ergibt?« »Natürlich.« Nett von Ihnen, dass Sie daran denken. Für dieses Projekt ist Special Agent Jack Crawford zuständig, und über ihn können Sie mich jederzeit erreichen. »Verstehe.« Seine rosa gefleckten Wangen bissen sich mit dem künstlichen Rotbraun seiner Haare. »Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis.« Er ließ sie stehen, während er in aller Ruhe ihren Ausweis studierte. Dann gab er ihn ihr zurück und stand auf. »Es wird nicht lange dauern. Kommen Sie mit.« »Ich dachte, Sie würden mir genaue Instruktionen erteilen, Dr. Chilton«, sagte Starling. »Das mache ich unterwegs.« Er sah auf die Uhr, als er hinter dem Schreibtisch hervorkam. »In einer halben Stunde habe ich eine Verabredung zum Mittagessen.« »Verdammt noch mal. Sie hätte ihn besser, schneller durchschauen sollen. Vielleicht war er doch kein totaler Widerling. Er könnte etwas Brauchbares wissen. Es hätte nichts geschadet, ausnahmsweise etwas Süßholz zu raspeln, auch wenn es nicht zu Ihren Stärken gehörte. »Dr. Chilton, jetzt habe ich eine Verabredung mit Ihnen. Wir haben uns bei der Terminabsprache nach Ihnen gerichtet, damit Sie etwas Zeit für mich hätten. Vielleicht kommt bei dem Gespräch etwas heraus. Unter Umständen muss ich einige seiner Antworten mit Ihnen besprechen.« »Das bezweifle ich sehr. Ach, ich muss noch einen Anruf machen, bevor wir gehen, wenn Sie im Vorzimmer auf mich warten würden.« »Ich würde gerne meinen Mantel und Regenschirm herlassen.« »Draußen«, sagte Chilton. »Geben Sie die Sachen Alan im Vorzimmer. Er wird sie wegbringen.« Alan trug die schlafanzugähnliche Anstaltskleidung, die an die Insassen ausgegeben wurde. Er wischte gerade mit dem Hemdzipfel Aschenbecher aus. Als er Starlings Mantel an sich nahm, fuhr er mit der Zunge in seiner Wange herum. »Danke«, sagte sie. »Gern geschehen. Sehr gern sogar. Wie oft scheißen Sie?« »Was haben Sie gerade gesagt?« »Kommt Sie lang raus.« »Ich hänge meine Sachen selber auf.« »Sie haben nichts, was Ihnen den Blick versperrt. Sie können sich vorbeugen und zusehen, wie sie rauskommt. Und ob sich Ihre Farbe verändert, wenn sie mit der Luft in Berührung kommt. Machen Sie das?« »Sieht es so aus, als hätten Sie einen großen, braunen Schwanz.« Er ließ den Mantel nicht los. »Dr. Chilton möchte Sie in seinem Büro sprechen«, sagte Starling. »Sofort.« »Nein, will er nicht«, sagte Dr. Chilton. »Häng den Mantel in den Schrank, Alan, und nimm ihn nicht raus, während wir weg sind. Los!« »Ich hatte eine Sekretärin, aber die Budgetkürzungen zwang mich, sie zu entlassen. Jetzt erledigt das Mädchen, das sie reingelassen hat, drei Stunden am Tag die Schreibarbeiten, und den Rest der Zeit hab ich Alan.« »Wor bleiben bloß all diese Sekretärinnen, Miss Starling?« Seine Brillengläser blitzten sie an. »Tragen Sie eine Waffe?« »Nein, ich trage keine Waffe.« »Dürfte ich Ihre Handtasche und Ihre Aktenmappe sehen?« »Sie haben meinen Ausweis gesehen.« »Und darin steht, Sie befinden sich noch in der Ausbildung. Lassen Sie mich Ihre Sachen sehen, bitte.« Clary Starling zuckte zusammen, als das erste der massiven Stahltore hinter ihr zuschlug und der Riegel zuschnappte. Chilton ging etwas vor ihr den in Amtsstuben grüngestrichenen Korridor hinunter. Die Atmosphäre war geprägt von Desinfektionsmittelgeruch und fernem Türenschlagen. Starling ärgerte sich über sich selbst, dass sie Chilton die Finger in ihre Aktenmappe und ihre Handtasche hatte stecken lassen. Und um sich konzentrieren zu können, trat sie fest auf ihren Ärger. Es ging schon wieder. Sie spürte den stabilen Unterbau ihrer Selbstbeherrschung wie einen festen Kieseluntergrund in einer starken Strömung. »Lektor ist eine ziemliche Belastung«, sagte Chilton über seine Schulter. »Jeden Tag ist ein Wörter mindestens zehn Minuten allein damit beschäftigt, aus den Publikationen, die er erhält, die Heftklammern zu entfernen. Wir haben versucht, seine Zeitschriften-Abonnements zu streichen oder zu reduzieren, aber er hat einen Antrag gestellt und das Gericht hat gegen uns entschieden. Der Umfang seiner Privatkorrespondenz war enorm. Zum Glück ist er deutlich zurückgegangen, seit er in den Nachrichten im Schatten anderer Kreaturen steht. Einer Weile sah es so aus, als wollte jeder kleine Studente eine Diplomarbeit in Psychologie schrieb, etwas von Lektor darin haben. Die medizinischen Fachzeitschriften veröffentlichen immer noch Sachen von ihm, aber nur wegen des Grusel-Effekts, den sein Name im Autorenverzeichnis mit sich bringt. »Im Journal of Clinical Psychiatry hat er, wie ich fand, einen guten Aufsatz über Operationssucht geschrieben«, sagte Starling. »Finden Sie, ja. Wir haben Lektor zu studieren versucht. Wir dachten, hier ist eine Gelegenheit für eine bahnbrechende Studie. Es kommt selten vor, dass man so jemanden lebend bekommt.« »So jemanden was?« »Einen reinen Soziopathen, denn das ist er nur zu offensichtlich. Aber er ist undurchschaubar, viel zu raffiniert für die normalen Tests. Und dazu kommt noch, er hasst uns wie die Pest. Er denkt, ich bin sein Rache-Engel. Crawford ist sehr clever, finden Sie nicht, Sie auf Lektor anzusetzen.« »Wie meinen Sie das, Dr. Chilton?« »Nur eine junge Frau, die ihn anmacht, wie man das wohl nennt. Ich glaube, Lektor hat schon mehrere Jahre kein weibliches Wesen mehr gesehen. Vielleicht hat er mal einen flüchtigen Blick auf eine Angehörige des Reinigungspersonals erherrscht. Wir lassen hier grundsätzlich keine Frauen rein. In einer geschlossenen Anstalt gibt das immer Ärger.« »Poch, Sie können mich mal chilton.« »Ich habe an der University of Virginia meinen Abschluss mit Auszeichnung gemacht, Dr. Das ist keine Benimmschule.« »Dann müssten Sie sich ja eigentlich die Grundregeln merken können. Fassen Sie nicht durch die Gitterstäbe, fassen Sie die Gitterstäbe nicht an. Reichen Sie ihm nichts als weiches Papier. Keine Kugelschreiber, keine Bleistifte. Manchmal hat er seinen eigenen Filzschreiber. Das Papier, das Sie ihm geben, muss ohne Heft- oder Büroklammern oder Stecknadeln sein. Sämtliche Gegenstände kommen nur durch den Essensschub wieder heraus. Ohne Ausnahme. Nehmen Sie nichts, was er Ihnen durch die Gitterstäbe zuzustecken versucht. Haben Sie mich verstanden?« »Ich habe verstanden.« Sie hatten zwei weitere Tore passiert und das natürliche Licht hinter sich gelassen und mit ihm auch die Zellenblöcke, in denen die Häftlinge Kontakt miteinander haben können. Sie waren jetzt unten, in dem Bereich, wo es keine Fenster und keine Kontakte geben darf. Die Lampen im Flur sind mit massiven Gittern versehen, wie die Lichter in den Maschinenräumen von Schiffen. Dr. Chilton blieb unter einem stehen. Als ihre Schritte verstummt waren, konnte Starling irgendwo hinter der Mauer das gezackte Fragment einer vom Schreien ruinierten Stimme hören. »Lektor verlässt seine Zelle nur gefesselt und mit Beißschutz«, fuhr Chilton fort. »Ich werde Ihnen sagen, warum.« »Das erste Jahr nach seiner Einlieferung war seine Führung mustergültig. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen wurden geringfügig gelockert. Das war unter meinem Vorgänger, damit wir uns nicht missverstehen.« Am Nachmittag des 8. Juli 1976 klagte er über Schmerzen in der Brust, worauf er in die Krankenstation gebracht wurde. Um leichter ein EKG machen zu können, wurden ihm die Fesseln abgenommen. Als sich die Schwester über ihn beugte, hat er sie so zugerichtet. »Chilton reichte Clary Starling eine eselsohrige Fotografie.« »Die Ärzte konnten einst ihre Augen retten. Lektor war die ganze Zeit an die Messgeräte angeschlossen. Er hat ihr den Kiefer gebrochen, um an ihre Zunge zu kommen. Sein Puls ist nie über 85 gestiegen, nicht einmal, als er sie hinunterschluckte.« Starling wusste nicht, was schlimmer war. Das Foto oder Chilterns Aufmerksamkeit, als er mit flinken, gierigen Augen ihr Gesicht abtastete. Sie musste an ein durstiges Huhn denken, das Tränen von ihrem Gesicht pickt. »Ich halte ihn hier drinnen fest«, sagte Chilton und drückte auf einen Knopf neben einer massiven Flügeltür aus Sicherheitsglas. Ein kräftiger Wärter ließ sie in den Block dahinter. Starling traf eine unbequeme Entscheidung und blieb unmittelbar hinter der Tür stehen. »Dr. Chilton, wir brauchen dieses Testergebnis dringendst. Wenn Dr. Lecter Sie als seinen Feind betrachtet, wenn er auf Sie fixiert ist, wie Sie gerade gesagt haben, haben wir vielleicht mehr Glück, wenn ich allein an ihn herantrete. Was denken Sie?« Chiltons Wange zuckte. »Das soll mir recht sein. Aber warum haben Sie mir das nicht gleich in meinem Büro gesagt? Dann hätte ich einen Wärter mit Ihnen herschicken und mir die Mühe sparen können.« »Ich hätte es Ihnen dort vorschlagen können, wenn Sie mich dort instruiert hätten.« »Ich glaube nicht, dass ich Sie noch einmal sehen werde, Miss Farling. Barney, klingeln Sie nach jemandem, der Sie rausbringt, wenn Sie mit Lecter fertig ist.« Chilton ging, ohne Sie noch einmal anzusehen. Jetzt waren nur noch der hühnenhafte, teilnahmslose Wärter da und die lautlose Uhr hinter ihm und seinen Drahtgeflechtschrank mit dem Tränengas-Spray und den Fesseln, dem Beißschutz und der Betäubungspistole. In einer Wandhalterung befand sich eine lange Stange mit einem U-förmigen Ende, mit der man Tobende an die Wand drücken konnte. Der Wärter sah sie an. »Hat Ihnen Dr. Chilton gesagt, dass Sie nicht ans Gitter fassen sollen?« Seine Stimme war hoch und heise. Sie erinnerte sie an Aldo Ray. »Ja, das hat er mir gesagt.« »Okay, sie ist ganz hinten, die letzte Zelle auf der rechten Seite. Gehen Sie in der Mitte des Gangs und kümmern Sie sich nicht um das, was um Sie herum passiert. Sie können ihm seine Post bringen, damit Sie einen besseren Einstand haben.« Insgeheim schien sich der Wärter zu amüsieren. »Legen Sie sie einfach in das Schubfach und schieben Sie es ihm rein. Wenn das Fach drin ist, können Sie es entweder mit der Schnur selbst wieder rausziehen, oder er schiebt es zurück. Er kann sie da, wo es rauskommt, nicht erreichen.« Damit gab ihr der Wärter zwei Zeitschriften, deren lose Seiten nicht mehr sauber aufeinander lagen, drei Zeitungen und mehrere geöffnete Briefe. Der Gang war etwa zehn Meter lang, mit Zellen auf beiden Seiten. Einige waren Gummizellen mit einem Beobachtungsfenster, hoch und schmal wie eine Schießscharte, in der Mitte der Tür. Andere waren normale Gefängniszellen, zum Gang hin offen, nur mit einem Gitter versehen. Clarice Starling war sich der Gestalten in den Zellen bewusst, aber sie versuchte, sie nicht anzusehen. Sie hatte schon mehr als die Hälfte der Strecke zurückgelegt, als eine Stimme zischte. »Ich kann deine Fotze rießen!« Sie ließ sich nicht anmerken, dass sie es gehört hatte, und ging weiter. In der letzten Zelle waren die Lichter an. Sie wusste, dass ihre Absätze sie ankündigten, als sie auf die linke Seite des Gangs ausscherte, um im Näherkommen hineinzusehen. Dr. Lektors Zelle befindet sich ein gutes Stück hinter den anderen, und man blickt von dort nur auf einen Schrank auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges. Sie ist auch in anderer Hinsicht einzigartig. Hinter dem Gitter, das hier vom Gang abgrenzt, befindet sich, in einem Abstand, der größer ist als die Reichweite eines Menschen, eine zweite Barriere, ein kräftiges Nylonnetz, das vom Boden zur Decke und von Wand zu Wand gespannt ist. Hinter dem Netz konnte Starling einen am Boden festgeschraubten Tisch sehen, auf dem sich Taschenbücher und Papiere türmten, sowie einen Stuhl, ebenfalls festgeschraubt. Dr. Hannibal Lecter lag auf seiner Pritsche und blätterte in der italienischen Ausgabe der Vogue. Er hielt die losen Seiten in der rechten Hand und legte sie mit der linken eine nach der anderen neben sich. An der linken Hand hatte Dr. Lecter sechs Finger. Clary Starling blieb ein Stück vor dem Gitter stehen, in einem Abstand, der in etwa einer kleinen Eingangsdiele entsprach. Dr. Lecter? Sie fand, dass sich ihre Stimme ganz passabel anhörte. Er blickte von seiner Lektüre auf. Eine Sekunde lang dachte sie, sein Blick summte. Aber was sie hörte, war nur ihr Blut. Mein Name ist Clary Starling. Könnte ich mit Ihnen sprechen? In ihrem Abstand und ihrem Tonfall kam Höflichkeit zum Ausdruck. Den Finger an die gespitzten Lippen gedrückt, dachte Dr. Lecter nach. Dann stand er gemächlich auf und kam in seinem Käfig geschmeidig nach vorn. Unmittelbar vor dem Nylonnetz blieb er, ohne es anzusehen stehen, als hätte er sich für diesen Abstand entschieden. Sie konnte sehen, er war klein, gepflegt. In seinen Händen und Armen entdeckte sie drahtige Kraft, ähnlich ihrer eigenen. »Guten Morgen«, sagte er, als käme er an die Tür. Seine kultivierte Stimme hatte etwas metallisch-raues, möglicherweise von mangelnder Übung. Dr. Lecters Augen sind kastanienbraun, und sie reflektieren das Licht in Nadelspitzen aus Rot. Manchmal scheinen die Lichtpunkte wie Funken in sein Innerstes zu fliegen. Seine Augen erfassten Starling ganz. Sie kam ein gemessenes Stück näher ans Gitter. Die Haare auf ihren Unterarmen stellten sich auf und drückten gegen ihre Ärmel. »Herr Doktor, wir haben mit der Erstellung eines Psychogramms massive Probleme. Ich möchte Sie um Ihre Hilfe bitten.« »Mit wir ist wohl die Abteilung Verhaltensforschung in Quantico gemeint. Sie sind eine von Jack Crawfords Leuten, nehme ich an.« »Das bin ich ja.« »Dürfte ich Ihre Referenzen sehen?« »Damit hatte sie nicht gerechnet.« »Ich habe sie im Büro gezeigt.« »Sie meinen, Sie haben sie Dr. Phil Frederick Chilton gezeigt?« »Ja.« »Haben Sie seine Referenzen gesehen?« »Nein.« »Die Akademischen geben nicht viel her, das kann ich Ihnen versichern. »Haben Sie Alan kennengelernt?« »Ein reizender Bursche, nicht?« »Mit wem von beiden würden Sie sich lieber unterhalten?« »Alles in allem mit Alan, würde ich sagen.« »Sie könnten eine Journalistin sein, die Chilton für Geld hereingelassen hat.« »Ich glaube, ich habe ein Recht, Ihre Papiere zu sehen.« »Na schön.« »Sie hielt Ihren laminierten Ausweis hoch.« »Aus dieser Entfernung kann ich ihn nicht lesen. Schieben Sie ihn mir bitte rein.« »Das darf ich nicht.« »Weil er hart ist?« »Ja.« »Fragen Sie Barney.« »Der Wärter kam und überlegte.« »Oktor Lecter, ich lasse das zu Ihnen rein, aber wenn Sie es nicht zurückgeben, wenn ich Sie darum bitte, wenn Sie uns Ärger machen und wir Sie ruhig stellen müssen, um es zurückzubekommen, werde ich sauer.« »Und wenn ich sauer werde, bleiben Sie gefesselt, bis ich wieder besser auf Sie zu sprechen bin, essen durch den Schlauch zweimal am Tag die Windeln gewechselt, die ganze Latte. Und ich behalte eine Woche lang Ihre Post ein. Kapiert?« »Sicher, Barney.« »Der Ausweis wurde im Fach durchgeschoben und Doktor Lecter hielt ihn ans Licht.« »Sie befinden sich noch in der Ausbildung.« »Hier steht »in Ausbildung.« »Der Crawford schickt jemanden, der sich noch in Ausbildung befindet, um mich zu interviewen?« Er tippte mit dem Ausweis gegen seine kleinen weißen Zähne und sog seinen Geruch ein. »Doktor Lecter«, sagte Barney. »Aber sicher.« Er legte den Ausweis in das Fach zurück und Barney zog es nach draußen. »Ich befinde mich an der Academy noch in Ausbildung, ja«, sagte Starling, »aber wir unterhalten uns nicht über das FBI. Wir sprechen über Psychologie. Können Sie nicht selbst für sich entscheiden, ob ich für das, worüber wir sprechen, qualifiziert bin?« »Ahm«, sagte Doktor Lecter. »Also das ist ganz schön raffiniert von Ihnen.« »Barney, wie sieht es aus? Könnte Officer Starling vielleicht einen Stuhl haben?« »Von einem Stuhl hat Doktor Chilton nichts gesagt.« »Was sagen Ihnen Ihre Manieren, Barney?« »Möchten Sie einen Stuhl?«, fragte Barney sie. »Ihr hätten einen hinstellen können, aber er...« »Naja, normalerweise bleibt niemand so lange.« »Ja, bitte«, sagte Starling. Barney holte einen Klappstuhl aus dem abgeschlossenen Schrank auf der anderen Seite des Ganges, stellte ihn auf und ließ sie allein. »So«, begann Lecter, der seitlich an seinem Tisch saß, sodass er sie direkt ansah, »was hat Mix zu Ihnen gesagt?« »Wer?« »Unser multipler Freund Mix, ein paar Zellen weiter. Er hat sie angezischt.« »Was hat er gesagt?« »Er sagte, ich kann deine Fotze riechen.« »Ach, ich kann das nicht. Sie benutzen Evian Hautcreme und manchmal tragen sie L'Art du Temps, aber heute nicht. Heute haben sie sich bewusst nicht parfümiert.« »Welche Gefühle ruft das, was Mix gesagt hat, in Ihnen hervor?« »Er ist aus Gründen feindselig, die ich nicht kenne. Das ist schade. Er verhält sich den Leuten gegenüber feindselig, die Leute verhalten sich ihm gegenüber feindselig. Ein ewiger Kreislauf.« »Sind Sie ihm gegenüber feindselig?« »Es tut mir leid, dass er krank ist, ansonsten interessiert mich nicht, was er sagt. Woher wissen Sie das mit dem Parfum?« »Einen Hauch aus Ihrer Handtasche, als Sie Ihren Ausweis herausgeholt haben. Eine schöne Handtasche ist das.« »Danke.« »Sie haben Ihre beste Handtasche mitgenommen.« »Nicht?« »Ja.« »Es stimmte. Sie hatte sich für die klassisch-legere Handtasche entschieden, und es war das beste Stück, das sie besaß.« »Sie ist wesentlich besser als Ihre Schuhe.« »Was nicht ist, kann noch werden. Daran zweifle ich nicht im Geringsten. Sind die Zeichnungen an den Wänden von Ihnen, Herr Doktor?« »Glauben Sie, ich habe einen Innenarchitekten kommen lassen?« »Die über dem Waschbecken. Ist das eine europäische Stadt?« »Florenz. Der Palazzo Vecchio und der Duomo von Belvedere ausgesehen.« »Haben Sie das nach der Erinnerung gezeichnet? Alle Details?« »Erinnerungen, Officer Starling, sind das, was ich statt eines Blicks habe.« »Die andere ist eine Kreuzigungsszene? Das Kreuz in der Mitte ist leer.« »Es ist Golgatha, nach der Kreuzabnahme. Buntstifte und Magic-Marker auf Pergamentpapier. Das ist, was der Dieb, dem das Paradies versprochen wurde, wirklich bekam, als sie das Osterlamm weggeschafft hatten.« »Und was bekam er?« »Die Beine gebrochen, natürlich. Genau wie sein Leidensgenosse, der Christus verspottet hat. Kennen Sie das Johannes-Evangelium nicht?« »Dann sollten Sie sich vielleicht Duccio ansehen. Er malt sehr genaue Kreuzigungen.« »Wie geht es Will Graham? Wie sieht er aus?« »Ich kenne Will Graham nicht.« »Aber Sie wissen, wer er ist?« »Jack Crawfords Protégé, Ihr Vorgänger.« »Wie sieht sein Gesicht aus?« »Ich habe ihn nie gesehen.« »Das nennt man »ein paar alte Problemfälle anschneiden, Officer Starling, wenn Sie nichts dagegen haben.« Momente des Schweigens. Dann wagte sie den Sprung. »Ich wüsste etwas Besseres. Wir könnten hier ein paar alte Schnitte problematisieren. Ich habe...« »Nein!« »Nein, das ist töricht und falsch.« »Machen Sie bei einer Überleitung nie eine geistreiche Bemerkung.« »Wenn Sie eine geistreiche Bemerkung verstehen und darauf eingehen, hat das zur Folge, dass Ihr Gesprächspartner eine rasche gedankliche Analyse vornimmt, die sich negativ auf die Stimmung auswirkt.« »Schließlich tasten wir uns auf der schmalen Planke der Stimmung voran. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Sie waren höflich und empfänglich für Höflichkeit. Sie hatten ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, indem Sie die peinliche Wahrheit über Mix erzählt haben. Und dann kommen Sie mit einer schwerfälligen Überleitung auf Ihren Fragebogen zu sprechen. Das geht nicht.« »Doktor Lecter, Sie sind ein erfahrener Psychiater. Trauen Sie mir allen Ernstes zu, ich könnte versuchen, mir auf eine so plumpe Tour Ihr Vertrauen zu erschleichen. Da hätte ich eigentlich etwas mehr Menschenkenntnis von Ihnen erwartet. Ich bitte Sie, den Fragebogen zu beantworten, und entweder tun Sie es oder Sie tun es nicht. Würden Sie sich denn etwas dabei vergeben, wenn Sie mal einen Blick hineinwerfen?« »Officer Starling, haben Sie eine der Studien gelesen, die Ihre Abteilung Verhaltensforschung veröffentlicht hat?« »Ja.« »Ich auch.« »Kindischerweise hat sich das FBI geweigert, mir das Law Enforcement Bulletin zuzuschicken, aber ich beschaffe es mir antiquarisch. Außerdem habe ich die News von John Jay und die psychiatrischen Fachzeitschriften.« »Die unterteilen die Menschen, die Serienmord praktizieren, in zwei Gruppen, organisiert und nicht organisiert.« »Was halten Sie davon?« »Es ist eine fundamentale Unterteilung.« »Offensichtlich simplifizierend« ist das Wort, das Sie meinen. Tatsache ist, dass die meiste Psychologie infantil ist, Officer Starling. Und das, was man in der Verhaltensforschung praktiziert, bewegt sich auf demselben Niveau wie die Phrenologie. Das fängt schon damit an, wer heutzutage Psychologie betreibt. »Gehen Sie in das Psychologische Institut eines x-beliebigen Colleges und sehen Sie sich die Studenten und den Lehrkörper an. Begeisterte Funkamateure und andere Dilettanten mit Charakterdefiziten, schwerlich die größten Geister auf dem Campus. Organisiert und nicht organisiert. Wirklich eine bahnbrechende Idee.« »Wie würden Sie die Klassifizierung ändern?« »Ich würde Sie nicht ändern.« »Weil wir gerade von Publikationen sprechen, ich habe Ihre Aufsätze über Operationssucht sowie linksseitige und rechtseitige Gesichtsausdrücke gelesen.« »Ja, wir waren erstklassig«, sagte Dr. Lecter. »Das fand ich auch und Jack Crawford ebenfalls. Er hat mich auf Sie aufmerksam gemacht. Das ist ein Grund, weshalb er unbedingt möchte, dass Sie...« »Der Stoiker Crawford möchte etwas unbedingt?« »Er muss sehr beschäftigt sein, wenn er auf jemanden aus der Studentenschaft zurückgreift.« »Das ist er, und er möchte beschäftigt mit...« »Buffalo Bill?« »Wahrscheinlich.« »Nein, nicht wahrscheinlich.« »Officer Starling, Sie wissen sehr genau, es ist Buffalo Bill.« »Ich dachte, Jack Crawford könnte Sie hergeschickt haben, um mich nach ihm zu fragen.« »Nein.« »Dann haben Sie sich nur noch nicht dazu durchgerungen.« »Nein. Ich bin gekommen, weil wir Ihre... Was wissen Sie über Buffalo Bill?« »Niemand weiß viel.« »Stand alles in den Zeitungen?« »Ich denke schon.« »Ich habe kein vertrauliches Material über diesen Fall zu sehen bekommen. Meine Aufgabe ist...« »Wie viele Frauen hat Buffalo Bill benutzt?« »Die Polizei fand fünf.« »Alle geschunden?« »Teilweise, ja.« »Die Zeitungen sind nie darauf eingegangen, wie er zu seinem Namen gekommen ist.« »Wissen Sie, warum er Buffalo Bill genannt wird?« »Ja.« »Sagen Sie es mir.« »Ich sage es Ihnen, wenn Sie sich diesen Fragebogen ansehen.« »Ich sehe ihn mir an. Mehr nicht.« »Und jetzt warum?« »Es fing alles im Morddezernat von Kansas City an. Ein schlechter Scherz.« »Ja?« »Sie nennen ihn Buffalo Bill, weil er seinen Opfern die Haut abzieht.« »Anstatt sich unbehaglich zu fühlen, stellte Starling fest, kam sie sich jetzt ordinär vor.« »Vor die Wahl gestellt, hätte sie sich lieber unbehaglich gefühlt.« »Schieben Sie mir den Fragebogen durch.« Starling legte den blauen Abschnitt in das Schubfach und gab ihm einen Stoß. Sie saß still da, während ihn Lecter überflog. Er warf ihn in das Fach zurück. »Also wissen Sie, Officer Starling, glauben Sie, mit diesem stumpfen kleinen Instrument können Sie mich sezieren?« »Nein. Ich glaube, Sie können uns zu einigen Erkenntnissen verhelfen und diese Studie weiterbringen.« »Und welchen Grund könnte ich haben, das zu tun?« »Neugier? Auf was?« »Warum Sie hier sind? Was mit Ihnen passiert ist?« »Nichts ist mit mir passiert, Officer Starling. Ich bin passiert.« »Sie können mich nicht auf eine Verquickung äußerer Einflüsse reduzieren.« »Zugunsten des Behaviorismus haben Sie gut und böse über Bord geworfen, Officer Starling. Sie ziehen von vornherein jedem eine weiße Weste an. Nie hat jemand Schuld an etwas.« »Sehen Sie mich an, Officer Starling. Bringen Sie es über sich zu sagen, dass ich böse bin?« »Bin ich böse, Officer Starling?« »Ich denke, Sie sind destruktiv. Das ist für mich dasselbe.« »Böse ist lediglich destruktiv. Wenn die Sache so einfach ist, dann sind Unwetter böse. Und es gibt auch noch Feuer oder Hagel. Für Versicherungsagenten fällt das alles unter höhere Gewalt.« »Absichtlich. Ich sammle sozusagen als Hobby.« »Kirchen-Einstürze. Haben Sie den Jüngsten in Sizilien mitbekommen? Unglaublich. Während der Messe stürzte die Fassade auf fünfundsechzig Großmütter.« »War das böse?« »Wenn ja, der hat es getan.« »Wenn es ihn dort oben gibt, findet er so etwas einfach großartig, Officer Starling. Typhus und Schwäne. Kommt alles von derselben Adresse.« »Ich kann Ihnen das nicht erklären, Herr Doktor, aber ich weiß, wer es kann.« Er gebot ihr mit erhobener Hand Einhalt. Die Hand war schön geformt, stellte sie fest, der Mittelfinger perfekt repliziert. Es ist die seltenste Form von Polydactyli. Als er weitersprach, war sein Ton mild und freundlich. »Sie würden mich gern quantifizieren, Officer Starling.« »Sie sind sehr ehrgeizig, nicht wahr? Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen mit Ihrer guten Handtasche und Ihren billigen Schuhen? Sie kommen mir vor wie ein Bauerntrampel. Sie sind ein frischgeschrubbter, vom Erfolg besessener Bauerntrampel mit einem Hauch von Geschmack. Ihre Augen sind wie billige Glückssteine. Nichts als oberflächlicher Glanz, wenn Sie auf irgendeine läppische Antwort lauern. Und dahinter steckt ein kluger Kopf, oder nicht? Sie sind verzweifelt bemüht, nicht wie Ihre Mutter zu sein. Gute Ernährung hat Ihnen zu einem einigermaßen langgestreckten Knochenbau verholfen, aber mehr als eine Generation sind Sie den Minen noch nicht entronnen, Officer Starling. »Sind es die West Virginia Starlings oder die Oklahoma Starlings, Officer? Es war völlig offen, ob Sie aufs College gehen oder die Möglichkeiten im Women's Army Corps nutzen würden, nicht wahr?« »Darf ich Ihnen etwas Bestimmtes über Sie sagen, Polizeischülerin Starling?« »Zu Hause in Ihrem Zimmer haben Sie eine Kette mit goldenen Ädebeats, und es versetzt Ihnen einen hinterhältigen kleinen Stich, wenn Sie sehen, wie geschmacklos diese Perlen jetzt sind. Ist es nicht so? Diese ganzen lästigen Dankeschöns, dieses ganze aufrichtige Gefummel zulassen zu müssen, für jede Perle einmal ganz feucht zu werden. Lästig, lästig. Öde.« »Klug zu sein, verdirbt einem vieles, habe ich recht? Und Geschmack ist unnachsichtig. Wenn Sie über dieses Gespräch nachdenken, werden Sie sich an diesen verletzten Ausdruck in seinem Blick erinnern, als Sie ihm den Laufpass gaben. Wie bei einem dumpfen Tier. Nachdem die Ädebeats kitschig geworden sind, was wird dann alles noch vom selben Schicksal ereilt werden?« »Das fragen Sie sich doch nachts, oder nicht?« »Und das alles«, sagte Dr. Lecter in denkbar freundlichem Ton. Starling hob den Kopf, um ihn anzusehen. Sie sehen viel, Dr. Lecter. Ich würde nichts von dem, was Sie gesagt haben, abstreiten. Aber jetzt die Frage, die Sie mir auf der Stelle beantworten werden, ob Sie nun wollen oder nicht. Sind Sie stark genug, diese scharfe Beobachtungsgabe auf sich selbst zu richten? Es ist nicht einfach, ich habe es in den letzten paar Minuten am eigenen Leib verspürt. »Wie sieht es aus? Betrachten Sie sich selbst und schreiben Sie die Wahrheit nieder. Gäbe es denn einen Gegenstand, der komplexer oder besser geeignet wäre? Oder haben Sie etwa Angst vor sich selbst?« »Sie sind ganz schön zäh, nicht wahr, Officer Starling?« »Es geht so, ja.« »Und der Gedanke, gewöhnlich zu sein, wäre schrecklich für Sie. Würde das nicht schmerzen?« »Und wie!« »Also sind Sie alles andere als gewöhnlich, Officer Starling. Alles, was Sie haben, ist die Angst davor.« »Was haben Sie für Adabitperlen? Sieben Millimeter?« »Sieben.« »Ich hätte da einen Vorschlag. Besorgen Sie sich einige gebohrte Tigeraugen und fädeln Sie sie abwechselnd mit den Goldperlen auf. Sie können entweder immer zwei und drei oder eins und zwei nehmen, je nachdem, was Ihnen am besten gefällt. Die Tigeraugen greifen die Farbe in Ihren Augen und die Glanzlichter in Ihrem Haar auf. Hat Ihnen mal jemand zum Valentinstag eine Karte geschickt?« »Ja.« »Die Fastenzeit hat bereits begonnen, nur noch eine Woche bis zum Valentinstag. Rechnen Sie damit, welche zu bekommen?« »Man kann nie wissen.« »Nein, wirklich nie. Ich denke gerade über den Valentinstag nach. Das bringt mich auf eigenartige Gedanken.« »Wenn ich's mir recht überlege, könnte ich Sie am Valentinstag sehr glücklich machen, Clarice Starling.« »Wie, Dr. Lecter?« »Indem ich Ihnen eine schöne Karte schicke. Ich muss mal darüber nachdenken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Wiedersehen, Officer Starling.« »Und die Studie?« »Einmal hat ein Volkszähler mich zu quantifizieren versucht. Ich habe seine Leber mit Favabohnen und einem großen Amarone verspeist. Gehen Sie zurück in die Schule, kleine Starling.« Höflich bis zum Schluss kehrte ihr Hannibal Lecter nicht den Rücken zu. Er trat rückwärts von der Absperrung zurück, bevor er sich wieder auf seine Pritsche legte und plötzlich wieder so unnahbar wurde wie ein Kreuzritter aus Stein, der auf seinem Sarkophag lag. Starling fühlte sich mit einem Mal ausgelaugt, so als hätte sie Blut gespendet. Weil sie ihren Beinen nicht sofort traurte, nahm sie sich mehr Zeit als nötig, um die Papiere in ihre Aktenmappe zurückzustecken. Starling war durchtränkt von dem Versagen, das sie verabscheute. Sie klappte den Stuhl zusammen und lehnte ihn gegen den Besenschrank. Sie musste wieder an Mix vorbei. Barney in der Ferne schien zu lesen. Sie konnte nach ihm rufen, dass er sie abholte. Ach, Mix konnte sie mal. Es war nicht schlimmer, als in der Stadt jeden Tag an Bauarbeitertrupps oder rüpelhaften Ausfahrern vorbeifahren zu müssen. Sie begann, den Gang hinunterzugehen. Dicht neben ihr zischte Mix Stimme. »Ich hab mir die Pulsadern aufgebissen, damit ich sterben kann. Siehst du, dies blutet.« Sie hätte Barney rufen können, aber sie blickte erschrocken in die Zelle, sah Mix mit dem Handgelenk einen raschen Schlenker machen und spürte den warmen Spritzer auf ihrer Wange und ihrer Schulter, bevor sie sich abwenden konnte. Sie entfernte sich von ihm, merkte, dass es Sperma war, kein Blut. Und Lecter rief nach ihr. Sie konnte ihn hören. Hinter ihr Doktor Lecters Stimme, der scharfe, schnarrende Ton stärker ausgeprägt. »Officer Starling!« Er war aufgestanden und rief ihr hinterher. Im Gehen kramte sie in ihrer Handtasche nach Papiertaschentüchern. Hinter ihr »Officer Starling!« Sie war jetzt auf den kalten Gleisen ihrer Beherrschung und steuerte zügig auf das Tor zu. »Officer Starling!« Ein neuer Unterton in Lecters Stimme. Sie blieb stehen. »Was in Gottes Namen will ich bloß so sehr?« Mix zischte etwas, auf das sie nicht hörte. Sie stand wieder vor Lecters Zelle, wo sich ihr das seltene Schauspiel des Doktors in Rage bot. Sie wusste, er konnte es an ihr riechen, er konnte alles riechen. Das hätte nie passieren dürfen. Ich finde Taktlosigkeit unsäglich abstoßend. Es war, als hätten ihn seine Morde von kleineren Rohheiten geläutert. Oder vielleicht, dachte Starling, erregte es ihn, sie auf diese besondere Weise gezeichnet zu sehen. Sie konnte es nicht sagen. Die Funken in seinen Augen flogen in seine Finsternis wie Glühwürmchen in eine Höhle. »Egal, was es ist, mach es dir zunutze, Herrgott noch mal!« Sie hielt ihre Aktenmappe hoch. »Bitte, machen Sie das hier für mich.« »Vielleicht kam Sie zu spät.« Er hatte sich wieder beruhigt. »Nein, aber ich werde dafür sorgen, dass Sie es nicht bereuen, gekommen zu sein. Ich werde Ihnen etwas anderes geben. Ich gebe Ihnen, was Sie am meisten lieben, Clary Starling.« Und was ist das, Dr. Lecter? »Beruflicher Erfolg, natürlich. Es trifft sich ganz hervorragend. Besser hätte es gar nicht kommen können. Der Valentinstag hat mich darauf gebracht.« Das Lächeln über seinen kleinen weißen Zähnen hätte alle möglichen Gründe haben können. Er sprach so leise, dass sie ihn kaum hören konnte. »Sehen Sie nach Ihren Valentinsgrüßen in Raspelswagen.« »Haben Sie mich verstanden?« »Sehen Sie nach Ihren Valentinsgrüßen in Raspelswagen.« »Aber jetzt gehen Sie lieber.« »Ich glaube nicht, dass Mix es so schnell erneut bringt. Auch wenn er verrückt ist. Finden Sie nicht auch?« Clary Starling war aufgeregt, erschöpft, nur noch von ihrer Willenskraft angetrieben. Einige der Dinge, die Lecter gesagt hatte, waren wahr, und einige streiften die Wahrheit nur. Ein paar Sekunden lang hatte sie in ihrem Kopf ein fremdes Bewusstsein Wüten gespürt, das wie ein Bär in einem Wohnmobil Sachen von den Regalen warf. Sie ärgerte sich darüber, was er über ihre Mutter gesagt hatte, und sie musste ihren Ärger loswerden. Das war etwas Dienstliches. Sie saß gegenüber der Klinik in ihrem alten Pinto und atmete tief durch. Als die Fenster beschlugen, fühlte sie sich ein wenig vor den Blicken der Passanten geschützt. Raspel. Sie erinnerte sich an den Namen. Er war ein Patient Lecters und eines seiner Opfer. Sie hatte nur einen Abend mit dem Lecter Hintergrundmaterial gehabt, die Akte war umfangreich und Raspel eins von vielen Opfern. Sie musste die Details nachlesen. Am liebsten wäre Starling der Sache sofort weiter nachgegangen, aber ihr war klar, dass nur sie es war, die dem Ganzen solche Dringlichkeit beimaß. Der Fall Raspel war vor Jahren abgeschlossen worden, niemand war gefährdet. Sie hatte Zeit. Besser, sie war gut informiert und gut beraten, bevor sie weitermachte. Aber unter Umständen nahm Crawford ihr die Sache aus der Hand und gab sie jemand anderem. Dieses Risiko musste sie eingehen. Sie versuchte, ihn von einer Telefonzelle aus anzurufen, musste sich aber sagen lassen, dass er vor dem Bewilligungsunterausschuss des Kongresses um Zuteilungen für das Justizministerium bettelte. Sie hätte sich vom Morddezernat des Baltimore Police Department Detailinformationen über den Fall beschaffen können, aber Mord ist keine bundesbehördlich verfolgte Straftat und sie wusste, sie würden sich die Sache sofort selbst unter den Nagel reißen, keine Frage. Sie fuhr zurück nach Quantico, zurück zur Abteilung Verhaltensforschung mit ihren anheimelnden, braunkarierten Vorhängen und ihren grauen Akten voller Hölle. Dort saß sie, die letzte Sekretärin war längst gegangen, bis spät in den Abend hinein und rollte den leckter Mikrofilm durch. Das widerspenstige alte Gerät strahlte wie ein Irrlicht in den abgedunkelten Raum hinein, während Wörter und Negative von Bildern über ihr angespanntes Gesicht schwärmten. Raspail Benjamin René, weiß, männlich, 46, war erster Flötist des Baltimore Philharmonic Orchestra. Er war Patient in Dr. Hannibal Lecters psychiatrischer Praxis. Am 22. März 1975 erschien er nicht zu einem Konzert in Baltimore. Am 25. März wurde seine Leiche in einer kleinen Kirche in der Nähe von Falls Church, Virginia gefunden, wo er, nur mit Frack und weißer Fliege bekleidet, in einer Kirchenbank saß. Die Autopsie ergab, dass Raspails Herz durchbohrt war und Thymus und Bauchspeicheldrüse fehlten. Clary Starling, die aus ihrer Kindheit mehr über Fleischverarbeitung wusste, als ihr lieb war, erkannte in den fehlenden Organen das menschliche Pardon zum Kalbsbri wieder. Im Morddezernat Baltimore glaubte man, sie hätten zur Speisenabfolge eines Essens gehört, dass Lecter am Abend nach Raspails Verschwinden für den Präsidenten und den Dirigenten des Baltimore Philharmonic Orchestra gegeben hatte. Dr. Hannibal Lecter behauptete, nichts über die Angelegenheit zu wissen. Der Präsident und der Dirigent der Philharmoniker sagten aus, sie könnten sich nicht an die einzelnen Gänge des Essens bei Dr. Lecter erinnern, auch wenn Dr. Lecter für seine exzellente Küche bekannt war und in kulinarischen Fachzeitschriften zahlreiche Artikel veröffentlicht hatte. Der Präsident der Philharmoniker musste daraufhin in einem ganzheitlich orientierten Nervensanatorium in Basel wegen Anorexie und Alkoholismus behandelt werden. Der Polizei von Baltimore zufolge war Raspail Lecters neuntes bekanntes Opfer. Raspail starb, ohne ein Testament zu hinterlassen, und die Presse verfolgte den Rechtsstreit, den seine Verwandten um sein Erbe führten mehrere Monate lang, bis schließlich das öffentliche Interesse nachließ. Außerdem hatten Raspails Verwandte zusammen mit den Familien anderer Opfer Lecters eine gerichtliche Verfügung erwirkt, der zufolge die ärztlichen Unterlagen und Tonbänder des abartigen Psychiaters vernichtet werden mussten. Es lasse sich nicht absehen, welche peinlichen Geheimnisse er ausplaudern könnte, lautete ihre Argumentation, deren Richtigkeit die Akten augenfällig dokumentierten. Als Nachlassverwalter hatte das Gericht Raspails Anwalt Everett Yeo eingesetzt. Um an den Wagen heranzukommen, musste Starling Yeos Genehmigung einholen. Es war jedoch nicht auszuschließen, dass der Anwalt, wenn er früh genug davon in Kenntnis gesetzt wurde, Beweismaterial vernichtete, um den Ruf seines verstorbenen Mandanten zu wahren. Starling schlug lieber ohne Vorwarnung zu. Aber dafür brauchte sie Rat und Genehmigung. Sie war allein in der Verhaltensforschung und hatte zu allem ungehinderten Zugang. Sie fand Crawfords Privatnummer im Rolodex. Sie hörte das Telefon kein einziges Mal läuten, aber plötzlich war seine Stimme da, sehr ruhig und gefasst. »Jack Crawford.« »Hier ist Clarice Starling.« »Ich hoffe, Sie sind nicht gerade beim Abendessen.« Sie musste in völlige Stille hinein weitersprechen. »Lektar hat mir heute etwas über den Fall Raspail gesagt. Ich bin gerade im Büro und gehe der Sache nach.« »Er sagt, da ist etwas in Raspails Wagen. Ich müsste die Genehmigung seines Anwalts einholen, um an ihn heranzukommen, und da morgen Samstag ist kein Unterricht, wollte ich Sie fragen, ob...« »Starlene, haben Sie noch in Erinnerung, was ich Ihnen bezüglich der von Lektar erhaltenen Informationen gesagt habe?« Crawfords Stimme war so schrecklich ruhig. »Dass ich Ihnen bis Sonntagfrüh neun Uhr einen Bericht vorlegen soll.« »Tun Sie das, Starling. Tun Sie genau das.« »Jawohl, Sir.« Das Freizeichen stach in ihr Ohr. Das Stechen breitete sich über ihr Gesicht aus und brachte ihre Augen zum Brennen. »Mein Gott, verdammte Scheiße nochmal!« sagte sie. »Du mieser alter Sack! Mieses Dreckschwein! Lass du dich mal von Mix anwichsen und sieh zu, wie du das findest!« Starling arbeitete blank geschrubbt und in einem Academy-Nachthemd am zweiten Entwurf ihres Berichts, als ihre Zimmergenossin Ardelia Mapp aus der Bibliothek zurückkam. Mapps breites, braunes, ausgesprochen verständiges Gesicht war einer der erfreulicheren Anblicke des Tages. Ardelia Mapp sah die Erschöpfung in ihrem Gesicht. »Was hast du heute so gemacht, Mädchen?« Mapp stellte Fragen immer auf eine Weise, als könnten ihr die Antworten nicht gleichgültiger sein. Sperma bespritzt einem Verrückten um den Bart gegangen. »Ich wäre froh, wenn ich Zeit für ein Privatleben hätte. Mir ist schleierhaft, wie du das neben der Schule noch schaffst.« Starling stellte fest, dass sie lachte. Ardelia Mapp lachte mit ihr, so viel wie der kleine Scherz hergab. Starling konnte nicht aufhören, und sie hörte sich wie aus weiter Ferne lachen und immer weiter lachen. Durch Starlings Tränen sah Mapp seltsam alt aus, und ihr Lächeln hatte etwas Trauriges. Jack Crawford, 53, liest im Schlafzimmer seines Hauses in einem Sessel neben einer niedrigen Lampe. Er blickt auf zwei Betten, beide mit Klötzen auf Krankenhaushöhe aufgebockt. Eines ist sein eigenes, im anderen liegt seine Frau Bella. Crawford kann sie durch den Mund atmen hören. Es ist zwei Tage her, seit sie sich zum letzten Mal bewegen oder zu ihm sprechen konnte. Sie lässt einen Atemzug aus. Crawford blickt von seinem Buch auf über seine Lesebrille hinweg. Er legt das Buch beiseite. Bella atmet wieder, ein Flattern und dann ein voller Atemzug. Er steht auf, um seine Hand auf sie zu legen, um ihren Blutdruck und ihren Puls zu messen. Im Lauf der Monate ist er Experte im Umgang mit der Blutdruckmanschette geworden. Weil er sie nachts nicht allein lässt, hat er neben ihr ein Bett für sich aufgestellt. Weil er im Dunkeln zu ihr hinüberlangt, ist sein Bett auf ihrer Höhe. Abgesehen von der Höhe der Betten und den minimalen sanitären Einrichtungen, die für Bellas Bequemlichkeit erforderlich sind, hat Crawford es vermeiden können, dass der Raum wie ein Krankenzimmer aussieht. Es gibt Blumen, aber nicht zu viele. Nirgendwo sind Tabletten zu sehen. Crawford hat einen Wäscheschrank im Flur leergeräumt und ihre Medikamente und Apparate darin verstaut, bevor er sie aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht hat. Es war das zweite Mal, dass er sie über die Schwelle dieses Hauses getragen hatte. Und der Gedanke raubte ihm fast den letzten Mut. Aus dem Süden kommt eine Warmfront hoch. Die Fenster sind offen und die Luft von Virginia ist mild und frisch. Im Dunkeln quäken sich kleine Frösche zu. Das Zimmer ist makellos, nur der Teppich beginnt zu verfilzen. Den lauten Staubsauger will Crawford hier nicht laufen lassen, und er benutzt einen handbetriebenen Teppichkehrer, der nicht so gut ist. Er tappt zum Schrank und macht das Licht an. An der Innenseite der Tür hängen zwei Klemmbretter. Auf einem trägt er Bellas Puls und Blutdruck ein. Seine Werte und die der Tagesschwester wechseln sich in einer Zahlenreihe ab, die sich über viele gelbe Seiten erstreckt, über viele Tage und Nächte. Auf dem anderen Klemmbrett hat die Tagesschwester die Medikamente eingetragen, die Bella erhalten hat. Crawford kann ihr jedes Mittel verabreichen, das sie nachts vielleicht brauchen könnte. Bevor er Bella nach Hause geholt hat, hat er unter der Anleitung einer Krankenschwester zuerst an einer Zitrone, dann an seinen Oberschenkeln das Spritzen geübt. Crawford steht etwa drei Minuten über ihr und blickt auf ihr Gesicht hinab. Ein wunderschönes Tuch aus moirierter Seide bedeckt wie ein Turban ihr Haar. Darauf hat sie bestanden, solange sie noch auf etwas bestehen konnte. Jetzt besteht er darauf. Er befeuchtet ihre Lippen mit Glycerin und entfernt mit seinem breiten Daumen einen Fussel aus ihrem Augenwinkel. Sie rührt sich nicht. Es ist noch nicht Zeit, sie umzudrehen. Am Spiegel vergewissert sich Crawford, dass er nicht krank ist, dass er ihr nicht ins Grab folgen muss, dass es ihm selbst gut geht. Er ertappt sich dabei und schämt sich. Als er wieder in seinem Sessel sitzt, kann er sich nicht mehr erinnern, was er gelesen hat. Er befühlt die Bücher neben sich, um das zu finden, das warm ist. Montagmorgen fand Clarice Starling folgende Nachricht von Crawford in ihrem Briefkasten. CS Doppelpunkt Gehen Sie dem Raspillwagen weiter nach. In Ihre Freizeit. In meinem Büro bekommen Sie für Ferngespräche eine Kreditkarte. Rücksprache mit mir, bevor Sie Nachlass kontaktieren oder irgendwo hinfahren. Bericht Mittwoch, 16 Uhr. Der Direktor hat Ihren Lektorbericht mit Ihrer Unterschrift erhalten. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. J.C. S.A.I.C. Abteilung 8 Starling fühlte sich ziemlich gut. Sie wusste, Crawford gab ihr nur eine erschöpfte Maus, mit der sie zu Übungszwecken herumspielen durfte. Aber er wollte ihr etwas beibringen. Er wollte, dass sie Fortschritte machte. Besser als Höflichkeit war das allemal. Raspill war acht Jahre tot. Was für Beweismaterial könnte sich in einem Auto so lange gehalten haben? Sie hatte in ihrer Familie die Erfahrung gemacht, dass infolge des raschen Wertverlustes von Automobilen ein Appellationsgericht die Hinterbliebenen einen Wagen normalerweise schon vor der Testamentsvollstreckung verkaufen lässt, wobei der Erlös auf ein Anderkonto kommt. Deshalb war selbst bei so verworrenen und umstrittenen Erbschaftsverhältnissen wie im Fall Raspails nicht anzunehmen, dass ein Auto so lange einbehalten wurde. Dazu kam noch ein zeitliches Problem. Ihre Mittagspause mit eingerechnet hatte Starling jeden Tag eine Stunde und 15 Minuten frei, um in den Geschäftszeiten telefonieren zu können. Mittwochnachmittag musste sie Crawford Bericht erstatten. Wenn sie ihre Studierzeit dafür verwendete und das Versäumte nachts nachholte, hatte sie demnach insgesamt auf drei Tage verteilt, drei Stunden und 45 Minuten, um den Wagen ausfindig zu machen. In den Seminaren für ermittlungstechnische Verfahren hatte sie gute Noten und sie bekäme sicher eine Chance, ihren Ausbildern allgemein gehaltene Fragen zu stellen. In ihrer Mittagspause am Montag ließen sie die Mitarbeiter des Baltimore County Courthouse dreimal warten und vergaßen sich schließlich. In ihrer Studierzeit bekam sie schließlich einen wohlgesonnenen Gerichtsangestellten dran, der ihr die Testamentsunterlagen des Raspell-Nachlasses heraussuchte. Der Mann bestätigte ihr, dass für den Verkauf des Wagens eine Genehmigung erteilt worden war und nannte Starling das Fabrikat und die Fahrgestellnummer des Autos sowie den Namen des nachfolgenden Besitzers, der auf dem Kaufvertrag stand. Am Dienstag vertat sie die Hälfte ihrer einstündigen Mittagspause mit dem Versuch, den Träger dieses Namens ausfindig zu machen. Es kostete sie, den Rest ihrer Mittagspause herauszufinden, dass die Kfz-Zulassungsstelle für Maryland nicht in der Lage war, ein Fahrzeug allein anhand der Fahrgestellnummer zu identifizieren, sondern nur mithilfe des Kennzeichens oder des aktuellen Nummernschildaufklebers. Am Dienstagnachmittag vertrieb ein Wolkenbruch die Polizeischüler vom Schießstand. In einem von feuchten Kleidern und schweißdampfenden Konferenzsaal beschloss John Brigham, Ausbilder an der Waffe und ehemaliger Marine, vor versammelter Klasse Starlings Fingerkraft zu testen, indem er sich vorführen ließ, wie oft sie in 60 Sekunden den Abzug einer Smith & Wesson Modell 19 durchziehen konnte. Mit der linken Hand schaffte sie es 74 Mal, dann blies sie sich eine Haarsträhne aus den Augen und fing mit der rechten an, während ein anderer Schüler zählte. Sie nahm die Weaver-Haltung ein, gut abgestützt, das Korn scharf im Blick, die Kimme und ihr provisorisches Ziel, wie es sich gehörte, verschwommen. Etwa in der Hälfte ihrer Minute ließ sie ihre Gedanken abschweifen, um sich von den Schmerzen abzulenken. Das Ziel an der Wand rückte scharf in ihr Blickfeld. Es war eine Anerkennungsurkunde der Kontrollbehörde für zwischenstaatlichen Handel, die ihrem Ausbilder John Brigham galt. Während der andere Polizeischüler das Klicken des Revolvers zählte, fragte sie Brigham aus dem Mundwinkel, »Wie bekommt man die aktuelle Zulassungsnummer 65, 66, 67, 68, 69 eines Wagens heraus, von dem man nur die Fahrgestellnummer 78, 79, 80, 81 und das Fabrikat hat? Die Nummer des aktuellen Nummernschildaufklebers hat man nicht. 89, Zeit...« »Okay, Leute«, sagte der Ausbilder, »schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Eine starke Hand ist ein wichtiger Faktor bei anhaltendem Combat-Schießen. Einige der Herren hier machen sich vielleicht Sorgen, dass sie das nächste Mal aufgerufen werden. Ihre Besorgnis ist durchaus berechtigt. Starling liegt mit beiden Händen deutlich über dem Durchschnitt, und zwar deswegen, weil sie daran arbeitet. Sie arbeitet daran mit diesen kleinen Drückapparaten, zu denen Sie alle Zugang haben. Die meisten von Ihnen sind es nicht gewöhnt, etwas Härteres zu drücken, als ihre...« Immer auf der Hut vor dem Marine-Vokabular, das ihm in Fleisch und Blut übergegangen war, suchte er nach einem akzeptablen Ersatzbegriff. »Pickel«, sagte er schließlich. »Aber damit wir uns da nicht falsch verstehen, Starling, auch Sie sind noch nicht gut genug. Ich will sehen, dass diese linke Hand bis zu ihrer Prüfung über 90 schafft. Zweiergruppen bilden und jeweils einer zählt. Hopp, hopp. Sie nicht, Starling, kommen Sie her. Was haben Sie sonst noch über den Wagen? Nur die Fahrgestellnummer und das Fabrikat, das ist alles. Einen ehemaligen Besitzer vor fünf Jahren. Okay, hören Sie zu. Die meisten Leute bauen deshalb Sch... Mist, weil Sie versuchen, die Zulassungen von Besitzer zu Besitzer zu verfolgen. Da bleibt man zwangsläufig zwischen den Staaten hängen. Ich meine, sogar Cops machen das manchmal. Und Kennzeichen und Aufklebernummer sind alles, was im Computer ist. Bei uns ist es üblich, die Aufklebernummer oder das Kennzeichen zu registrieren, aber nicht die Fahrgestellnummer. Der Raum dröhnte vom Klicken der Übungsrevolver mit den blauen Griffen und er musste in ihr Ohr bellen. Es gibt eine einfache Möglichkeit. R.L. Polk und Company. Es ist ein Adressbuchverlag. Sie bringen auch ein Verzeichnis der gegenwärtig gültigen Kfz-Kennzeichen heraus, nach Fabrikat und Fahrgestellnummer geordnet. Das ist die einzige Möglichkeit. Autohändler benutzen es, um ihre Werbekampagnen gezielt zu platzieren. Wie sind Sie darauf gekommen, mich zu fragen? Sie waren bei der Kontrollbehörde für zwischenstaatlichen Handel. Da dachte ich, Sie mussten bestimmt viele Fahrzeuge ausfindig machen. Danke. Revanchieren Sie sich. Bringen Sie Ihre linke Hand dahin, wo sie sein sollte. Und blamieren Sie ein paar dieser Schlappschwänze. In ihrer Studierzeit, wieder in der Telefonzelle, zitterten ihre Hände so, dass ihre Notizen kaum mehr leserlich waren. Raspails' Wagen war ein Ford. Nicht weit von der University of Virginia gab es einen Ford-Händler, der jahrelang geduldig alles für ihren Pinto getan hatte, was er konnte. Jetzt ging der Händler genauso geduldig das Polk-Verzeichnis für sie durch. Er kam mit dem Namen und der Adresse der Person ans Telefon zurück, auf die Benjamin Raspails' Wagen zuletzt zugelassen worden war. »Clarice ist nicht von der Rolle. Nein, Clarice hat alles unter Kontrolle. Verdammt, lass den Quatsch und ruf den Mann in, mal sehen, Number Nine Ditch, Arkansas an. Jack Crawford lässt mich da nie im Leben runterfahren. Aber zumindest kann ich bestätigen, wem die Karre jetzt gehört.« Niemand ging dran, auch beim zweiten Mal nicht. Das Läuten hörte sich komisch an und weit weg, ein zweifaches Klingeln kurz hintereinander über einem Gemeinschaftsanschluss. Sie versuchte es nachts und wieder ging niemand dran. In der Mittagspause am Mittwoch meldete sich schließlich ein Mann. »WPOQ spielt die Oldies.« »Hallo? Ich hätte gern...« »Ich brauch keine Alu-Verkleidung und ich will auch in keinem Wohnwagenpark in Florida wohnen. Was haben Sie sonst noch?« Starling hörte viel von den Hügeln von Arkansas in der Stimme des Mannes. Wenn sie wollte, konnte sie auch so sprechen. Und ihre Zeit war knapp. »Ja, Sir. Wenn Sie mir helfen könnten, wäre ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Ich versuche, einen gewissen Mr. Lomax Bartwell zu erreichen. Hier spricht Clary Starling.« »Irgendwer namens Starling ist dran!« brüllte der Mann dem Rest seines Haushalts zu. »Was wollen Sie von Bartwell?« »Hier ist das Regionalbüro mit South der Ford Rückrufabteilung. Mr. Bartwell stehen verschiedene kostenlose Garantieleistungen an seinem RTD zu. »Ich bin Bartwell. Ich dachte, Sie wollten mir mit diesem billigen Trick bloß was andrehen. Für eine Nachbesserung ist es leider zu spät. Total schaden. Ich und meine Frau, wir waren in Little Rock und wollten gerade von der Southland Mall losfahren.« »Ja, Sir?« »Diese scheiß Pleulstange kam glatt durch die Ölwanne. Alles voller Öl. Und dieser Orkin-Laster, der den riesigen Käfer oben drauf hat, ja, gerät auf das Öl und kommt ins Rutschen.« »Um Himmels Willen!« »Ja, das Photomat-Häuschen hat's voll umgehauen. Das ganze Glas total zerdeppert. Der Photomat-Typ hatte richtig einen Schock, als er rauskam. Musste ihn festhalten, sonst wäre er glatt auf die Straße gelaufen.« »Das ist ja echt ein Ding. Was ist denn dann draus geworden?« »Was ist aus was geworden?« »Aus dem Wagen.« »Ich hab Buddy Sipper auf dem Schrottplatz gesagt, für 50 kann er die Kiste haben, wenn er sie selbst abholen kommt. »Schätze, er hat sie ausgeschlachtet.« »Könnten Sie mir vielleicht seine Telefonnummer geben, Mr. Barthwell?« »Was wollen Sie denn von Sipper? Wenn noch einer was kriegt für die Kiste, dann höchstens ich.« »Das ist mir völlig klar, Sir. Ich tue nur, was die mir gesagt haben, und die haben gesagt, ich soll bis fünf diesen Wagen finden. Könnten Sie mir also bitte die Nummer geben?« »Ach, ich kann mein Adressbuch nicht finden. Er ist schon eine ganze Weile verschwunden. Sie wissen ja, wie das ist mit kleinen Enkelkindern. Aber Sie müssten sie eigentlich auch über die Auskunft rauskriegen. Fragen Sie nach Sipper Salvage.« »Tausend Dank, Mr. Barthwell.« Der Schrottplatz bestätigte, dass der Wagen ausgeschlachtet und zu einem Würfel gepresst worden war. Der Vorarbeiter las Starling aus seinen Unterlagen die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs vor. »Scheiß der Hund drauf«, dachte Starling. Sie hatte den Dialekt noch nicht ganz abgelegt. Fehlanzeige. Toller Valentinsgruß. Starling lehnte den Kopf gegen den kalten Münzbehälter der Telefonzelle. Ardelia Mapp, ihre Bücher auf der Hüfte, klopfte an die Tür der Zelle und reichte ihr einen Orange Crush herein. »Ach, tausend Dank, Ardelia. Ich muss noch einen Anruf machen. Wenn ich damit rechtzeitig fertig bin, komme ich in die Cafeteria nach, okay?« »Ich hatte so gehofft, du hättest endlich diesen grässlichen Dialekt abgelegt«, sagte Mapp. »Es gibt Bücher, die einem bei so etwas weiterhelfen. Ich spreche nie mehr mein deftiges Plattenbaupatois. Wenn du mit diesem maulfaulen Genuschle ankommst, sagen die Leute gleich, was will die denn? Die soll doch erst mal richtig sprechen lernen.« Mapp schloss die Tür der Telefonzelle. Starling fand, sie musste versuchen, mehr aus Leckta herauszubekommen. Vielleicht ließ Crawford sie noch einmal in die Anstalt fahren, wenn sie bereits einen Termin hatte. Sie wählte Dr. Chiltons Nummer, kam aber nicht an seiner Sekretärin vorbei. »Dr. Chilton hat eine Besprechung mit dem Corona und mit dem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt«, sagte die Frau. »Er hat bereits mit ihrem Vorgesetzten gesprochen und hat Ihnen nichts zu sagen. Guten Tag.« »Ihr Freund Mix ist tot«, sagte Crawford. »Haben Sie mir auch alles erzählt, Starling?« Crawfords müdes Gesicht war so empfänglich für Signale wie die aufgestellte Halskrause einer Eule und genauso erbarmungslos. Wie? Sie kam sich betäubt vor und sie musste etwas dagegen tun. Hat irgendwann vor Tagesanbruch seine Zunge geschluckt. Chilton denkt, Leckta hat ihn auf die Idee gebracht. Der Nachtschichtwärter hörte Leckta leise mit Mix sprechen, Leckta wusste eine Menge über Mix. Er sprach eine Weile mit ihm, aber der Wärter konnte nicht verstehen, was Leckta sagte. Mix weinte eine Weile und dann hörte er auf. »Haben Sie mir alles erzählt, Starling?« »Ja, Sir. In meinem Bericht und in den Notizen ist alles fast Wort für Wort festgehalten.« Chilton rief an, um sich über sie zu beschweren. Crawford wartete und schien erfreut, als sie nicht nachfragte. »Ich sagte ihm, meiner Meinung nach gebe ihr Verhalten keinerlei Anlass zu Beanstandungen. Chilton versucht, einer Bürgerrechtsuntersuchung vorzubeugen.« »Wird es denn eine geben?« »Sicher. Wenn Mix' Angehörige das wollen. Die Bürgerrechtsabteilung bearbeitet dieses Jahr wahrscheinlich 8000 Fälle. Die haben nur darauf gewartet, Mix auch noch auf ihre Liste zu setzen.« Crawford musterte sie. »Sonst alles okay bei Ihnen?« »Ich weiß nicht, was ich deswegen empfinden soll.« »Sie brauchen überhaupt nichts Bestimmtes zu empfinden. Lektor hat es zu seinem eigenen Vergnügen getan. Er weiß, dass Sie ihm deshalb nicht wirklich was anhaben können. Also, warum nicht? Chilton nimmt ihm eine Weile seine Bücher und seine Klobrille weg, das ist alles. Und er kriegt keinen Wackelpudding.« Crawford verschränkte die Finger über dem Bauch und verglich seine Daumen. »Lektor hat Sie nach mir gefragt, nicht wahr?« »Er hat gefragt, ob Sie beschäftigt sind. Ich habe Ja gesagt.« »Mehr nicht? Sie haben nichts Persönliches weggelassen, weil ich es vielleicht nicht gerne sehen würde?« »Nein. Er hat Sie als Toiker bezeichnet, aber das habe ich vermerkt.« »Ja, das haben Sie.« »Sonst nichts?« »Nein. Ich habe nichts weggelassen.« »Sie denken doch nicht, er hätte nur deshalb mit mir gesprochen, weil ich ihm irgendwelchen Klatsch erzählt habe?« »Nein.« »Ich weiß nichts Persönliches über Sie, und wenn doch, würde ich nicht darüber sprechen. Falls Sie in dieser Hinsicht irgendwelche Zweifel haben, lassen Sie uns das am besten jetzt gleich klarstellen.« »Ich bin zufrieden.« »Nächster Punkt.« »Irgendetwas dachten Sie doch, sonst kommen Sie zum nächsten Punkt, Starling.« »Leg das Hinweis auf Raspills Auto hat nichts gebracht. Es wurde vor vier Monaten in Number Nine Ditch, Arkansas, zu einem Würfel gepresst, um recycelt zu werden. Vielleicht erzählt er mir mehr, wenn ich nochmal hinfahre und mit ihm spreche.« »Sind Sie dem Hinweis erschöpfend nachgegangen?« »Ja.« »Warum glauben Sie, dass der Wagen, den Raspill fuhr, sein einziges Auto war?« »Es war das Einzige, das zugelassen war. Er war alleinstehend. Deshalb habe ich angenommen...« »Aha. Moment mal.« »Crawfords Zeigefinger deutete auf ein Prinzip, das unsichtbar zwischen Ihnen in der Luft schwebte.« »Sie haben es angenommen.« »Sie haben etwas angenommen.« Er sah sie streng an. »Sie werden hier nicht dazu ausgebildet, etwas anzunehmen.« Dann lehnte er sich zurück. »Raspill hat Autos gesammelt. Wussten Sie das?« »Nein.« »Befinden Sie sich noch im Nachlass?« »Das weiß ich nicht. Denken Sie, Sie könnten das herausfinden?« »Ja.« »Wo würden Sie anfangen?« »Bei seinem Nachlassverwalter.« »Ein Anwalt aus Baltimore. Ein Chinese, wenn ich mich recht entsinne.« »Everett Yeo«, sagte Starling. »Er steht im Telefonbuch von Baltimore.« »Haben Sie schon daran gedacht, dass Sie einen Durchsuchungsbefehl brauchen könnten, um sich Raspills Wagen anzusehen?« Manchmal erinnerte Crawfords Ton Starling an Lewis Carrolls besserwisserische Raupe. Starling wagte nicht, ihn ebenfalls anzuschlagen, jedenfalls nicht zu sehr. »Da Raspill verstorben ist und keiner Straftat verdächtigt wird,« begann sie aufzusagen, »ist die Durchsuchung bereits zulässig, wenn wir die Erlaubnis seines Nachlassverwalters zur Durchsuchung des Autos einholen, und das Ergebnis ist in anderen Rechtsangelegenheiten zulässiges Beweismaterial.« »Richtig«, sagte Crawford. »Wissen Sie was? Ich werde der Außendienststelle in Baltimore Bescheid geben, dass Sie raufkommen, am Samstag, Starling, in Ihrer Freizeit. »Suchen Sie nach Ergebnissen, so es welche gibt.« Crawford unternahm eine kleine, erfolgreiche Anstrengung, ihr nicht hinterherzublicken, als sie ging. Aus seinem Papierkorb hob er in der Gabel seiner Finger ein zerknülltes Blatt aus dickem, mohfarbenem Papier. Er strich es auf seinem Schreibtisch glatt. Was darauf in einer ansprechenden Handschrift stand, betraf seine Frau. Ihr Schulen, die im Streite liegen, welch Feuer diese Welt verbrennt, begreift ihr nicht nur die Würzigen, die ihr Fieber als Grund erkennt. Das mit Bella tut mir so leid, Jack. Hannibal Lecter. Everett Joe fuhr einen schwarzen Buick mit dem Aufkleber der DePaul University auf dem Rückfenster. Wegen seines Körpergewichts hatte der Buick links leichte Schlagseite, als Clary Starling ihm im Regen aus Baltimore folgte. Es war fast dunkel, Starlings Tag als Ermittlerin war fast vorbei, und sie hatte keinen weiteren Tag, den sie dranhängen konnte. Sie hielt ihre Ungeduld im Zaum, indem sie im Takt der Scheibenwischer auf das Lenkrad tippte, während der Verkehr die Route 301 entlang kroch. Joe war intelligent, dick und hatte Atembeschwerden. Starling schätzte sein Alter auf 60. Bisher war er hilfsbereit. Der verlorene Tag war nicht seine Schuld. Der Anwalt, der erst am Spätnachmittag von einer einwöchigen Geschäftsreise aus Chicago nach Baltimore zurückgekehrt war, war direkt vom Flughafen in seine Kanzlei gekommen, um sich mit Starling zu treffen. »Raspails Packard Oldtimer war schon lange vor seinem Tod eingelagert worden«, erklärte er Joe. Er war nicht zugelassen und nie gefahren worden. Joe hatte ihn abgedeckt und im Lagerraum einmal gesehen, um seine Existenz zu bestätigen, als er kurz nach der Ermordung seines Mandanten eine Bestandsaufnahme des Nachlasses vorgenommen hatte. »Falls Officer Starling sich einverstanden erkläre, ihn unverzüglich ganz offen auf alles hinzuweisen, was sich als nachteilig für die Interessen seines verstorbenen Mandanten erweisen könne, werde er ihr das Automobil zeigen«, sagte er. »Ein Durchsuchungsbefehl und der damit verbundene Aufwand seien nicht erforderlich.« Starling war froh, dass ihr aus dem FBI-Wagenpark einen Tag lang ein Plymouth mit einem Mobiltelefon zur Verfügung gestellt worden war, und Crawford hatte ihr einen neuen Ausweis gegeben. Es stand lediglich »Federal Investigator« darauf, und er lief in einer Woche ab, stellte sie fest. Sie waren zu Split City Mini Storage unterwegs, das etwa vier Meilen hinter der Stadtgrenze lag. Während sie im Stau dahin kroch, versuchte Starling, über das Autotelefon so viel wie möglich über die Lagerfirma herauszubekommen. Bis sie das hohe, orangefarbene Schild Split City Mini Storage – Sie behalten den Schlüssel – entdeckte, hatte sie einiges in Erfahrung gebracht. Split City hatte eine Frachtbeförderungslizenz der Interstate Commerce Commission, die auf den Namen Bernard Gary ausgestellt war. Vor drei Jahren war er vor einer Grand Jury mit knapper Not einer Anklage wegen zwischenstaatlicher Beförderung gestohlener Güter entgangen, und seine Lizenz stand für eine erneute Prüfung an. Joe hielt unter dem Schild an und zeigte am Tor einem pickligen jungen Mann in Uniform seine Schlüssel. Der Pförtner schrieb ihre Autonummern auf, öffnete das Tor und winkte sie ungeduldig durch, als hätte er Wichtigeres zu tun. Split City ist ein trostloser, vom Wind durchwehter Ort. Wie die sonntäglichen Scheidungsflüge von La Guardia nach Juarez ist die Firma Teil der Dienstleistungsindustrie für die gedankenlose brownsche Bewegung in unserer Bevölkerung. Sie macht ihr Hauptgeschäft mit der Lagerung der aufgeteilten beweglichen Habe aus Scheidungen. Die einzelnen Abteile sind vollgestopft mit Wohnzimmersitzecken, Frühstücksgarnituren, fleckigen Matratzen, Spielsachen und den Fotos von Dingen, aus denen nichts geworden ist. Im Büro des Sheriffs von Baltimore County ist man fest davon überzeugt, dass in Split City auch zahlreiche Wertgegenstände vor den Konkursgerichten versteckt werden. Split City gleicht einer militärischen Einrichtung. Zwölf Hektar langgezogene Hallen, von Brandschutzmauern in Einheiten von der Größe einer geräumigen Einzelgarage unterteilt, jede mit einem Rolltor versehen. Die Mieten sind reell, und manche Besitztümer befinden sich schon seit Jahren hier. Die Sicherheitsvorkehrungen sind gut. Die Anlage ist umgeben von zwei hohen Maschendrahtzäunen, zwischen denen rund um die Uhr Hunde patrouillieren. Am unteren Rand des Tores, zu Raspails Lagereinheit Nummer 31, hatten sich 15 Zentimeter nasses Laub vermischt mit Pappbechern und Kleinabfällen angesammelt. Jede Seite des Tores sicherte ein kräftiges Vorhängeschloss. Das Schloss auf der linken Seite war außerdem mit einer Plombe versehen. Everett Yeo beugte sich steif über die Plombe. Starling hielt den Regenschirm und wegen der frühen Dunkelheit eine Taschenlampe. »Es sieht nicht so aus, als wäre das Tor geöffnet worden, seit ich vor fünf Jahren zum letzten Mal hier war«, sagte er. »Sehen Sie hier den Abdruck meines Notarsiegels? Ich konnte damals nicht erahnen, dass die Angehörigen so streitsüchtig wären und die Testamentsvollstreckung so lange hinauszögern würden.« Während Starling ein Foto von Schloss und Siegel machte, hielt Yeo Taschenlampe und Schirm. »Mr. Raspell hatte in der Stadt ein Büroappartement, das sich kündigte, um den Nachlass nicht mit den Mietzahlungen zu belasten«, fuhr er fort. »Ich ließ die Einrichtung hierher schaffen und mit dem Wagen und den anderen Dingen, die bereits hier waren, einlagern. Wir brachten ein Klavier, Büchernoten und sowas her, und auch ein Bett, glaube ich.« Joe versuchte, den Schlüssel zu drehen. »Möglicherweise sind die Schlösser eingefroren. Jedenfalls ist das hier sehr sperrig.« Es fiel ihm schwer, sich zu bücken und gleichzeitig zu atmen. Als er in die Hocke zu gehen, versuchte, knackten seine Knie. Zu ihrer Erleichterung sah Starling, dass die Vorhängeschlösser große American Standards aus Chrom waren. Sie sahen zwar ehrfurchtgebietend aus, aber sie wusste, mit einer Walzblechschraube und einem Tischlerhammer ließe sich der Messingzylinder mühelos herausbekommen. Als er ein Kind war, hatte ihr Vater ihr gezeigt, wie Einbrecher das machten. Das einzige Problem wäre, einen Hammer und eine Schraube aufzutreiben. Sie konnte nicht mal auf den Kram zurückgreifen, den sie immer in ihrem Pinto dabei hatte. Sie kamte in ihrer Handtasche und fand das Enteisungsspray, das sie für das Türschloss ihres Pinto benutzte. »Möchten Sie sich kurz in Ihrem Wagen ausruhen, Mr. Yo? Wärmen Sie sich doch ein paar Minuten auf, während ich das Schloss aufzubekommen versuche. Nehmen Sie den Schirm, es nieselt sowieso nur noch leicht.« Um die Scheinwerfer als Lichtquelle benutzen zu können, fuhr sie mit dem FBI Plymouth dicht an das Tor heran. Sie zog den Ölmessstab heraus, träufelte etwas Öl in die Schlüssellöcher der Vorhängeschlösser, bevor sie Enteisungsspray hineinsprühte, um das Öl zu verdünnen. Mr. Yo lächelte und nickte ihr aus seinem Wagen zu. Starling war froh, dass Yo ein intelligenter Mann war. Sie konnte ihrer Arbeit nachgehen, ohne ihn gegen sich aufzubringen. Inzwischen war es dunkel. Sie fühlte sich dem grellen Licht der Scheinwerfer des Plymouth ausgesetzt und der Keilriemen des laufenden Motors quietschte. Sie hatte den Wagen abgeschlossen, während er lief. Mr. Yo machte zwar einen ungefährlichen Eindruck, aber sie sah keinen Grund, das Risiko einzugehen, am Garagentor zerquetscht zu werden. Das Vorhängeschloss hüpfte wie ein Frosch in ihrer Hand und lag schwer und ölig, offen da. Das andere Schloss, das mehr Zeit zum Einziehen gehabt hatte, ging einfacher auf. Das Tor ließ sich nicht bewegen. Starling zog am Griff, bis helle Flecken vor ihren Augen tanzten. Yo kam ihr zur Hilfe, konnte aber angesichts des kleinen, unzureichenden Griffs und seines Leistenbruchs wenig zur Lösung des Problems beitragen. »Wir könnten nächste Woche mit meinem Sohn oder mit ein paar Handwerkern nochmal herkommen,« schlug er vor. »Allmählich würde ich gern nach Hause fahren.« Starling war sich nicht sicher, ob sie noch einmal herkommen könnte. Für Crawford wäre es weniger aufwendig, einfach zum Telefon zu greifen und das Ganze der Außendienststelle in Baltimore zu überlassen. »Mr. Yo, ich werde mich beeilen. Haben Sie einen Wagenheber?« Starling klemmte den Wagenheber unter den Griff des Tores und lehnte sich mit ihrem ganzen Gewicht auf den Schraubenschlüssel, der als Hebel diente. Unter fürchterlichem Quietschen ging das Tor einen Zentimeter hoch, aber es schien sich in der Mitte durchzubiegen. Es kam noch ein paar Zentimeter hoch und noch ein paar, bis sie den Ersatzreifen darunter schieben konnte, damit er es hochhielt, während sie Mr. Yo's und ihren eigenen Wagenheber an den Seiten des Tores neben den Schienen, in denen es lief, anbrachte. Abwechselnd an den beiden Wagenhebern pumpend, bekam sie das Tor einen knappen halben Meter hoch, doch dann klemmte es so stark, dass es sich nicht einmal mehr bewegen ließ, wenn sie sich mit ihrem ganzen Gewicht auf den Hebel stellte. Mr. Yo kam, um mit ihr unter dem Tor hindurchzuspähen. Er konnte sich immer nur ein paar Sekunden bücken. »Riecht nach Mäusen da drin«, sagte er. »Dabei hat man mir versichert, sie würden Rattengift streuen. Ich glaube, das ist vertraglich sogar ausdrücklich festgelegt. Nagetiere würden sie hier praktisch nicht kennen«, hieß es. »Dabei höre ich sie sogar.« »Sie nicht auch?« »Ich kann sie auch hören«, sagte Starling. Im Schein ihrer Taschenlampe konnte sie Kartons und unter einem Stoffüberwurf einen großen Weißwandreifen erkennen. Der Reifen war platt. Sie stieß mit dem Plymouth so weit zurück, bis ein Teil des Scheinwerferlichts unter dem Tor durchfiel. Dann nahm sie eine der Bodenmatten aus Gummi heraus. »Hollen Sie da rein, Officer Starling?« »Ich muss mich dort umsehen, Mr. Yo.« Er zog sein Taschentuch heraus. »Na, dann würde ich Ihnen raten, sich die Hosenbeine fest zuzubinden, damit Ihnen keine Mäuse reinschlüpfen.« »Danke, Sir. Das ist eine sehr gute Idee. Mr. Yo, falls das Tor runterkommen sollte oder sonst irgendetwas passieren sollte, wären Sie dann so nett, diese Nummer anzurufen?« »Es ist unsere Außendienststelle in Baltimore. Sie wissen, dass ich im Moment mit Ihnen hier bin, und Sie würden sich Sorgen machen, wenn Sie in nächster Zeit nichts von mir hören, wenn Sie verstehen, was ich meine.« »Ja, natürlich. Selbstverständlich.« Er gab ihr den Schlüssel des Packard. Starling band sich mit Yo's Taschentuch und ihrem eigenen die Hosenbeine zu, breitete die Gummimatte vor dem Tor auf dem feuchten Boden aus und legte sich darauf. Mit einer Hand hielt sie ein paar Beweismitteltüten aus Plastik über das Kameraobjektiv. In ihr Gesicht fiel feiner Sprühregen, in ihre Nase strach der Geruch von Schimmel und Mäusen. Absurderweise musste Starling an etwas Lateinisches denken. Es war der Leitspruch der römischen Ärzte, den ihr Gerichtsmedizinlehrer am ersten Unterrichtstag an die Tafel geschrieben hatte. »Primum non nocere«. »Zuerst einmal keinen Schaden anrichten.« Das hat er aber nicht in einer Garage voller beschissener Mäuse gesagt. Und plötzlich die Stimme ihres Vaters, wie er die Hand auf der Schulter ihres Bruders zu ihr sagte. »Wenn du nicht mitspielen kannst, ohne zu heulen, Clarice, dann geh wieder nach drinnen.« Starling knöpfte den obersten Knopf ihrer Bluse zu, zog die Schultern hoch und schlüpfte unter der Tür durch. Sie war unter dem Heck des Packard. Er stand so dicht an der linken Wand des Lagerabteils, dass er sie fast berührte. Den Platz rechts davor nahmen hoch aufgestapelte Kartons ein. Starling rutschte auf dem Rücken über den Boden, bis sich ihr Kopf in dem schmalen Spalt zwischen dem Wagen und den Schachteln befand. Viele Spinnen hatten den schmalen Zwischenraum mit ihren Netzen überspannt. Hauptsächlich Radspinnen, ihre Netze gesprenkelt mit kleinen, festverschnürten Insektenkadavern. »Also die braune Einsieglerspinne ist die einzige Art, vor der man auf der Hut sein muss«, sagte sich Starling. »Aber sie baut ihre Netze nicht im Offenen. Von den anderen bekommt man keine dicken Streben.« Neben dem hinteren Kotflügel war genug Platz zum Stehen. Sie wandte sich unter dem Wagen hervor. Ihr Gesicht war jetzt dicht neben dem breiten Weißwandreifen. Er war mit Hausschwamm überzogen. Sie konnte die Wörter »Goodyear Double Eagle« darauf lesen. Die Hand vor dem Gesicht, um die Spinnweben zu zerteilen, stand sie in dem schmalen Zwischenraum vorsichtig auf. Fühlte es sich so an, wenn man einen Schleier trug? Von draußen Mr. Yos Stimme. »Alles okay, Miss Starling?« »Alles okay«, rief sie zurück. Auf das Geräusch ihrer Stimme hin ertönte leises Rascheln und etwas in einem Klavier kletterte über ein paar hohe Töne. Die Autoscheinwerfer von draußen beleuchteten ihre Beine bis zur Wade. »Das Klavier haben Sie also schon gefunden, Officer Starling«, rief Mr. Yos. »Das war nicht ich!« »Oh«, der Wagen war groß, hoch und lang. Laut Yos Inventarliste eine Packard-Limousine, Baujahr 1938. Sie war mit einer groben Wolldecke, die flauschige Seite nach unten zugedeckt. Starling leuchtete mit der Taschenlampe darüber. »Ich habe ihn bereits so vorgefunden und nie abgedeckt«, rief Yos unter der Tür durch. »Für meine Lunge wäre so eine staubige Decke der Tod. Sie stammt noch von Raspail. Ich habe mich nur vergewissert, dass der Wagen tatsächlich da ist. Die Möbelpacker haben das Klavier an die Wand gestellt und zugedeckt und weitere Schachteln neben dem Auto gestapelt. Dann sind sie gegangen. Ich habe sie nach Stunden bezahlt. In den Schachteln sind hauptsächlich Noten und Bücher.« Die Decke war dick und schwer, und als sie daran zog, wirbelte im Strahl ihrer Taschenlampe Staub hoch. Sie musste zweimal niesen. Wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte sie die Decke bis zur Mitte des hohen alten Wagens zurückschlagen. Vor den hinteren Fenstern waren Vorhänge vorgezogen, der Türgriff war mit Staub bedeckt. Sie musste sich über mehrere Kartons beugen, um ihn zu erreichen. Sie faßte ihn nur am Ende an und versuchte, ihn nach unten zu drücken. Abgeschlossen. In der hinteren Tür gab es kein Schlüsselloch. Um an die Vordertür heranzukommen, müsste sie eine Menge Schachteln wegräumen, und es gab verdammt wenig Platz, um sie abzustellen. Zwischen dem Vorhang und der Strebe des hinteren Seitenfensters war ein kleiner Spalt. Starling beugte sich über ein paar Schachteln, um mit dem Auge dicht an die Scheibe zu kommen, und leuchtete mit der Taschenlampe durch den Spalt. Mehr als ihr Spiegelbild konnte sie erst sehen, als sie die Hand über die Lampe hielt. Ein Splitter des Strahls, durch das staubige Glas getrübt, bewegte sich über den Rücksitz. Auf der Sitzfläche lag ein aufgeschlagenes Album. In dem schlechten Licht waren die Farben blass, aber sie konnte mehrere Valentinstagskarten erkennen, die auf seine Seiten geklebt waren. Spitzenverzierte alte Glückwunschkarten, die sich flaumig von der Seite abhoben. »Vielen Dank, Dr. Lecter.« »Mit Beinen darin.« »Niemand hat dieses Tor in den letzten fünf Jahren geöffnet. Ruhig, ruhig, Mädchen, reiß dich zusammen.« »Ähm, Mr. Yo? Mr. Yo?« »Ja, Officer Starling?« »Mr. Yo, es sieht so aus, als säße jemand in dem Wagen.« »Ach, du meine Güte. Vielleicht sollten Sie lieber rauskommen, Miss Starling.« »Noch nicht sofort, Mr. Yo. Wenn Sie bitte noch so lange warten würden, ja?« »Jetzt ist es wichtig, scharf nachzudenken. Was du jetzt in diesem Moment machst, ist wichtiger als der ganze Mist, den du den Rest deines Lebens deinem Kopfkissen erzählen wirst. Reiß dich also zusammen und mach keine Fehler.« »Ich will kein Beweismaterial vernichten. Ich brauche allerdings Hilfe. Vor allem möchte ich mich aber auch nicht blamieren.« »Wenn ich die Außendienststelle von Baltimore und die Cops umsonst hier rauskommen lasse, kann ich einpacken.« »Ich sehe was, was aussieht wie zwei Beine.« »Hätte Mr. Yo gewusst, dass in dem Wagen jemand sitzt, der abgekratzt ist, hätte er mich nicht hierher gebracht.« »Sie schaffte es, über sich selbst zu grinsen.« »Abgekratzt« war nichts anderes als ein Versuch, sich Mut zu machen.« »Seit Yo's letzten Besuch war niemand mehr hier. Na schön. Das heißt, die Schachteln wurden später hergebracht als das, was im Wagen ist. Das heißt, ich kann die Schachteln aus dem Weg räumen, ohne etwas zu machen.« »Was wichtig ist, zu verlieren.« »Okay, Mr. Yo.« »Ja. Wir müssen die Polizei verständigen, oder kommen Sie allein zurecht, Officer Starling.« »Das muss ich erst herausfinden. Wenn Sie noch so lange warten würden, bitte.« Das Problem mit den Schachteln war so aufreibend wie Rubiks Zauberwürfel. Sie versuchte, mit der Taschenlampe unter dem Arm zu arbeiten, ließ sie zweimal fallen und legte sich schließlich auf den Wagen. Sie musste Schachteln hinter sich stellen, und einige der kleineren Kartons mit Bücher rutschten unter den Wagen. Von einem Biss oder Splitter begann ihr Daumenballen zu jucken. Jetzt konnte sie durch die staubige Scheibe des vorderen Beifahrerfensters in das Chauffeurabteil sehen. Zwischen dem großen Lenkrad und dem Schalthebel hatte eine Spinne ihr Netz gesponnen. Die Abtrennung zwischen Vorder- und Hintersitzen war geschlossen. Sie wünschte, sie hätte daran gedacht, den Schlüssel des Packard einzuölen, bevor sie unter dem Tor durchgekochen war, doch als sie ihn ins Schloss steckte, ließ er sich mühelos drehen. In dem schmalen Gang war kaum genügend Platz, um die Tür weiter als ein Drittel zu öffnen. Sie schwang mit einem dumpfen Schlag gegen die Schachteln, sodass die Mäuse raschelnd flohen und weitere Töne aus dem Klavier kamen. Aus dem Wagen drang der abgestandene Geruch von Verfall und Chemikalien. Er beförderte ihre Erinnerung an einen Ort, den sie nicht benennen konnte. Sie beugte sich nach drinnen, öffnete die Trennscheibe hinter dem Fahrersitz und leuchtete mit der Taschenlampe in den Fond des Wagens. Ein weißes Hemd mit Knöpfen war der helle Gegenstand, den das Licht als erstes fand. Rasch die Hemdbrust hinauf zum Gesicht, kein Gesicht zu sehen, wieder nach unten, überschimmende Hemdknöpfe und Hemdzipfel aus Satin zu einem offenen Hosenlatz und wieder hinauf zu der ordentlichen Fliege und zum Kragen, aus dem der weiße Halsstumpf einer Schaufensterpuppe hervorstand. Aber über dem Hals etwas anderes, das kaum Licht reflektierte. Da, wo der Kopf sein sollte, Stoff. Eine schwarze Kapuze, groß, als wäre ein Papageienkäfig darunter. Samt, dachte Starling. Das Ganze befand sich auf einem Sperrholzbord, das von der Rückfensterablage über den Hals der Puppe reichte. Sie machte vom Vordersitz mehrere Blitzlichtaufnahmen und kniff gegen das Auflammen des Lichtes die Augen zusammen. Dann richtete sie sich außerhalb des Wagens wieder zu voller Größe auf. Nass und voller Spinnenweben stand sie im Dunkeln und überlegte, was sie tun sollte. Was sie nicht tun würde, war, den zuständigen Special Agent der Außendienststelle Baltimore zu verständigen, damit er sich eine Schaufensterpuppe mit offenem Hosenlatz und ein Album mit Valentinstagskarten ansah. Sobald sie sich dazu durchgerungen hatte, die hintere Tür zu öffnen und dem Ding die Kapuze abzunehmen, wollte sie sich keine großen Gedanken mehr darüber machen. Sie langte durch das Chauffeurabteil nach hinten, entriegelte die Tür und verschob ein paar Kartons so, dass sie sie öffnen konnte. Das alles schien endlos zu dauern. Der Geruch aus dem Fond war viel stärker, als sie die Tür öffnete. Sie langte nach drinnen, hob das Album an den Ecken vorsichtig hoch und legte es auf dem Wagendach auf eine Beweismitteltüte. Die andere Beweismitteltüte breitete sie auf dem Sitz aus. Die Federn des Wagens ächzten, als sie einstieg, und die Figur verrutschte ein wenig, als sie sich neben sie setzte. Die rechte in einem weißen Handschuh steckende Hand glitt vom Oberschenkel und kam auf dem Sitz zu liegen. Sie berührte den Handschuh mit dem Finger. Die Hand darin war hart. Vorsichtig zog sie den Handschuh vom Handgelenk nach unten. Das Handgelenk war aus irgendeinem weißen synthetischen Material. In der Hose war eine Wölbung, die sie idiotischerweise einen Augenblick an bestimmte Vorkommnisse in der Highschool erinnerten. Unter dem Sitz ertönte leises Rascheln. Behutsam, wie bei einer Liebkosung, berührte ihre Hand die Kapuze. Der Stoff bewegte sich mühelos über etwas Hartes und Glattes, das sich darunter befand. Als sie den runden Knopf ganz oben ertastete, wurde ihr alles klar. Sie wusste, es war ein großer Laborbehälter, und sie wusste, was er enthalten würde. Mit Entsetzen, aber kaum Zweifeln, zog sie den Überwurf ab. Der Kopf in dem Glas war unmittelbar unter dem Unterkiefer sauber abgetrennt. Die Augen vom konservierenden Alkohol längst milchig verbrannt, starrte er sie an. Der Mund war offen, und die Zunge stand leicht heraus. Sie war sehr grau. Im Lauf der Jahre war der Alkohol so weit verdunstet, dass der Kopf auf dem Boden des Glases auflag und die Schädeldecke mit einer Verwesungskappe aus der Flüssigkeit ragte. Wie bei einer Eule weit zur Seite gedreht, glotzte er Starling dämlich an und blieb selbst im Spiel des Lichts auf seinen Zügen stier und tot. Starling analysierte sich in diesem Moment selbst. Sie war zufrieden. Sie war euphorisch. Einen Augenblick später fragte sie sich, ob diese Gefühle angebracht waren. Jedenfalls saß sie jetzt in diesem Moment, mit einem Kopf und ein paar Mäusen in diesem alten Wagen, und konnte völlig klar denken, und darauf war sie stolz. Tja, Toto, sagte sie, wir sind nicht mehr in Kansas. Das hatte sie schon immer in einer Stresssituation sagen wollen, doch als sie es jetzt tat, kam es ihr aufgesetzt vor, und sie war froh, dass niemand es gehört hatte. Naja, es gab einiges zu tun. Sie setzte sich vorsichtig zurück und blickte sich um. Dieses Environment, ganz bewusst gewählt und arrangiert, war das Produkt eines menschlichen Geists, tausend Lichtjahre entfernt vom zähflüssigen Verkehr auf der Route 301. Aus den Kristallglasvasen auf den Säulen hingen vertrocknete Blüten. Der heruntergeklappte Tisch der Limousine war mit einem Leinentuch bedeckt, darauf eine Karaffe, unter dickem Staub hervorschimmernd. Zwischen ihr und einem niedrigen Kerzenleuchter hatte eine Spinne ihr Netz gesponnen. Starling versuchte, sich Lecter oder sonst jemanden vorzustellen, wie er mit ihrem gegenwärtigen Begleiter hier saß und ihm bei einem Drink die Glückwunschkarten zu zeigen versuchte. Und was noch? Ganz vorsichtig, sorgfältig darauf bedacht, so wenig wie möglich an der Figur zu verändern, durchsuchte sie ihre Taschen nach einem Ausweis. Es gab keinen. In einer Jackentasche fand sie die Stoffstreifen, die vom Kürzen der Hosenbeine übrig geblieben waren, der Abendanzug war vermutlich neu gewesen, als er der Figur angezogen worden war. Starling befühlte die Wölbung in der Hose. Zu hart, selbst für Highschool-Verhältnisse, dachte sie. Sie spreizte den Hosenlatz mit den Fingern und leuchtete mit der Taschenlampe hinein auf einen intarsienverzierten Dildo aus poliertem Holz. Und nicht gerade klein. Sie fragte sich, ob ihr da bisher etwas entgangen war. Sie drehte den Glasbehälter vorsichtig und untersuchte die Seiten und die Rückseite des Kopfes nach Wunden. Es waren keine zu sehen. In die Oberfläche des Glasbehälters war der Name einer Firma für Laborbedarf eingeschmolzen. Als sie wieder das Gesicht betrachtete, glaubte sie, etwas gelernt zu haben, das ihr nie mehr genommen werden könnte. Sich zu einem ganz bestimmten Zweck, dieses Gesicht anzusehen, dessen Zunge da, wo sie gegen das Glas stieß, ihre Farbe veränderte, war nicht so schlimm wie Mix, der in ihren Träumen seine Zunge verschluckte. Sie hatte das Gefühl, sich alles ansehen zu können, solange sie damit etwas Positives anfangen konnte. Starling war jung. Die zehn Sekunden, die WPIK-Übertragungswagen rutschend zum Stehen gekommen war, genügten Johnnetta Johnson, um ihre Ohrringe anzulegen, ihr schönes braunes Gesicht zu pudern und die Lage zu sondieren. Sie und ihr Nachrichtenteam, das ständig den Polizeifunk abhörte, waren vor den Streifenwagen der Baltimore County Police eingetroffen. Alles, was das Fernsehteam in den Lichtern des Übertragungswagens sah, war Clarice Starling, die, das Haar vom Nieselregen an den Kopf geklatscht mit ihrer Taschenlampe und dem kleinen laminierten Ausweis vor dem Garagentor stand. Johnnetta Johnson roch einen Neuling hundert Meter gegen den Wind. Gefolgt von ihrem Kamerateam stieg sie aus und ging auf Starling zu. Die grellen Scheinwerfer gingen an. Mr. Yo rutschte in seinem Buick so tief nach unten, dass nur noch sein Hut durch das Seitenfenster zu sehen war. »Johnnetta Johnson, WPIK-Nachrichten. Haben Sie einen Mord gemeldet?« Starling sah nicht nach sehr viel Polizei aus und wusste das auch. »Ich bin vom FBI, das hier ist ein Tatort. Ich muss ihn absperren, bis die Behörden aus Baltimore...« Der Kameraassistent hatte das Garagentor am unteren Rand gepackt und versuchte es hochzuziehen. »Lassen Sie das«, sagte Starling. »Ja, Sie sind gemeint, Sir. Nehmen Sie die Finger da weg und treten Sie bitte zurück. Ich meine es ernst. Helfen Sie mir lieber.« Sie wünschte sich sehnlichst, sie hätte eine Dienstmarke, eine Uniform, irgendetwas. »Lass gut sein, Harry«, sagte die Fernsehreporterin. »Ähm, Officer, wir sind gern bereit zu kooperieren, aber Sie werden natürlich verstehen, dass so ein Team Geld kostet, und deshalb möchte ich bloß wissen, ob es sich überhaupt für uns lohnt, hier zu warten, bis die Polizei eintrifft. Könnten Sie mir vielleicht nur sagen, ob da drinnen eine Leiche ist? Nur unter uns, die Kamera läuft nicht. »Sagen Sie's mir, und wir warten, und ich verspreche Ihnen, wir werden auch ganz brav sein. Also, was ist?« »An Ihrer Stelle würde ich warten«, sagte Starling. »Danke. Sie werden es nicht bereuen«, sagte Johnetta Johnson. »Wissen Sie, ich habe verschiedene Informationen über Split City Mini Storage, die vielleicht ganz nützlich für Sie sein könnten. Könnten Sie mal bitte mit Ihrer Taschenlampe auf das Klemmbrett leuchten? Mal sehen, ob ich Sie hier finden kann.« »Der Übertragungswagen von W.E.Y.E. hält gerade am Tor, Johnny«, sagte der Mann, den Johnetta Johnson mit Harry angesprochen hatte. »Mal sehen, ob ich es hier finde, Officer. Ah, hier ist es. Vor etwa zwei Jahren gab es einigen Ärger, als die Polizei nachzuweisen versuchte, dass hier... Ja, was gleich wieder Feuerwerkskörper verschoben werden sollten.« Johnetta Johnson blickte einmal zu oft über Starlings Schulter. Starling drehte sich um und sah den Kameramann auf dem Rücken liegen, Kopf und Schultern bereits in der Garage, sein Assistent neben ihm kauernd bereit, ihm die Kamera unter dem Tor durchzureichen. »Hey!« Starling ließ sich auf dem nassen Boden neben ihm auf die Knie nieder und zupft an seinem Hemd. »Sie können da nicht rein! Hey! Ich habe Ihnen doch gesagt, das dürfen Sie nicht!« Währenddessen redeten die Männer die ganze Zeit ohne Unterbrechung freundlich auf sie ein. »Wir rühren schon nichts an, wir sind Profis. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Cops lassen uns sowieso rein. Nur keine Aufregung, junge Frau.« Angesichts ihrer betrügerischen, herablassenden Art platzte Starling der Kragen. Sie rannte zu einem Wagenheber auf einer Seite des Tors und bewegte den Hebel ein paar Mal auf und ab. Mit einem lauten Knirschen senkte sich das Tor etwa fünf Zentimeter. Sie betätigte den Hebel noch einmal. Jetzt berührte das Tor die Brust des Kameramanns. Als er noch immer nicht herauskam, zog sie den Schraubenschlüssel heraus und ging damit zu dem am Boden liegenden Mann. Inzwischen waren weitere helle Fernsehscheinwerfer hinzugekommen, und in ihrem grellen Licht drosch sie nun mit dem Schraubenschlüssel direkt über dem Kameramann gegen das Tor, sodass Staub und Rost auf ihn herabrieselten. »Hören Sie mir zu!« sagte sie. »Es interessiert Sie wohl nicht, was ich sage. Wie? Kommen Sie da raus, sofort! Sonst verhafte ich Sie wegen Behinderung der Justiz!« »Immer mit der Ruhe«, sagte der Kameraassistent. Er legte seine Hand auf sie, sie drehte sich zu ihm um. Hinter den blendenden Scheinwerfern hervor wurden Fragen gerufen, und sie hörte Sirenen. »Poten weg und zurücktreten, Freundchen!« Sie stand auf dem Fußgelenk des Kameramanns und sah seinen Assistenten mit dem Schraubenschlüssel in der Hand an. Sie hob die Hand nicht hoch. Aber das spielte keine große Rolle mehr. Der Eindruck, den sie im Fernsehen machte, war auch so schon schlecht genug. Die Gerüche in der Abteilung für Gewaltverbrecher schienen im Halbdunkel intensiver. Das Fernsehgerät im Gang, das mit abgestelltem Ton lief, warf Starlings Schatten auf die Gitterstäbe von Dr. Lecters Käfig. Sie konnte nicht in das Dunkel hinter dem Gitter blicken, aber sie bat den Wärter nicht, die Lichter von seiner Station aus heller zu drehen. Dann würde schlagartig der ganze Zellenblock erleuchtet, und sie wusste, dass die Polizei des Baltimore County die Lichter mehrere Stunden lang voll aufgedreht hatte, als sie Lecter mit Fragen bombardierten. Er hatte sich geweigert zu sprechen und stattdessen ein Origami-Huhn für sie gefaltet, das pickte, wenn man seinen Schwanz auf- und abbewegte. Der ranghöchste Beamte hatte das Huhn in der Eingangshalle wutentbrannt in einem Aschenbecher zerdrückt, als er Starling das Zeichen gab, dass sie reingehen könne. »Dr. Lecter?« Aus ihrem eigenen Atem hörte sie auch andere Atemgeräusche aus dem Gang, aber aus Megs leerer Zelle kam kein Atem. Megs Zelle war unermesslich leer. Sie spürte die Stille darin wie einen Sog. Starling wusste, dass Lecter sie aus dem Dunkel beobachtete. Zwei Minuten vergingen. Ihre Beine und ihr Rücken schmerzten von ihrem Kampf mit dem Garagentor, und ihre Kleider waren feucht. Die Beine unter den Körper gezogen, setzte sie sich in einigem Abstand vom Gitter auf ihrem Mantel auf den Boden und lüpfte ihr triefnasses Haar über ihren Kragen, um es von ihrem Hals wegzubekommen. Auf dem Fernsehbildschirm hinter ihr fuchtelte ein Prediger wild mit den Armen. Dr. Lecter, wir beide wissen, was hier gespielt wird. Sie glauben, mit mir werden Sie reden. Still. Ein Stück den Gang hinunterpfiff jemand over the sea to sky. Nach fünf Minuten sagte sie, Es war seltsam, da reinzugehen. Irgendwann würde ich gern mit Ihnen darüber sprechen. Starling zuckte zusammen, als das Schubfach für das Essen aus Lecters Zelle geglitten kam. Ein sauberes, zusammengelegtes Handtuch befand sich darin. Sie hatte nicht gehört, wie er sich bewegt hatte. Sie sah es an mit einem Gefühl, als fiele sie. Dann nahm sie es schließlich und trocknete sich damit das Haar. Danke. Warum fragen Sie mich nicht nach Buffalo, Bill? Seine Stimme war nah auf ihrer Höhe. Auch er musste auf dem Boden sitzen. Wissen Sie etwas über ihn? Ich könnte etwas über ihn wissen, wenn ich die Akte zu dem Fall zu sehen bekäme. Es ist nicht mein Fall. Und diesen werden Sie auch nicht bekommen, wenn Sie alles getan haben, wofür man sie benutzt. Ich weiß. Sie könnten sich die Akte über Buffalo Bill beschaffen. Die Berichte und die Bilder. Ich würde sie gern sehen. Das kann ich mir denken. Dr. Lecter, Sie haben damit angefangen. Jetzt erzählen Sie mir bitte, was Sie über die Person in dem Packard wissen. Oh, Sie haben die ganze Person gefunden? Seltsam. Ich habe nur einen Kopf gesehen. Woher kam Ihre Ansicht nach der Rest? Na schön. Wessen Kopf war es? Was haben Sie schon herausgefunden? Bisher wurde nur eine vorläufige Untersuchung durchgeführt. Weiß, männlich, Ende 20, amerikanische und europäische Zahnfüllungen. Wer war er? Raspales Geliebter. Raspale mit der klebrigen Flöte. Unter welchen Umständen, wie ist er ums Leben gekommen? Wollen Sie um den heißen Brei herumreden, Officer Starling? Nein, ich frage es später. Nun, ich will Ihnen etwas Zeit ersparen. Ich war es nicht. Raspale war es. Raspale hatte ein Faible für Matrosen. Dieser kam aus Skandinavien. Er hieß Klaus. Seinen Nachnamen hat mir Raspale nicht gesagt. Dr. Lektas Stimme kam jetzt von weiter unten. Vielleicht lag er auf dem Boden, dachte Starling. Klaus war mit einem schwedischen Schiff nach San Diego gekommen, wo sich Raspale gerade den Sommer über auffiel, um am Konservatorium zu unterrichten. Er war total hingerissen von dem jungen Mann. Der Schwede witterte seine Chance und ging nicht auf sein Schiff zurück. Sie kauften sich irgend so ein abscheuliches Wohnmobil und tanzten nackt durch die Wälder. Raspale sagte, der junge Mann sei ihm untreu gewesen, und da habe er ihn erwürgt. Das hat Raspale Ihnen erzählt? Oh ja. Unter dem Siegel des therapeutischen Berufsgeheimnisses. Ich glaube, er hat gelogen. Raspale hat die Fakten immer ausgeschmückt. Er wollte gefährlich und geheimnisvoll erscheinen. Höchstwahrscheinlich ist der Schwede bei irgendeiner banalen, erotischen Asphyxienummer gestorben. Raspale war zu schwach und schwablig, um ihn erwürgt haben zu können. Haben Sie gesehen, wie knapp unter dem Kiefer Klaus' Kopf abgetrennt wurde? Vermutlich, um vom Erhängen herrührende hohe Ligaturmale zu beseitigen. Ah, ich verstehe. Raspales Traum vom Glück war zerstört. Er steckte Klaus' Kopf in eine Bowlingtasche und kehrte an die Ostküste zurück. Was hat er mit dem Rest gemacht? In den Bergen vergraben. Hat er Ihnen den Kopf im Auto gezeigt? Oh, ja. Im Lauf der Therapie gelangte er zu der Überzeugung, mir alles erzählen zu können. Er saß ziemlich oft mit Klaus zusammen und zeigte ihm die Glückwunschkarten. Und dann starb auch Raspale selbst. Warum? Ehrlich gestanden, hatte ich einfach die Nase voll von seinem Gejammere. Für ihn war es wirklich das Beste. Die Therapie zeigte keinerlei Erfolg. Ich schätze, die meisten Therapeuten haben einen oder zwei Patienten, die sie gerne an mich überweisen würden. Ich habe noch nie darüber gesprochen und jetzt beginnt es mich zu langweilen. Und Ihr Essen für die Orchesterchefs? Ist es Ihnen noch nie passiert, dass Sie Gäste erwarteten und keine Zeit mehr zum Einkaufen hatten? In so einem Fall muss man sich mit dem behelfen, was im Kühlschrank ist. Clarice. Darf ich Sie Clarice nennen? Ja, ich glaube, ich nenne Sie einfach Dr. Lecter. In Anbetracht Ihres Alters und Ihrer Stellung ist das wohl am ehesten angebracht. Ja. Was hatten Sie beim Betreten der Garage für ein Gefühl? Kein Gutes. Warum? Mäuse und Spinnen. Haben Sie irgendetwas, womit Sie sich in solchen Situationen motivieren? fragte Dr. Lecter. Bei mir funktioniert keiner der bekannten Tricks, außer wirklich haben zu wollen, wohinter ich her bin. Steigen dann Erinnerungen oder bestimmte Bilder in Ihnen hoch? Egal, ob Sie sie bewusst heraufbeschwören oder nicht? Schon möglich, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Dinge aus der Vergangenheit? Ich werde mal darauf achten. Was ging in Ihnen vor, als Sie von meinem verstorbenen Nachbarn erfuhren? Von Migs? Danach haben Sie mich noch gar nicht gefragt. Darauf wollte ich noch kommen. Waren Sie nicht froh, als Sie es erfuhren? Nein. Waren Sie traurig? Nein. Haben Sie ihn dazu gebracht? Dr. Lecter lachte leise. Officer Starling, fragen Sie mich, ob ich Mr. Migs zu seinem strafbaren Selbstmord angestiftet habe? Ich bitte Sie. Aber würden Sie mir nicht recht geben, dass diesem Akt eine gewisse interessante Symmetrie nicht abzusprechen ist, diesem Verschlucken seiner anstoßerregenden Zunge? Nein. Officer Starling. Das war eine Lüge. Die erste, die Sie mir erzählt haben. Eine Occasion trist, würde Truman sagen. Präsident Truman? Egal. Warum, glauben Sie, habe ich Ihnen geholfen? Das weiß ich nicht. Jack Crawford mag Sie, oder nicht? Das weiß ich nicht. Das ist vermutlich nicht wahr. Fänden Sie es schön, wenn er Sie gern hätte? Sagen Sie mir, verspüren Sie das Bedürfnis, ihm zu gefallen, und beunruhigt Sie das? Sind Sie auf der Hut vor Ihrem Bedürfnis, ihm zu gefallen? Jeder möchte anderen gefallen, Dr. Lecter. Nicht jeder. Glauben Sie, Jack Crawford will Sie sexuell? Sicher ist er im Moment sehr frustriert. Glauben Sie, er stellt sich vor, in Form von Szenarien, Transaktionen, wie er mit Ihnen fickt? Das interessiert mich nicht, Dr. Lecter, und es ist die Art Frage, die Mix stellen würde. Nicht mehr. Haben Sie ihm eingeredet, er solle seine Zunge verschlucken? Sie gebrauchen in der indirekten Rede oft die korrekte Konjunktivform. Bei Ihrem Akzent klingt das mühsam erarbeitet. Crawford mag sie eindeutig und erhält sie für tüchtig. Sicher ist Ihnen dieser seltsame Zusammenfluss nicht entgangen, Clarice. Sie haben von Crawford Hilfe erhalten, und Sie haben von mir Hilfe erhalten. Sie sagten vorhin, Sie wüssten nicht, warum Crawford Ihnen hilft. Wissen Sie, warum ich Ihnen geholfen habe? Nein. Sagen Sie es mir. Glauben Sie, es ist, weil ich Sie gerne ansehe und mir vorstelle, Sie aufzuessen, wie Sie schmecken würden? Ist das der Grund? Nein. Ich will etwas, was Crawford mir geben kann, und ich möchte, dass er mir ein Tauschgeschäft vorschlägt. Aber er will mich nicht besuchen kommen. Er will mich bei Buffalo Bill nicht um Hilfe bitten, obwohl er weiß, dass deswegen weitere junge Frauen sterben müssen. Das kann ich nicht glauben, Dr. Lecter. Ich will etwas ganz Einfaches, und er könnte es mir beschaffen. Langsam drehte Lecter den Dimmer in seiner Zelle hoch. Seine Bücher und seine Zeichnungen waren weg, seine Klobrille war weg. Um ihn für Mix zu bestrafen, hatte Chilton seine Zelle ausräumen lassen. Ich bin jetzt acht Jahre in diesem Raum, Clarice. Ich weiß, solange ich lebe, werden Sie mich hier niemals herauslassen. Was ich möchte, ist ein Blick ins Freie. Ich möchte ein Fenster, durch das ich einen Baum und vielleicht sogar Wasser sehen kann. Hat Ihr Anwalt einen Antrag? Chilton hat auf dem Gang einen Fernseher aufstellen lassen. Er ist auf einen religiösen Sender eingestellt. Sobald Sie gegangen sind, wird der Wärter den Ton wieder anmachen, und so wie das Gericht mir gegenüber derzeit eingestellt ist, kann mein Anwalt nichts dagegen unternehmen. Ich möchte in einem Bundesgefängnis untergebracht werden, und ich möchte meine Bücher zurück. Und einen Blick ins Freie. Ich biete Ihnen eine angemessene Gegenleistung. Crawford könnte es veranlassen. Fragen Sie ihn. Ich kann ihm sagen, was Sie gesagt haben. Er wird es ignorieren, und Buffalo Bill wird weiter und weiter morden. Warten Sie, bis er eines kapiert, und sehen Sie, wie Ihnen das gefällt. Ich werde Ihnen eine Sache über Buffalo Bill sagen, ohne auch nur seine Akte gesehen zu haben, und nach Jahren, wenn Sie ihn schnappenfalls überhaupt, werden Sie sehen, dass ich recht hatte und Ihnen hätte helfen können. Ich hätte Leben retten können. »Clary's?« »Clary's?« »Ja?« »Buffalo Bill. Hat ein zweistöckiges Haus«, sagte Dr. Lecter und machte das Licht aus. Er sagte kein Wort mehr. Clary Starling lehnte im FBI-Casino an einem Würfeltisch und versuchte sich, auf einen Vortrag über Geldwäsche im Glücksspielgeschäft zu konzentrieren. Es waren 36 Stunden vergangen, seit das Baltimore County Police, mittels eines kettenrauchenden Zwei-Finger-Stenopisten, sehen Sie, ob Sie das Fenster da aufkriegen, wenn Sie der Rauch stört, Ihre Aussage zu Protokoll genommen und Sie mit dem Hinweis, Mord sei kein auf Bundesebene geahndetes Verbrechen, aus Ihrem Zuständigkeitsbereich entlassen hatte. In den Sonntagabend-Nachrichten der großen Sendeanstalten war Starlings Auftritt mit den Fernsehkameramännern zu sehen, und sie war ganz sicher, dass sie gewaltig in der Tinte saß. Und die ganze Zeit kein Wort von Crawford oder der Außendienststelle Baltimore. Es war, als hätte sie ihren Bericht in ein Loch geworfen. Das Casino, in dem sie jetzt stand, war klein, es war ursprünglich im Auflieger eines Sattelschleppers installiert gewesen, bis es das FBI konfisziert und zu Ausbildungszwecken in der Academy aufgestellt hatte. Der schmale Raum war gedrängt voll mit Polizisten der unterschiedlichsten Ermittlungsbehörden, Starling hatte dankend die Stühle zweier Texas Ranger und eines Beamten von Scotland Yard abgelehnt. Der Rest ihrer Klasse war am anderen Ende des Flures im Academy-Bau, wo sie den echten Motelteppich des Sexualverbrechenschlafzimmers nach Haaren und die Jeder-Stadt-Bank nach Fingerabdrücken absuchten. Starling hatte als Forensic Fellow schon so viele Stunden mit Durchsuchungen und Fingerabdrücken zugebracht, dass sie stattdessen in diesen Vortrag geschickt worden war, der Teil einer Veranstaltungsreihe für Gesetzeshüter aus dem In- und Ausland war. Sie fragte sich, ob es noch einen anderen Grund gab, sie von der Klasse abzusondern. Vielleicht isolieren sie einen, bevor der Hammer fällt. Starling stützte ihre Ellbogen auf den Würfeltisch und versuchte, sich auf Gelbwäsche im Glücksspielsektor zu konzentrieren. Stattdessen jedoch dachte sie daran, wie ungern das FBI seine Agents außerhalb einer offiziellen Pressekonferenz im Fernsehen sah. Dr. Hannibal Lecter war für die Medien ein gefundenes Fressen, und die Polizei von Baltimore hatte den Reportern bereitwillig Starlings Namen genannt. Immer wieder bekam sie sich in den Sonntagabend-Nachrichten der großen Sendeanstalten zu sehen. Da war Starling vom FBI, wie sie in Baltimore mit dem Schraubenschlüssel gegen das Garagentor Drosch unter dem der Kameramann durchzukriechen versuchte. Und hier war Federal Agent Starling, wie sie mit dem Schraubenschlüssel in der Hand den Assistenten anherrschte. Der Konkurrenzsender WPIK hatte in Ermangelung eigenen Filmmaterials gegen Starling vom FBI und das Federal Bureau of Investigation eine Anzeige wegen Körperverletzung eingereicht, weil der Kameramann Schmutz und Rostpartikel in die Augen bekommen hatte, als Starling gegen das Garagentor geschlagen hatte. Johnnetta Johnson von WPIK war bundesweit mit der Enthüllung zu sehen, dass Starling die sterblichen Überreste in der Garage dank einer unheimlichen Beziehung zu einem Mann gefunden hat, den die Behörden als »Monster« gebranntmarkt haben. WPIK hatte eindeutig eine Quelle in der Anstalt. »Frankensteins Braut«, geiferte der National-Tetler von den Regalen der Supermärkte. Öffentliche Kommentare des FBI gab es dazu nicht, interne dagegen umso mehr, dessen war sich Starling sicher. Einer ihrer Klassenkameraden, ein junger Mann, der sehr stark nach Keno Rasierwasser roch, hatte beim Frühstück von Starling als von Melvin Pelvis gesprochen, ein dümmliches Wortspiel mit dem Namen Melvin Purvis, Hubers Top-Agent in den Dreißigerjahren. Was Ardelia Mepp daraufhin zu dem jungen Mann sagte, hatte zufolge, dass dieser totenblass wurde und sein Frühstück unangetastet auf dem Tisch stehen ließ. Inzwischen befand sich Starling in einer seltsamen Verfassung, in der sie nichts mehr aus der Ruhe bringen konnte. Einen Tag und eine Nacht lang hatte sie sich gefühlt, als schwebte sie wie ein Taucher in ohrenbetäubender Stille dahin. Sollte sie Gelegenheit dazu erhalten, hatte sie fest vor, sich zu verteidigen. Der Dozent ließ das Roulette-Rad kreisen, während er sprach, warf aber nie die Kugel hinein. Wenn Starling sich ihn so ansah, wurde ihr klar, dass er die Kugel in seinem ganzen Leben noch nie hatte fallen lassen. In diesem Moment sagte er etwas, »Clarice Starling?« »Warum«, sagte er, »Clarice Starling?« »Das bin ich.« »Ja«, sagte sie. Der Dozent deutete mit dem Kinn auf die Tür hinter ihr. Jetzt ging es los. Ihr Schicksal scheute unter ihr, als sie sich umdrehte. Es war jedoch Brigham, der Ausbilder an der Waffe, der sich in den Raum beugte, um über die Anwesenden hinweg auf sie zu deuten. Als sie ihn sah, winkte er ihr. Einen Augenblick dachte sie, sie würden sie hinauswerfen, aber das wäre nicht Brighams Aufgabe. »Satteln Sie Ihr Pferd, Starling«, sagte er draußen auf dem Flur. »Wo ist Ihre Ausrüstung für den Außendienst?« »In meinem Zimmer, Flügel C.« Danach musste sie schnell gehen, um mit ihm Schritt zu halten. Er trug den großen Fingerabdruckkoffer, den guten, nicht den Übungskoffer, und einen kleinen Leinwandbeutel. »Sie gehen heute mit Jack Crawford. Nehmen Sie was zum Übernachten mit. Vielleicht kommen Sie auch heute Abend schon wieder zurück, aber packen Sie sicherheitshalber etwas ein.« »Wohin?« »Ein paar Entenjäger in West Virginia haben bei Tagesanbruch im Elk River eine Leiche gefunden, in einer Buffalo-Bill-Situation. Deputies holten sie raus. Ziemlich verlassene Gegend, und Jack will wegen der Details nicht auf diese Typen warten.« An der Tür zum C-Flügel blieb Brigham stehen. »Er braucht jemanden, der ihm hilft. Jemand, der einer Wasserleiche Fingerabdrücke abnehmen kann, unter anderem. Sie haben das Labor von der Pike auf kennengelernt. Sie können doch sowas, oder nicht?« »Ja. Lassen Sie den Kram mal sehen.« Brigham hielt ihr den Fingerabdruckkoffer auf, während sie die einzelnen Fächer heraushob. Die feinen Injektionsnadeln und die Ampullen waren da, aber die Kamera fehlte. »Ich brauche die 1 zu 1 Polaroid, die C-O5, Mr. Brigham, und Filme und Batterien dafür.« »Aus dem Lager? Kriegen Sie.« Er reichte ihr den kleinen Leinwandbeutel, und als sie sein Gewicht spürte, wurde ihr klar, warum ausgerechnet Brigham sie holen gekommen war. »Sie haben doch noch keine Dienstwaffe, oder?« »Nein.« »Sie brauchen eine, mit allem drum und dran. Das ist das Holster, das Sie auf dem Schießstand benutzt haben. Die Waffe ist meine eigene. Es ist die gleiche K-Frame-Smith, an der Sie ausgebildet werden, aber die Trommel ist gesäubert. Feuern Sie heute Abend in Ihrem Zimmer ein paar Mal trocken ab, wenn Sie dazu kommen. Ich bin in genau zehn Minuten mit der Kamera in einem Wagen hinter dem C-Flügel. »Und noch was. Im Blue Canoe gibt es keine Pütz, deshalb würde ich an Ihrer Stelle vorher noch aufs Klo gehen. Ob Ob, Starling?« Sie versuchte ihm eine Frage zu stellen, aber er entfernte sich bereits. »Muss Buffalo Bill sein, wenn Crawford dort selbst hinfährt.« »Aber was zum Teufel ist das Blue Canoe?« »Aber wenn man packt, muss man sich aufs Packen konzentrieren.« Starling packte schnell und gut. »Ist sie völlig in Ordnung,« unterbrach Brigham sie, als sie in den Wagen stieg. »Für jemanden, der auf so etwas achtet, zeichnet sich der Griff ganz leicht unter ihrer Jacke ab, aber vorläufig ist es völlig in Ordnung so.« Sie trug den kurzläufigen Revolver unter ihrem Blazer in einem Pfannkuchenholster, das wie angegossen an ihrer Rippen lag, und dazu einen Schnelllader, der auf der anderen Seite an ihrem Gürtel steckte. Brigham fuhr genau mit der auf der Basis erlaubten Geschwindigkeit zum Flugplatz von Quantico. Er räusperte sich. »Ein gutes am Schießstand ist, Starling, dass man sich dort nicht mit Politik rumschlagen muss.« »Nicht?« »Es war richtig, von Ihnen diese Garage da oben in Baltimore abzuschirmen. »Machen Sie sich wegen der Fernsehberichte Sorgen.« »Sollte ich das?« »Das bleibt unter uns, klar?« »Klar.« Brigham erwiderte den Gruß eines Marines, der den Verkehr regelte. »Indem Jack sie heute mitnimmt, zeigt er auf eine Weise, die niemand übersehen kann, dass er Vertrauen zu Ihnen hat. Nur für den Fall, dass jemand aus dem Office of Professional Responsibility ihre Akte vor sich liegen und starke Bauchschmerzen hat, wenn Sie wissen, was ich meine.« »Mhm.« »Crawford setzt sich für seine Leute ein. Er hat dort, wo es darauf ankommt, deutlich gemacht, dass sie den Tatort sichern mussten. Er hat sie da mit leeren Händen hingeschickt, das heißt, ohne alle sichtbaren Symbole ihrer Befugnis, und auch das hat er gesagt. Und die Baltimore Cops haben ziemlich lange gebraucht, bis sie endlich angerückt sind. Außerdem braucht Crawford heute Hilfe, und er müsste eine Stunde warten, bis ihm Jimmy Price jemanden vom Labor her schicken könnte. Deshalb haben Sie den Job gekriegt, Starling. Eine Wasserleiche ist allerdings kein Zuckerlecken. Es ist keine Bestrafung für Sie, aber wenn es ein Außenstehender so sehen möchte, könnte er das. Wissen Sie, Crawford ist ein feinfühliger Mensch, aber er neigt nicht zu langen Erklärungen, und deshalb sage ich Ihnen das alles. Wenn Sie mit Crawford arbeiten, sollten Sie wissen, was mit ihm los ist. Wissen Sie es? »Nein, keine Ahnung.« Ihn beschäftigt zurzeit nicht nur Buffalo Bill sehr stark. »Seine Frau Bella ist schwer krank. Sie hat nicht mehr lange zu leben. Er hat sie bei sich zu Hause. Wenn Buffalo Bill nicht wäre, hätte er aus familiären Gründen Urlaub genommen.« »Das wusste ich nicht.« »Darüber wird nicht geredet. Sagen Sie ihm nicht, es täte Ihnen leid oder sonst etwas. Es hilft ihm nicht. Sie waren glücklich miteinander.« »Danke, dass Sie es mir gesagt haben.« Brighams Stimmung hälte sich auf, als Sie das Rollfeld erreichten. »Ich habe ein paar wichtige Vorträge, die ich am Ende des Schusswaffenkurses halte, Starling. Sehen Sie zu, dass Sie sie nicht versäumen.« Er nahm eine Abkürzung zwischen ein paar Hangars durch. »Das werde ich bestimmt nicht.« »Wissen Sie, was ich Ihnen beibringe, ist etwas, was Sie wahrscheinlich nie anwenden müssen. Jedenfalls hoffe ich, dass Sie es nie brauchen. Aber Sie haben Talent, Starling. Sie können schießen, wenn Sie mal schießen müssen. Machen Sie Ihre Übungen.« »In Ordnung.« »Tun Sie sie nie in Ihre Handtasche.« »In Ordnung.« »Ziehen Sie sie abends ein paar Mal in Ihrem Zimmer und sorgen Sie dafür, dass sie immer an einer Stelle ist, wo Sie an sie rankommen.« »Mach ich.« Eine altehrwürdige zweimotorige Beechcraft stand mit kreisenden Positionslichtern und offener Tür auf dem Rollfeld des Flugplatzes von Quantico. Ein Propeller drehte sich und zauste das Gras neben der Asphaltpiste. »Ist das etwa die Blue Canoe?« fragte Starling. »Ja.« »Es ist klein und es ist alt.« »Alt ist es auf jeden Fall,« sagte Brigham gut gelaunt. »Die DAA hat die Kiste vor langer Zeit mal in Florida konfisziert, nachdem sie in den Everglades eine Bruchlandung hingelegt hatte. Inzwischen ist sie aber wieder hervorragend in Schuss. Ich hoffe nur, Graham und Rudman kriegen nicht spitz, dass wir sie benutzen. Eigentlich sollten wir mit dem Bus fahren.« Er hielt neben dem Flugzeug und nahm Starlings Gepäck vom Rücksitz. Unter einigem Durcheinander von Händen schaffte er es, ihr die Sachen zu geben und die Hand zu schütteln. Und dann, ohne es eigentlich zu wollen, sagte Brigham, »Gott steh Ihnen bei, Starling.« Die Wörter fühlten sich komisch an in seinem Marine-Mund. Er wusste nicht, woher sie kamen, und sein Gesicht begann zu glühen. »Danke.« »Vielen Dank, Mr. Brigham.« Crawford, in Hemdsärmen und mit Sonnenbrille, saß auf dem Co-Pilotensitz. Als er den Piloten die Tür zuschlagen hörte, wandte er sich Starling zu. Hinter den dunklen Brillengläsern konnte sie seine Augen nicht sehen, und sie hatte das Gefühl, ihn nicht zu kennen. Crawford sah blass und zäh aus, wie eine Wurzel, die ein Bulldozer zutage fördert. »Nehmen Sie Platz und lesen Sie«, war alles, was er sagte. Auf dem Sitz hinter ihm lag ein dicker Ordner. Auf dem Deckel stand Buffalo Bill. Starling drückte ihn fest an sich, als die Blue Canoe aufheulte, erzitterte und loszurollen begann. Die Ränder der Startbahn verschwammen und sackten weg. Im Osten, von der Chesa Peak Bay, ein Aufblitzender Morgensonne, als das kleine Flugzeug sich auf die Seite legte. Clarice Starling konnte die Academy unter sich sehen und den Marinestützpunkt von Quantico, der sie umgab. Auf dem Übungsgelände krochen und rannten die winzigen Gestalten von Marines herum. So sah es von oben aus. Einmal nach einer Nachtschießübung, als sie in der Dunkelheit die verlassene Hogan's Alley entlang gegangen war, gegangen, um nachzudenken, hatte sie Flugzeuge über sich hinwegbrummen hören, und dann, in der neuen Stille, Stimmen im schwarzen Himmel über ihr. Fallschirmjäger, die bei einer Nachtübung einander etwas zuriefen, als sie durch das Dunkel nach unten schwebten. Und sie hatte sich gefragt, wie es wäre, auf das Absprungsignal an der Luke zu warten, wie es wäre, sich in das gähnende Dunkel zu stürzen. Vielleicht war es so? Sie öffnete den Ordner. Er hatte es fünfmal getan, Buffalo Bill. Fünf Male, von denen sie wussten. Mindestens fünfmal, aber wahrscheinlich öfter, hatte er in den letzten zehn Monaten eine Frau entführt, umgebracht und ihr die Haut abgezogen. Starlings Auge raste auf den Obduktionsbefunden zu den Histaminwerten, um sich zu vergewissern, dass er sie tötete, bevor er alles Weitere machte. Er warf jede Leiche, wenn er mit ihr fertig war, in ein fließendes Gewässer. Jede wurde, stromabwärts von einer Interstate-Highway-Kreuzung, in einem anderen Fluss gefunden, jede in einem anderen Staat. Alle wussten, Buffalo Bill war viel unterwegs. Das war alles, was die Polizei über ihn wusste, absolut alles, außer, dass er mindestens eine Schusswaffe besaß. Sie hatte sechs Züge und Felder, links Drall, möglicherweise einen Colt-Revolver oder einen Colt-Nachbau. Kratzspuren auf geborgenen Kugeln deuteten darauf hin, dass er in den längeren Kammern einer 357er mit Vorliebe 38er Specials abfeuerte. Die Flüsse entfernten alle Fingerabdrücke, alle erweislichen Spuren wie Haare oder Fasern. Er war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein männlicher Weißer. Weiß, weil alle seine Opfer weiß waren und Serienmörder normalerweise innerhalb ihrer eigenen ethnischen Gruppe morden. Männlich, weil weibliche Serienmörder in unserer Zeit praktisch unbekannt sind. Zwei Großstadtkolumnisten hatten in E. E. Cummings' tödlichem kleinen Gedicht Buffalo Bill eine Überschrift gefunden. »Wie finden Sie Ihren blauäugigen Burschen, Herr Tod?« Irgendjemand, vielleicht Crawford, hatte das Zitat auf die Innenseite des Ordners geklebt. Es bestand kein erkennbarer Zusammenhang zwischen den Stellen, an denen Bill die jungen Frauen entführte, und den Stellen, an denen er sich ihrer entledigte. In den Fällen, in denen die Leichen früh genug gefunden worden waren, um den genauen Todeszeitpunkt feststellen zu können, bekam die Polizei noch etwas über den Mörder heraus. Er hielt sie eine Weile lebendig gefangen. Diese Opfer waren erst sieben bis zehn Tage nach ihrer Entführung gestorben. Das hieß, er musste einen Platz haben, wo er sie unterbringen konnte, und einen Platz, wo er sich ungestört an die Arbeit machen konnte. Es bedeutete, dass er kein Herumtreiber war. Er war eher so eine Art Minierspinne, mit seinem eigenen Bau, irgendwo. Das entsetzte die Öffentlichkeit mehr als alles andere, dass er sie, in dem Wissen, er würde sie umbringen, eine Woche oder länger gefangen hielt. Zwei waren erhängt, drei erschossen worden. Es gab keinerlei Spuren von Vergewaltigung oder Gewaltanwendung vor dem Tod, und die Obduktionsbefunde vermerkten keine Hinweise auf Verstümmelung, speziell im Genitalbereich, auch wenn die Pathologen anmerkten, es sei bei den stärker verwesten Leichen fast unmöglich, so etwas festzustellen. Alle wurden nackt gefunden. In zwei Fällen wurden einzelne Stücke der Oberbekleidung des Opfers nicht weit von ihrem Zuhause am Straßenrand entdeckt, am Rücken aufgeschnitten wie Begräbnisanzüge. Starling brachte die Durchsicht der Fotos ganz gut hinter sich. Was das rein Körperliche angeht, sind Wasserleichen, die Toten, mit denen zu arbeiten, am schlimmsten ist. Sie haben auch etwas zutiefst Mitleiderregendes an sich. Wie das gerade bei im Fein gefundenen Mordopfern häufig der Fall ist. Die Würdelosigkeit, die diese Opfer erdulden, und die Tatsache, dass sie den Elementen und zufälligen Blicken schutzlos ausgeliefert sind, versetzen einen in Wut, wenn einem sein Job gut gestattet. Bei Morden in geschlossenen Räumen drängen sich einem oft Hinweise auf unangenehme Angewohnheiten des Opfers auf oder auf die Opfer des Opfers. Verprügelte Ehefrauen missbrauchte Kinder, die einem zuflüstern, dass es der Tote verdient hat. Was tatsächlich häufig der Fall ist. Aber das hier hatte niemand verdient. Hier hatten sie nicht einmal mehr ihre Haut, wenn sie inmitten von Ölflaschen für Außenbordmotoren und Sandwichtüten unserem gewöhnlichen Schmutz auf Müllübersätenflussufern lagen. Die Kaltwetterleichen behielten ihre Gesichter größtenteils. Starling rief sich in Erinnerung, dass ihre Zähne nicht vor Schmerz gebleckt waren, sondern dass Schildkröten und Fische diesen Gesichtsausdruck im Zuge ihrer Nahrungsaufnahme geschaffen hatten. Bill häutete die Rümpfe, die Gliedmaßen verschonte er meistens. »Sie wären nicht so schwer anzusehen,« dachte Starling, »wenn es in dieser Flugzeugkabine nicht so warm wäre, und wenn der verfluchte Flieger sich nicht jedes Mal auf die Seite legte, sobald ein Propeller die Luft besser fasste als der andere, und wenn die gottverdammte Sonne nicht so auf dem zerkratzten Fenster splitterte und in den Augen stäche, dass man Kopfschmerzen davon bekam.« »Es ist möglich, ihn zu fassen.« An diesen Gedanken klammerte sich Starling, um es in der immer enger werdenden Flugzeugkabine mit all den grauenhaften Informationen auf ihrem Schoß aushalten zu können. Sie konnte helfen, ihm das Handwerk zu legen. Dann konnte sie diesen glatten, leicht klebrigen Ordner in die Schublade zurücklegen und dort sicher verschließen. Sie starrte auf Crowfords Hinterkopf. Wenn sie Buffalo Bill das Handwerk legen wollte, befand sie sich in der richtigen Gesellschaft. Crawford hatte erfolgreiche Fahndungen nach drei Serienmördern organisiert, aber nicht ohne Verluste. Will Graham, der eifrigste Spürhund, der jemals in Crawfords Meute gelaufen war, war in der Academy längst eine Legende. Allerdings war er inzwischen auch ein Säufer in Florida, dessen Gesicht schwer anzusehen war, hieß es. Vielleicht spürte Crawford, dass sie auf seinen Hinterkopf starrte. Er erhob sich aus dem Co-Pilotensitz. Der Pilot drehte am Trimmrad, als Crawford zu ihr nach hinten kam und sich neben ihr anschnallte. Als er seine Sonnenbrille wegsteckte und die Lesebrille aufsetzte, spürte sie, dass sie ihn wieder kannte. Als er von ihrem Gesicht auf den Bericht und wieder zurückblickte, huschte hinter seinem Gesicht etwas vorbei und war rasch wieder verschwunden. Ein ausdrucksstärkeres Gesicht als das Crawfords hätte Bedauern gezeigt. »Mir ist heiß. Ihnen auch?« sagte er zu Starling und dann nach vorne zum Piloten. »Eine Affenhitze ist das hier hinten, Bobby!« Der Pilot drehte an etwas und kalte Luft kam herein. In der feuchten Luft der Kabine bildeten sich ein paar Schneeflocken, die sich auf Starlings Haar niederließen. Dann war es Jack Crawford auf der Jagd. Seine Augen wie ein strahlender Wintertag. Er schlug im Ordner eine Landkarte der Mitte und des Ostens der Vereinigten Staaten auf. Auf der Karte waren die Stellen eingetragen, an denen Leichen gefunden worden waren. Eine wirre Anhäufung von Punkten, so stumm und undurchschaubar wie Orion. Crawford nahm einen Stift aus der Tasche und markierte die jüngste Fundstelle. Ihr Ziel. »Elk River. Etwa sechs Meilen südlich vom Highway 79. Diesmal haben wir Glück. Die Leiche verfing sich in einer Trottleine, einer langen, straffgespannten Leine mit lauter kleinen Angelschnüren dran, die im Fluss ausgelegt war. Sie glauben, sie war noch nicht allzu lange im Wasser. Sie bringen sie nach Potter. Das ist der Sitz der County-Verwaltung. Ich möchte so schnell wie möglich wissen, wer sie ist, damit wir flächendeckend nach Zeugen der Entführung suchen können. Sobald wir die Fingerabdrücke haben, schicken wir sie in die Zentrale.« Crawford legte den Kopf auf die Seite, um Starling durch seine Lesebrille anzusehen. »Jimmy Price sagt, Sie können Wasserleichen machen?« »Eine ganze Wasserleiche hatte ich eigentlich noch nie,« sagte Starling. »Ich habe Händen, die Mr. Price täglich mit der Post bekommt, Fingerabdrücke abgenommen. Viele von denen waren allerdings von Wasserleichen.« Alle, die nie unter Jimmy Price gearbeitet haben, halten ihn für einen liebenswerten Brummbär. Wie viele Brummbären ist er in Wirklichkeit ein verbitterter alter Mann. Jimmy Price ist Supervisor im Washingtoner Labor für latente Fingerabdrücke. Starling hatte als Forensic Fellow unter ihm gearbeitet. »Der gute, alte Jimmy«, sagte Crawford voller Zuneigung. »Wie nennt man die Leute gleich wieder, die diesen Job machen müssen?« »Die gängige Bezeichnung ist Labortrottel. Aber manche nennen sie auch Igor, das ist auf die Gummischürze gedruckt, die sie einem geben.« »Ja, das meinte ich.« »Sie raten einem, sich vorzustellen, man seziert einen Frosch?« »Aha. Verstehe.« »Und dann bringen sie einem ein UPS-Päckchen.« »Sie sehen alle zu.« »Einige kommen extra aus der Kaffeepause, weil sie hoffen, dass einem schlecht wird.« »Ich kann einer Wasserleiche sehr gut die Abdrücke abnehmen.« »Genau genommen, gut. Dann sehen Sie sich das mal an.« Sein erstes uns bekanntes Opfer wurde letzten Juni in der Nähe von Lone Jack, Missouri im Blackwater River gefunden. »Das Bimmelmädchen.« Sie war zwei Monate zuvor am 15. April in Belvedere, Ohio vermisst gemeldet worden. Wir konnten nicht viel zu der Sache beisteuern. Allein sie zu identifizieren dauerte drei Monate. Die nächste schnappte er sich in der dritten Aprilwoche in Chicago. Gefunden wurde sie nur zehn Tage nach ihrer Entführung im Wabish in der Innenstadt von Lafayette, Indiana. Deshalb konnten wir in diesem Fall feststellen, was mit ihr passiert war. Als nächstes haben wir eine weiße Anfang 20, die nicht weit von der Interstate 65, etwa 38 Meilen südlich von Louisville, Kentucky, in den Rolling Fork geworfen worden war. Sie ist immer noch nicht identifiziert. Und das Werner-Mädchen entführt den Evansville, Indiana und gleich unterhalb der Interstate 70 im östlichen Illinois in den Ambaras geworfen. Dann zog er nach Süden und kippte eine in den Conasoga, ein Stück von der Interstate 75 entfernt, südlich von Damaskus, Georgia. Das war das Kittredge-Mädchen aus Pittsburgh. Hier ist ihr Schulabschlussfoto. Sein Glück ist geradezu abartig. Niemand hat ihn bei einer seiner Entführungen gesehen. Abgesehen davon, dass er die Leichen in der Nähe einer Interstate ablädt, können wir keinerlei Schema erkennen. Wenn Sie von den Stellen, an denen er sie ablädt, den meistbefahrenen Straßen folgen, laufen die dann an einem bestimmten Punkt zusammen? Nein. Was ist, wenn Sie davon ausgehen, dass er auf seinen Fahrten eine Beseitigungsaktion mit einer neuen Entführung verbindet? Starling hatte das verbotene Wort »annehmen« tunlichst vermieden. Er würde doch sicher zuerst die Leiche loszuwerden versuchen, für den Fall, dass er bei der Entführung des nächsten Opfers in Schwierigkeiten kommt. So käme er, wenn er auf frischer Tat ertappt würde, unter Umständen mit Körperverletzung davon, und das könnte er auf einen Klacks herunterhandeln, solange er keine Leiche in seinem Wagen hat. Wie wäre es also, wenn wir von jedem Entführungsort zur vorherigen Abladestelle eine Linie ziehen? Haben Sie das schon probiert? Das ist eine gute Idee, die er allerdings auch hatte. Falls er tatsächlich beides während eines Trips erledigt, fährt er einen Zickzackkurs. Wir haben Computersimulationen gemacht, zuerst in westlicher Richtung auf den Interstates, dann in östlicher, dann verschiedene Kombinationen mit den besten Daten, die wir den Beseitigungs- und Entführungsorten zuordnen konnten. Egal, was Sie dem Computer eingeben, es kommt nichts Brauchbares heraus. Er lebt im Osten, das geht daraus hervor. Er richtet sich nicht nach einem Mondzyklus. Das geht daraus hervor. Es lassen sich auch keine Zusammenhänge mit Kongressdaten in den fraglichen Städten herstellen, nichts, was uns weiterbrächte. Nein, er hat sich bestens abgesichert, Starling. Glauben Sie, er wäre sogar bereit, Selbstmord zu begehen? Crawford schüttelte den Kopf. Eindeutig nein. Er hat inzwischen rausbekommen, wie man eine ernsthafte Beziehung eingeht, und er kann gar nicht mehr genug davon bekommen. Ich mache mir keine großen Hoffnungen, dass er Selbstmord begeht. Crawford reichte dem Piloten aus einer Thermosflasche einen Becher Wasser. Auch Starling gab er einen, sich selbst löste er ein Alka-Selzer auf. Ihr Magen hob sich, als das Flugzeug zum Landeanflug ansetzte. Ein paar Dinge, Starling. Ich erwarte von Ihnen erstklassige forensische Arbeit, aber ich brauche mehr als das. Sie reden nicht viel, und das ist okay, ich tue es ja auch nicht. Kommen Sie jedenfalls nie auf die Idee, Sie müssten erst ein neues Faktum haben, bevor Sie mit etwas zu mir kommen können. Dumme Fragen gibt es nicht. Sie werden Dinge sehen, die ich nicht sehe, und ich möchte wissen, was das für Dinge sind. Vielleicht haben Sie ja den richtigen Riecher für diese Sache. Und ganz plötzlich haben wir diese Chance, zu sehen, ob das so ist. Während ihm Starling mit sich hebendem Magen und angemessen hingerissener Miene zuhörte, fragte sie sich, wie lange Crawford schon wusste, dass er sie bei diesem Fall einsetzen würde. Wie hungrig auf eine Chance er sie hatte haben wollen. Er war eine Führungspersönlichkeit, und dazu gehörte eben auch dieser Quatsch von wegen »Wir wollen alle ganz offen und ehrlich miteinander reden.« »Sie denken genug über ihn nach. Sie sehen, wo er war, Sie kriegen ein Gefühl für ihn«, fuhr Crawford fort. »Sie finden ihn nicht mal durchgehend unsympathisch, so schwer vorstellbar das auch sein mag. Und dann, wenn Sie Glück haben, beginnt irgendetwas von diesem ganzen Kram, den Sie wissen, an Ihnen zu zupfen, um Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sagen Sie immer Bescheid, wenn etwas zupft, Starling. »Wissen Sie, ein Verbrechen ist auch so schon kompliziert genug, ohne dass die Ermittlungen für zusätzliche Verwirrung sorgen. Lassen Sie sich nicht von einem Heer von Polizisten durcheinanderbringen. Leben Sie direkt hinter Ihren Augen. Hören Sie auf sich selbst. Halten Sie das Verbrechen getrennt von dem, was jetzt um Sie herum vorgeht. Versuchen Sie nicht, diesem Kerl irgendein Schema oder eine Symmetrie überzustülpen. Bleiben Sie ganz offen und lassen Sie es sich von ihm zeigen. Und noch etwas. Ein Ermittlungsverfahren wie dieses ist eine Menagerie. Es erstreckt sich über zahlreiche Zuständigkeitsbereiche und einige unterstehen Versagern. Wir müssen mit ihnen auskommen, damit sie uns nichts vorenthalten. Wir sind nach Potter, West Virginia unterwegs. Ich weiß nichts über die Leute, zu denen wir unterwegs sind. Sie können ganz in Ordnung sein, sie können aber auch denken, wir sind auf der Suche nach illegalen Destillen. Der Pilot zog seinen Kopfhörer vom Ohr und sprach über die Schulter. »Lande Anflug, Jack. Bleiben Sie hinten?« »Ja«, sagte Crawford. »Die Schule ist aus, Starling.« Hier ist nun das Potter Funeral Home, das größte weiße Holzhaus in der Potter Street in Potter, West Virginia, das als Leichenschauhaus des Rankin County dient. Der Korone ist ein praktischer Arzt namens Dr. Aiken. Wenn er hinsichtlich einer Todesursache Zweifel hat, wird die Leiche ins Nachbar County zum Claxton Regional Medical Center geschickt, wo sie einen ausgebildeten Pathologen haben. Auf der Fahrt vom Flugplatz nach Potter musste sich Clarice Starling auf dem Rücksitz eines Wagens des Sheriff Department weit zu der Trennscheibe für die Verhafteten vorbeugen, um verstehen zu können, wie der Deputy am Steuer, Jack Crawford, das alles erklärte. In der Leichenhalle sollte in Kürze ein Gottesdienst stattfinden. Die Trauergäste reiten sich in ihren besten ländlichen Sonntagssachen zwischen starksicken Buchsbaumsträuchern auf dem Bürgersteig auf oder standen in Gruppen auf der Eingangstreppe und warteten darauf, eingelassen zu werden. Das frisch gestrichene Gebäude und die Treppe hatten sich beide in ihre eigene Richtung etwas aus dem Lot bewegt. Auf dem Privatparkplatz, hinter dem Gebäude, wo die Leichenwagen warteten, standen ein Alter und zwei junge Deputies mit zwei State Troopern zusammen unter einer kahlen Ulme. Es war nicht so kalt, dass sie ihr Atemwölkchen gebildet hätte. Als das Polizeiauto auf den Parkplatz fuhr, sah Starling diese Männer an und wusste sofort über sie Bescheid. Sie wusste, sie kamen aus Häusern, in denen Kleiderschränke mit Schubladen standen, und sie wusste auch ziemlich genau, was in diesen Schränken war. Sie wusste, diese Männer hatten Angehörige, die ihre Kleider in Kleidersäcken, an die Wände ihrer Wohnwagen hängten. Sie wusste, der ältere Deputy war mit einer Handpumpe auf der Veranda groß geworden und hatte wie schon sein Vater vor ihm die Schuhe an den Schnürsenkeln um den Hals hängen gehabt, wenn er im schlammigen Frühling zur Straße vorgewartet war, um auf den Schulbus zu warten. Sie wusste, sie hatten ihr Mittagessen in immer wieder verwendeten und deshalb fettfleckigen Papiertüten in die Schule mitgenommen und diese, wenn sie gegessen hatten, sauber zusammengefaltet, in die Gesäßtaschen ihrer Jeans gesteckt. Sie fragte sich, wie viel Crawford über sie wusste. An den Hintertüren des Polizeiautos waren innen keine Griffe, stellte Starling fest, als der Fahrer und Crawford ausstiegen und auf den Hintereingang der Leichenhalle zuzugehen begannen. Sie musste gegen die Scheiben schlagen, bis einer der Deputies unter dem Baum auf sie aufmerksam wurde. Der Fahrer kam mit rotem Kopf zurück, um sie herauszulassen. Die Deputies beobachteten sie verstohlen, als sie an ihnen vorbeigingen. Einer sagte, Ma'am. Sie bedachte sie mit einem Nicken und einem Lächeln mit korrekt niedriger Dosierung und folgte Crawford auf die hintere Veranda hinauf. Als sie weit genug entfernt war, kratzte sich einer der jungen Deputies, er war frisch verheiratet, am Kinn und sagte, sie sieht nicht halb so gut aus, wie sie denkt. Also, solange sie bloß denkt, sie sieht ziemlich verdammt gut aus, muss ich ihr eigentlich recht geben, sagte der andere junge Deputy. Ich würde sie mir aufsetzen wie eine Mark V-Gasmaske. Ihr wäre eine große Wassermelone auch recht, wenn sie bloß kalt ist, brummte der ältere Deputy halb zu sich selbst. Crawford sprach bereits mit dem Chief Deputy, einem kleinen, drahtigen Mann mit einer Metallbrille und Stiefeln mit elastischen Seiteneinsätzen, die in Katalogen als Romeos bezeichnet werden. Sie waren in den düsteren Flur der Leichenhalle getreten, wo ein Coca-Cola-Automat vor sich hinsummte und alle möglichen Gegenstände an der Wand standen, eine Tretnähmaschine, ein Dreirad und eine Rolle Kunstrasen, um deren Stangenenden gestreifter Markisenstoff gewickelt war. An der Wand hing ein sepiafarbener Druck der heiligen Cecilia an der Orgel. Ihr Haar war in Zöpfen um den Kopf geschlungen, und aus heiterem Himmel schwebten Rosen auf die Tasten herab. »Vielen Dank, dass Sie uns so rasch Bescheid gegeben haben, Sheriff«, sagte Crawford. Der Chief Deputy ließ sich nicht darauf ein. »Das muss jemand von der Bezirksstaatsanwaltschaft gewesen sein. Dass der Sheriff Sie nicht angerufen hat, weiß ich deshalb, weil Sheriff Perkins nämlich zurzeit mit Mrs. Perkins zu einer Hawaii-Rundreise macht. Ich habe heute früh um acht mit ihm telefoniert, da war es in Hawaii drei Uhr morgens. Er ruft mich später zurück, aber er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass wir rausfinden, ob es ein Mädchen aus der Gegend ist. Es könnte was sein, dass wir nur irgendwelchen Elementen von außen zu verdanken haben. Bevor wir also etwas unternehmen, werden wir das als erstes klären. Wir haben uns hier schon Leichen von Phoenix City, Alabama angekarrt. Ja, genau das ist der Punkt, an dem wir Ihnen helfen können, Sheriff, wenn ich aber auch schon mit dem Außendienstkommandanten der State Trooper in Charleston telefoniert. Er schenkt uns ein paar Leute von der Criminal Investigation Section, vielleicht besser unter der Abkürzung CIS, bekannt. Von denen kriegen wir alle Unterstützung, die wir brauchen.« Der Flur füllte sich mit Deputy-Sheriffs und State-Troopern, der Chief Deputy hatte zu viel Publikum. »Wir werden uns Ihre also annehmen, sobald wir können, Ihnen in jeder Hinsicht entgegenkommen und soweit möglich mit Ihnen zusammenarbeiten, aber im Moment, Sheriff, bei diesem Sexualverbrechen gibt es ein paar Punkte, die ich lieber nur mit Ihnen von Mann zu Mann besprechen würde, wenn Sie wissen, was ich meine.« Crawford machte ihn mit einer kleinen Kopfbewegung auf Starlings Anwesenheit aufmerksam. Er schob den kleineren Mann in ein enges Büro und schloss die Tür. Starling musste draußen bleiben und durfte ihre Entrüstung vor Scharen von Deputies verbergen. Mit zusammengebissenen Zähnen blickte sie die heilige Cecilia an und erwiderte das ätherische Lächeln der Heiligen, während sie an der Tür lauschte. Sie konnte erregte Stimmen hören, dann Fetzen eines Telefongesprächs. In weniger als vier Minuten waren sie wieder auf dem Flur zurück. Der Chief Deputy hatte die Lippen fest aufeinandergepresst. »Oscar, gehen Sie nach vorn und holen Sie Dr. Aiken. Er ist zwar gewissermaßen verpflichtet, an den Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen, aber ich glaube nicht, dass Sie da draußen schon angefangen haben. Sagen Sie ihm, Klecksten ist am Telefon.« Der Amtsarzt Dr. Aiken kam in das kleine Büro. Während er mit dem Pathologen in Klecksten eine kurze telefonische Besprechung abhielt, hatte er einen Fuß auf einen Stuhl gestellt und tippte mit einem guter Hirtefächer gegen seine Schneidezähne. Schließlich erklärte er sich mit allem einverstanden. Und so kam es, dass Clarice Starling in einem Einbalsamierzimmer mit einer Zentifolientapete und einem Bilderfries unter der hohen Decke, in einem dieser weißen Holzhäuser, die sie nur zu gut kannte, auf ihr erstes konkretes Indiz von Buffalo Bill traf. Der hellgrüne Leichensack, dessen Reißverschluss bis zum Anschlag zugezogen war, war der einzige moderne Gegenstand im Raum. Er lag auf einem altmodischen, emmaillierten Balsamiertisch, der sich viele Male in den Glasscheiben der Vitrinen voller Druckkare und Packungen mit Rockhard Cavity Fluid spiegelte. Während Starling auf der Abtropffläche eines großen Doppelwaschbeckens ihre Ausrüstung auspackte, ging Crawford das Gerät zum Übertragen der Fingerabbrücke aus dem Wagen holen. Es waren zu viele Menschen im Raum. Mehrere Deputies, der Chief Deputy, alle waren mit ihnen hereingekommen und machten keine Anstalten zu gehen. Das war nicht richtig. Warum kam Crawford nicht und warf sie raus? Die Tapete bauschte sich von einem Luftzug, wölbte sich nach innen, als der Doktor den großen staubigen Ventilator der Entlüftung anmachte. Als Clarice Starling nun am Waschbecken stand, brauchte sie einen Prototyp von Mut, der stärker und brauchbarer war als die Sorte, die für einen Fallschirmabsprung bei den Marines erforderlich war. Das Bild kam und half ihr, aber es versetzte ihr auch einen Stich ins Herz. Ihre Mutter, wie sie an der Spüle stand, das Blut aus der Mütze ihres Vaters wusch, kaltes Wasser darüberlaufen ließ und sagte, »Wir schaffen das schon, Clarice.« Sag deinen Brüdern und deine Schwester, sie sollen sich die Hände waschen und sich an den Tisch setzen. Wir müssen reden. Und dann machen wir Abendessen. Starling nahm ihr Halstuch ab und band es sich wie eine Hebamme aus den Bergen um ihr Haar. Sie nahm ein paar Gummihandschuhe aus ihrem Koffer. Als sie zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in Potter den Mund aufmachte, näselte ihre Stimme stärker als sonst, und ihr Nachdruck holte Crawford an die Tür, um zu lauschen. »Meine Herren! Meine Herren! Bitte mal herhören!« »Bitte! Wären Sie vielleicht so gut, mich jetzt hier allein weitermachen zu lassen?« Sie hielt ihnen ihre Hände entgegen, als sie sich die Handschuhe überstreifte. »Es gibt da Verschiedenes, was jetzt noch für diese Frau getan werden muss. Sie haben sich bis jetzt ihrer angenommen, und ich weiß, ihre Angehörigen würden Ihnen danken, wenn Sie dazu in der Lage wären. Aber wenn Sie jetzt bitte trotzdem rausgehen und mich allein weitermachen lassen würden?« Crawford sah, wie sie plötzlich still und respektvoll wurden und sich flüsternd gegenseitig drängten, den Raum zu verlassen. »Komm, Gis, wir gehen nach draußen.« Und Crawford sah, dass hier, in Gegenwart der Toten, plötzlich eine andere Atmosphäre herrschte. Egal, woher diese tote junge Frau kam und egal, wer sie war, der Fluss hatte sie zu diesen Leuten aufs Land hinausgetragen, und wie sie nun hier draußen auf dem Land hilflos in diesem Raum lag, hatte Clarice Starling eine spezielle Beziehung zu ihr. Crawford sah, dass in diesem Moment Starling das Erbe der Landhebammen weiterführte, das Erbe der weisen Alten, der Kräuterheilerinnen und resoluten Frauen vom Land, die seit jeher das Nötige tun, die zuerst die Totenwache halten und dann, wenn die Totenwache vorüber ist, die Toten waschen und ankleiden. Schließlich waren nur noch Crawford und Starling und der Landarzt im Raum mit dem Opfer. Und Dr. Aiken und Starling sahen sich mit einer Art gegenseitigen Erkennens an. Beide seltsam angetan, beide seltsam verlegen. Crawford nahm ein Glas Vigvaporub aus der Tasche und bot es allen an. Starling wartete zunächst unschlüssig ab. Doch als sich Crawford und der Doktor etwas unter die Nase rieben, folgte sie ihrem Beispiel. Mit dem Rücken zum Raum kramte sie die Kameras aus dem Beutel, der ihre Ausrüstung enthielt. Sie hörte, wie hinter ihr der Reißverschluss des Leichensacks aufgezogen wurde. Blinzeln sah Starling die Zentifolien an der Wand an, holte Luft, ließ sie wieder entweichen. Dann drehte sie sich um und sah die Leiche auf dem Tisch an. »Sie hätten Ihr Papiertüten über die Hände ziehen sollen,« sagte sie. »Ich stecke sie in Tüten, wenn wir fertig sind.« Vorsichtig, Belichtung und Entfernung trotz der Automatik von Hand einstellend, fotografierte Starling die Leiche. Das Opfer war eine breithöftige junge Frau, die laut Starlings Maßband 170 Zentimeter groß war. Wo die Haut fehlte, hatte das Wasser sie grau verfärbt, aber es war kaltes Wasser gewesen, und sie hatte eindeutig nicht länger als ein paar Tage darin gelegen. Der Leiche war von einer unmittelbar unterhalb der Brüste verlaufenden Linie bis hinab zu den Knien, sauber die Haut abgezogen worden, also etwa an dem Bereich, den Hose und Scherpe eines Stierkämpfers bedecken würden. Ihre Brüste waren klein, und zwischen ihnen, über dem Brustbein, befand sich die offensichtliche Todesursache, eine sternförmig gezackte Wunde von einer Handbreite Durchmesser. An ihrem runden Kopf war, oberhalb der Augenbrauen und Ohren, beginnend bis hinunter zum Nacken, die Haut bis auf die Schädelknochen abgezogen worden. Dr. Lecter sagte, er würde anfangen, sie zu skarpieren, bemerkte Starling. Während sie die Fotos machte, stand Crawford mit verschränkten Armen da. Alles, was er sagte, war, »Nehmen Sie mit der Polaroid Ihre Ohren auf!« Er ging so weit, die Lippen zu spitzen, als er um die Leiche herumging. Starling streifte ihren Handschuh ab, um mit dem Finger die Wade der Toten hochzustreichen, Teile der Trottleine und der Dreierhaken, in denen sich die Leiche im Fluss verfangen hatte, waren noch um den Unterschenkel geschlungen. »Was sehen Sie, Starling?« »Also, hier aus der Gegend ist sie nicht. Sie hat drei Löcher in jedem Ohr und Glitzerlack auf den Nägeln. Das sieht mir ganz nach Stadt aus. Die Beinbehaarung ist ungefähr zwei Wochen alt. Sehen Sie, wie weich sie nachgewachsen ist? Ich glaube, sie hat ihre Beine mit Wachs enthart. Die Achselhüllen auch. Sehen Sie, wie sie den Pflaumen auf ihrer Oberlippe gebleicht hat? Sie hat sehr auf ihr Äußeres geachtet, aber eine Weile war ihr das nicht mehr möglich. Was ist mit der Wunde? Das weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, eine Austrittsschusswunde, außer dass das hier oben aussieht wie Teil eines Abschabungsrands oder eines Mündungsabdrucks. Gut, Starling, es ist eine Kontakteintrittwunde über dem Sternum. Die Explosionsgase dehnen sich zwischen Knochen und Haut aus und fetzen den Stern um das Loch herum raus. Auf der anderen Seite der Wand setzte schwer atmend eine Orgel ein. Vor dem Eingang der Leichenhalle begann die Trauerfeier. Ein gewaltsamer Tod, steuerte Dr. Aiken kopfnickend bei. Ich muss zumindest eine Weile an der Trauerfeier teilnehmen, das erwarten die Angehörigen von mir, dass ich sie auf dem letzten Weg begleite. Aber sobald er die musikalische Einleitung zu Ende gespielt hat, wird Lamar zu Ihnen kommen und Ihnen helfen. Ich nehme Sie beim Wort, Mr. Crawford, dass Sie dem Pathologen in Claxton alles in ordnungsgemäßem Zustand hinterlassen. Hier an der linken Hand hat Sie zwei abgebrochene Nägel, sagte Starling, als der Doktor gegangen war. Sie sind ziemlich weit hinten abgebrochen und es sieht aus, als wären unter einigen der anderen Schmutz oder irgendwelche harten Partikel geraten. Können wir Beweismaterial entnehmen? Nehmen Sie Proben von den Schmutzpartikeln. Nehmen Sie ein paar Splitter Nagellack, sagte Crawford. Wir sagen es Ihnen, wenn wir die Ergebnisse bekommen haben. Während Starling damit beschäftigt war, kam Lamar herein, der hagere Organist, der eine Whiskyblüte mitten im Gesicht trug. Sie müssen mal Maniküre gewesen sein, sagte er. Zu Ihrer Erleichterung stellten Sie fest, dass die Handflächen der jungen Frau keine Fingernagelspuren aufwiesen, ein Zeichen dafür, dass sie wie die anderen gestorben war, bevor etwas von den anderen Dingen mit ihr angestellt worden war. Möchten Sie ihr die Fingerabdrücke mit dem Gesicht nach unten abnehmen, Starling? fragte Crawford. Das wäre einfacher. Gut, dann machen wir zuerst die Zähne, und dann kann uns Lamar helfen, sie umzudrehen. Nur Fotos oder auch ein Diagramm? Insgeheim erleichtert, dass alle nötigen Teile in ihrem Beutel waren, befestigte Starling den Vorsatz für die Gebissaufnahmen an der Fingerabdruckkamera. Nur Fotos, sagte Crawford. Ohne Röntgenaufnahmen kann ein Diagramm auf eine falsche Fährte locken. Mit den Fotos können wir schon mal ein paar als vermisst gemeldete Frauen abhaken. Lamar war sehr behutsam mit seinen Organistenhänden, als er der jungen Frau nach Starlings Anweisungen den Mund öffnete und die Lippen zurückzog, während ihr Starling die 1 zu 1 Polaroid aufs Gesicht legte, um Details von den Schneidezähnen zu bekommen. Das war einfach, aber die Backenzähne musste sie mit einem Gaumenreflektor aufnehmen und dabei von der Seite durch die Wange den Lichtschein beobachten, um sicherzugehen, dass der Blitz um das Objektiv das Mundinnere richtig ausleuchtete. Bisher hatte sie nur in gerichtsmedizinischen Seminaren gesehen, wie so etwas gemacht wurde. Starling beobachtete, wie sich der erste Polaroid-Abzug entwickelte und versuchte es mit veränderte Belichtungseinstellung noch einmal. Dieser Abzug war besser. Er war sogar sehr gut. »Sie hat etwas in ihrer Kehle stecken,« sagte Starling. Crawford sah sich das Foto an. Unmittelbar hinter dem Gaumensegel war ein dunkler, zylindrischer Gegenstand zu sehen. »Geben Sie mir die Taschenlampe.« »Wenn eine Leiche aus dem Wasser kommt, hat sie oft Blätter oder Zeugs im Mund,« sagte Le Mar, der Crawford behilflich war. Starling nahm eine Pinzette aus ihrem Beutel. Sie sah Crawford über die Leiche hinweg an. Er nickte. Sie brauchte nur eine Sekunde, um es herauszuholen. »Was ist es? Eine Samenkapsel?«, fragte Crawford. »Nein, Sir. Es ist eine Schmetterlingspuppe,« sagte Le Mar. Er hatte recht. Starling legte sie in ein Glas. »Sie möchten vielleicht, dass sich das auch der Vertreter des Counties mal ansieht,« sagte Le Mar. Als die Leiche auf dem Bauch lag, ließen sich ihr die Fingerabdrücke problemlos abnehmen. Starling war auf das Schlimmste gefasst gewesen, aber es war keine der lästigen und diffizilen Injektionsmethoden oder Fingerlinge nötig. Sie machte die Abdrücke auf dünnem Karton, der in einem wie ein Schuhlöffel geformten Instrument eingespannt war. Für den Fall, dass sie für einen Vergleich nur Babyfußabdrücke aus einem Krankenhaus hätten, machten sie auch Fußsohlenabdrücke. Oben auf den Schultern fehlten zwei dreieckige Hautstücke. Starling machte Fotos. »Auch abmessen,« sagte Crawford. »Das Mädchen aus Akron hatte geschnitten, als er ihr die Kleider aufschlitzte. Eigentlich nur ein Kratzer, aber er stimmte mit dem Schnitt ihrer aufgeschlitzten Bluse überein, als wir sie am Straßenrand fanden. Das hier ist allerdings neu. So etwas habe ich noch nicht gesehen.« »Sieht wie eine Verbrennung aus, das an der Wade,« sagte Starling. »Alte Leute haben das oft,« sagte Lemar. »Was?« fragte Crawford. »Ich sagte, alte Leute haben das oft.« »Ich habe Sie durchaus verstanden. Ich möchte, dass Sie es erklären, was haben alte Leute oft.« »Herr, alte Leute sterben manchmal mit einer Heizdecke auf Ihnen drauf, und wenn sie tot sind, verbrennt sie die Decke, auch wenn sie gar nicht so besonders heiß ist. Wenn man tot ist, kriegt man unter einer Heizdecke Verbrennung, keine Blutzirkulation drunter.« »Wir werden den Pathologen in Claxton bitten, das nachzuprüfen,« sagte Crawford zu Starling. »Er soll feststellen, ob es eine Postmortem-Verletzung ist.« »Der Auspufftopf ist wahrscheinlich,« sagte Lemar. »Was?« »Der Auspuff...« »Der Auspufftopf.« »Als Billy Petrie erschossen wurde, haben Sie ihn in den Kofferraum von seinem eigenen Auto geschmissen, ja? Und seine Frau ist zwei oder drei Tage mit dem Auto rumgefahren, um nach ihm zu suchen. Und als Sie ihn hierhergebracht haben, ist der Auspuff unter dem Kofferraum heiß geworden und hat ihn verbrannt, aber nur hier, so schräg über der Hüfte,« sagte Lemar. »Deshalb tue ich zum Beispiel nie Lebensmittel in den Kofferraum, weil da die Eiscreme schmilzt.« »Sehr gut beobachtet, Lemar,« sagte Crawford. »Schade, dass Sie nicht für mich arbeiten.« »Kennen Sie die Leute, die Sie im Fluss gefunden haben?« »Jabbo Franklin und sein Bruder Baba.« »Was machen die beiden?« »Im Moos Schlägereien anfangen, sich über Leute lustig machen, die ihnen nichts getan haben. Da kommt man ins Moos, um sich einen zu genehmigen, ist ziemlich fertig, weil man den ganzen Tag mit den Hinterbliebenen zu tun gehabt hat, und schon geht's los. Setz dich hin, Lemar, und spiel Philippino Baby.« »Lassen Sie einen auf dem pappigen alten Kneipenklavier immer wieder Philippino Baby spielen.« »So was gefällt, Jabbo.« »Dann denk dir doch irgendeinen Text dazu aus, wenn du ihn nicht weißt, geht's dann meist weiter.« »Und sieh verdammt noch mal zu, dass er sich diesmal auch reimt.« »Er kriegt von den Veteranen einen Scheck und fährt so um Weihnachten rum zu einer Entziehungskur bei der Veterans Administration. Ich warte schon fünfzehn Jahre darauf, dass er eines Tages hier auf dem Tisch liegt.« »Wir müssen von den Angelhakenverletzungen Serotonin-Tests machen,« sagte Crawford. »Ich werde dem Pathologen eine entsprechende Mitteilung beilegen.« »Diese Haken sind zu dicht beieinander,« sagte Lemar. »Wie meinen Sie das?« »Die Haken an der Trottleine der Franklins waren zu dicht beieinander, das ist verboten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie es erst heute Morgen gemeldet haben.« Der Sheriff sagte, es waren Entenjäger. »Tch, kann ich mir gut denken, dass Sie ihm das erzählt haben,« sagte Lemar. »Die erzählen Ihnen auch, dass Sie in Honolulu mal im Wrestling als Paar gegen Duke Keomuka und Satellite Monroe angetreten sind. Wenn Sie wollen, können Sie Ihnen auch das glauben.« »Wie war es Ihrer Meinung nach wirklich, Lemar?« »Die Franklins haben diese Trottleine ausgelegt, mit diesen verbotenen Haken ist das sicher Ihre Leine, und Sie haben sie hochgezogen, um zu sehen, ob schon was angebissen hat.« »Wie kommen Sie darauf?« »Weil diese Lady hier noch nicht annähernd so weit ist, dass sie an die Oberfläche kommen würde.« »Allerdings nicht.« »Darum, wenn Sie die Trottleine nicht hochgezogen hätten, hätten Sie sie nie entdeckt. Wahrscheinlich haben Sie es mit der Angst zu tun gekriegt und sind abgehauen und haben erst später angerufen. Sie werden deswegen doch wahrscheinlich den Jagdaufseher verständigen, oder nicht?« »Ich denke schon,« sagte Crawford. »Ganz oft haben Sie unter dem Sitz von Ihrem Ram Charger ein Kurbeltelefon dabei. Da steht eine saftige Strafe drauf, wenn Sie dafür nicht sogar ins Kittchen wandern.« Crawford zog die Augenbrauen hoch. »Damit telefonieren Sie die Fische,« erklärte ihm Starling. »Wenn man das Kabel ins Wasser hängt und eine Kurbel dreht, werden die Fische vom Strom betäubt, sie treiben an der Oberfläche und man braucht sie bloß einzusammeln.« »Genau,« sagte Le Mans. »Sind Sie von hier?« »Das machen Sie auch woanders,« sagte Starling. Starling hatte das Bedürfnis, etwas zu sagen, bevor sie den Sack wieder zumachten, eine Geste, irgendein Zeichen der Anteilnahme. Aber schließlich schüttelte sie nur den Kopf und begann die Proben in ihrem Koffer zu verstauen. Sobald sie die Leiche und das Problem nicht mehr unmittelbar vor Augen hatte, war es etwas anderes. In diesem Moment der Muße stürmte auf sie ein, was sie getan hatte. Starling zog die Handschuhe aus und drehte über dem Waschbecken das Wasser an. Mit dem Rücken zum Raum hielt sie die Handgelenke darunter. Das Wasser aus der Leitung war gar nicht so besonders kühl. Le Mans, der sie dabei beobachtete, verschwand auf den Flur hinaus. Er kam mit einer eiskalten Dose Cola aus dem Getränkeautomaten zurück und bot sie ihr an. »Nein, danke«, sagte Starling. »Ich möchte jetzt nichts trinken.« »Nein, hatten Sie sie da unter Ihren Hals«, sagte Lemar. »Und auf diesen kleinen Hubbel am Hinterkopf. Vielleicht wird Ihnen davon besser. Bei mir hilft's jedenfalls.« Bis Starling die Mitteilung an den Pathologen mit Klebstreifen quer über dem Reißverschluss des Leichensacks befestigt hatte, begann auf dem Schreibtisch im Büro bereits Crawfords Fingerabdruckfax zu klicken. Dass sie dieses Opfer schon so bald nach der Tat gefunden hatten, war ein Glücksfall. Crawford war entschlossen, die Frau schnell zu identifizieren und in der Umgebung ihres Wohnsitzes eine groß angelegte Suche nach möglichen Zeugen der Entführung vorzunehmen. Seine Vorgehensweise wäre mit einigem Aufwand verbunden, aber sie war schnell. Zum Übermitteln der Fingerabdrücke hatte Crawford einen litten Police-Fax dabei. Im Gegensatz zu den sonst vom FBI verwendeten Faxgeräten ist das Police-Fax mit den meisten Geräten in den Polizeidienststellen größerer Städte kompatibel. Die Fingerabdruckkarte, die Starling zusammengestellt hatte, war kaum trocken. Stecken Sie das Ding rein, Starling, Sie haben die geschickteren Finger. Was er meinte war, verschmieren Sie es nicht. Und das tat Starling auch nicht. Es war nicht ganz einfach, die zusammengeklebte Karte um die kleine Walze zu wickeln, während im ganzen Land sechs Funkräume warteten. Crawford hatte die FBI-Kommunikationszentrale in Washington am Telefon. Dorothy, sind alle bereit? Also, meine Herren, wir stellen es auf eins zu zwanzig runter, um es schön scharf zu kriegen. Sind Ihre Geräte auch auf eins zu zwanzig gestellt? Alle? Atlanta, wie sieht es aus? Okay, geben Sie mir jetzt die Bildleitung. Jetzt. Dann begann sich das Gerät wegen der besseren Bildschärfe mit der langsamen Geschwindigkeit zu drehen und übertrug die Fingerabdrücke der Toten an die Kommunikationszentrale des FBI und an die Kommunikationszentralen der größeren Police Departments im Osten der Vereinigten Staaten. Wenn Sie in Chicago, Detroit, Atlanta oder einer der anderen Städte die Inhaberin der Fingerabdrücke identifizieren konnten, beginne binnen weniger Minuten die Suche. Als nächstes übertrug Crawford Bilder von den Zähnen des Opfers und Fotos von ihrem Gesicht. Den Rest des Kopfes hatte Starling für den Fall, dass die Boulevardpresse in den Besitz der Fotos kam, mit einem Handtuch umwickelt. Als sie gingen, trafen aus Charleston drei Männer der Criminal Investigation Section der West Virginia State Police ein. Crawford schüttelte eine Menge Hände und verteilte Visitenkarten mit der Hotline-Nummer des National Crime Information Center. Starling interessierte dabei vor allem, wie schnell er sie mit seiner »Wir-Männer-unter-uns-Marsche« auf seine Seite brachte. »Sicher würden Sie alles durchgeben, was Sie herausfanden, ganz sicher. Versteht sich doch von selbst. Und vielen Dank auch.« »Vielleicht war es ja doch nicht diese Männergeschichte«, dachte sie. »Es funktionierte auch bei ihr.« Le Mar winkte ihnen von der Veranda mit den Fingern hinterher, als Crawford und Starling mit dem Deputy zum Elk River fuhren. Die Coke war immer noch ziemlich kalt. Le Mar ging damit in den Lagerraum und mixte sich einen erfrischenden Drink. »Lassen Sie mich vor dem Labor raus, Jeff«, sagte Crawford zu seinem Fahrer. »Dann warten Sie bitte im Smithsonian auf Officer Starling und bringen Sie nach Quantico.« »Jawohl, Sir.« Auf dem Weg vom National Airport in die Washingtoner Innenstadt überquerten sie den Potomac River gegen den nach dem Abendessenverkehr. Der junge Mann am Steuer schien Crawford mit Ehrfurcht zu betrachten und fuhr übertrieben vorsichtig von Starling. Sie konnte es ihm nicht verdenken. In der Academy wurde gemunkelt. Der letzte Agent, der unter Crawfords Kommando wirklich Scheiße gebaut hatte, untersuchte jetzt am Polarkreis in den Radarstationen der vorgeschobenen Frühwarnkette Kleindiebstähle. Crawford war nicht gut gelaunt. Neun Stunden waren vergangen, seit er die Fingerabdrücke und Fotos des Opfers weitergeleitet hatte, und die Tote war noch immer nicht identifiziert worden. Zusammen mit State Troopern aus West Virginia hatten er und Starling bis Einbruch der Dunkelheit die Brücke und das Flussufer abgesucht. Ohne Erfolg. Starling hatte mitbekommen, wie er vom Flugzeug aus über Funk veranlasst hatte, dass seine Frau für die Nacht eine Krankenschwester bekam. Nach dem Getöse im Blue Canoe kam es ihr in der FBI-Limousine wohltuend still vor, und es war einfacher, sich zu unterhalten. »Wenn ich Ihre Abdrücke zur Identifizierung raufbringe, gebe ich auch gleich alles in die Hotline und in den Latent Descriptor Index ein«, sagte Crawford. »Stellen Sie mir eine Beilage für die Akte zusammen, eine Beilage, keinen 302er. Wissen Sie, wie das geht?« »Ja, weiß ich.« »Tun wir mal so, als wäre ich der Index. Was ist neu?« Sie brauchte eine Weile, um es zusammenzubekommen. Sie war froh, dass Crawford sich für das Gerüst am Jefferson Memorial zu interessieren schien, als sie daran vorbeifuhren. Der Latent Descriptor Index im Computer der Identifizierungsabteilung vergleicht die charakteristischen Merkmale eines Verbrechens mit den bekannten Vorlieben aktenkundiger Straftäter. Stößt er auf auffällige Ähnlichkeiten, druckt er die Daten möglicher Verdächtiger und deren Fingerabdrücke aus. Dann vergleicht ein Spezialist die Fingerabdrücke aus den Akten mit den am Tatort gefundenen. Von Buffalo Bill gab es noch keine Fingerabdrücke, aber Crawford wollte gut vorbereitet sein. »Das Programm erfordert kurze, prägnante Angaben.« Starling versuchte, ein paar zu formulieren. »Weiß, weiblich, um die zwanzig. Erschossen, am unteren Rumpf und an den Oberschenkeln geschunden.« »Starling, der Index weiß bereits, dass er junge weiße Frauen tötet und häutet. Verwenden sie übrigens Häuten.« »Schinden ist ein ungewöhnliches Wort, das ein anderer Beamter vielleicht nicht benutzt, und ich bin nicht sicher, ob dieser verdammte Kasten Synonyme versteht.« »Dass er sie in Flüsse wirft, weiß er bereits.« »Er weiß nicht, was hier neu ist.« »Was ist hier neu, Starling?« »Es ist das sechste Opfer. Das erste Skalpierte, das erste mit dreieckigen Stücken, die ihm hinten aus den Schultern entfernt wurden, das erste, das in die Brust geschossen wurde, das erste mit einem Kokon in der Kehle.« »Sie haben die abgebrochenen Fingernägel vergessen.« »Nein, Sir, sie ist die zweite mit abgebrochenen Fingernägeln.« »Sie haben recht. Ach, und vermerken Sie in der Einlage für die Akte, dass die Sache mit dem Kokon geheim bleiben muss. Das benutzen wir, um falsche Geständnisse ausschließen zu können.« »Ich frage mich, ob er das schon vorher gemacht hat, einen Kokon oder ein Insekt verstecken,« sagte Starling. »Bei der Autopsie ist so etwas leicht zu übersehen, vor allem bei einer Wasserleiche. Sie wissen schon, der Arzt entdeckt eine offensichtliche Todesursache, es ist heiß und Sie wollen es rasch hinter sich bringen. Können wir das nachträglich noch überprüfen?« »Wenn es sein muss. Sie können natürlich Gift darauf nehmen, dass die Pathologen alle sagen werden, sie haben nichts übersehen. Ihr Unbekannte aus Cincinnati liegt immer noch in der Kühlung. Ich werde Sie bitten, sie sich anzusehen, aber die anderen vier sind schon unter der Erde. Exhumierungsgesuche machen die Leute nervös. Wir mussten das mit vier Patienten machen, die unter Dr. Lecters Obhut verschieden sind, um sicherzugehen, woran sie gestorben waren. Ich kann Ihnen sagen, das ist mit ziemlichen Umständen verbunden, und die Angehörigen sehen es gern nicht gern. Wenn es nicht anders geht, mache ich es, aber zunächst warten wir mal ab, was Sie im Smithsonian herausfinden, bevor ich eine Entscheidung treffe.« »Skypieren. Das ist selten, nicht?« »Ungewöhnlich, ja«, sagte Crawford. »Aber Dr. Lecter hat gesagt, Buffalo Bill würde es tun. Woher wusste er das?« »Er wusste es nicht.« »Aber er hat es gesagt.« »So ungewöhnlich ist es auch wieder nichts, Starling. Mich hat es jedenfalls nicht überrascht. Ich hätte vorhin besser sagen sollen, es war bis zum Fall Mängel selten. Erinnern Sie sich noch daran. Er hat die Frau skalpiert. Danach gab es zwei oder drei Nachahmungstäter. Die Zeitungen haben, wenn sie mit dem Spitznamen Buffalo Bill kokettieren, mehr als einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Killer seine Opfer nicht skalpiert. Angesichts dessen kommt es also nicht sehr überraschend. Wahrscheinlich lässt er sich von der Presse inspirieren. Lecter hat nur geraten. Außerdem hat er nicht gesagt, wann er damit anfangen würde. Folglich konnte er auch nicht falsch liegen. Hätten wir Bill geschnappt, ohne dass er ein Opfer skalpiert hätte, hätte Lecter sagen können, wir hätten ihn geschnappt, bevor er es tat.« »Dr. Lecter sagte auch, Buffalo Bill würde in einem zweistöckigen Haus wohnen.« »Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Warum, glauben Sie, hat er das gesagt?« »Das hat er nicht geraten. Damit hat er wahrscheinlich recht, und er hätte Ihnen auch sagen können, warum, aber er wollte, dass Sie sich die Zähne dran ausbeißen. Es ist die einzige Schwäche, die ich bisher an ihm entdecken konnte. Er möchte unbedingt besonders klug erscheinen, klüger als alle anderen. Das macht er schon jahrelang so.« »Sie sagten, ich soll Sie fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Also, jetzt muss ich Sie bitten, das zu erklären.« »Okay. Zwei der Opfer wurden erhängt, ja? Das geht aus den hohen Ligaturmalen und den Wirbelverschiebungen zweifelsfrei hervor. Wie Dr. Lecter aus eigener Erfahrung weiß, Starling, ist es für einen Einzelnen sehr schwer, jemanden anderen gegen dessen Willen zu erhängen. Dass sich jemand an einer Türklinke selbst erhängt, kommt ständig vor. Dazu braucht man sich nur hinzusetzen, das ist ganz einfach. Aber jemand anderen zu erhängen, ist sehr schwer. Selbst wenn der Betreffende gefesselt ist, schafft er es immer irgendwie, die Füße unter seinen Körper zu bekommen, solange seine Füße irgendwo einen Widerstand finden können. Niemand steigt mit verbundenen Augen auf eine Leiter und schon gar nicht, wenn er eine Schlinge sieht. Deshalb macht man es am besten in einem Treppenhaus. Treppen sind etwas Vertrautes. Man sagt dem Opfer, man bringt es nach oben auf die Toilette, irgendetwas in der Art. Führt es mit einer Kapuze über dem Kopf nach oben, streift ihm die Schlinge über und stößt es, das Seil ist am Treppengeländer befestigt, die Stufen hinunter. In einem Haus ist das die einzig gangbare Möglichkeit. Ein Typ in Kalifornien hat es regelrecht in Mode gebracht. Wenn Bill keine Treppe hat, brachte er sie anders um. Aber jetzt geben Sie mir diese Namen, den Chief Deputy aus Potter und den Kerl von den State Troopern, den ranghöchsten Beamten. Im Licht einer Taschenlampe, die sie zwischen den Zähnen hielt von Starling sie in ihrem Notizbuch. »Gut«, sagte Crawford. »Wenn Sie was in die Hotline eingeben, Starling, erwähnen Sie die Cops immer namentlich. Wenn Sie Ihren eigenen Namen hören, sind Sie der Hotline gegenüber positiver eingestellt. Die Berühmtheit hilft Ihnen daran zu denken, uns anzurufen, wenn Sie etwas herausgefunden haben. Was sagt Ihnen die Verbrennung am Bein?« »Das hängt an.« »Dann fährt er einen geschlossenen Kleinlaster oder einen Lieferwagen oder einen Kombi, irgendetwas Langes.« »Warum?« »Weil die Verbrennung auf der Rückseite Ihrer Wade ist.« Sie waren an der Kreuzung von Tenth und Pennsylvania vor dem FBI-Hauptquartier, das kein Mensch das J. Edgar Hoover Building nennt. »Jeff, Sie können mich hier rauslassen,« sagte Crawford. »Gleich hier fahren Sie nicht unten rein. Bleiben Sie im Wagen, Jeff, und öffnen Sie mir nur den Verschluss des Kofferraums. Kommen Sie, Starling, zeigen Sie es mir.« Sie stieg aus, Crawford nahm das Faxgerät und seine Aktentasche aus dem Kofferraum. »Er hat die Leiche in einem Fahrzeug transportiert, das groß genug gewesen sein muss, dass die Leiche ausgestreckt auf dem Rücken liegen konnte,« sagte Starling. »Nur so konnte Ihre Wade über dem Auspuff auf dem Boden zu liegen kommen. In einem Kofferraum wie diesem läge sie seitlich zusammengekrümmt da und ...« »Ja, so sehe ich es auch,« sagte Crawford. An diesem Punkt merkte sie, dass er sie hatte aussteigen lassen, um ungestört mit ihr sprechen zu können. »Als ich dem Deputy sagte, er und ich sollten nicht in Gegenwart einer Frau darüber sprechen, hat sie das gewurmt, richtig?« »Sicher.« »Es war nur ein Vorwand. Ich wollte nur allein mit ihm sprechen.« »Das weiß ich.« »Gut.« Crawford warf den Kofferraumdeckel zu und wandte sich ab. Starling war nicht bereit, die Sache darauf beruhen zu lassen. »Trotzdem ist es mir nicht egal, Mr. Crawford.« Beladen mit dem Faxgerät und der Aktentasche wandte er sich ihr wieder zu, und sie hatte seine ungeteilte Aufmerksamkeit. »Diese Cops wissen, wer sie sind,« sagte sie. »Sie schauen auf sie, um zu sehen, wie sie sich verhalten sollen.« Sie stand ruhig da, hob die Schultern, öffnete die Handflächen. »Das war's. Es stimmte.« Crawford führte auf seiner kalten Waage eine Messung durch. »Zur Kenntnis genommen, Starling. Und jetzt sehen Sie zu, was bei diesem Insekt herauskommt.« »Ja, Sir.« Sie sah ihm nach. Ein Mann mittleren Alters, mit Koffern beladen, vom Fliegen zerknittert, die Hosenaufschläge vom Flussufer verdreckt, ging er zu dem nach Hause, was er zu Hause tat. Sie hätte in diesem Moment alles für ihn getan. Das war eine von Crawfords großen Gaben. Das Smithonians National Museum of Natural History war schon seit Stunden geschlossen. Aber Crawford hatte vorher angerufen, sodass ein Wärter auf Clarice Starling wartete, um sie am Eingang in der Constitution Avenue hereinzulassen. Die Lichter im Inneren des geschlossenen Museums waren gedimmt, und die Luft war still. Nur die Kolossalstatue eines Südseestammeshäuptlings gegenüber dem Eingang war so hoch, dass ihr Gesicht von der schwachen Deckenbeleuchtung beschienen wurde. Starlings Führer war ein großer Schwarzer in der adretten Uniform des Smithonienwärter. Sie fand, dass er dem Häuptling glich, als er das Gesicht zur Liftbeleuchtung hob. In ihrer müßigen Fantasievorstellung lag ein Moment der Erleichterung, wie wenn man einen Krampf massiert. Das zweite Stockwerk über dem großen ausgestopften Elefanten, ein Geschoss, das für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, teilen sich die Institute für Anthropologie und Entomologie. Die Anthropologen bezeichnen es als den vierten Stock, die Entomologen beharren darauf, dass es der dritte ist. Ein paar Wissenschaftler aus der Landwirtschaftsabteilung behaupten gar, Beweise zu haben, dass es der sechste ist. Angesichts der vielen Hinzufügungen und Unterteilungen in dem alten Bau hat jede der drei Parteien ihre eigenen Argumente. Starling folgte dem Wärter durch ein schwach beleuchtetes Gewirr von Gängen, die bis unter die Decke von Holzbehältern mit anthropologischen Exemplaren gesäumt waren. Nur die kleinen Etiketten gaben Aufschluss über ihren Inhalt. »Tausende von Menschen in diesen Kästen«, sagte der Wärter. »Vierzigtausend Exemplare.« Er fand Büronummern mit seiner Taschenlampe und ließ das Licht im Vorbeigehen über die Etiketten wandern. Säuglingstragevorrichtungen und Zeremonialschädel der Dayak wichen Blattläusen und ließen den Menschen für die ältere und geordnetere Welt der Insekten hinter sich. Jetzt war der Korridor von großen hellgrün lackierten Metallkisten gesäumt. »Dreißig Millionen Insekten. Und dazu noch die Spinnen. Werfen Sie die Spinnen nicht mit den Insekten auf einen Haufen«, warnte der Wärter. »Die Spinnenleute gehen Ihnen da sofort an die Gurgel. Da das Büro in dem Licht brennt, versuchen Sie nicht allein zum Ausgang zu finden. Wenn Sie Ihnen nicht anbieten, sie rauszubringen, rufen Sie mich unter dieser Nummer an. Es ist das Büro der Wärter, dann komme ich Sie holen.« Er gab ihr eine Karte und ging. Sie befand sich im Herzen der Entomologie, auf einer runden Galerie hoch über dem großen, ausgestopften Elefanten. Hier war das Büro, in dem das Licht brannte und dessen Tür offen war. »Zeit, Pilch!« Eine Männerstimme schrill vor Aufregung. »Jetzt zieh schon, Mann! Zeit!« Starling blieb im Türrahmen stehen. An einer Laborbank saßen zwei Männer und spielten Schach. Beide waren um die dreißig, einer schwarzhaarig und schlank, der andere korpulent und mit grausem, rotem Haar. Sie schienen in das Spiel vertieft. Falls Sie Starling bemerkt hatten, ließen Sie es sich nicht anmerken. Wenn Sie den riesigen Nashornkäfer bemerkten, der sich zwischen den Figuren hindurch einen Weg über das Schachbrett bahnte, ließen Sie sich auch das nicht anmerken.« Dann überquerte der Käfer den Rand des Bretts. »Zeit, Roden!« sagte der Schlanke sofort. Der Korpulente zog mit seinem Läufer und drehte den Käfer unverzüglich herum, sodass er wieder in die andere Richtung krabbelte. »Wenn der Käfer die Ecke überquert hat, ist dann die Zeit um?« fragte Starling. »Natürlich ist dann die Zeit um,« sagte der Korpulente laut, ohne aufzublicken. »Natürlich ist sie dann um. Was spielen Sie denn? Lassen Sie ihn das ganze Brett überqueren? Gegen wen spielen Sie überhaupt? Gegen ein Faultier?« Ich bringe das Exemplar, das Special Agent Crawford telefonisch angekündigt hat. »Ach, mir unbegreiflich, wieso wir Ihre Sirene nicht gehört haben,« sagte der Korpulente. »Wir warten hier die ganze Nacht, um für das FBI ein Insekt zu bestimmen. Insekten sind alles, was wir machen. Niemand hat was von einem Exemplar von Special Agent Crawford gesagt. Er sollte sein Exemplar lieber unter vier Augen seinem Hausarzt zeigen. Zeitpilch!« »Ein anderes Mal bin ich gern bereit, diese Nummer ganz über mich ergehen zu lassen,« sagte Starling, »aber die Sache ist dringend. Darum lassen Sie es uns sofort tun. Zeitpilch!« Der schwarzhaarige Mann sah zu ihr herum, sah sie mit ihrer Aktentasche im Türrahmenlehnen. Er setzte den Käfer auf ein Stück verfaultes Holz in einer Schachtel und deckte ihn mit einem Salatblatt zu. Er war groß, als er aufstand. »Ich bin Nobelpilcher. Das ist Albert Roden.« »Sie wollen also einen Insekt identifiziert haben. Wir sind gern bereit, Ihnen zu helfen.« Pilcher hatte ein langes, freundliches Gesicht, aber seine schwarzen Augen waren ein wenig dämonisch, und sie standen zu dicht beieinander, und auf einem schielte er leicht, sodass sich das Licht unabhängig von dem anderen darin brach. Er reichte ihr nicht die Hand. »Sie sind?« »Clarry Starling.« »Mal sehen, was Sie haben.« Pilcher hielt das kleine Glas ans Licht. Roden kam, um es sich ebenfalls anzusehen. »Wo haben Sie es denn gefunden? Haben Sie es mit Ihrer Kanone getötet? Haben Sie seine Mami gesehen?« Starling dachte, wie gut Roden ein ordentlicher Ellbogenstoß ins Kiefergelenk täte. »Sch!« sagte Pilcher. »Sagen Sie uns, wo Sie es gefunden haben. Klebte es an etwas? In einem Zweig oder Blatt, oder war es in der Erde?« »Jetzt verstehe ich«, sagte Starling. »Es hat niemand mit Ihnen gesprochen.« »Der Kurator hat uns gebeten, hier zu bleiben und für das FBI ein Insekt zu bestimmen«, sagte Pilcher. »Uns gesagt«, sagte Roden. »Er hat uns gesagt, wir sollen hierbleiben.« »Für den Zoll und das Landwirtschaftsministerium machen wir das ständig«, sagte Pilcher. »Aber nicht mitten in der Nacht«, sagte Roden. »Ich muss Ihnen ein paar Dinge sagen, die einen Kriminalfall betreffen«, erklärte Starling. »Dazu bin ich ermächtigt, wenn Sie diese Informationen vertraulich behandeln, bis dieser Fall gelöst ist. Die Sache ist wichtig. Es geht um Menschenleben, und das sage ich nicht nur so. Dr. Roden, können Sie mir ernsthaft versichern, dass Sie vertrauliche Mitteilungen für sich behalten?« »Ich bin kein Doktor. Muss ich irgendwas unterschreiben?« »Nicht, wenn auf Ihr Wort Verlass ist. Sie müssen mir lediglich den Erhalt des Exemplars schriftlich bestätigen, wenn Sie es hier behalten. Mehr nicht.« »Natürlich helfe ich Ihnen. Ich bin ja nicht gefühllos.« »Dr. Pilcher?« »Ja, das stimmt«, sagte Pilcher. »Er ist nicht gefühllos.« »Kann ich auf Ihr Stillschweigen zählen?« »Also ich werde niemandem etwas sagen.« »Pilch hat auch noch keinen Doktor,« sagte Roden. »Wir sind in unserer Ausbildung gleichweit. Aber beachten Sie, dass er zugelassen hat, als solcher angesprochen zu werden.« Roden legte die Spitze seines Zeigefingers an seinen Kinn, als wolle er auf seinen umsichtigen Gesichtsausdruck deuten. »Nennen Sie uns alle Details. Was Ihnen vielleicht unwichtig erscheint, könnte für einen Experten ein entscheidender Hinweis sein.« »Dieses Insekt wurde hinter dem Gaumensegel eines Mordopfers gefunden. Ich weiß nicht, wie es dorthin kam. Die Leiche der jungen Frau wurde im Elk River in West Virginia entdeckt, und sie war erst ein paar Tage tot.« »Das war Buffalo, Bill«, sagte Roden. »Ich habe es im Radio gehört.« »Von dem Insekt haben Sie im Radio aber nichts gehört, oder?« fragte Starling. »Nein, aber den Elk River haben Sie erwähnt. Kommen Sie gerade von dort? Ist das der Grund, warum Sie so spät kommen?« »Ja,« sagte Starling. »Sicher sind Sie müde,« sagte Roden. »Wollen Sie einen Kaffee?« »Nein, danke.« »Wasser?« »Nein.« »Eine Cola?« »Ich glaube nicht. Wir wollen wissen, wo diese Frau gefangen gehalten und wo sie umgebracht wurde. Wir hoffen, dass dieses Insekt irgendeinen speziellen Lebensraum oder ein begrenztes Verbreitungsgebiet hat, oder dass es nur auf bestimmten Bäumen schläft, irgend so etwas in der Art. Wir wollen wissen, woher dieses Insekt kommt. Um ihr Stillschweigen muss ich Sie deshalb bitten, weil, wenn der Täter die Puppe absichtlich dorthin getan hat, dann kann nur er es wissen. Und wir könnten es dazu benutzen, falsche Geständnisse sofort als solche zu erkennen und dadurch Zeit sparen. Er hat mindestens sechs Frauen umgebracht. Die Zeit läuft uns davon.« »Glauben Sie, er hält gerade eine andere Frau gefangen?« fragte Roden ganz direkt. »Jetzt, in diesem Moment, während wir uns sein Insekt ansehen.« Er hatte die Augen weit aufgerissen und sein Mund stand offen. Sie konnte in seinen Mund sehen, und einen Moment dachte sie an etwas anderes. »Ich weiß es nicht.« Es kam ein wenig schrill heraus. »Ich weiß es nicht,« sagte sie noch einmal, um dem Satz die Schärfe zu nehmen. »Er wird es wieder machen, so schnell er kann.« »Also werden auch wir machen, so schnell wir können,« sagte Pilcher. »Keine Angst, davon verstehen wir was. In besseren Händen können sie gar nicht sein.« Mit einer schlanken Pinzette nahm er den braunen Gegenstand aus dem Glas und legte ihn unter das Licht auf ein weißes Blatt Papier. Dann zog er an einem Schwenkarm ein Vergrößerungsglas heran. Das Insekt war länglich und sah aus wie eine Mumie. Es steckte in einer halb durchsichtigen Hülle, die wie ein Sarkophag seinen groben Umrissen folgte. Die fest an den Körper gepressten Gliedmaßen zeichneten sich reliefartig darin ab. Das kleine Gesicht sah weise aus. »Gleich als erstes. Unter normalen Umständen würde so was im Freien nie in einen Körper gelangen,« sagte Pilcher. »Auch ins Wasser käme es, höchstens versehentlich. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich mit Insekten auskennen oder wie viel Sie hören wollen.« »Sagen wir ruhig, ich weiß überhaupt nichts. Ich möchte, dass Sie mir alles sagen.« »Okay.« »Das hier ist eine Puppe, ein nicht ausgebildetes Insekt in einer Chrysalide. Das ist der Kokon, in dem es sich von einer Larve in ein vollentwickeltes Insekt verwandelt.« »Eine Puppe mit einer harten Hülle, Pilch?« Roden zog die Nase kraus, um seine Brille am Rutschen zu hindern. »Ja, ich glaube.« »Willst du über die unausgebildeten Insekten Choo zu Rate ziehen?« »Okay. Das ist ein großes Insekt im Puppenstadium. Die meisten höher entwickelten Insekten durchlaufen ein Puppenstadium. Viele von ihnen überwintern so.« »Nachschlagen oder selber ansehen, Pilch?«, fragte Roden. »Ich sehe es mir an.« Pilcher legte die Puppe auf den Objektträger eines Mikroskops und beugte sich mit einer Zahnsonde in der Hand darüber. »Ja, da haben wir es schon. Keine ausgeprägten Atmungsorgane im Dorsicephalbereich, Tracheen auf der Mesothorax und einigen Hinterleibsringen. Fangen wir damit an.« »Hm-hm.« Roden blätterte in einem kleinen Handbuch. »Funktionelle Mandibeln?« »Nein.« »Paarige Galäe der Maxilla auf der ventralen Mittelebene?« »Ja, ja.« »Wo sind die Fühler?« »Angrenzend an den in der Mittelebene gelegenen Rand der Flügel. Zwei Flügelpaare, das Innere ganz verdeckt. Nur die unteren drei Hinterleibsringe sind frei. Kleiner, spitz zulaufender Hinterleibsfortsatz. Lipidoptera, würde ich sagen.« »Ja, das ist, was auch hier steht,« sagte Roden. »Das ist die Familie, zu der die Schmetterlinge und Motten gehören,« sagte Pilcher. »Deck ein ziemlich breites Spektrum ab.« »Wenn die Flügel nass geworden sind, wird die Sache haarig,« sagte Roden. »Ich werde mal in den Nachschlagewerken nachsehen. Wahrscheinlich gibt es keine Möglichkeit zu verhindern, dass sie über mich spricht, während ich weg bin.« »Wahrscheinlich nicht,« sagte Pilcher. »Roden ist okay,« versicherte er Starling, sobald Roden gegangen war. »Daran habe ich nie gezweifelt.« »Wirklich nicht?« Pilcher schien amüsiert. »Wir haben zusammen studiert, gejobbt und uns jedes Projekt unter den Nagel gerissen, das wir kriegen konnten. Er hat eins gekriegt, wo er in einem Kohlebergwerk sitzen und auf den Protonenverfall warten musste. Er hat sich einfach zu lange im Dunkeln aufgehalten. Er ist okay. Erwähnen Sie bloß in seiner Gegenwart das Wort Protonenverfall nicht.« »Ihr, ich werde versuchen, das Wort zu vermeiden.« Pilcher wandte sich vom hellen Licht ab. »Das ist eine große Familie, die Lepidoptera. Vielleicht 30.000 Schmetterlinge und 130.000 Motten. Ich würde es gern aus dem Kokon holen. Das muss ich sogar, wenn wir es genauer bestimmen wollen.« »Okay. Können Sie es so anstellen, dass es ganz bleibt?« »Ich denke schon.« »Sehen Sie, es hatte schon angefangen, sich aus eigener Kraft zu befreien, bevor es starb. Hier hat es einen unregelmäßigen Riss im Kokon verursacht. Das kann aber eine Weile dauern.« Pilcher weitete den natürlichen Spalt im Kokon und zog das Insekt behutsam daraus hervor. Die zusammengefalteten Flügel waren nass geworden. Sie auseinanderzufalten war, als versuchte man, ein zusammengeknülltes, feuchtes Kosmetiktuch auseinanderzunehmen. Eine Musterung war nicht erkennbar. Roden kam mit den Büchern zurück. »Können wir?« fragte Pilcher. »Okay. Das dritte Protorax-Beinglied ist verdeckt.« »Behaarung?« »Keine Beharrung,« sagte Pilcher. »Würden Sie bitte das Licht ausmachen, Officer Starling?« Sie wartete am Wandschalter, bis Pilchers Taschenlampe anging. Er trat vom Tisch zurück und richtete sie auf das Exemplar. Im Dunkeln leuchteten die Augen des Insekts, reflektierten den schmalen Strahl. »Eule,« sagte Roden. »Wahrscheinlich, aber welche,« sagte Pilcher. »Machen Sie bitte das Licht wieder an.« »Es ist eine Eule aus der Familie der Noctoidee, Officer Starling, ein Nachtfalter. Wie viel Noctoidee gibt es, Roden?« »2600 und etwa 2600 sind beschrieben.« »Ja, aber nicht viele, die so groß sind.« »Okay, dann zeig mal, was du kannst, Alter.« Rodens roter Chaoskopf beugte sich über das Mikroskop. »Jetzt ist ein bisschen Chai-Taxi angesagt, eine Untersuchung des Panzers des Insekts, um es auf eine Spezies einzugrenzen,« sagte Pilcher. »Darin ist Roden einsamer Spitze.« Starling hatte das Gefühl, dass sich eine gewisse Liebenswürdigkeit im Raum ausgebreitet hatte. Als Antwort darauf begann Roden einen heftigen Streit mit Pilcher, ob die Larvenwarzen des Exemplars kreisförmig angeordnet waren oder nicht. Er erstreckte sich auch auf die Frage nach der Anordnung der Haare auf dem Hinterleib. »Erebus, Odora«, sagte Roden schließlich. »Lass uns mal nachsehen gehen«, sagte Pilcher. Sie nahmen das Exemplar mit und fuhren mit dem Aufzug in die Etage direkt über dem großen, ausgestopften Elefanten hinunter, wo sie in ein Gefiert voller hellgrüner Kisten gingen. Was ehemals eine große Halle gewesen war, war nun durch Decks in zwei Ebenen unterteilt, um mehr Lagerfläche für die Insekten des Smithoniens zu schaffen. Auf dem Weg zu den Noctuidee passierten sie gerade Neotropis. Pilcher zog seinen Notizblock zurate und blieb vor einer Kiste stehen, die in Brusthöhe in dem großen Wandstapel steckte. »Mit diesen Dingern muss man vorsichtig sein«, sagte er, als er den schweren Metalldeckel der Kiste herauszog und auf den Boden stellte. »Wenn Sie sich so ein Ding auf den Fuß fallen lassen, humpeln Sie wochenlang.« Er fuhr mit dem Finger die einzelnen Schübe entlang und zog schließlich einen heraus. In dem Schubfach sah Starling die winzigen, konservierten Eier, die Raupe, die sich in einer mit Alkohol gefüllten Röhre befand, einen leeren Kokon, ganz ähnlich ihrem, und das voll ausgebildete Insekt. Einen großen, braun-schwarzen Falter mit einer Flügelspannweite von fast 15 Zentimetern, einem dicht beharrten Körper und dünnen Fühlern. »Erebus odora«, sagte Pilche, »der schwarze Hexenschwärmer.« Roden begann bereits zu blättern. »Eine tropische Spezies, die es im Herbst manchmal bis nach Kanada hinauf verschlägt,« las er vor. »Die Larven ernähren sich von Akazien, Bignoniazehen und ähnlichen Pflanzen, beheimatet auf den westindischen Inseln und im Süden der Vereinigten Staaten, auf Hawaii als Schädling angesehen.« »Scheiße«, dachte Starling. »So was Blödes«, sagte sie laut. »Es gibt sie überall.« »Aber es gibt sie nicht durchgehend überall.« Pilchers Kopf war unten. Er zupfte an seinem Kinn. »Haben Sie ehrlich zwei Bruten, Roden?« »Morgenblick.« »Ja, im äußersten Süden Floridas und in Südtexas.« »Wann?« »Mai und August.« »Nur so ein Gedanke«, sagte Pilcher. »Ihr Exemplar ist etwas besser entwickelt als unseres hier, und es ist frisch. Es hatte bereits angefangen, seinen Kokorn zu durchbrechen, um zu schlüpfen. Auf den westindischen Inseln oder auf Hawaii. Meinetwegen, da könnte ich es verstehen, aber hier ist Winter. In unseren Breiten würde es mit dem Schlüpfen noch drei Monate warten, außer es passierte zufällig in einem Gewächshaus. Oder es hat jemand gezüchtet.« »Wie gezüchtet?« »In einem Käfig, an einem warmen Ort, mit ein paar Akazienblättern, damit die Larven was zu fressen haben, bevor sie sich verpuppen. Das ist nicht weiter schwer.« »Ist das ein weitverbreitetes Hobby? Tun das viele Leute, abgesehen von Forschern, die es für ihre wissenschaftlichen Studien machen?« »Nein. Der in Frage kommende Personenkreis beschränkt sich im Wesentlichen auf Entomologen, die ein perfektes Exemplar kriegen wollen, und vielleicht noch einige wenige Sammler. Dann wäre da noch die Seidenindustrie, die züchtet auch Schmetterlinge, aber nicht solche.« »Für Entomologen muss es doch auch Periodika, Fachzeitschriften geben und Firmen, die Spezialbedarf verkaufen,« sagte Starling. »Sicher, und die meisten Publikationen kriegen wir hier auch.« »Ich stelle Ihnen alles zusammen,« sagte Rolden. »Ein paar Kollegen haben die kleineren Mitteilungsblätter privat abonniert. Sie haben sie weggeschlossen und verlangen einen Viertel Dollar, nur damit man in die blöden Dinger reinsehen darf. Die kann ich Ihnen also erst morgen früh besorgen.« »Ich werde veranlassen, dass Sie abgeholt werden. Danke, Mr. Roden.« Pilcher kopierte die Einträge zu Erebus Odora und gab sie ihr zusammen mit dem Insekt. »Ich bringe Sie zum Ausgang.« Sie warteten auf den Lift. »Die meisten Leute lieben Schmetterlinge und hassen Motten,« sagte er. »Aber Motten sind interessanter, einnehmender.« »Sie sind zerstörerisch.« »Na ja, das trifft auf einige zu, auf viele. Aber sie haben sehr unterschiedliche Lebensgewohnheiten, genau wie wir.« Ein Stockwerk lang Schweigen. »Es gibt eine Motte, genau genommen sogar mehr als eine, die sich nur von Tränen ernährt,« fuhr er fort. »Etwas anderes essen oder trinken Sie nicht?« »Was für Tränen. Wessen Tränen?« »Die Tränen großer Landsäugetiere, etwa von unserer Größe.« »Die alte Definition von Motte war, alles, was allmählich und stillschweigend irgendein beliebiges anderes Ding frisst, verzehrt oder verdirbt.« »Es war sogar ein Verb für Zerstören.« »Machen Sie das eigentlich die ganze Zeit? Buffalo Bill jagen?« »Ich mache es so gut ich kann.« Pilcher polierte seine Zähne, seine Zunge bewegte sich hinter seinen Lippen wie eine Katze unter der Bettdecke. »Gehen Sie auch mal aus? Auf einen Cheeseburger und ein Bier oder den etwas dubiosen Hauswein?« »In letzter Zeit nicht.« »Würden Sie jetzt auf den einen oder das andere mitkommen? Es ist nicht weit.« »Nein. Aber ich lade Sie ein, wenn das vorbei ist. Und Mr. Roden kann natürlich auch mitkommen.« »Daran ist nichts natürlich,« sagte Pilcher. »Und an der Tür?« »Ich hoffe, Sie haben es bald hinter sich, Officer Starling.« Sie eilte zum wartenden Wagen. Ordelia Mapp hatte Starling ihre Post und einen halben Riegel Mounds aufs Bett gelegt. Mapp schlief. Starling ging mit ihrer Reiseschreibmaschine in den Waschraum, stellte sie auf das Board zum Zusammenlegen der Wäsche und spannte ein Blatt Papier mit Durchschlag ein. Sie hatte ihre Notizen über Erebus Odora bereits auf der Fahrt nach Quantico im Kopf geordnet und brachte es rasch hinter sich. Dann aß sie das Mounds und schrieb Crawford eine Notiz, in der sie vorschlug, die EDV-Abonnentenlisten entomologischer Publikationen mit den Straftäterdateien des FBI und der Police Departments der Großstädte zu vergleichen, die den Entführungsorten am nächsten lagen, des Weiteren mit den Akten über Schwer- und Sexualverbrecher in Metrodate, San Antonio und Houston, den Gebieten, in denen diese Spezies am weitesten verbreitet war. Da war außerdem noch etwas, das sie ein zweites Mal zur Sprache bringen musste. »Fragen wir Dr. Lecter, wie er darauf kam, der Täter würde anfangen, seine Opfer zu skalpieren.« Sie gab den Bericht dem diensthabenden Beamten und ließ sich in ihr ersehntes Bett plumpsen. Doch die Stimmen des Tages wisperten weiter, leiser als Mapps Atem auf der anderen Seite des Zimmers. Auf dem flirrenden Dunkel sah sie das weise, kleine Gesicht des Schwärmers. Diese leuchtenden Augen hatten Buffalo Bill angesehen. Aus dem kosmischen Kater, den das Smithsonian hinterlässt, kam ihr ein letzter Gedanke und eine Koda für ihren Tag. »In dieser seltsamen Welt, in der Hälfte dieser Welt, in der es jetzt dunkel ist, muss ich eine Kreatur jagen, die von Tränen lebt. In East Memphis, Tennessee, sahen sich Catherine Baker Martin und ihr bester Freund in seiner Wohnung einen Spätfilm im Fernsehen an und nahmen dazu ein paar Züge aus einer mit haschisch gefüllten Wasserpfeife. Die Werbepausen wurden länger und zahlreicher. »Ich hätte Lust, auf was zu knabbern«, sagte sie. »Möchtest du auch etwas Popcorn?« »Ich gehe welches holen. Gib mir deine Schlüssel.« »Nein, bleib ruhig sitzen. Ich muss sowieso nachsehen, ob Mom angerufen hat.« Sie stand von der Couch auf, eine große junge Frau mit kräftigem Knochenbau und ordentlich was auf den Rippen, mit einem schönen Gesicht und auffallend dichtem gepflegtem Haar. Sie fand ihre Schuhe unter dem Couchtisch und ging nach draußen. Die Februarnacht war eher unangenehm als kalt. Über dem großen Parkplatz hing brusthoch leichter Nebel, der vom Mississippi River heraufkam. Direkt über sich konnte sie den abnehmenden Mond sehen, fahl und dünn wie ein knöcherner Angelhaken. Vom Nachobensehen wurde ihr leicht schwindelig. Sie machte sich daran, den Parkplatz zu überqueren und steuerte schnurstracks auf ihre hundert Meter entfernte Wohnungstür zu. Der braune Lieferwagen stand nicht weit von ihrer Wohnung zwischen einigen Wohnmobilen und Bootsanhängern. Er fiel ihr deshalb auf, weil er den Paketauslieferungswagen ähnelte, die oft Geschenke von ihrer Mutter brachten. Als sie an dem Lieferwagen vorbeikamen, ging im Nebel eine Lampe an. Es war eine Stehlampe mit einem Schirm, die hinter dem Lieferwagen auf dem Asphalt stand. Unter der Lampe war ein wuchtiger, mit rot geblümten Chins bezogener Sessel, dessen große rote Blüten im Nebel erblühten. Die zwei Gegenstände waren wie eine Möbelgruppe in einem Ausstellungsraum. Catherine Baker Martin blinzelte mehrere Male und ging weiter. Sie dachte das Wort »surreal« und führte es auf die Wasserpfeife zurück. Mit ihr war alles in Ordnung, da zog nur jemand ein oder aus. Ein, aus. Irgendjemand zog in den Stonehenge Villers immer um. Der Vorhang in ihrer Wohnung bewegte sich, und sie sah, wie ihre Katze auf dem Fensterbrett einen Buckel machte und sich mit der Seite gegen die Scheibe presste. Sie hatte den Schlüssel bereits in der Hand, und bevor sie ihn ins Schloss steckte, blickte sie sich um. Aus dem Laderaum des Lieferwagens stieg ein Mann. Im Licht der Lampe konnte sie sehen, dass er einen Gips um die Hand hatte und den Arm in einer Schlinge trug. Sie ging nach drinnen und schloss die Tür hinter sich ab. Catherine Baker Martin spähte hinter dem Vorhang hervor und beobachtete, wie der Mann versuchte, den Sessel in den Lieferwagen zu heben. Er packte ihn mit seiner heilen Hand und versuchte, ihn mit dem Knie hochzuheben. Der Sessel fiel um. Er stellte ihn wieder auf, leckte einen Finger ab und rieb damit an einem Fleck Parkplatzschmutz auf dem Chins. Sie ging nach draußen. »Warten Sie, ich helfe Ihnen.« Sie bekam den Ton genau richtig hin. Hilfsbereit, mehr nicht. »Das wäre nett. Danke.« Eine seltsame, gepresste Stimme. Kein Dialekt aus der Gegend hier. Die Stehlampe beleuchtete sein Gesicht von unten und verzerrte seine Züge, aber seinen Körper konnte sie richtig sehen. Er hatte eine gebügelte, kakifarbene Hose und eine Art Waschlederhemd an, das über der sommersprossigen Brust aufgeknöpft war. Sein Kinn und seine Wangen waren haarlos, so glatt wie die einer Frau, seine Augen über den Wangenknochen in den Schatten der Lampe nur zwei glimmende Punkte. Auch er sah sie an, und was das anging, war sie ein wenig empfindlich. Männer waren oft überrascht über ihre Größe, wenn sie auf sie zukamen, und einige verbargen es besser als andere. »Gut«, sagte er. Der Mann hatte einen unangenehmen Geruch, und sie stellte angewidert fest, dass auf seinem Lederhemd noch Haare waren, gelockt auf den Schultern und unter den Armen. Es war einfach, den Sessel in den tiefer gelegenen Laderaum zu heben. »Hürden Sie mir noch helfen, ihn nach vorn zu schieben?« Er stieg in den Laderaum und schob Verschiedenes beiseite, die großen, flachen Wannen, die man zum Öl ablassen unter ein Fahrzeug schieben kann, und einen dieser kleinen Flaschenzüge, die man auch Sargwinden nennt. Sie schoben den Sessel nach vorn, bis er direkt hinter den Sitzen war. »Tragen Sie etwa Größe 42?«, fragte er. »Was?« »Könnten Sie mir das Seil da geben, es liegt gleich neben Ihnen.« Als sie sich bückte, um danach zu sehen, schlug er mit dem Gips auf ihren Hinterkopf. Sie dachte, sie hätte sich den Kopf angestoßen und hob die linke Hand an die Stelle, doch der Gips sauste wieder auf sie nieder und schmetterte ihre Finger gegen ihren Kopf, und noch einmal, diesmal hinter dem Ohr, eine ganze Reihe von Schlägen, keiner von ihnen besonders fest, aber so lange, bis sie über den Sessel sackte. Sie glitt auf den Boden des Lieferwagens und blieb auf der Seite liegen. Der Mann betrachtete sie einen Moment, bevor er den Gips und die Schlinge abnahm. Dann holte er rasch die Lampe in den Lieferwagen und schloss die Hecktür. Er zog den Kragen ihrer Bluse zurück und leuchtete mit einer Taschenlampe auf das Etikett, auf dem die Größe angegeben war. »Gut«, sagte er. Nachdem er mit einer Verbandsschere den Rücken der Bluse aufgeschlitzt hatte, zog er sie ihr aus und legte ihr auf dem Rücken Handschellen an. Dann breitete er eine Umzugsmatte auf dem Boden aus und wälzte sie auf den Rücken. Sie trug keinen Büstenhalter. Er piekste mit den Fingern in ihre großen Brüste und fühlte ihr Gewicht und ihre Straffheit. »Gut«, sagte er. Auf ihrer linken Brust war ein rosa Knutschfleck. Er leckte seinen Finger, um daran zu reiben, wie er das mit dem Chins getan hatte, und nickte, als die Verfärbung bei leichtem Druck verschwand. Er drehte sie auf den Bauch und teilte mit den Fingern ihr dichtes Haar, um ihre Kopfhaut zu untersuchen. Sie hatte von dem gepolsterten Gips keine Platzwunde bekommen. Dann fühlte er ihr mit zwei Fingern seitlich am Hals den Puls und stellte fest, dass er kräftig war. »Gut«, sagte er. Er musste weit fahren zu seinem zweistöckigen Haus, und er wollte sie lieber nicht hier verarzten. Catherine Baker Martins Katze sah aus dem Fenster, wie der Lieferwagen wegfuhr und die Rücklichter immer näher zusammenrückten. Hinter der Katze klingelte das Telefon. Der Anrufbeantworter im Schlafzimmer schaltete sich ein, und das rote Lämpchen begann im Dunkeln zu blinken. Die Anruferin war Catharines Mutter, Junior-US-Senatorin des Staates Tennessee. In den 80er Jahren der Blütezeit des Terrorismus waren Vorkehrungen getroffen worden, um umgehend auf eine Entführung reagieren zu können, die einen Abgeordneten betraf. Um 2.45 Uhr morgens meldete der Special Agent in Charge der FBI-Dienststelle Memphis an das Hauptquartier in Washington, dass Senator Ruth Martins einzige Tochter verschwunden war. Um 3 Uhr fuhren zwei neutrale Lieferwagen aus der feuchten Tiefgarage der Washingtoner Außendienststelle Buzzards Point. Ein Lieferwagen war unterwegs zum Senate Office Building, wo Techniker an den Telefonen in Senator Martins Büro Abhör- und Aufzeichnungsvorrichtungen und an den Münzapparaten in unmittelbarer Nähe des Büros der Senatorin Title III-Funkabhörgeräte anbrachten. Das Justizministerium weckte das rangniedrigste Mitglied des Senate Select Intelligence Committee, um der Hinweispflicht auf die Abhörmaßnahmen nachzukommen. Das andere Fahrzeug, ein Beobachtungsfahrzeug mit Einwegscheiben und Observierungsequipment, parkte in der Virginia Avenue, um die Vorderseite des Watergate West, Senator Martins Wohnsitz in Washington, zu überwachen. Zwei der Männer aus dem Lieferwagen gingen nach drinnen, um an den Privatanschlüssen der Senatorin Abhörvorrichtungen anzubringen. Bei der Telefongesellschaft Bell Atlantic schätzte man die erforderliche Zeit, um die Herkunft eines Anrufs von einem digitalen privaten Selbstmählanschluss festzustellen, auf durchschnittlich 70 Sekunden. Die Einsatztruppe in Buzzards Point stellte für den Fall, dass es im Großraum Washington zu einer Lösegeldübergabe käme, die Dienstzeiten auf zwei Schichten pro Tag um. Der gesamte Funkverkehr musste verschlüsselt abgewickelt werden, um im Fall einer Lösegeldübergabe zu verhindern, dass sich mit Hubschraubern ausgerüstete Fernsehteams einschalteten. Ein solches Maß an Verantwortungslosigkeit seitens der Medien war zwar selten, aber nicht grundsätzlich auszuschließen. Das Geiselbefreiungsteam befand sich in erhöhter Einsatzbereitschaft. Alle hofften, Catherine Baker Martins verschwinden sei die Folge einer professionellen Entführung, die dem Zweck diente, ein Lösegeld zu erpressen. In diesem Fall standen ihre Überlebenschancen am besten. Den denkbar schlechtesten Fall, erwähnte niemand. Dann hielt in Memphis kurz vor Morgengrauen ein Streifenpolizist in der Winchester Avenue einen älteren Mann an, der am Straßenrand Dosen und Müll aufsammelte. In seinem Einkaufswagen fand der Polizist eine Frauenbluse, die vorne noch zugeknöpft am Rücken wie ein Leichenhemd aufgeschlitzt war. Das Wäschezeichen war das von Catherine Baker Martin. Es war sechs Uhr dreißig morgens und Jack Crawford fuhr von seinem Haus in Arlington nach Süden, als zum zweiten Mal innerhalb von zwei Minuten sein Autotelefon piepte. »Neun, zweiundzwanzig, vierzig.« »Vierzig, bereithalten für Alpha-Vier.« Crawford entdeckte einen Rastplatz, bog von der Straße ab und hielt an, um sich ganz aufs Telefonieren konzentrieren zu können. Alpha-Vier ist der FBI-Direktor. »Jack, sind Sie über Catherine Martin auf dem Laufenden?« »Der Streifenpolizist hat mich gerade angerufen.« »Dann wissen Sie das von der Bluse?« »Was meinen Sie dazu?« »In Buzzards Point wurde Entführungsalarm ausgegeben,« sagte Crawford. »Es wäre mir lieber, wenn er noch nicht abgeblasen würde. Sollte er abgeblasen werden, würde ich zumindest die Telefonüberwachung aufrechterhalten. Aufgeschlitzte Bluse hin oder her, wir wissen nicht sicher, ob es tatsächlich Bill ist.« »Wenn es ein Nachahmungstäter ist, meldet er sich vielleicht, um Lösegeld zu fordern.« »Wer übernimmt in Tennessee das Abhören und die Fangschaltungen? Wir oder Sie?« »Sie, die Staatspolizei. Wir sind ziemlich gut. Aus dem Weißen Haus rief mich Phil Erdler an, um mich auf das ernstliche Interesse hinzuweisen, mit dem der Präsident den Fall verfolgt. Hier könnten wir einen Erfolg gut gebrauchen, Jack.« »Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Wo ist die Senatorin?« »Auf dem Weg nach Memphis. Sie hat mich vor einer Minute zu Hause angerufen. Sie können sich's ja sicher vorstellen.« »Ja«, Crawford kannte Senator Martin von Etat-Hearings. »Sie wirft ihren ganzen Einfluss in die Waagschale.« »Tach, kann ich ihr nicht verdenken.« »Ja, ich auch nicht«, sagte der Direktor. »Ich habe ihr gesagt, wir arbeiten auf Hochtouren, wie wir das schon die ganze Zeit tun. Sie ist über ihre private Situation im Bilde und sie hat Ihnen einen Learjet angeboten. Machen Sie davon Gebrauch. Kommen Sie nachts nach Hause zurück, wenn Sie können.« »Gut. Die Senatorin ist ein harter Brocken, Tommy. Wenn sie allerdings versucht, hier das Kommando zu übernehmen, geraten wir einander.« »Ich weiß, Jack. Wälzen Sie es, wenn nötig, auf mich ab. Wie lange haben wir bestenfalls Zeit? Sechs oder sieben Tage?« »Ich weiß nicht. Wenn er herausfindet, wer sie ist und in Panik gerät, dann könnte er sie auch einfach umbringen und versuchen, sie so schnell wie möglich loszuwerden.« »Wo sind Sie gerade?« »Zwei Meilen vor Quantico.« »Kann in Quantico ein Lear landen?« »Ja.« »In zwanzig Minuten.« »Ja, Sir.« Crawford tippte eine Nummer und ordnete sich wieder in den Verkehr ein.« In Bademantel und Frotteepantoffeln, ein Handtuch über der Schulter, wartete Clarice Starling nach einer unruhigen Nacht darauf, dass das Bad frei wurde, dass sie und Mab sich mit den Polizeischülerinnen im Zimmer nebenan teilten. Die Radionachricht aus Memphis ließ sie einen halben Atemzug lang erstarren. »Oh Gott«, hauchte sie. »Oh Mann! Mal her, hören da drin! Dieses Bad ist beschlagnahmt! Komm mit hochgezogener Hose raus! Das ist keine Übung!« Sie stieg zu einer erschrockenen Nachbarin unter die Dusche. »Rück mal ein bisschen zur Seite, Gracie, und wenn du mir bitte die Seife reichen könntest?« Die Ohren nach dem Telefon gespitzt, packte sie für eine Nacht und stellte ihren Forensikkoffer neben die Tür. Sie gab in der Telefonzentrale Bescheid, dass sie auf ihrem Zimmer sei und verzichtete, um in der Nähe des Telefons bleiben zu können, auf ihr Frühstück. Als sie zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn noch nichts gehört hatte, eilte sie mit ihrer Ausrüstung in die Abteilung Verhaltensforschung hinunter. »Mr. Crawford ist vor 45 Minuten nach Memphis geflogen,« teilte ihr die Sekretärin zuckersüß mit. »Burroughs ist auch mit, und Stafford aus dem Labor ist vom National geflogen.« »Ich habe hier gestern Abend einen Bericht für ihn hinterlegt, hat er eine Nachricht für mich hinterlassen. Ich bin Clary Starling.« »Ja, ich weiß, wer Sie sind. Ich habe drei Zettel mit Ihrer Telefonnummer hier liegen, und ein paar weitere sind, glaube ich, auf seinem Schreibtisch. Nein, er hat nichts für Sie hinterlassen, Clary's.« Die Frau sah auf Starlings Gepäck. »Soll ich ihm etwas bestellen, wenn er anruft?« »Hat er auf seiner Dreierkarte eine Telefonnummer hinterlassen, unter der er in Memphis zu erreichen ist?« »Nein, er wird damit telefonieren.« »Haben Sie heute denn keinen Unterricht, Clary's? Sie sind doch noch in der Ausbildung, oder nicht?« »Ja, ja, bin ich.« Ihr spätes Erscheinen im Klassenzimmer wurde Starling von Gracie Pittman, der jungen Frau, die sie aus der Dusche gescheucht hatte, nicht leichter gemacht. Gracie Pittman saß direkt hinter Starling. Der Weg zu ihrem Platz kam ihr sehr lang vor. Gracie Pittmans Zunge fand genügend Zeit für zwei volle Umdrehungen in ihrer flaumigen Wange, bevor Starling in der Klasse untertauchen konnte. Ohne Frühstück im Bauch quälte sie sich durch zwei Stunden das Außerkrafttreten der Unzulässigkeit von Durchsuchungen und Festnahmen bei Gutgläubigkeit, bevor sie zum Getränkeautomaten gehen und sich eine Cola ziehen konnte. Mittags sah sie in ihrem Fach nach, aber es war keine Nachricht für sie drin. Dann wurde ihr, wie schon bei ein paar anderen Gelegenheiten in ihrem Leben, klar, dass extreme Frustration fast genauso wie die Medizin namens Fleaves schmeckte, die sie als Kind hatte nehmen müssen. An manchen Tagen wacht man als ein anderer Mensch auf. Für sie war das so ein Tag, stellte Starling fest. Was sie gestern in der Leichenhalle von Potter gesehen hatte, hatte eine kleine tektonische Verschiebung in ihr bewirkt. Starling hatte an einem guten College Psychologie und Kriminologie studiert. Sie hatte in ihrem Leben schon einige Beispiele dafür gesehen, mit welch schrecklicher Beiläufigkeit die Welt Dinge zerstört. Aber sie hatte es nicht wirklich gewusst. Und jetzt wusste sie es. Manchmal bringt die Menschheit hinter einem menschlichen Gesicht einen Geist hervor, der Freude an etwas wie dem findet, was in Potter, West Virginia, in dem Zimmer mit der Zentifolientapete auf dem Emailletisch gelegen hatte. Starlings erster Eindruck von diesem Geist war schlimmer als alles, was sie auf der Obduktionswaage sehen konnte. Dieses Wissen würde für immer auf ihrer Haut liegen, und sie wusste, sie musste sich eine Hornhaut zulegen, oder es würde sie wundscheuern. Der Schultrott half ihr nicht. Sie hatte den ganzen Tag das Gefühl gehabt, dass die Dinge hinter dem Horizont einfach weitergingen. Sie schien ein mächtiges Raunen von Ereignissen zu hören, ähnlich dem Geräusch aus einem fernen Stadion. Die leisesten Ansätze von Bewegung erschreckten sie, Gruppen, die auf dem Flur vorübergingen, Wolkenschatten, die über sie hinwegzogen, das Geräusch eines Flugzeugs. Nach dem Unterricht lief Starling zu viele Runden, und dann schwamm sie. Sie schwamm, bis sie an die Wasserleichen dachte, und dann wollte sie kein Wasser mehr auf ihrer Haut spüren. Zusammen mit Mapp und einem Dutzend anderer Polizeischüler sah sie sich im Freizeitraum die Sieben-Uhr-Nachrichten an. Die Entführung von Senator Martins Tochter war nicht die erste Nachricht, aber sie kam sofort nach den Genfer Abrüstungsverhandlungen. Sie brachten Filmmaterial aus Memphis, beginnend mit dem Schild der Stonehenge Villas, das über das kreisende Licht eines Streifenwagens hinweg aufgenommen worden war. Die Medien hatten sich sofort auf den Fall gestürzt, aber da es wenig Neues zu berichten gab, interviewten sich die Reporter auf dem Parkplatz der Stonehenge Villas gegenseitig. Vertreter der Ermittlungsbehörden von Memphis und Shelby County beugten sich über ungewohnte Ansammlungen von Mikrofonen. In einer drängelnden, schreienden Hölle aus grellem Licht und Rückkopplungspfeifen zählten sie die Dinge auf, die sie nicht wussten. Fotografen flitzten gebückt herum, und wenn die Ermittler Catherine Baker Martins Wohnung betraten oder verließen, wichen sie zu den Fernsehminicamps zurück. Im Freizeitraum der Academy brandete kurzer ironischer Applaus auf, als Crawfords Gesicht kurz im Fenster der Wohnung auftauchte. Starling lächelte mit einer Seite ihres Mundes. Sie fragte sich, ob Buffalo Bill zusah. Sie fragte sich, was er von Crawfords Gesicht hielt, und ob er wusste, wer Crawford war. Andere schienen ebenfalls zu denken, Bill könnte zusehen. Dann kam Senator Martin im Fernsehen, live mit Peter Jennings. Sie stand allein im Schlafzimmer ihres Kindes, an der Wand hinter ihr ein Wimpel von der Southwestern University und Plakate, die sich für Wile E. Coyote und den Verfassungszusatz zur Gleichberechtigung aussprachen. Sie war eine große Frau mit einem energischen Allerweltsgesicht. Ich wende mich jetzt an die Person, die meine Tochter in ihrer Gewalt hat, sagte sie. Sie trat näher an die Kamera heran, womit sie eine nicht eingeplante Neueinstellung der Brennweite erforderlich machte und begann zu sprechen, wie sie zu einem Terroristen nie gesprochen hätte. Es liegt in ihrer Macht, meine Tochter unversehrt herauszugeben. Sie heißt Catherine. Sie ist sehr einfühlsam und verständnisvoll. Bitte lassen Sie meine Tochter frei. Bitte lassen Sie sie unversehrt gehen. Sie haben die Situation in der Hand. Sie haben die Macht. Nur Sie bestimmen, was geschieht. Ich weiß, Sie sind imstande, Liebe und Mitleid zu empfinden. Sie können meine Tochter vor allem beschützen, dass ihr etwas zu Leide tun könnte. Sie haben jetzt eine wundervolle Gelegenheit, der ganzen Welt zu beweisen, dass Sie zu großer Güte fähig sind, dass Sie genug Größe besitzen, andere besser zu behandeln, als Sie von der Welt behandelt wurden. Sie heißt Catherine. Senator Martins Augen wandten sich von der Kamera ab, als ein Schnitt auf einen Schmalfilm von einem kleinen Mädchen kam, das sich bei seinen ersten Gehversuchen an der Mähne eines großen Collie festhielt. Aus dem Off fuhr die Stimme der Senatorin fort. Der Film, den Sie gerade sehen, zeigt Catherine als kleines Mädchen. Lassen Sie Catherine frei. Lassen Sie sie unverletzt irgendwo in diesem Land frei, und Sie können meiner Hilfe und meiner Freundschaft gewiss sein. Jetzt eine Reihe von Fotos. Catherine Martin mit acht, am Ruder eines Segelboots. Das Boot war aufgebockt, und ihr Vater strich den Rumpf. Zwei Fotos jüngeren Datums von der jungen Frau, eins, auf dem sie ganz zu sehen war, und eine Nahaufnahme ihres Gesichts. Jetzt zurück zu einer Nahaufnahme der Senatoren. Ich verspreche Ihnen im Beisein der ganzen Nationen. Sie werden meine uneingeschränkte Unterstützung erhalten, wenn Sie sie brauchen. Ich bin sehr gut in der Lage, Ihnen zu helfen. Ich bin eine Senatorin der Vereinigten Staaten. Ich gehöre dem Streitkräfteausschuss an. Ich bin maßgeblich an das Strategic Defense Initiative beteiligt, dem Weltraumabwehrsystem SDI, besser bekannt unter der Bezeichnung Krieg der Sterne. Wenn Sie Feinde haben, werde ich Sie bekämpfen. Wenn jemand Sie belästigt, kann ich die Betreffenden dazu bringen, das zu unterlassen. Sie können mich jederzeit anrufen, Tag und Nacht. Catherine ist der Name meiner Tochter. Bitte, zeigen Sie uns Ihre Stärke, schloss Senator Martin. Lassen Sie Catherine unversehrt frei. Mann, das ist clever, sagte Starling. Sie zitterte wie ein Terrier. Wirklich, echt clever. Was? Das mit dem Krieg der Sterne? fragte Mapp. Dass Senator Martin Buffalo Bill helfen kann, wenn Außerirdische seine Gedanken von einem anderen Planeten auszusteuern versuchen? Ist es das, worauf das Ganze hinausläuft? Starling nickte. Eine Menge paranoider Schizophrener haben diese spezielle Wahnvorstellung, dass sie von Außerirdischen gesteuert werden. Wenn Bill tatsächlich auf dem Trip ist, lockt ihn das vielleicht aus seiner Deckung hervor. Jedenfalls ist das ein verdammt raffinierter Schachzug, und sie hat sich hingestellt und die Sache durchgezogen, oder etwa nicht? Zumindest könnte sie damit ein paar Tage mehr für Catherine herausgeschunden haben. Vielleicht haben sie ein paar Tage mehr Zeit, um Bill auf die Schliche zu kommen. Vielleicht aber auch nicht. Crawford denkt, die Abstände könnten kürzer werden. Sie können das versuchen. Sie können andere Dinge versuchen. Es gibt nichts, was ich nicht versuchen würde, wenn er eins meiner Kinder hätte. Warum hat sie ständig Catherine gesagt? Warum immer wieder der Name ihrer Tochter? Sie versucht, Buffalo Bill dazu zu bringen, Catherine als Person zu sehen. Sie denken, er muss sie depersonalisieren, sie als Objekt sehen, bevor er sie zerschneiden kann. Das erzählen Serienmörder bei Gesprächen im Gefängnis. Einige jedenfalls. Sie sagen, es ist etwa so, als machten sie sich, an einer Puppe zu schaffen. Mhm. Glaubst du, hinter Senator Martins Erklärung steckt Crawford? Vielleicht. Vielleicht aber auch Dr. Blum. Da ist er schon. Auf dem Bildschirm kam ein vor mehreren Wochen aufgezeichnetes Interview zum Thema Serienmorde mit Dr. Alan Blum von der University of Chicago. Dr. Blum weigerte sich, Buffalo Bill mit Francis Dollarhide oder Garrett Hobbs oder einem der anderen Serienmörder zu vergleichen, die er kannte. Er weigerte sich, den Namen Buffalo Bill zu verwenden. Eigentlich sagte er fast nichts, aber er galt als Experte, wahrscheinlich sogar als der Experte auf diesem Gebiet, und der Sender wollte einfach sein Gesicht zeigen. Sie verwendeten seine letzte Aussage als Pointe am Ende des Berichts. Es gibt nichts, womit wir ihm drohen könnten, das schrecklicher ist als das, womit er jeden Tag konfrontiert ist. Was wir tun können, ist, ihn zu bitten, zu uns zu kommen. Wir können ihm eine menschliche Behandlung und Erleichterung versprechen, und wir können es uneingeschränkt und aufrichtig meinen. »Könnten wir nicht alle etwas Erleichterung brauchen?«, sagte Mab. »Ich könnte auf alle Fälle welche brauchen. Aalglatte Vernebelung und oberflächlicher Scheiß, echt klasse. Er hat Ihnen nichts gesagt, aber andererseits hat er Bill damit wahrscheinlich auch nicht groß angestachelt.« »Ich muss schon eine ganze Weile ständig an dieses Mädchen in West Virginia denken«, sagte Starling. »Eine halbe Stunde, würde ich sagen, ist es weg, und dann packt es mich plötzlich wieder, voll an der Gurgel. Glitzerlack auf den Nägeln. Oh Gott, ich fange lieber erst gar nicht damit an.« Um beim Abendessen Starlings düstere Stimmung etwas aufzuheitern, schöpfte Mab wieder einmal aus dem umfangreichen Fundus ihre Interessen und fesselte ihre Zuhörer mit einem Vergleich der unreinen Reime im Werk Stevie Wonders und Emily Dickensons. Auf dem Weg zurück in ihr Zimmer fischte Starling einen Zettel aus ihrem Fach auf dem Stand »Bitte Albert Roden anrufen« und darunter eine Telefonnummer. »Das beweist wieder einmal die Richtigkeit meiner Theorie«, sagte sie zu Mab, als die beiden sich mit ihren Büchern auf ihre Betten plumpsen ließen. »Und die wäre?« »Du lernst zwei Typen kennen, ja?« »Und es ruft dich grundsätzlich immer der Falsche an.« »Das ist doch nichts Neues.« Das Telefon läutete. Mab tippte mit dem Bleistift auf ihre Nasenspitze. »Wenn es Hot Bobby Lawrence ist, könntest du ihm bitte sagen, ich bin in der Bibliothek? Sag ihm, ich rufe morgen an.« Es war Crawford, der aus einem Flugzeug anrief. Seine Stimme kam kratzig aus dem Hörer. »Starling, packen Sie für zwei Nächte, wir treffen uns in einer Stunde.« Sie dachte, er wäre weg, denn es war nur ein hohles Summen zu hören. Dann kam die Stimme abrupt zurück. »Werden die Ausrüstung nicht brauchen, nur Kleider.« »Wo treffen wir uns?« »Im Smithsonian.« Er begann bereits mit jemand anderem zu sprechen, bevor er auflegte. »Jack Crawford«, sagte Starling und schlänzte ihre Tasche aufs Bett. Mab erschien über dem oberen Rand ihrer Bundesrichtlinien für strafrechtliche Verfahrensweisen. Sie beobachtete Starling beim Packen, und ein Augenlid senkte sich über eins ihrer großen, dunklen Augen. »Ich will dich ja nicht kopfscheu machen«, sagte sie. »Tust du aber«, sagte Starling, die wusste, was jetzt kommen würde. Mab hatte nachts gearbeitet, als sie während des Studiums an der University of Maryland die Zeitschrift der Juristischen Fakultät herausgab. Im theoretischen Bereich der Academy-Ausbildung war sie die Nummer zwei des Jahrgangs. Auf die Lehrbücher stürzte sie sich mit dem Enthusiasmus eines japanischen Kriegers. »Eigentlich hättest du morgen deine Strafrechtprüfung und in zwei Tagen in Sport. Sieh also bitte zu, dass Supremo Crawford weiß, dass du recycelt wirst, wenn er nicht aufpasst. Sobald er sagt »Gute Arbeit, Tränise, Darling«, sagst du nicht, das Vergnügen war ganz meinerseits. Du siehst ihm ganz fest in sein altes Osterinselgesicht und sagst »Ich verlasse mich darauf, dass Sie persönlich dafür sorgen, dass ich nicht wegen Fernbleibens vom Unterricht recycelt werde.« »Verstehst du, was ich meine?« »Die Strafrechtprüfung kann ich nachschreiben«, sagte Starling und öffnete mit den Zähnen eine Haarspange. »Na schön. Aber denkst du etwa, wenn du sie nicht bestehst, recyceln sie dich nicht, bloß weil du keine Zeit zum Lernen hattest?« »Das glaubst du doch selbst nicht. Die setzen dich schneller vor die Tür, als du deine Sachen gepackt hast. Dankbarkeit hat eine kurze Halbwertzeit, Clarice. Lass dir von ihm bestätigen, kein Recycling. Du hast gute Noten, lass ihnen das sagen.« »Ich würde nie wieder eine Zimmergenossin finden, die eine Minute vor Unterrichtsbeginn so schnell bügeln kann wie du.« Starling quälte ihren alten Pinto genau einen Stundenkilometer unter der Geschwindigkeit, bei der die Kiste zu vibrieren anfing, die vierspurige Straße entlang. Der Geruch von heißem Öl und Schimmel, das Klappern unter ihr, das Jaulen des Getriebes, das alles rief schwache Anklänge an den Pickup ihres Vaters in ihr wach, wenn sie mit ihren zappelnden Brüdern und Schwestern neben ihm gesessen hatte. Jetzt saß sie selbst am Steuer, nachts, und die weißen Striche huschten blipp, 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 blipp unter ihr durch. Sie hatte Zeit, nachzudenken. Ihre Ängste hauchten ihr aus nächster Nähe in den Nacken. Neben ihr zappelten andere, jüngere Erinnerungen. Starling fürchtete sehr, dass Catherine Baker Martins Leiche gefunden worden war. Wenn Buffalo Bill herausgefunden hatte, wer sie war, könnte er in Panik geraten sein. Er könnte sie umgebracht und mit einem Insekt in der Kehle in einen Fluss geworfen haben. Vielleicht brachte Crawford das Insekt hin, um es bestimmen zu lassen. Warum sonst könnte er sie in Smithonien kommen lassen? Andererseits könnte jeder x-beliebige Agent ein Insekt in Smithonien bringen, das könnte sogar ein FBI-Bote. Und er hatte ihr gesagt, sie solle für zwei Tage packen. Sie konnte verstehen, dass es ihr Crawford über eine nicht abhörsichere Funkverbindung nicht hatte sagen wollen, aber die Ungewissheit machte sie verrückt. Sie fand einen Nachrichtensender im Radio und wartete, bis der Wetterbericht zu Ende war. Als die Nachrichten kamen, waren sie keine Hilfe. Die Meldung aus Memphis war ein Aufguss der Sieben-Uhr-Nachrichten. Senator Martins Tochter wurde vermisst. Ihre Bluse, in der Manier Buffalo Bills am Rücken aufgeschlitzt, war gefunden worden. Keine Augenzeugen. Das in West Virginia gefundene Mordopfer hatte noch immer nicht identifiziert werden können. West Virginia. Unter Clary Starlings Erinnerungen an die Leichenhalle in Potter war etwas Konkretes und Brauchbares. Etwas Dauerhaftes, das sich deutlich von den dunklen Enthüllungen abhob. Etwas, das sie behalten würde. Sie rief es sich ganz bewusst in Erinnerung und stellte fest, dass sie es wie einen Talisman drücken konnte. Als sie in der Leichenhalle von Potter am Waschbecken gestanden hatte, hatte sie aus einer Quelle Kraft geschöpft, die sie überrascht und gefreut hatte. Aus der Erinnerung an ihre Mutter. Bisher hatte Starling gewissermaßen aus zweiter Hand von der Gnade zehren müssen, die ihr verstorbener Vater ihren Brüdern gewährt hatte. Sie war überrascht und gerührt über diesen Schatz, den sie entdeckt hatte. Sie parkte hinter dem FBI-Hauptquartier an der Ecke 10th und Pennsylvania. Auf dem Bürgersteig hatten sich zwei Fernsehteams postiert, deren Reporter im Scheinwerferlicht zu stark zurechtgemacht wirkten. Mit dem J. Edgar Hoover Building im Hintergrund spulten sie im Stehen ihre Meldungen herunter. Starling machte einen Bogen um die Lichter und ging zum Smithsonian's National Museum of Natural History zwei Straßen weiter. Hoch oben in dem alten Bau konnte sie ein paar Fenster sehen, hinter denen Licht brannte. Im Halbrund der Auffahrt stand ein Kombi der Baltimore County Police. Crawfords Chauffeur Jeff wartete am Steuer eines neuen Observierungswagens, der dahinter geparkt war. Als er Starling kommen sah, sprach er in ein Funkgerät. Der Wärter brachte Clary Starling in die zweite Etage über dem großen, ausgestopften Elefanten des Smithsonian. Die Tür des Aufzugs öffnete sich auf den endlosen, schwach erleuchteten Flur, und dort stand Crawford, die Hände in den Taschen seines Regenmantels, und wartete allein. »Abends, Starling. Hallo.« Über ihre Schulter hinweg sagte Crawford zu dem Wärter, »Von hier aus finden wir selbst. Vielen Dank.« Seite an Seite gingen Crawford und Starling einen Flur entlang, an dessen Wänden Behälter und Kisten mit anthropologischen Exemplaren gestapelt waren. Einige wenige Deckenlampen waren an, nicht viele. Als Starling mit ihm die vornübergebeugte, nachdenkliche Haltung eines Campus-Spaziergangs einnahm, wurde ihr bewusst, dass er ihr die Hand auf die Schulter legen wollte, dass er es getan hätte, wenn es ihm möglich gewesen wäre, sie zu berühren. Sie wartete, dass er etwas sagte. Schließlich blieb sie stehen und schob ebenfalls die Hände in die Taschen. Im Schweigen der Knochen sahen sie sich über den Gang hinweg an. Crawford ließ seinen Kopf gegen einen der Behälter zurücksinken und atmete durch die Nase tief ein. »Wahrscheinlich ist Catherine Martin noch am Leben.« Starling nickte, behielt nach dem letzten Nicken den Kopf unten. Vielleicht fiel ihm das Sprechen leichter, wenn sie ihn nicht ansah. Er war gefasst, aber irgendetwas schien ihn zu belasten. Einen Moment lang fragte sich Starling, ob seine Frau gestorben war. Oder lag es daran, dass sie den ganzen Tag mit Catherines unglücklicher Mutter verbracht hatte? »In Memphis liegt der Fall ziemlich klar,« begann er schließlich. »Er hat sie sich, glaube ich, auf dem Parkplatz geschnappt. Niemand hat es gesehen. Sie ging in ihre Wohnung und dann kam sie aus irgendeinem Grund wieder nach draußen. Sie hatte nicht vor, lange draußen zu bleiben. Sie ließ die Tür angelehnt und stellte den Schließriegel fest, damit sie nicht zufallen konnte. Ihre Schlüssel waren auf dem Fernseher. In der Wohnung nichts durcheinandergebracht. Ich glaube nicht, dass sie lang in der Wohnung war. Sie kam noch nicht einmal bis zu ihrem Anrufbeantworter im Schlafzimmer. Das Lämpchen blinkte noch, als ihr Freund schließlich bei der Polizei anrief. Abwesend ließ Crawford die Hand in einen Behälter mit Knochen sinken und zog sie rasch wieder heraus. »Jetzt hat er sie also, Starling. Die großen Sendeanstalten haben sich bereit erklärt, in den Abendnachrichten keinen Countdown zu veranstalten. Dr. Blum meint, das stachelt ihn an. Ein paar Revolverblätter werden es sowieso tun. Bei einer früheren Entführung war ein am Rücken aufgeschlitztes Kleidungsstück so früh gefunden worden, dass Buffalo Bills Opfer identifiziert werden konnte, als es noch am Leben war. Starling erinnerte sich an die schwarz umrandeten Zahlen auf den Titelseiten der Boulevardblätter. Sie kamen auf 18 Tage, bis die Leiche angeschwemmt wurde. Das heißt, Catherine Baker Martin sitzt in Bills Konversationszimmer und wartet auf ihren Auftritt, Starling. Und wir haben vielleicht eine Woche? Allerhöchstens. Blum glaubt, diese Phase wird kürzer. Für Crawfords Verhältnisse schienen das eine Menge Worte. Der theatralische Hinweis auf das Konversationszimmer hörte sich ziemlich aufgesetzt an. Starling wartete, dass er zur Sache käme, was er auch tat. Aber dieses Mal, Starling, dieses Mal, haben wir vielleicht eine winzige Chance. Sie sah unter ihren Brauen hervor zu ihm hoch, hoffnungsvoll, aber auch wachsam. Wir haben eine zweite Puppe. Ihre beiden Freunde, Pilcher und dieser … der andere … Roden, Sie arbeiten daran. Wo war sie? In Cincinnati? Das Mädchen in der Kühltruhe? Nein. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Mal sehen, was Sie davon halten. Die Entomologie ist in eine andere Richtung, Mr. Crawford. Ich weiß. Sie bogen um die Ecke zum Eingang der Anthropologie. Durch das Mattglas kamen Lichter und Stimmen. Sie gingen hinein. An einem Tisch in der Mitte des Raums arbeiteten unter einem hellen Licht drei Männer in Laborkitteln. Was sie machten, konnte Starling nicht sehen. Jerry Burroughs von der Abteilung Verhaltensforschung sah ihnen über die Schulter und machte sich auf einem Klemmbrett Notizen. Im Raum war ein vertrauter Geruch. Dann ging einer der Männer in Weiß zum Waschbecken, um etwas hineinzulegen, und jetzt konnte sie sehen, was sie machten. In einer Stahlwanne auf dem Tisch war Klaus. Der Kopf, den sie bei Split City Mini Storage gefunden hatte. Klaus hatte die Puppe in der Kehle, sagte Crawford. Ein Augenblick, Starling. Jerry, sprechen Sie gerade mit der Kommunikationszentrale? Burroughs las beim Telefonieren von seinem Klemmbrett ab. Er legte die Hand auf die Sprechmuschel. Ja, Jack, Sie versuchen, etwas über Klaus herauszubekommen. Crawford nahm ihm den Hörer aus der Hand. Bobby, warten Sie nicht auf die Interpol-Zuschaltung. Schicken Sie die Fotos sofort per Funkbild los, zusammen mit dem Obduktionsbefund. Und zwar an die skandinavischen Länder, Westdeutschland, Holland. Vergessen Sie nicht, darauf hinzuweisen, dass Klaus ein Seemann gewesen sein könnte, der nicht auf sein Schiff zurückgekehrt ist. Erst machen Sie sie auch darauf aufmerksam, dass sich in seinen Versicherungsunterlagen etwas über die Wangenknochenfraktur befinden könnte. Nennen Sie es den, was? Den Jochbogen. Und schicken Sie ihnen auf jeden Fall beide Gebißdiagramme, das Weltweite und das der Fédération d'Enterre. Sie kriegen sie mit einer Altersangabe, aber weisen Sie darauf hin, dass es sich dabei um eine grobe Schätzung handelt. Auf die Schädelnähte kann man sich da nicht verlassen. Er gab Burroughs den Hörer zurück. Wo sind Ihre Sachen, Starling? Unten, im Büro der Wärter. Sie haben die Puppe im Johns Hopkins gefunden, sagte Crawford, als sie auf den Aufzug warteten. Sie haben den Kopf für die Baltimore County Police untersucht. Das Ding steckte in seiner Kehle, wie bei dem Mädchen in West Virginia. Wie in West Virginia? Sie scheinen skeptisch? Im Johns Hopkins haben Sie es heute Abend gegen sieben entdeckt. Der Staatsanwalt aus Baltimore rief mich im Flugzeug an. Sie haben den ganzen Kram, Klaus und alles hergeschickt, damit wir uns alles in situ ansehen können. Außerdem wollen Sie gern Dr. Angels Meinung über Klaus Alter hören und wie alt er war, als er sich den Wangenknochen gebrochen hat. Sie ziehen wie wir das Smithsonian zurate. Ich muss das erst mal verarbeiten. Wollen Sie damit sagen, dass vielleicht Buffalo Bill Klaus umgebracht hat? Vor Jahren? Erscheint es Ihnen zu unwahrscheinlich? Zu weit hergeholt? Im Moment ja. Lassen Sie es eine Weile auf kleiner Flamme köcheln. Dr. Lektor hat mir gesagt, wo ich Klaus finden würde, sagte Starling. Ja, hat er. Dr. Lektor sagte, sein Patient Benjamin Raspail hätte behauptet, Klaus ermordet zu haben, aber Lektor meinte, wahrscheinlich wäre es versehentlich passiert. Ein Fall von erotischer Asphyxie. Ah, hat Lektor gesagt. Glauben Sie, Dr. Lektor weiß vielleicht ganz genau, wie Klaus gestorben ist? Und dass es nicht Raspail war und auch kein Fall von erotischer Asphyxie? Klaus hatte eine Puppe in der Kehle stecken. Das Mädchen in West Virginia hatte eine Puppe in der Kehle stecken. Sonst habe ich so etwas noch nirgendwo gesehen. Nie davon gelesen, nie davon gehört. Was denken Sie? Ich denke, Sie haben gesagt, ich solle für zwei Tage packen. Sie wollen, dass ich Dr. Lektor frage, richtig? Sie sind diejenige, mit der er spricht, Starling. Crawford sah so traurig aus, als er sagte, Ich nehme mal an, Sie sind dabei. Sie nickte. Wir unterhalten uns auf dem Weg zur Anstalt, sagte er. Dr. Lektor hatte jahrelang eine große psychiatrische Praxis, bevor wir ihn wegen der Morde schnappten, sagte Crawford. Er erstellte jede Menge psychiatrischer Gutachten für Gerichte in Maryland und Virginia und in einigen anderen Staaten die Ostküste rauf und runter. Er hatte mit einer Menge geistesgestörter Gewalttäter zu tun. Wer weiß, wem er nicht alles nur zum Spaß, zur Freiheit verholfen hat. Das ist eine Möglichkeit, wie er es erfahren haben könnte. Außerdem kannte er Raspail persönlich, und Raspail hat ihm in der Therapie alles Mögliche erzählt. Vielleicht weiß er von Raspail, wer Klaus umgebracht hat. Crawford und Starling saßen auf zwei Drehstühlen hinten im Observierungswagen, der auf dem US Highway 95 in Richtung Norden brauste, in das 37 Meilen entfernte Baltimore. Jeff am Steuer hatte eindeutig Anweisungen, auf die Tube zu drücken. Lektor hat schon öfter angeboten, uns zu helfen, und es ist nichts dabei herausgekommen. Davon kann ich ein Lied singen. Uns gab er nichts Brauchbares, und Will Graham verhalf er letztes Mal dazu, ein Messer ins Gesicht gestoßen zu bekommen. Zum Spaß. Aber ein Insekt in Klaus' Kehle, ein Insekt in der Kehle des Mädchens in West Virginia, das kann ich einfach nicht ignorieren. Erne Blum hat noch nie von so etwas gehört, und ich auch nicht. Ist Ihnen so etwas schon mal untergekommen, Starling? Sie kennen die neueste Literatur, die ich nicht mehr kenne. Nein, nie. Dass andere Gegenstände reingesteckt wurden, ja, aber nie ein Insekt. Nun zunächst zwei Dinge. Erstens gehen wir davon aus, dass Dr. Lektor wirklich etwas Konkretes weiß. Zweitens behalten wir im Auge, dass es Lektor nur um seinen Spaß geht. Den Spaßaspekt dürfen wir also nie außer Acht lassen. Er muss wollen, dass Buffalo Bill gefasst wird, solange Catherine Martin noch am Leben ist. Der ganze Spaß und alle Vorteile müssen in dieser Richtung liegen. Wir haben nichts, womit wir ihm drohen können. Seine Klobrille und seine Bücher sind ihm bereits weggenommen worden. Was wäre, wenn wir ihm einfach die Lage schildern und ihm etwas anbieten, eine Zelle mit Blick ins Freie? Darum hat er gebeten, als er uns seine Hilfe anbot. Er hat uns seine Hilfe angeboten. Er hat uns nicht angeboten, jemanden zu verpfeifen. Jemanden zu verpfeifen, böte ihm nicht genügend Gelegenheit, mit seinen Fähigkeiten anzugeben. Sie sind skeptisch. Sie sind für die Wahrheit. Wissen Sie, Lektor hat es nicht eilig. Er verfolgt diese Vorgänge wie ein Baseball-Match. Wenn wir ihn bitten, etwas auszuplaudern, wird er warten. Er wird es nicht sofort tun. Auch nicht für eine Belohnung? Für etwas, was er nicht kriegt, wenn Catherine Martin stirbt? Angenommen, wir sagen ihm, wir wissen, dass er etwas über die Sache weiß und wollen, dass er es uns erzählt. In diesem Fall hätte er doch am meisten Spaß, wenn er Woche um Woche wartet und Senator Martins Hoffnungen schürt und Catherine schließlich doch sterben lässt und dann die nächste Mutter quält und die nächste ihre Hoffnungen schürt, immer kurz davor, sich zu erinnern. Ach, das wäre besser, als einen Blick ins Freie zu haben. Genau von so etwas lebt er doch. Das ist seine Nahrung. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit zunehmendem Alter weiser wird, Starling, aber man lernt, ein gewisses Maß an menschlicher Hölle zu vermeiden. Und hier können wir etwas vermeiden. Also soll Dr. Lektor denken, wir suchen ihn ausschließlich wegen seines Scharfsinns und seiner Kombinationsgabe auf, sagte Starling. Ja, genau. Warum haben Sie mir das erzählt? Warum haben Sie mich nicht einfach hingeschickt, damit ich ihn so frage? Weil ich ehrlich mit Ihnen sein will. Sie werden es genauso machen, wenn Sie mal andere führen. Alles andere funktioniert auf Dauer nicht. Kein Wort also von dem Insekt in Klaus' Kehle? Kein Zusammenhang zwischen Klaus und Buffalo Bill? Nein. Sie kommen nur deshalb noch einmal zu ihm, weil sie es so beeindruckt hat, dass er vorhersagen konnte, Buffalo Bill würde anfangen, seine Opfer zu skalpieren. Sie wissen zwar, dass ich das für keine so großartige Leistung halte und Alan Bloom ebenfalls nicht, aber ich lasse sie damit rumspielen. Sie können ihm verschiedene Vergünstigungen anbieten, Dinge, die nur jemand mit dem Einfluss Senator Martins veranlassen könnte. Er muss denken, dass er sich besser beeilen sollte, weil unser Angebot nicht mehr gilt, wenn Catherine stirbt. Dann verliert nämlich die Senatorin jedes Interesse an ihm. Und wenn er versagt, dann deswegen, weil er nicht clever und einfallsreich genug ist, um das zu tun, wozu er seinen Behauptungen zufolge in der Lage ist, und nicht, weil er uns etwas verheimlicht, um uns eins auszuwischen. Wird die Senatorin das Interesse verlieren? Besser, sie können unter Eid aussagen, dass sie die Antwort auf diese Frage nicht wissen. »Verstehe.« Demnach war Senator Martin nicht über diesen Schritt in Kenntnis gesetzt worden. Das erforderte einigen Mut. Offensichtlich fürchtete Crawford, dass sie sich einmischte und den Fehler machte, an Dr. Lecter zu appellieren. »Verstehen Sie wirklich?« »Ja. Wie kann er uns einen Hinweis geben, der uns auf Buffalo Bills Fährte führt, ohne dadurch zu verraten, dass er über bestimmte Informationen verfügt? Wie kann er das nur mit Hilfe seines Scharfsinns und seiner Kombinationsgabe tun?« »Das weiß ich nicht, Starling. Aber er hatte viel Zeit, um darüber nachzudenken. Er hat sechs Opfer lang gewartet.« Das abhörsichere Telefon des Observierungswagens summte und blinkte, als Crawford den ersten einer Reihe von Anrufen führte, die er in der FBI-Kommunikationszentrale angemeldet hatte. In den nächsten 20 Minuten sprach er mit Ermittlungsbeamten, die er bei der holländischen Staatspolizei und königlichen Marichaussee kannte, mit einem Oeverster-Leutnant der schwedischen Technischen Polizei, der in Quantico studiert hatte, mit einem persönlichen Bekannten, der Assistent des Riks-Politichef der dänischen Regierungspolizei war, und er überraschte, Starling, als er bei dem diensthabenden Beamten der belgischen Police kriminell auf Französisch umstieg. Jedes Mal betonte er, wie wichtig es sei, Klaus und seine Bekannten möglichst schnell zu identifizieren. Jede dieser Ermittlungsbehörden hatte das Ersuchen zwar bereits auf einem Interpol-Telex übermittelt bekommen, aber wenn persönliche Beziehungen in die Waagschale geworfen wurden, würde es nicht erst stundenlang aus dem Fernschreiber heraushängen. Starling konnte sehen, dass Crawford den Lieferwagen wegen seiner Telekommunikationsmöglichkeiten genommen hatte. Er verfügte über das neue Voice-Privacy-System, aber von seinem Büro aus wäre die Sache leichter abzuwickeln gewesen. Hier musste er mit seinen Notizblöcken bei schlechter Beleuchtung auf einem winzigen Schreibtisch jonglieren, und dazu flogen sie auch noch bei jeder Unebenheit des Straßenbelags durcheinander. Starling hatte wenig Außendiensterfahrung, aber sie wusste, wie ungewöhnlich es war, dass der Leiter einer Abteilung in einer Mission wie dieser in einem Lieferwagen unterwegs war. Er hätte ihr per Funktelefon Anweisungen erteilen können. Sie war froh, dass er es nicht getan hatte. Starling hatte das Gefühl, dass die Ruhe und Stille in diesem Wagen, die Zeit, die man sich für diese Mission zum Ziel ihrer korrekten Durchführung nahm, um einen hohen Preis erkauft worden war. Dieser Eindruck bestätigte sich ihr, wenn sie Crawford beim Telefonieren zuhörte. Im Moment sprach er gerade mit dem Direktor. »Nein, Sir. Haben Sie sich wie wild darauf gestürzt, ja? Wie lange? Nein, Sir. Nein. Nein, auf keinen Fall verkabelt. Tommy, das ist meine Empfehlung, dazu stehe ich. Ich will nicht, dass sie verkabelt ist. Dr. Blum sagt das Gleiche. Er sitzt wegen Nebel am O'Hare fest. Ja, er kommt, sobald die Sicht besser wird. Richtig. Dann führte Crawford ein kryptisches Telefongespräch mit der Nachtschwester in seinem Haus. Als er es beendet hatte, sah er etwa eine Minute aus der Einwegscheibe des Lieferwagens. Die Brille auf dem Knie in der Beuge eines Fingers, das Gesicht nackt im Schein der darüber hinwegkriechenden Lichter des Gegenverkehrs. Dann setzte er die Brille wieder auf und wandte sich Starling zu. »Ihr kriegen Lektar drei Tage. Wenn wir nichts aus ihm herausbekommen, setzt ihn Baltimore so lange unter Druck, bis das Gericht sie zurückpfeift. Sie haben sich doch schon letztes Mal die Zähne an ihm ausgebissen. Was hat er Ihnen hinterhergegeben? Ein Papierhuhn? Ein Huhn, ja. Das zerknüllte Origamihuhn war noch in Starlings Handtasche. Sie strich es auf dem kleinen Schreibtisch glatt und ließ es picken. Ich kann es den Cops in Baltimore nicht verdenken. Er ist Ihr Gefangener. Wenn Katharines Leiche angeschwemmt wird, müssen Sie Senator Martin sagen können, Sie haben alles versucht. Wie geht es, Senator Martin? Gefasst. Aber es geht ihr nah. Sie ist eine intelligente, energische Frau, Starling. Sehr vernünftig. Wahrscheinlich fänden Sie sie sympathisch. Werden das Johns Hopkins und das Morddezernat des Baltimore County nichts über das Insekt in Klaus Kehle verlauten lassen? Können wir es aus den Zeitungen raushalten? Drei Tage, auf jeden Fall. Das war sicher nicht einfach. Auf keinen Fall dürfen wir Frederick Chilton oder sonst jemandem in der Anstalt trauen, sagte Crawford. Wenn es Chilton weiß, weiß es die ganze Welt. Chilton muss zwar erfahren, dass sie kommen, aber sie tun nur dem Morddezernat Baltimore einen Gefallen und versuchen, den Fall Klaus zum Abschluss zu bringen. Mit Buffalo Bill hat das Ganze nichts zu tun. Und deswegen rücke ich so spät abends noch an? Länger können wir leider nicht warten. Vielleicht sollte ich Ihnen dazu sagen, dass die Geschichte mit dem Insekt in West Virginia morgen früh in allen Zeitungen zu lesen sein wird. Das hat das Gerichtsmedizinische Institut in Cincinnati durchsickern lassen. Es ist also kein Geheimnis mehr. Es ist eine Insider-Information, die Lektor ruhig von Ihnen kriegen kann, und solange er nicht weiß, dass wir auch in Klaus 1 gefunden haben, spielt es eigentlich keine Rolle. Was können wir ihm als Gegenleistung anbieten? Daran arbeite ich noch, sagte Crawford und wandte sich wieder seinen Telefonen zu. Ein großes Bad mit weißen Fliesen und Oberlichtern und eleganten italienischen Schränken vor freigelegtem altem Mauerwerk. Ein raffinierter Frisiertisch von hohen Pflanzen flankiert und mit Kosmetika vollgestellt, der Spiegel beschlagen vom Dampf aus der Dusche. Aus der Dusche kamen Summen in einer Tonart zu hoch für die gespenstische Stimme. Es war die Melodie von Fats Waller's Cash for Your Trash aus dem Musical Ain't Misbehavin'. Manchmal artikulierte die Stimme die Wörter Save up your old newspapers! Save and pile them like a high sky scraper! Da-da-di-da-pa-da-di-da-di-da-di Jedes Mal, wenn die Wörter kamen, kratzte ein kleiner Hund an der Badezimmertür. In der Dusche war Jame Dumb, weiß, männlich, 34, 185, 92 Kilo, braun und blau, keine besonderen Kennzeichen. Seinen Vornamen spricht er wie James ohne das S aus. Jame. Darauf besteht er. Nach dem ersten Spülen trug Gump Frixion the Ben auf. Auf Brust und Gesäß verrieb er es mit den Händen. Auf den Körperpartien, die er nicht berühren wollte, benutzte er eine weiche Spülbürste. Seine Beine und Füße waren etwas stopplig, aber er fand, es ginge noch. Gump ruppelte sich trocken und trug eine gute Hautpflegecreme auf. Vor dem hohen Spiegel war an einer Stange ein Duschvorhang angebracht. Gump schob Penis und Hoden mit der Spülbürste zwischen den Beinen nach hinten. Dann riss er den Duschvorhang zur Seite und warf sich trotz des schmerzhaften Ziehens in seinen Geschlechtsteilen mit weit ausgestellter Hüfte vor dem Spiegel in Pose. »Tu was für mich, Schatz! Tu bald was für mich!« Er benutzte die oberen Register seiner von Natur aus tiefen Stimme und er glaubte, es immer besser hinzubekommen. Die Hormone, die er genommen hatte, eine Weile Prämarin und dann Oral-Diethyl-Stilbestrol, konnten nichts für seine Stimme bewirken, aber sie hatten die Haare auf seinen schwachknospenden Brüsten ein wenig ausgedünnt. Ausgiebige Elektrolysebehandlungen hatten Gams Bart entfernt und ihm zu einem spitzen Haaransatz verholfen, aber wie eine Frau sah er nicht aus. Er sah aus wie ein Mann, der notfalls genauso mit den Fingernägeln kämpfen würde wie mit Fäusten und Füßen. Ob sein Verhalten ein ernsthafter, aber ungeschickter Versuch war, sich betont weiblich zu geben oder gehässiger Spott, ließ sich nach kurzer Bekanntschaft schwer sagen, und kurze Bekanntschaften waren die einzigen, die er hatte. »Was wirst du für mich tun?« Als seine Stimme ertönte, kratzte der Hund an der Tür. Gamp schlüpfte in seinen Morgenmantel und ließ den Hund herein, erhob die kleine, champagnerfarbene Pudelhündin hoch und küsste ihren molligen Rücken. »Ja, ja, 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 ja! Kommst du auch schon halb um vor Hunger, Precious?« Er nahm den kleinen Hund auf den anderen Arm, um die Schlafzimmertür zu öffnen. Der Pudel versuchte, sich ihm zu entwinden. »Momentchen, meine Süße!« Mit seiner freien Hand hob er neben dem Bett einen Mini-Vierzehn-Karabiner vom Boden auf und legte ihn auf das Kopfkissen. »So, jetzt! Gleich ist unser Abendessen fertig.« Er setzte den kleinen Hund auf den Boden, während er seine Sachen für die Nacht zusammensuchte. Der Hund folgte ihm begierig in die Küche hinunter. James Gump holte drei Fertiggerichte aus seiner Mikrowelle. Es waren zwei Hungry-Man-Abendessen für ihn selbst und eine Lean-Cousine-Mahlzeit für den Pudel. Gierig schlang der Pudel sein Hauptgericht und das Dessert hinunter, nur das Gemüse rührte er nicht an. James Gump ließ auf seinen zwei Behältern nur die Knochen übrig. Er ließ den kleinen Hund durch die Hintertür nach draußen und beobachtete, den Morgenmantel wegen der Kälte zusammengerafft, wie er sich in dem schmalen Streifen Licht, der durch die Tür fiel, hinhockte. »Du hast Nummer zwei, ja, ja, noch nicht gemacht.« »Na schön. Ich werde nicht hinsehen.« Aber er spähte verstohlen zwischen seinen Fingern durch. »Super, mein kleiner Racker! Du bist eben durch und durch eine richtige Dame. Aber jetzt komm, lass uns schlafen gehen.« Mr. Gump ging gern schlafen. Er tat es jeden Abend mehrere Male. Er stand auch gern auf und saß, ohne Licht anzumachen, in einem seiner vielen Zimmer, oder er begann in einem Anfall von Kreativität mitten in der Nacht eine Weile zu arbeiten. Er wollte gerade das Küchenlicht ausmachen, hielt aber plötzlich inne und sah mit nachdenklich gespitzten Lippen die Überreste des Abendessens an. Er nahm die drei fertiggerichte Behälter vom Tisch und wischte ihn sauber. Die Kellerlichter ließen sich mit einem Schalter neben der Tür anmachen. James Gump begann mit den Behältern, die Treppe hinabzusteigen. Der kleine Hund winselte in der Küche und drückte mit der Schnauze die Tür auf. »Na schön, mein verrücktes Mäuschen!« Er hob den Pudel hoch und trug ihn nach unten. Zappelnd schnupperte der Hund an den Behältern in seiner anderen Hand. »Nein, jetzt ist Schluss! Du hast genug gehabt!« Er setzte den Pudel ab, worauf dieser ihm dicht an seiner Seite durch das weitläufige auf verschiedenen Ebenen angelegte Kellergeschoss folgte. In einem Kellerraum direkt unter der Küche war ein längst versiegter Brunnen. Seine Ummauerung, mit modernen Schachtringen und Zement verstärkt, stand einen halben Meter aus dem sandigen Boden hoch. Die alte Holzabdeckung, die so schwer war, dass ein Kind sie nicht abheben konnte, befand sich noch an ihrem Platz. In der Abdeckung war eine Luke, groß genug, um einen Eimer in den Schacht hinabzulassen. Die Luke war offen, und James Gump kippte die Reste von den drei Behältern durch die Öffnung. Knochen und Gemüsestückchen verschwanden in der vollkommenen Schmerze des Brunnenschachts. Der kleine Hund machte Männchen und bettelte. »Nein, nein, alles weg«, sagte Gump. »Außerdem bist du sowieso zu dick.« Er stieg die Kellertreppe hinauf und flüsterte dem Hund zu. »Du kleines Dickerchen, du!« Ihm war nicht anzumerken, ob er den noch ziemlich normalen und kräftigen Schrei hörte, der aus dem schwarzen Loch hochhallte. »Bitte!« Es war kurz nach 22 Uhr, als Clary Starling das Baltimore State Hospital für geistesgestörte Straftäter betrat. Sie war allein. Starling hatte gehofft, Dr. Frederick Chilton wäre nicht da, aber er wartete in seinem Büro auf sie. Chilton trug ein nach englischer Manier geschnittenes Sportsakko mit Fensterscheiben-Karo. Der doppelt geschlitzte Schoß verlieh ihm etwas Altbackenes, fand Starling. Sie hoffte inständig, dass er sich nicht für sie so angezogen hatte. Bis auf einen am Boden festgeschraubten Stuhl war der Platz vor seinem Schreibtisch leer. Starling stand neben dem Stuhl, während ihr Gruß im Raum stehen blieb. Sie konnte die kalten, stinkenden Pfeifen in dem Ständer neben Chiltons Humidor riechen. Dr. Chilton brach die Betrachtung seiner Sammlung von Franklin Mint-Lokomotiven ab und wandte sich ihr zu. »Möchten Sie eine Tasse koffeinfreien Kaffee?« »Nein, danke. Es tut mir leid, wenn ich Sie so spät noch störe.« »Sie versuchen immer noch etwas über diese Geschichte mit dem Kopf herauszufinden,« sagte Dr. Chilton. »Ja. In der Bezirksstaatsanwaltschaft Baltimore sagte man mir, Sie hätten bereits alles Nötige mit Ihnen geklärt, Dr. Chilton.« »Oh ja. Ich arbeite sehr eng mit den hiesigen Behörden zusammen, Miss Starling. Schreiben Sie übrigens einen Artikel oder eine Diplomarbeit?« »Nein.« »Haben Sie jemals in einer Fachzeitschrift veröffentlicht?« »Nein, nie. Hier handelt es sich lediglich um etwas, was ich im Auftrag des US-Attorney für das Morddezernat des Baltimore County erledigen soll. Wir haben Ihnen einen offenen Fall hinterlassen, und jetzt helfen wir Ihnen, ein paar letzte Unklarheiten auszuräumen.« Starling stellte fest, dass ihre Abneigung gegen Chilton ihr das Lügen leichter machte. »Sind Sie verkabelt, Miss Starling?« »Tragen Sie ein verstecktes Mikrofon am Körper, um aufzuzeichnen, was Dr. Lecter sagt. Wie Sie sicher schon mal gehört haben, nennt man das im Polizeijargon verkabeln.« »Nein.« Dr. Chilton nahm einen kleinen Pearlcorder von seinem Schreibtisch und legte eine Kassette ein. »Dann stecken Sie das in Ihre Handtasche. Ich lasse es transkribieren und schicke Ihnen eine Abschrift. Sie können es zur Vervollständigung Ihrer Notizen benutzen.« »Nein, das darf ich nicht, Dr. Chilton?« »Warum denn nicht? Die Behörden von Baltimore bitten mich schon die ganze Zeit um eine Analyse von dem, was Lecter über diese Klaus-Geschichte erzählt.« »Versuchen Sie, Chilton aus allem rauszuhalten, wenn es irgendwie geht,« hatte Crawford gesagt. »Wir können ihm im Handumdrehen mit einer gerichtlichen Verfügung auf die Zehen steigen, aber Lecter wird den Braten riechen. Er durchschaut Chilton wie ein Computertomograph.« »Der US-Attorney meinte, wir sollten es erst mal auf informellem Wege versuchen. Wenn ich dieses Gespräch jedoch ohne Dr. Lecters Wissen aufzeichne und er es erfährt, wäre das wirklich denn... Dann wäre damit jegliches gegenseitiges Einvernehmen im Ansatz zerstört. Da werden Sie mir doch sicher Recht geben.« »Wie sollte er es erfahren?« »Er würde es zusammen mit allem anderen, was du weißt, in der Zeitung lesen, du blöder Arsch!« Sie antwortete nicht auf die Frage. »Wenn etwas dabei herauskommt und er unter Eid aussagen muss, sind Sie der Erste, der das Material zu sehen kriegt, und ich bin sicher, Sie würden als Gutachter hinzugezogen werden. Im Moment versuchen wir nur, einen Anhaltspunkt von ihm zu bekommen.« »Wissen Sie, warum er mit Ihnen spricht, Miss Starling?« »Nein, Dr. Chilton.« Er sah jedes einzelne Schriftstück in der Klack von Diplomen und Urkunden an den Wänden hinter seinem Schreibtisch an, als träfe er eine Wahl unter Ihnen. Jetzt eine langsame Drehung zu Starling. »Glauben Sie wirklich, Sie wissen, was Sie da eigentlich machen?« »Sicher.« Von zu viel Sport hatte Starling weiche Knie. Sie wollte sich nicht mit Chilton herumschlagen. Sie wollte noch etwas in Reserve haben, wenn Sie zu Lektor kamen. »Sie machen Folgendes. Sie kommen in meine Anstalt, um mit einem meiner Patienten ein Gespräch zu führen, und weigern sich, mich über seinen Inhalt in Kenntnis zu setzen.« »Ich halte mich nur an meine Anweisungen, Dr. Chilton. Ich habe die Nachtnummer des US Attorney hier. Besprechen Sie das bitte mit ihm, oder lassen Sie mich meiner Aufgabe nachgehen?« »Ich bin hier nicht der Aufschließer, Miss Starling. Ich komme nicht extra mitten in der Nacht hier angeschossen, bloß um Besucher herein und hinauszulassen. Ich hatte eine Karte für Holiday on Ice.« Er merkte, dass er eine Karte gesagt hatte. In diesem Moment sah Starling sein Leben, und er wusste es. Sie sah seinen trostlosen Kühlschrank, die Essensreste auf dem TV-Dinnerbehälter, vor dem er allein aß, die stillen Haufen, in denen seine Sachen monatelang herumlagen, bis er sie wegräumte. Sie spürte das ganze Elend seines ganzen gelb lächelnden Pulmoll einsamen Lebens. Und springmesserschnell wusste sie, dass sie ihn nicht schonen, nicht weitersprechen oder wegsehen durfte. Sie blickte in sein Gesicht, und mit einem kaum merklichen Neigen des Kopfes gab sie ihm ihr gutes Aussehen und trieb ihm ihr Wissen hinein, spießte ihn damit auf, in dem Bewusstsein, dass er es nicht ertragen konnte, dieses Gespräch fortzusetzen. Er schickte sie mit einem Wärter namens Alonso nach unten. Als Starling mit Alonso durch das Anstaltsgebäude zum letzten Burgverlies hinunterstieg, schaffte sie es viel, von dem Türenschlagen und nächtlichen Schreien von sich fernzuhalten, obwohl sie spürte, wie die Luft auf ihrer Haut davon vibrierte. Der Druck auf sie nahm zu, als senke sie durch Wasser, immer tiefer und tiefer. Die Nähe von Wahnsinnigen, der Gedanke an Catherine Baker Martin, gefesselt und ganz allein, während einer von ihnen sie beschnüffelte, seine Taschen nach Instrumenten abtastete, stellte Starling für ihre Aufgabe. Aber sie brauchte mehr als Entschlossenheit. Sie musste ruhig sein, vollkommen still, ein scharfes Instrument. Im Angesicht der schrecklichen Notwendigkeit, sich zu beeilen, musste sie sich in Geduld üben. Wenn Dr. Lecter die Antwort wusste, musste sie sie unten, zwischen den Ranken seines Denkens finden. Wenn sie an Catherine Baker Martin dachte, stellte Starling fest, dachte sie immer an das Kind, das sie in dem alten Schmalfilm in den Nachrichten gesehen hatte, an das kleine Mädchen in dem Segelboot. Alonso drückte auf den Öffner der letzten massiven Tür. »Lehre uns mitzufühlen und nicht mitzufühlen. Lehre uns still zu sein.« »Wie bitte?« sagte Alonso, und Starling merkte, dass sie laut gesprochen hatte. Er übergab sie, der Obhut des großen Wärters, der die Tür öffnete. Sie sah, dass Alonso sich bekreuzigte, als er sich abwandte. »Da sind sie ja wieder,« sagte der Wärter und schob hinter ihr die Riegel vor. »Hallo, Barney.« Ein Taschenbuch war um Barneys kräftigen Zeigefinger geschlagen, mit dem er die Stelle markierte, in der er die Lektüre unterbrochen hatte. Es war Jane Austens Vernunft und Gefühl. In dem Zustand, in dem sie sich jetzt befand, registrierte Starling alles. »Wie möchten Sie die Lichter haben?« fragte er. Der Gang zwischen den Zellen war schwach erleuchtet. Aus der letzten Zelle, fast ganz an seinem Ende, konnte sie helles Licht auf den Bodenscheinen sehen. Dr. Lecter ist wach. »Das ist er nachts immer, selbst wenn er die Lichter aus hat.« »Lassen Sie sie, wie Sie sind.« »Immer schön in der Mitte bleiben, wenn Sie zu ihm gehen und nicht die Gitterstäbe anfassen, ja?« »Ich würde den Fernseher gerne ausschalten. Das Fernsehgerät war anders aufgestellt worden. Es war jetzt am hinteren Ende des Gangs, nach seiner Mittelachse ausgerichtet. Einige Häftlinge konnten auf den Bildschirm sehen, wenn sie den Kopf gegen das Gitter hielten.« »Klar. Drennen Sie den Ton ab, aber lassen Sie das Bild an, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ein paar von Ihnen sehen gerne fern.« »Der Stuhl steht schon da, wenn Sie einen wollen.« Starling ging allein den schwach beleuchteten Korridor hinunter. Sie sah nicht in die Zellen auf beiden Seiten. Ihre Schritte kamen ihr laut vor. Die einzigen anderen Geräusche waren feuchtes Schnarchen aus einer, vielleicht auch zwei Zellen, und ein leises Kichern aus einer anderen. Migs Zelle hatte einen neuen Insassen. Sie konnte lange auf dem Boden ausgestreckte Beine sehen, einen gegen das Gitter gelehnten Kopf. Im Vorbeigehen warf sie einen kurzen Blick hinein. In einem Durcheinander aus zerfetzten Bauplänen saß ein Mann auf dem Zellenboden. Sein Gesicht war abwesend. Der Fernseher spiegelte sich in seinen Augen, und ein glänzender Speichelfaden verbannt, seinen Mundwinkel mit seiner Schulter. Sie wollte nicht in Dr. Lecters Zelle sehen, bevor sie sich nicht sicher war, dass er sie bemerkt hatte. Mit einem seltsamen Kribbeln zwischen den Schulterblättern ging sie an ihr vorbei zum Fernseher und stellte den Ton ab. Dr. Lecter trug in seiner weißen Zelle die weiße Anstaltskleidung. Die einzigen Farben in der Zelle waren sein Haar und seine Augen und sein roter Mund, in einem Gesicht, das so lange nicht mehr an die Sonne hingekommen war, dass es mit dem Weiß seiner Umgebung verschwamm. Seine Züge schienen über dem Kragen seines Hemds zu schweben. Er saß hinter dem Nylonnetz, das ihn vom Gitter fernhielt, an seinem Tisch. Er zeichnete auf Packpapier. Als Vorlage diente ihm seine Hand. Unter Starlings Blicken drehte er seine Hand um und zeichnete, die Finger aufs Äußerste gespannt, die Innenseite seines Unterarms. Um eine mit Kohle gezogene Linie zu verwischen, benutzte er den kleinen Finger. Sie trat etwas näher an das Gitter und er blickte auf. Für Starlings flog jeder Schatten in der Zelle in seine Augen und seinen spitzen Haaransatz. Guten Abend, Dr. Lecter. Seine Zungenspitze, so rot wie seine Lippen, kam zum Vorschein. Sie berührte die Oberlippe genau in ihrer Mitte und verschwand wieder in seinem Mund. Clarice. Sie hörte das leichte metallische Reiben in seiner Stimme und fragte sich, wie lange es her war, dass er zum letzten Mal gesprochen hatte. Momente der Stille. Dafür, dass Sie morgen in die Schule müssen, sind Sie aber noch spät unterwegs. Zurzeit habe ich Abendschule. Sie wünschte, Ihre Stimme wäre fester. Gestern war ich in West Virginia. Haben Sie sich verletzt? Nein, ich ... Sie tragen ein frisches Heftpflaster, Clarice. Da fiel es ihr ein. Heute beim Schwimmen habe ich mich an dem Beckenrand aufgeschürft. Das Heftpflaster an ihrer Wade unter der Hose war nicht zu sehen. Er musste es riechen. Gestern war ich in West Virginia. Dort wurde eine Leiche gefunden. Buffalo Bills letzte. Nicht ganz seine letzte, Clarice. Seine vorletzte. Ja. Sie war skarpiert, genau wie Sie gesagt haben. Stört es Sie, wenn ich weiterzeichne, während wir uns unterhalten? Nein, natürlich nicht. Haben Sie die sterblichen Überreste gesehen? Ja. Haben Sie die Ergebnisse seiner früheren Bemühungen gesehen? Nein, nur Bilder davon. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Unbehaglich. Dann war ich beschäftigt. Und hinterher? Erschüttert. Waren Sie noch im Stande Ihrer Aufgabe, richtig nachzukommen? Er rieb den Kohlestift an der Kante des Packpapiers, um ihn zu spitzen. Ja, war ich. Sehr gut sogar. Für Jack Crawford? Oder macht er immer noch Hausbesuche? Er war dabei. Würden Sie mir kurz einen Gefallen tun, Clarice? Würden Sie Ihren Kopf nach vorn hängen lassen? Lassen Sie ihn einfach nach vorn hängen, als würden Sie schlafen. Noch einen Moment länger, danke. Jetzt habe ich es. Nehmen Sie Platz, wenn Sie wollen. Haben Sie Jack Crawford erzählt, was ich gesagt habe, bevor sie gefunden wurde? Ja, er war nicht sonderlich beeindruckt. Und nachdem er die Leiche in West Virginia gesehen hat? Er hat mit seinem wichtigsten Gewährsmann in diesen Dingen von der University of Allen Bloom, ja. Richtig. Dr. Bloom meinte, Buffalo Bill schlüpft immer mehr in die Rolle, die ihm die Medien zugedacht haben, diese Sache mit Buffalo Bill und dem Skalpieren, auf der die Boulevardpresse schon die ganze Zeit herumreitet. Dr. Bloom meinte, das hätte jeder kommen sehen können. Er sah es kommen, behielt es aber für sich. Na ja, wie denken Sie, Clarice? Ich weiß nicht recht. Sie haben etwas Psychologie gemacht, dann etwas forensische Medizin. Wo die zwei zusammenfließen, fischen sie, nicht wahr? Irgendetwas gefangen, Clarice? Bisher war es nicht sehr ergiebig. Was sagen Ihnen Ihre zwei Spezialdisziplinen über Buffalo Bill? Laut Lehrbuch ist er ein Sadist. Das Leben ist zu komplex für Bücher, Clarice. Brut erscheint als Lust, Lupus tritt als Nesselsucht auf. Dr. Lecter war gerade damit fertig geworden, seine linke Hand mit der rechten zu zeichnen. Nun nahm er die Kohle in die linke und machte sich daran, nicht weniger gut, die rechte Hand zu zeichnen. Meinen Sie damit laut Dr. Blooms Buch? Ja. Sie haben darin über mich nachgelesen, nicht? Ja. Wie hat er mich beschrieben? Als reinen Soziopathen. Würden Sie sagen, Dr. Bloom hat immer recht? Ich warte immer noch auf den Anflug eines Affekts. Dr. Lecters Lächeln enthüllte seine kleinen weißen Zähne. An Experten fehlt es uns wahrhaftig nicht, Clarice. Laut Dr. Chilton ist Sammy da hinter Ihnen, ein Hebefrener mit schizoider Abwehr und absolut unheilbar. Er hat Sammy in Micks alte Zelle gesteckt, weil er denkt, Sammy hat sich endgültig verabschiedet. Wissen Sie, was mit Hebefrenen normalerweise passiert? Keine Angst, er kann Sie nicht hören. Sie sind am schwersten zu behandeln. Normalerweise verfallen Sie in irreversible Retraktion und Persönlichkeitsdesintegration. Dr. Lecter nahm etwas zwischen seinen Packpapierbögen hervor und legte es in das Schubfach für das Essen. Starling zog es nach draußen. Erst gestern hat mir Sammy das mit meinem Abendessen zukommen lassen. Sagte er. Es war ein fetzen Blaupausenpapier, auf das mit Wachsmalkreide geschrieben war. Ich will zu Jesus gehen. Ich will zu dir, oh Christ. Ich kann zu Jesus gehen, weil er mir Hergut ist. Sammy. Starling sah sich über ihre rechte Schulter um. Sammy saß mit stierem Blick an der Wand seiner Zelle und lehnte den Kopf an das Gitter. Würden Sie es laut vorlesen? Er wird sie nicht hören. Starling begann. Ich will zu Jesus gehen. Ich will zu dir, oh Christ. Ich kann zu Jesus gehen, weil er mein Herrgott ist. Nein, nein, nein. Verleihen Sie dem Ganzen eine bestimmtere, eine Erbsensuppen heiße Qualität. Das Metrum ist anders, aber die Intensität ist die gleiche. Lektor klatschte leise den Takt. Erbsensuppe heiß im Topf, neun Tage alt. Mit Nachdruck, sehen Sie? Voller Feuer. Ich will zu Jesus gehen. Ich will zu dir, oh Christ. Ich verstehe, sagte Starling und legte das Stück Papier in den Schieber zurück. Nein, Sie verstehen überhaupt nichts. Dr. Lektor sprang auf die Füße. Sein geschmeidiger Körper war plötzlich gnomenhaft verkrümmt, als er geduckt herumhopste und intakt klatschte, und dazu seine Stimme, schrill wie ein Echolot. Ich will zu Jesus gehen. Plötzlich dröhnte hinter ihr Sammys Stimme los wie das Fauchen eines Leopardens, lauter als ein Brüllaffe. Sammy war aufgesprungen, drosch völlig außerrand und band das Gesicht gegen die Gitterstäbe, tobte, dass ihm am Hals die Sehnen hervortraten. Ich will zu Jesus gehen. Ich will zu dir, oh Christ. Ich kann zu Jesus gehen, weil er mir Herrgott ist. Stille. Starling merkte, dass sich stand und ihr Klappstuhl nach hinten umgekeppt war. Die Unterlagen waren ihr vom Schoß gerutscht. Bitte. Wieder aufrecht und anmutig wie ein Tänzer forderte Dr. Lektor, sie auf sich zu setzen. Er ließ sich lässig auf seinen Stuhl niedersinken und stützte das Kinn in seine Handfläche. Sie verstehen überhaupt nichts, sagte er noch einmal. Sammy ist tief religiös. Er ist lediglich enttäuscht, weil Jesus so spät kommt. Darf ich Clarice sagen, warum du hier bist, Sammy? Sammy packte seine untere Gesichtshälfte und stoppte seine Bewegung. Bitte, sagte Dr. Lektor. Ja, sagte Sammy zwischen seinen Fingern hindurch. Sammy hat in der Highway Baptist Church in Troon bei der Kollekte den Kopf seiner Mutter auf den Teller gelegt. Sie sangen gerade »Gib dem Herrn dein Bestes«, und das war das Beste, was er hatte. Lektor sprach über ihre Schulter hinweg. »Danke, Sammy. Alles in bester Ordnung. Sie jetzt fern.« Wie zuvor setzte sich der großgewachsene Mann auf den Boden, den Kopf an das Gitter gelehnt, die Bilder aus dem Fernseher auf seinen Pupillen zappelnd, inzwischen drei Silberstreifen in seinem Gesicht, Rotz und Tränen. »So. Jetzt sehen Sie mal, ob Sie sich mit seinem Problem auseinandersetzen können. Vielleicht setze ich mich dann mit Ihrem auseinander. Eine Hand wäscht die andere. Er hört nicht zu.« Starling musste sich gewaltig zusammenreißen. »Die ersten beiden Zeilen enthalten eine enorme Steigerung. Dies geschieht zum einen durch die Wiederholung seines Anliegens. Ich will zu Jesus gehen, zum anderen durch den Umstand, dass er sich nun ganz persönlich an Christus wendet. Ich will zu dir, o Christ.« Dadurch kommt die Dringlichkeit seiner Bitte sehr schön zum Ausdruck. »Ja. Eine Steigerung durch Wiederholung. Ganz besonders freut mich, dass er weiß, dass Jesus und Chris dasselbe sind. Das ist ein Fortschritt. Dass eine einzige Gottheit zugleich eine Dreifaltigkeit ist, lässt sich schwer nachvollziehen. Vor allem für Sammy, der nicht einmal genau weiß, wie viele Personen er selbst ist. Eldridge Cleaver gibt uns das Gleichnis vom »Drei in einem Öl«, das ich für das Verständnis dieses Sachverhalts durchaus hilfreich finde. »Man kann hier auf jeden Fall von strukturiertem Denken sprechen«, fuß Darlingford. »Darauf deutet auch die Beherrschung von Versmaß und Reim hin. Er ist nicht abgestumpft.« Er weint gerade. »Glauben Sie, er ist katatonisch Schizoid?« »Ja. Können Sie seinen Schweiß riechen? Dieser spezifische, ziegenähnliche Geruch ist Trans-3-Methyl-2-Hexansäure. Erinnern Sie sich, das ist der Geruch der Schizophrenie.« »Und Sie glauben, dass er behandelt werden kann?« »Vor allem jetzt, wenn er aus seiner Stuporphase kommt.« »Die seine Wangen glänzen.« »Doktor Lecter, warum sagen Sie, Buffalo Bill ist kein Sadist?« »Weil in allen Zeitungen stammt, die Leichen hatten an den Handgelenken Ligaturmale, aber nicht an den Fußgelenken.« »Haben Sie welche an den Fußgelenken der Person in West Virginia gesehen?« »Nein.« »Clarice, bei Häutungen als Freizeitaktivität wird das Opfer immer mit dem Kopf nach unten aufgehängt, damit der Blutdruck im Kopf und in der Brust länger bestehen und das Opfer länger bei Bewusstsein bleibt.« »Wussten Sie das nicht?« »Nein.« »Wenn Sie wieder in Washington sind, gehen Sie doch in die National Gallery und sehen sich Tizians »Schindung des Marseillers« an, bevor es wieder in die Tschechoslowakei zurückgeschickt wird.« »Tizian ist wunderbar, was die Details angeht. Sehen Sie sich den hilfreichen Pan an, der den Eimer Wasser bringt.« »Doktor Lecter, wir haben hier einige außerordentliche Umstände und einige ungewöhnliche Gelegenheiten. Für wen?« »Für Sie, wenn wir dieses Opfer retten. Haben Sie Senator Martin im Fernsehen gesehen?« »Ja, ich habe die Nachrichten gesehen.« »Wie fanden Sie Ihr Statement?« »Fehlgeleitet, aber harmlos. Sie hat schlechte Berater.« »Senator Martin ist sehr einflussreich.« »Und zu allem entschlossen.« »Lassen Sie hören.« »Ich glaube, Sie verfügen über eine außergewöhnliche Kombinationsgabe. Falls Sie uns helfen, Catherine Baker Martin lebendig und unversehrt zurückzubekommen.« »Hat Senator Martin zu erkennen gegeben, dass sie Ihnen dabei helfen wird, in eine Bundeshaftanstalt verlegt zu werden, und wenn dort eine Zelle mit Blick ins Freie verfügbar ist, kriegen Sie sie.« »Vielleicht wird man Sie auch ersuchen, Ihre Meinung zu psychiatrischen Gutachten über neu eingelieferte Patienten abzugeben. Mit anderen Worten, ein Job. Keine Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen.« »Das glaube ich nicht, Clarice.« »Sollten Sie aber.« »Oh, Ihnen glaube ich.« »Aber es gibt mehr Dinge, die Sie nicht über menschliches Verhalten wissen, als darüber, wie eine richtige Schindung durchgeführt wird.« »Würden Sie es nicht als etwas eigenartig bezeichnen, das eine Senatorin ausgerechnet Sie als Botin verwendet?« »Sie haben mich ausgesucht, Dr. Lecter. Sie haben sich dafür entschieden, mit mir zu sprechen. Wäre Ihnen inzwischen jemand anderer lieber? Oder glauben Sie vielleicht, Sie könnten uns gar nicht helfen?« »Ah, das ist sowohl unverschämt als auch unrichtig, Clarice. Ich glaube nicht, dass Jack Crawford mich in den Genuss irgendeiner Form von Vergünstigungen kommen ließe.« »Nan ja. Vielleicht gebe ich Ihnen einen Hinweis, den Sie der Senatorin überbringen können, aber nur gegen sofortige Barzahlung. Vielleicht tausche ich Ihnen gegen eine Auskunft über Sie.« »Ja oder nein?« »Lassen Sie die Frage hören?« »Ja oder nein?« »Catherine wartet, richtig?« »Laufst schon auf den Wetzstein.« »Worum, glauben Sie, würde Sie sie bitten?« »Lassen Sie die Frage hören.« »Was ist Ihre schlimmste Kindheitserinnerung?« Starling holte Tiefluft. »Schneller«, sagte Doktor Lecter. »Mich interessiert nicht Ihre schlimmste Erfindung.« »Der Tod meines Vaters«, sagte Starling. »Erzählen Sie?« Er war Marsch. Eines Nachts überraschte er zwei Einbrecher, Drogensüchtige, die aus dem Hintereingang des Drugstore kamen. Als er aus seinem Pickup stieg, hat seine Pumpgun blockiert. Sie haben ihn erschossen.« »Sie hat blockiert?« Er hat den Vorderschaft nicht ganz zurückgezogen. Es war eine alte Repetierflinte einer Remington 870 und die Patrone verklemmte sich im Patronenlager. Wenn das passiert, lässt sich die Flinte nicht abfeuern und man muss sie auseinandernehmen, um den Schaden zu beheben. Ich denke, er muss beim Aussteigen mit dem Vorderschaft an die Tür gekommen sein.« »War er sofort tot?« »Nein. Er hatte eine sehr robuste Konstitution. Er hielt einen Monat durch.« »Haben Sie ihn im Krankenhaus gesehen?« »Dr. Lecter?« »Ja.« »Sagen Sie mir ein Detail, an das Sie sich aus dem Krankenhaus erinnern.« Starling schloss die Augen. Eine Nachbarin kam ihn besuchen, eine ältere Frau, eine alleinstehende Dame, und sie sagte ihm das Ende von Tanatopsis auf. »Ich schätze, das war alles, was ihr einfiel.« »Das war's. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt.« »Ja, das haben Sie. Sie waren sehr offen, Clarice. Das mag ich immer. Ich glaube, sie privat zu kennen, hätte einiges für sich.« »Jetzt sind Sie dran.« »Als sie noch lebte, war da das Mädchen in West Virginia körperlich sehr attraktiv. Was denken Sie?« »Sie war sehr gepflegt.« »Vergeuden Sie meine Zeit nicht mit Höflichkeiten.« »Sie war korpulent.« »Groß?« »Ja.« »Er hat sie in die Brust geschossen, hm?« »Ja. Flachbrustig, nehme ich mal an.« »Für ihre Größe, ja.« »Aber mit breiten Hüften. Ausladend.« »Das war sie, ja.« »Was sonst noch?« »In ihrer Kehle steckte ein Insekt. Das wurde geheim gehalten.« »Was ein Schmetterling?« »Einen Moment stockte ihr der Atem. Sie hoffte, er hörte es nicht.« »Es war ein Nachtfalter. Bitte sagen Sie mir, wie Sie darauf gekommen sind.« »Clarice?« »Ich werde Ihnen sagen, wozu Buffalo Bill Catherine Baker Martin braucht, und dann gute Nacht.« »Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist das mein letztes Wort. Sie können der Senatorin sagen, was er mit Catherine vorhat, und sie kann sich ein interessanteres Angebot für mich ausdenken.« »Oder sie kann warten, bis Catherine an die Oberfläche kommt und sehen, dass ich recht hatte.« »Wofür braucht er sie, Dr. Lecter?« »Für eine Weste mit Titten«, sagte Dr. Lecter. »Catherine Baker Martin lag fünf Meter unter dem Kellerboden. Die Finsternis dröhnte von ihrem Atem, ihrem Herzschlag. Manchmal stand die Angst auf ihrer Brust wie ein Trapper, der einen Fuchs tötet.« »Manchmal konnte sie klar denken. Sie wusste, sie war entführt worden, aber sie wusste nicht von wem. Sie wusste, sie träumte nicht. In der totalen Dunkelheit konnte sie das schwache Klicken hören, das ihre Augen machten, wenn sie blinzelte.« »Es ging ihr inzwischen besser als in dem Moment, als sie wieder zu sich gekommen war. Dieses schreckliche Schwindelgefühl war fast weg, und sie wusste, es gab genug Luft. Sie konnte unten von oben unterscheiden, und sie hatte eine ungefähre Vorstellung von der Lage ihres Körpers. Ihre Schulter, ihre Hüfte und ihr Knie schmerzten an den Stellen, wo sie beim Liegen den Betonboden berührten. Diese Seite war unten. Oben war der grobe Futon, unter dem sie während der letzten Phase mit grellem, blendendem Licht gekrochen war. Das Pochen in ihrem Kopf hatte jetzt nachgelassen, und die einzigen richtigen Schmerzen hatte sie in den Fingern ihrer linken Hand. Der Ringfinger war gebrochen, das wusste sie. Sie trug einen Step-Overall, der ihr nicht gehörte. Er war sauber und roch nach Weichspüler. Bis auf die Hühnerknochen und die Gemüsereste, die ihr der Mann, der sie gefangen hielt, in das Loch gekippt hatte, war auch der Fußboden sauber. Die einzigen anderen Gegenstände in ihrem Gefängnis waren der Futon und ein Plastikeimer für ihre Notdurft, an dessen Henkel eine dünne Schnur festgebunden war. Sie fühlte sich an wie gewöhnlicher Haushaltsbindfaden und führte so weit in das Dunkel über ihr hinauf, wie sie nach oben fassen konnte. Catherine Martin konnte sich ungehindert bewegen, aber es gab nichts, wohin sie hätte gehen können. Die Fläche, auf der sie lag, war oval, etwa zweieinhalb auf drei Meter mit einem kleinen Abfluss in der Mitte. Sie bildete den Boden eines tiefen, gedeckten Schachtes, die glatten Betonwände hingen leicht über. Von oben Geräusche. Oder war das ihr Herz? Nein, die Geräusche kamen eindeutig von oben. Das Verlies, in dem sie gefangen gehalten wurde, befand sich in dem Teil des Kellers, der direkt unter der Küche lag. Jetzt Schütte auf dem Küchenboden und das Geräusch von fließendem Wasser. Das Scharren von Hundekrallen auf Linoleum. Dann nichts, bis die Kellerbeleuchtung anging und in der offenen Luke über ihr eine Scheibe schwachen gelben Licht sichtbar wurde. Dann blendende Helligkeit im Schacht. Aber diesmal setzte sie sich mit dem Photon über ihren Beinen in das grelle Licht auf. Fest entschlossen, sich umzusehen, versuchte sie, zwischen ihren Fingern hindurchzuspähen, bis sich ihre Augen an die Helligkeit gewöhnten. Torkelnd umtanzte sie ihr Schatten, als von hoch oben an seinem Kabel pendelnd ein Scheinwerfer in den Schacht herabgelassen wurde. Sie zuckte zusammen, als ihr Toiletteneimer sich bewegte, hochgehoben wurde, an seiner dünnen Schnur schwankend nach oben schwebte und sich langsam immer stärker zu drehen begann, je mehr er sich dem Licht näherte. Sie versuchte, ihre Angst hinunterzuschlucken, erwischte aber zu viel Luft, schaffte es trotzdem zu sprechen. Meine Familie wird zahlen. Cash. Meine Mutter wird auf der Stelle zahlen. Ohne lange Fragen. Sie hat folgende Privat... Oh! Ein Schatten schlackerte auf sie herab. Nur ein Handtuch. Sie hat folgende Privatnummer. 202, wasch dich! Es war dieselbe gespenstische Stimme, die sie mit dem Hund hatte sprechen hören. Ein anderer Eimer kam an einer dünnen Schnur nach unten. Sie roch heißes Seifenwasser. Zieh dich aus und wasch dich überall. Oder ich komme mit dem Schlauch. Dann, leiser werdend an den Hund gewandt, ja, dann kann es was erleben, meine Süße, dann komme ich mit dem Schlauch. Catherine Martin hörte die Schritte und das Krallenscharn in der Etage über dem Keller. Jetzt sah sie nicht mehr alles doppelt wie das erste Mal, als die Lichter angegangen waren. Sie konnte wieder richtig sehen. Wie weit war es nach oben? Hing die Lampe an einem dicken Kabel? Konnte sie es mit dem Overall oder mit dem Handtuch erreichen? Du irgendetwas zum Teufel! Die Wände waren so glatt, eine glatte, senkrechte Röhre. Ein Riss im Beton, etwa 30 Zentimeter oberhalb ihrer Reichweite, der einzige Makel, den sie entdecken konnte. Sie rollte den Futon zusammen, so fest sie konnte, und band ihn mit dem Handtuch zusammen. Sie stellte sich drauf. Ziemlich wackelige Angelegenheit. Streckte die Hand nach dem Riss aus, krallte sich um des besseren Halswillen mit den Fingernägeln fest und spähte mit zusammengekniffenen Augen in das grelle Licht hinauf. Es ist ein Scheinwerfer mit einer Abdeckklappe, der nur einen halben Meter in den Schacht hineinhängt, fast drei Meter über ihrer nach oben gestreckten Hand. Genauso gut könnte es der Mond sein. Und da kam er bereits wieder. Der Futon gerät ins Wanken, sie versucht, sich an dem Riss an der Wand festzukrallen, springt auf den Boden, gleichzeitig fällt etwas, ein Schnipsel an ihrem Gesicht vorbei. Etwas kommt an der Lampe vorbei nach unten. Ein Schlauch. Ein kurzer Spritzer eisiges Wasser. Eine Drohung. Wasch dich! Überall! Im Eimer war ein Waschlappen, und im Wasser schwamm eine Plastikflasche mit einem teuren ausländischen Hautpflegemittel. Sie machte es. Mit einer Gänsehaut an Armen und Beinen, die Brustwarzen in der kühlen Luft schmerzhaft zusammengezogen, kauerte sie so dicht an der Wand, wie sie konnte, neben dem Eimer mit warmem Wasser nieder und wusch sich. Jetzt trockne dich ab! Und dann reibst du dich überall mit der Lotion ein! Reib dich überall damit ein! Vom Waschwasser war die Lotion warm. Ihre Feuchtigkeit hatte zur Folge, dass der Overall an ihrer Haut klebte. Jetzt sammle den Abfall auf und mach den Boden sauber! Auch das tat sie, nahm die Hühnerknochen und sammelte die Erbsen ein. Sie barf alles in den Eimer und betupfte die kleinen Fettflecken auf dem Beton. Da war noch etwas an der Wand. Der Schnipsel, der aus dem Riß über ihr zu Boden geschwebt war. Es war ein Fingernagel, mit Glitzerlack lackiert und weit hinten abgebrochen. Der Eimer wurde nach oben gezogen. Meine Mutter wird zahlen, sagte Catherine Baker Martin. Ohne lange Fragen. Sie wird so viel zahlen, dass sie alle reich werden. Wenn es etwas Politisches ist, Iran oder Palästina oder Black Liberation, wird sie dafür Geld geben. Alles, was sie tun müssen... Die Lichter gingen aus. Plötzliche und totale Dunkelheit. Sie zuckte zusammen und machte... Als der Toiletteneimer an seiner Schnur neben ihr aufsetzte. Ihr Verstand arbeitete fieberhaft, als sie sich auf den Futon setzte. Inzwischen glaubte sie, dass der Mann, der sie gefangen hielt, allein war, ein weißer Amerikaner. Sie hatte ihn ganz gezielt in dem Glauben zu bestärken versucht, dass sie keinerlei Vorstellung hatte, wer er war, welche Hautfarbe er hatte oder wie viele sie waren, und dass ihre Erinnerungen an den Parkplatz durch die Schläge auf den Kopf ausgelöscht worden waren. Sie hoffte, er glaubte, sie bedenkenlos freilassen zu können. Ihr Verstand arbeitete und arbeitete, und schließlich arbeitete er zu gut. Der Fingernagel. Es war noch jemand hier gewesen. Eine Frau, ein Mädchen war hier gewesen. Wo war sie jetzt? Was hatte er mit ihr gemacht? Hätte sie nicht unter Schock gestanden, und wäre sie nicht so durcheinander gewesen, hätte sie nicht so lange gebraucht, um darauf zu kommen. Aber es war die Pflegelotion, die sie schließlich darauf brachte. Haut. Auf einmal wusste sie, wer sie gefangen hielt. Die Einsicht überkam sie im wahrsten Sinn des Wortes, siedend heiß. Und sie schrie und schrie, erst unter dem Futon, dann auf ihm. Sie sprang an der Wand hoch, suchte mit den Fingernägeln verzweifelt Halt und schrie dabei die ganze Zeit, bis sie etwas Warmes und Salziges in ihren Mund hochhustete, die Hände am Gesicht, klebrig, auf dem Handrücken trocknend. Und sie blieb starr auf dem Futon liegen, vom Kopf bis zu den Fersen vom Boden hochgekrümmt, die Hände in ihrem Haar verkrallt. Clary Starlings Viertel Dollar schepperte durch das Münztelefon im schäbigen Aufenthaltsraum der Wärter. Sie wählte die Nummer des Lieferwagens. »Crawford?« »Ich spreche von einem Münzapparat außerhalb des Hochsicherheitstraktes,« sagte Starling. »Dr. Lecter fragte mich, ob das Insekt in West Virginia ein Schmetterling war. Weiter wollte er sich nicht dazu äußern. Er sagt, Buffalo Bill braucht Catherine Martin, weil er«, ich zitiere, »eine Weste mit Titten haben will.« »Dr. Lecter ist grundsätzlich zu einem Handel bereit. Er möchte ein interessanteres Angebot von der Senatorin.« »Hat er das Gespräch abgebrochen?« »Ja.« »Wie bald, glauben Sie, wird er wieder mit Ihnen sprechen?« »Ich denke, er würde es gern im Lauf der nächsten Tage machen, aber ich würde es am liebsten sofort wieder versuchen, falls ich irgendein aktuelles Angebot von der Senatorin bekommen kann.« Apropos aktuell. Wir haben das Mädchen in West Virginia identifiziert, Starling. Vor einer halben Stunde kam aus der Identifizierungsstelle die Nachricht, dass ihre Fingerabdrücke identisch sind mit denen einer in Detroit vermisst gemeldeten jungen Frau, Kimberly Jane Amberg, 22, seit dem 7. Februar in Detroit vermisst. Wir hören uns in der Nachbarschaft nach Zeugen um. Laut Aussagen des Gerichtsmediziners aus Charlottesville ist sie spätestens am 11. Februar gestorben, aber wahrscheinlich einen Tag vorher am 10.« »Also hat er sie nur drei Tage am Leben gelassen,« sagte Starling. »Die Zeitspanne wird kürzer. Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden überrascht.« Crawfords Stimme war gefasst. »Er hat Catherine Martin jetzt etwa 26 Stunden. Ich glaube, wenn Lektor etwas anzubieten hat, sollte er es besser bei Ihrem nächsten Gespräch tun. Ich habe in der Außendienststelle Baltimore-Quartier bezogen. Sie wurden vom Observierungswagen hierher durchgestellt. Wenn Sie sich später ein wenig hinlegen wollen, habe ich in einem Ho-Joe nicht weit von der Anstalt ein Zimmer für Sie reservieren lassen.« Er traut Ihnen nicht, Mr. Crawford. Er glaubt nicht, dass Sie ihm wirklich etwas Gutes zukommen lassen würden. Was er über Buffalo Bill gesagt hat, hat er nur für ein paar persönliche Auskünfte über mich herausgerückt. Ich glaube nicht, dass zwischen seinen Fragen und dem Fall irgendein direkter Zusammenhang besteht. Möchten Sie wissen, was er mich gefragt hat? »Nein.« »Das ist doch auch der Grund, warum Sie nicht wollten, dass ich verkabel zu Lektor gehe, hm? Sie dachten, dann wäre es einfacher für mich. Wenn es sonst niemand hören könnte, würde ich eher auf seine Wünsche eingehen und ihm etwas erzählen.« »Es gibt auch eine andere Erklärungsmöglichkeit. Wäre nicht auch denkbar, dass ich einfach auf Ihr Urteil vertraue, Starling? Dass ich glaube, dass Sie am besten dafür geeignet sind und dass ich Ihnen die ganzen Besserwisser vom Hals halten wollte? Hätte ich Sie dann verkabelt hingeschickt?« »Nein, Sir. Sie sind bekannt für den geschickten Umgang mit Ihren Agents, Mr. Crawfish, oder nicht?« »Was können wir Dr. Lecter anbieten?« »Ein paar Dinge, die ich Ihnen gleich hinschicke. Sie sind in fünf Minuten da, es sei denn, Sie wollen sich erst ein wenig ausruhen.« »Ich würde es lieber gleich machen. Sagen Sie Ihnen, Sie sollen nach Alonso fragen. Sagen Sie Alonso, ich treffe mich vor Block 8 mit ihm.« »In fünf Minuten«, sagte Crawford. Starling ging auf dem Linoleumboden des trostlosen Aufenthaltsraums tief unter der Erde auf und ab. Sie war der einzige Lichtblick im Raum. Wir erhalten selten Gelegenheit, uns auf Wiesen oder kiesbestreuten Wegen vorzubereiten. Wir tun es kurzfristig, an Orten ohne Fenster, in Krankenhausfluren oder Räumen wie diesem Aufenthaltsraum mit seinem rissigen Plastiksofa und den Cinsano-Aschenbechern, wo triste Vorhänge blanken Beton verdecken. In Räumen wie diesem studieren wir unter Zeitdruck unsere Gesten ein, bis sie uns in Fleisch und Blut übergehen, damit wir sie auch noch machen können, wenn wir, den Untergang vor Augen, in Panik geraten.« Starling war alt genug, um das zu wissen. Sie ließ sich durch den Raum nicht aus der Ruhe bringen. Starling ging auf und ab, sie gestikulierte ins Leere. »Halt aus, Mädchen«, sagte sie laut. Sie sagte es zu Catherine Martin, und sie sagte es zu sich selbst. »Wir sind besser als dieser Raum, wir sind besser als dieses beschissene Loch,« sagte sie laut. »Wir sind besser als der Ort, an dem man dich gefangen hält. Hilf mir, hilf mir, hilf mir!« Einen Moment dachte sie an ihre toten Eltern. Sie fragte sich, ob sie sich jetzt ihretwegen schämen würden. Nur diese Frage, nicht ihre Sachdienlichkeit, keine Einschränkungen, so wie wir sie immer stellen. Die Antwort war nein. Sie würden sich ihretwegen nicht schämen. Sie wusch sich das Gesicht und ging auf den Flur hinaus. Der Werter Alonso wartete mit einem Umschlag von Crawford auf sie. Er enthielt eine Landkarte und Anweisungen. Sie überflog sie im Licht des Flurs und drückte auf den Knopf, damit Barney sie einließ. Dr. Lecter war an seinem Tisch und studierte seine Post. Starling fiel es leichter, sich dem Käfig zu nähern, wenn er sie nicht ansah. »Herr Doktor?« Er gebot ihr mit erhobenem Finger schweigen. Als er seinen Brief zu Ende gelesen hatte, saß er nachdenklich da, den Daumen seiner sechsfingerigen Hand unter seinem Kinn den Zeigefinger an seiner Nase. »Was halten Sie davon?« Er legte den Brief in den Schieber für das Essen. Es war ein Schreiben des amerikanischen Patentamts. »Es geht um meine Kreuzigungsuhr,« sagte Dr. Lecter. »Sie wollen sie mir nicht patentieren, aber Sie raten mir, mir das Copyright für das Zifferblatt zu sichern. Sehen Sie hier.« Er legte eine Zeichnung von der Größe einer Serviette in den Schieber, und Starling zog ihn nach draußen. »Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass bei den meisten Kreuzigungen die Hände, sagen wir mal, Viertel vor drei anzeigen, oder frühestens zehn vor zwei, wenn die Füße auf sechs stehen.« Auf diesem Ziffernblatt ist Jesus, wie Sie dort sehen, am Kreuz, und die Arme drehen sich, um die Zeit anzuzeigen, genau wie die Arme auf den beliebten Disney-Uhren. Die Füße bleiben auf sechs stehen, und oben, im Heiligenschein, dreht sich ein kleiner Sekundenzeiger. »Was halten Sie davon?« Die anatomische Darstellung war von hoher Qualität. Der Kopf war ihrer. »Wenn es auf Uhrengröße verkleinert wird, gehen eine Menge Details verloren,« sagte Starling. »Das ist leider wahr. Aber denken Sie an die Uhren. Glauben Sie, ohne Patent ist der Entwurf geschützt?« »Sie würden Quarz-Uhrwerke kaufen, würden Sie doch, und die sind bereits patentiert. Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, Patente werden nur für neuartige mechanische Geräte erteilt, während Design unter das Copyright fällt.« »Aber Sie sind keine Anwältin, oder? Das verlangen Sie beim FBI nicht mehr.« »Ich habe einen Vorschlag für Sie.« Starling öffnete ihre Aktentasche. In diesem Moment kam Barney. Sie schloss die Aktentasche wieder. Sie beneidete Barney um seine unerschütterliche Ruhe. Seinen Augen nachzuschließen, nahm er keine Drogen. Außerdem sprach beträchtliche Intelligenz aus ihnen. »Entschuldigung,« sagte Barney. »Sie viel Papierkram haben. In dem Schrank hier ist ein Stuhl mit einer Schreibunterlage, den die Psychologen immer benutzen. Eins dieser Dinger, wie man sie aus der Schule kennt. Möchten Sie ihn?« »Schulimage?« »Ja oder nein?« »Sind Sie bereit, mit mir zu sprechen, Dr. Lecter?« Der Doktor hielt eine offene Handfläche hoch. »Ja, Barney. Danke.« Inzwischen saß sie und Barney befand sich in sicherer Entfernung. »Dr. Lecter, die Senatorin macht Ihnen ein bemerkenswertes Angebot.« »Das werde ich entscheiden.« »Sie haben so schnell mit ihr gesprochen?« »Ja. Sie legt jetzt Ihre Karten offen auf den Tisch. Mehr hat sie nicht. Es hat also keinen Sinn zu handeln. Das ist es. Alles. Ein Angebot.« Sie blickte von ihrer Aktentasche auf. »Dr. Lecter, Mörder von neun Menschen, hatte die Fingerspitzen unter seiner Nase gegeneinander gelegt, und er beobachtete Starling. Hinter seinen Augen herrschte endlose Nacht.« »Wenn Sie uns helfen, Buffalo Bill rechtzeitig zu finden, sodass wir Catherine Martin unverletzt befreien können, erhalten Sie Folgendes. Verlegung in die Klinik der Veterans Administration in Onida Park, New York, in eine Zelle mit Blick auf die Wälder der Umgebung. Nach wie vor gelten maximale Sicherheitsvorkehrungen. Sie werden gebeten werden, bei der Auswertung schriftlicher psychologischer Gutachten über Bundesheftlinge zu helfen, wenn auch nicht unbedingt über solche, die in ihrer Anstalt untergebracht sind. Sie werden diese Gutachten blind auswerten. Keine Identitäten. Sie werden angemessenen Zugang zu Büchern erhalten.« Sie schlugte auf. »Schweigen kann spöttisch sein.« »Das Beste? Das Bemerkenswerteste? Eine Woche im Jahr verlassen Sie die Anstalt und kommen hierhin.« Sie legte eine Landkarte in das Schubfach für das Essen. Dr. Lecter zog es nicht nach drinnen. »Nach Plum Island«, fuhr sie fort. »Während dieser Woche können Sie jeden Nachmittag am Strand spazieren gehen oder im Meer schwimmen, ohne dass Ihnen die Überwachung näher als siebzig Meter kommt. Aber es wird eine SWAT-Überwachung sein.« Das war's. »Und wenn ich ablehne?« »Vielleicht könnten Sie hier drinnen ein paar Gardinen aufhängen. Das könnte helfen.« »Wir haben nichts, womit wir Ihnen drohen könnten, Dr. Lecter. Was ich habe, ist eine Möglichkeit für Sie, Tageslicht zu sehen, zu bekommen.« Sie sah ihn nicht an. Sie wollte ihm jetzt kein Blicke-Duell liefern. Dies war keine Konfrontation. »Wird Catherine Martin kommen und mit mir sprechen? Nur über Ihren Entführer? Wenn ich mich entschließe, darüber zu publizieren? Ausschließlich mit mir.« »Ja. Betrachten Sie es als eine verbindliche Zusage.« »Woher wissen Sie das? Eine Zusage von wem?« »Ich werde sie persönlich herbringen.« »Wenn sie mitkommt.« »Dazu müssen wir sie erst einmal fragen, oder nicht?« Er zog das Schubfach zu sich hinein. »Plum Island.« »Vor der Spitze von Long Island am nördlichen Finger.« »Plum Island. Das Plum Island Animal Disease Center, eine Bundeseinrichtung zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche steht hier.« »Klingt reizend.« »Es nimmt nur einen Teil der Insel ein. Es gibt dort einen schönen Strand und gute Unterkünfte. Im Frühling nisten dort die Seeschwalben.« »Seeschwalben.« Dr. Lecter seufzte. Er legte den Kopf leicht auf die Seite und berührte mit seiner roten Zunge die Mitte seiner roten Oberlippe. »Wenn wir darüber sprechen sollen, Clarice, brauche ich Sicherheiten. Eine Hand wäscht die andere. Ich erzähle Ihnen Dinge, und Sie erzählen mir Dinge.« »Fangen Sie an«, sagte Starling. Sie musste eine ganze Minute warten, bis er sagte, »Eine Raupe wird zu einer Puppe in einer Chrysalide. Dann kommt sie aus ihrem geheimen Umkleideraum als die schöne Imago heraus. Wissen Sie, was eine Imago ist, Clarice?« »Ein vollentwickeltes, geflügeltes Insekt.« »Und was noch?« Sie schüttelte den Kopf. »Es ist ein Terminus aus der toten Religion der Psychoanalyse. Eine Imago ist ein Bild von einem Elternteil, das seit der Kindheit im Unbewussten verschüttet und mit infantilem Affekt behaftet ist. Das Wort kommt von den wächsernen Ahnenbüsten, die im alten Rom bei Trauerzügen mitgetragen wurden. Selbst der phlegmatische Crawford muss eine gewisse tiefere Bedeutung in der Insektenpuppe sehen. Nichts, womit sich viel anfangen ließe, außer dass die Abonnentenverzeichnisse entomologischer Fachzeitschriften mit dem im Descriptor-Index aufgeführten Sexualtätern verglichen werden. Lassen wir zunächst einmal Buffalo Bill aus dem Spiel. Das ist eine irreführende Bezeichnung, die dem Mann, den Sie suchen, in keiner Weise gerecht wird. Nennen wir ihn der Einfachheit halber Billy. Ich gebe Ihnen jetzt eine Zusammenfassung dessen, was ich denke. Bereit? Bereit. Nun, die Puppe steht für Veranderung. Von der Raupe zum Schmetterling oder zum Nachtfalter. Billy denkt, er möchte sich verändern. Er macht sich ein Mädchenkostüm. Aus richtigen Mädchen. Das hat die großen, kräftig gebauten Opfer. Er braucht Sachen, die ihm passen. Die Zahl der Opfer deutet darauf hin, dass er es unter Umständen als eine Serie von Häutungen sieht, wobei ich Häutung hier im Sinne eines Reptils verstehe, das seine alte Haut abstreift. Er tut es in einem zweigeschossigen Haus. Haben Sie herausgefunden, warum Zweigeschosse? Eine Weile hat er sie an der Treppe erhängt. Richtig. Dr. Lecter, ein Zusammenhang zwischen Transsexualität und Gewalttätigkeit ist mir bisher noch nie untergekommen. Transsexuelle sind normalerweise passiv. Das ist richtig, Clarice. Manchmal lässt sich eine Neigung zu Operationssucht erkennen. Was ihr Äußeres angeht, sind Transsexuelle schwer zufriedenzustellen, aber das ist auch schon so ziemlich alles. Allerdings ist Billy kein richtiger Transsexueller. Sie sind des Rätsels Lösung schon sehr nahe, Clarice. Der Möglichkeit, wie sie ihn fangen können, ist Ihnen das bewusst? Nein, Dr. Lecter. Gut. Dann haben Sie sicher nichts dagegen, mir zu erzählen, was nach dem Tod Ihres Vaters geschah. Starling blickte auf die zerkratzte Platte der Schreibunterlage ihres Stuhls. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Antwort in Ihren Unterlagen steht, Clarice. Meine Mutter brachte uns zwei Jahre lang alle zusammen durch. Als was hat sie gearbeitet? Tagsüber als Zimmermädchen in einem Motel, nachts als Köchin in einem Café. Und dann kam ich zur Cousine meiner Mutter und ihrem Mann nach Montana. Nur sie? Ich war die Älteste. Hat die Gemeinde nichts für ihre Familie getan? Einen Scheck über 500 Dollar. Komisch, dass es keine Versicherung gab, Clarice. Sie sagten doch, ihr Vater wäre mit dem Vorderschaft der Flinte an der Tür seines Pick-up hängen geblieben. Ja. Hatte er denn keinen Streifenwagen? Nein. Und das passierte nachts? Ja. Hatte er keine Pistole? Nein. Clarice. Er tat nachts Dienst in einem Pick-up, nur mit einer Flinte bewaffnet. Sagen Sie, trug er vielleicht zufällig eine Stechuhr an seinem Gürtel? Eines dieser Dinger, für die Sie überall im Ortsschlüssel an Pfosten festgeschraubt haben, zu denen man fahren muss, um sie in seine Uhr zu stecken, damit die Stadtväter wissen, dass man nicht geschlafen hat. Sagen Sie, Clarice, hat er so eine getragen? Ja. Er war Nachtwächter, nicht, Clarice? Er war gar nicht Marshal. Ich merke, wenn Sie lügen. Seine Berufsbezeichnung war Nachtmarshal. Was geschah damit? Was geschah mit was? Mit der Stechuhr. Was geschah damit, nachdem Ihr Vater erschossen wurde? Das weiß ich nicht mehr. Erzählen Sie es mir, wenn es Ihnen wieder einfällt. Ja. Warten Sie. Der Bürgermeister kam ins Krankenhaus und fragte meine Mutter nach der Uhr und dem Abzeichen. Sie hatte nicht gewusst, dass sie das wusste. Der Bürgermeister in seinem Freizeitanzug und mit den Schuhen aus alten Navy-Beständen. Der Schwanzlutscher. Eine Hand wäscht die andere, Dr. Der Lektor. Dachten Sie einen Moment, Sie hätten das erfunden? Nein, wenn Sie es erfunden hätten, würde es nicht wehtun. Wir sprachen über Transsexuelle. Sie sagten, Gewalttätigkeit und destruktives, anormales Verhalten sind keine statistisch erfassten Korrelate der Transsexualität. Erinnern Sie sich, was wir über Wut sagten, die als Lust zum Ausdruck kommt, und über Lupus, der als Nesselsucht auftritt? Billy ist kein transsexueller Clarice, aber er glaubt, einer zu sein. Er versucht, einer zu sein. Ich nehme an, er hat schon alles Mögliche ausprobiert. Sie sagten, wir wären der Möglichkeit, wie wir ihn fangen können, sehr nah? Es gibt drei große Zentren für transsexuelle Chirurgie, das Johns Hopkins, die University of Minnesota und das Columbus Medical Center. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich in einem oder in allen dreien für eine Geschlechtsumwandlung beworben hätte und abgelehnt worden wäre. Mit welcher Begründung könnten Sie ihn abgelehnt haben? Was könnte Ihnen an ihm aufgefallen sein? Sie schalten sehr schnell, Clarice. Der erste Grund wäre eine Vorstrafe. Das disqualifiziert einen Antragsteller, es sei denn, das Verbrechen ist relativ harmlos und auf sein geschlechtliches Identitätsproblem zurückzuführen, Tragen von Frauenkleidern in der Öffentlichkeit, etwas in der Art. Falls es ihm gelungen ist, eine gravierende Vorstrafe zu verheimlichen, müsste er mit Hilfe der Krankenblätter zu finden sein. Wie? Bei Ihrer Durchsicht müssten Sie wissen, wonach Sie suchen sollen, oder nicht? Ja? Warum fragen Sie nicht Dr. Blum? Ich frage lieber Sie. Was springt dabei für Sie heraus, Clarice? Eine Beförderung und eine Gehaltserhöhung? Was für eine Gehaltsstufe sind Sie, G9? Was kriegt so ein kleiner G9 heutzutage? Ein Schlüssel für die Vordertür zum einen. Wie würde er sich von den übrigen Antragstellern unterscheiden? Wie fanden Sie Montana, Clarice? Montana ist schön. Wie fanden Sie den Mann der Cousine Ihrer Mutter? Wir waren verschieden. Wie waren Sie? Von der Arbeit ausgelaugt. Gab es andere Kinder? Nein. Wo haben Sie gelebt? Auf einer Ranch. Einer Schaf-Ranch? Schafe und Pferde. Wie lange waren Sie da? Sieben Monate. Wie alt waren Sie? Zehn. Wohin sind Sie danach gekommen? Ins Lutheran Home in Bozeman. Sagen Sie mir die Wahrheit. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Sie hüpfen um die Wahrheit herum. Wenn Sie müde sind, können wir gegen Ende der Woche wieder miteinander sprechen. Ich langweile mich auch ziemlich. Oder möchten Sie lieber jetzt weitersprechen? Jetzt, Doktor Lecter. Also schön. Ein Kind wird von seiner Mutter weg auf eine Ranch in Montana geschickt. Eine Schaf- und Pferderanch. Die Mutter fehlt ihr, die Tiere sind etwas ganz Neues für Sie. Doktor Lecter munterte Starling mit offenen Händen auf. Es war toll. Ich hatte mein eigenes Zimmer mit einem indischen Teppich. Sie ließen mich auf einem Pferd reiten. Sie führten mich auf diesem Pferd herum. Es konnte nicht sehr gut sehen. Alle Pferde hatten was, lahm oder krank. Einige von ihnen waren mit Kindern groß geworden, und morgens, wenn ich zum Schulbus ging, wierten sie mir immer zu. Aber dann machte ich in der Scheune eine komische Entdeckung. Sie hatten dort eine kleine Kammer für Sättel und Zaumzeug. Erst hielt ich dieses Ding für so einen alten Helm. Aber als ich es runternahm, sah ich, dass in das Blech W. W. Greeners humaner Pferdetöter eingestanzt war. Es war seine Art glockenförmige Metallkappe mit einer Stelle obendrauf, wo man eine Patrone reinstecken konnte. Sah nach einer Zweiunddreißiger aus. Waren die Pferde auf dieser Ranch für die Schlachtung bestimmt, Clarice? Ja, das waren sie. Wurden sie auf der Ranch getötet? Die für Leim und Dünger, ja. Wenn sie tot sind, kriegt man sechs davon auf einen Laster. Die für Hundefutter brachten sie lebend weg. Und das, auf dem sie immer geritten sind? Wir sind zusammen ausgerissen. Wie weit sind sie gekommen? Ich bin in etwa so weit gekommen, wie ich zu gehen bereit bin, bis sie mir sagen, wodurch er von den anderen absticht. Wissen Sie, wie sich das Auswahlverfahren für Männer gestaltet, die einen Antrag auf eine Geschlechtsumwandlung stellen? Nein. Es wäre vielleicht hilfreich, wenn sie mir Unterlagen über die Behandlungsmethoden der einzelnen Zentren bringen könnten. Aber zunächst einmal so viel. Zu dem gewaltigen Arsenal an Tests gehören unter anderem der Hamburg-Wechsler-Test, ein Intelligenztest für Erwachsene, der Hausbaum-Mensch-Test, Orschach, TED, MMPI natürlich, und eine Reihe anderer, der Jenkins, glaube ich, der an der NYU entwickelt wurde. Aber sie brauchen etwas, wodurch er sofort heraussticht, nicht, Clarice? Das wäre am besten, ja. Etwas Markantes. Nun mal sehen. Unsere Hypothese ist, wir suchen einen Mann, der bei den Tests anders abschneidet als ein echter Transsexueller. Okay. Suchen Sie bei den Hausbaum-Mensch-Karten nach jemandem, der die weibliche Figur nicht zuerst gezeichnet hat. Männliche Transsexuelle zeichnen fast immer zuerst die Frau, und dabei ist typisch, dass sie große Sorgfalt auf die Ausschmückung der weiblichen Wesen verwenden, die sie zeichnen. Die männlichen Figuren sind simple Stereotypen. Es gibt einige beachtenswerte Ausnahmen, bei denen Sie Mr. Universum zeichnen. Aber dazwischen gibt es nicht viel. Halten Sie nach einer Hauszeichnung ohne die rosige Zukunft Ausschmückungen Ausschau. Kein Kinderwagen vor der Tür, keine Vorhänge, keine Blumen im Garten. Bei richtigen Transsexuellen finden Sie zwei Arten von Bäumen, üppige Weiden mit herabhängenden Ästen und Kastrationsthemen. Die Bäume, die durch den Rand der Zeichnung oder den Rand des Papiers abgeschnitten sind, die Kastrationsbilder, sind in den Zeichnungen echter Transsexueller voller Leben. Blühende Früchte, tragende Stümpfe. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Sie sind ganz anders als die verängstigten, abgestorbenen, verstümmelten Bäume, wie man sie in Zeichnungen von Menschen mit psychischen Störungen sieht. Das ist ein gutes Kriterium. Billys Baum ist sicherlich beängstigend. Gehe ich zu schnell voran? Nein, Dr. Lecter. Wenn sich ein Transsexueller selbst zeichnet, zeichnet er sich fast nie nackt. Lassen Sie sich nicht durch gewisse paranoide Elemente auf den TED-Karten täuschen. Das ist relativ häufig bei Transsexuellen, dass sie sich viel gegengeschlechtlich kleiden. Häufig hatten sie schlechte Erfahrungen mit den Behörden. Soll ich zusammenfassen? Ja, ich hätte gerne eine Zusammenfassung. Sie sollten versuchen, von allen drei Geschlechtsumwandlungszentren eine Liste abgelehnter Antragsteller zu bekommen. Sehen Sie sie zunächst nach Personen durch, die wegen einer Vorstrafe abgelehnt wurden. Und unter denen nehmen Sie sich die Einbrecher besonders genau vor. Bei denen, die versuchten, ihre Vorstrafen zu verheimlichen, halten sie nach schweren Kindheitsstörungen in Zusammenhang mit Gewalttätigkeit Ausschau. Zum Beispiel eine Internierung in der Kindheit. Dann nehmen Sie sich die Tests vor. Sie suchen nach einem männlichen Weißen, wahrscheinlich unter 35 und ziemlich groß. Er ist kein transsexueller, Clarice. Er denkt nur, er wäre einer. Und er ist verwirrt und wütend, weil Sie ihm nicht helfen wollen. Das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen möchte, solange ich die Akte nicht gesehen habe. Sie lassen sie mir doch da, oder? Ja. Und die Bilder? Sind dabei. Dann gehen Sie jetzt lieber schnell los mit dem, was Sie haben, Clarice. Und wir sehen, was dabei herauskommt. Ich muss wissen, wie Sie... Nein. Werden Sie jetzt nicht unersättlich, oder wir sprechen erst nächste Woche weiter. Kommen Sie zurück, wenn Sie Fortschritte gemacht haben. Oder nicht? Und, Clarice? Ja? Nächstes Mal werden Sie mir zwei Dinge erzählen. Was aus dem Pferd wurde, ist eins. Die andere Sache, die mich interessiert, ist... Wie gehen Sie mit Ihrer Wut um? Alonso kam sie holen. Sie drückte die Aufzeichnungen an ihre Brust, ging mit gesenktem Kopf und versuchte, alles im Kopf zu behalten. Sie hatte es so eilig, an die frische Luft zu kommen, dass sie nicht einmal einen flüchtigen Blick auf Dr. Chilton's Büro warf, als sie aus der Anstalt eilte. Bei Dr. Chilton brannte Licht. Man konnte es unter der Tür sehen. Im Hochsicherheitstrakt, tief unter der rostigen Morgendämmerung von Baltimore, begann es sich zu regen. Dort unten, wo es nie dunkel ist, spüren die Gequälten den anbrechenden Tag wie Austern in einem Fass, das offen ist für ihre verlorenen Gezeiten. Gottesgeschöpfe, die sich selbst in den Schlaf weinten, regten sich, um wieder zu weinen, und die Tobsüchtigen räusperten sich. Das Gesicht, dreißig Zentimeter von der Wand entfernt, stand Dr. Hannibal Lecter kerzengerade am Ende des Gangs. Er war mit kräftigen Leinwandgurten fest an eine hohe Sackkarre gebunden, als wäre er eine alte Standuhr. Unter den Gurten trug er eine Zwangsjacke und Beinfesseln. Eine Eishockeymaske vor dem Gesicht hinderte ihm am Beißen. Sie war so wirkungsvoll wie ein Mundstück und für die Wärter weniger feucht zu handhaben. Hinter Dr. Lecter wischte ein kleiner, rundschultriger Wärter den Boden von Lecters Käfig. Barney beaufsichtigte die dreimal wöchentlich durchgeführte Reinigungsaktion und suchte gleichzeitig nach Konterbande. Da es den Reinigungskräften in Dr. Lecters Quartier unheimlich war, neigten sie zur Eile. Barney kontrollierte sie. Er achtete auf alles und übersah nichts. Barney überwachte jeden Handgriff im Zusammenhang mit Dr. Lecter, denn Barney vergaß nie, womit er es zu tun hatte. Seine zwei Assistenten sahen sich ein Video mit Eishockey-Highlights an. Dr. Lecter schöpfte aus seinem reichen inneren Fundus, um sich die Zeit zu vertreiben. Er kann sich jahrelang mit sich selbst beschäftigen. Seine Gedanken wurden ebenso wenig durch Furcht oder Freundlichkeit eingeschränkt wie die Miltons durch physikalische Gesetze. Im Kopf war er frei. Seine innere Welt hatte intensive Farben und Gerüche, aber kaum Geräusche. Er musste sich sogar ein wenig anstrengen, um die Stimme des verstorbenen Benjamin Raspail zu hören. Dr. Lecter überlegte, wie er James Gump an Clarice Starling ausliefern könnte, und sicher half es, sich an Raspail zu erinnern. Hier war der dicke Flötist, wie er am letzten Tag seines Lebens auf der Couch in Lecters Sprechzimmer lag und ihm von James Gump erzählte. James hatte dieses unsäglich scheußliche Zimmer in einer billigen Absteige in San Francisco. Auberginefarbene Wände mit Resten psychedelischer Day-Glow-Schmierereien aus der Hippie-Zeit. Alles furchtbar heruntergekommen. James, so wird es übrigens in seiner Geburtsurkunde tatsächlich geschrieben, und deshalb ist er auch auf diesen Namen gekommen. Man muss ihn James aussprechen, wie James, nur ohne das S am Schluss, sonst wird er absolut ungenießbar, obwohl ihnen im Krankenhaus nur ein Fehler unterlaufen ist. Selbst damals stellten sie schon die billigen Hilfskräfte an, die nicht mal einen Namen richtig schreiben konnten. Heute ist es ja noch schlimmer, es ist geradezu lebensgefährlich, wenn man ins Krankenhaus muss. Jedenfalls, James saß also, den Kopf in die Hände gestützt, in seinem abscheulichen Zimmer auf dem Bett, im Kuriositätenladen hatten sie ihn rausgeworfen, und er hatte wieder etwas wirklich Schlimmes angestellt. Ich erklärte ihm, ich könnte sein Verhalten nicht gutheißen, und außerdem hatte ich Klaus gerade kennengelernt. James ist außerdem gar nicht richtig schwul, wissen Sie, das ist nur etwas, was er im Gefängnis angenommen hat. Eigentlich ist er gar nichts. Da ist nur so eine Art totaler Leere, die er irgendwie zu füllen versucht, und er ist wahnsinnig aggressiv. Man hatte immer das Gefühl, der Raum wäre etwas leerer, wenn er hereinkam. Immerhin hatte er mit zwölf seine Großeltern umgebracht, da müsste man doch meinen, jemand, der so unberechenbar ist, müsste eine gewisse Präsenz haben, oder nicht? Und da saß er also, ohne Job, und hatte wieder mit einem armen Obdachlosen diese schlimme Sache angestellt. Ich hatte ihn verlassen. Er war auf der Post gewesen und hatte die Sendungen für seinen ehemaligen Arbeitgeber abgeholt, in der Hoffnung, es wäre etwas dabei, was er verkaufen könnte. Und es war ein Paket dabei, aus Malaysia oder so, jedenfalls von irgendwo da unten. Er riss es gespannt auf, und es enthielt einen Koffer voll toter Schmetterlinge, die einfach lose darin herumlagen. Sein Chef schickte den Posthaltern auf diesen ganzen Inseln Geld, und sie schickten ihm dafür schachtelweise tote Schmetterlinge. Er goss sie in Lusite ein und machte unsäglich kitschige Ziergegenstände daraus, und hatte auch noch die Dreistigkeit, sie als Objekte zu bezeichnen. James konnte mit den Schmetterlingen allerdings nichts anfangen, und er begann in der Hoffnung, vielleicht irgendwelchen Schmuck unter ihnen zu finden, manchmal bekamen sie aus Bali Armreifen geschickt, in ihnen zu wühlen, und dabei bekam er Staub von ihren Flügeln an seine Finger. Nichts. Er saß den Kopf in die Hände, gestützt auf dem Bett, mit Schmetterlingsstaub auf Gesicht und Händen, und er war völlig am Ende, wie das jeder von uns schon mal war, und er weinte. Er hörte ein leises Geräusch. Und es war ein Schmetterling in dem offenen Koffer. Er kämpfte sich aus einer Puppe, die mit den Schmetterlingen hineingeraten war, und er schlüpfte aus. Von den Schmetterlingen war ziemlich viel Staub in der Luft, vor allem in der Sonne, die durchs Fenster hereinfiel. Sie wissen ja, wie ungeheuer farbenprächtig alles ist, wenn es einem jemand stoned schildert. Er beobachtete, wie er seine Flügel entfaltete. Er war riesengroß, sagte er, grün, und James öffnete das Fenster und er flog weg. Und er fühlte sich so leicht, sagte er, und auf einmal wusste er, was er zu tun hatte. James fand dieses kleine Strandhaus, das Klaus und ich benutzten, und als ich von der Probe nach Hause kam, war er da. Aber Klaus war nirgendwo zu sehen. Klaus war nicht da. Ich fragte ihn, wo ist Klaus, und er sagte, schwimm. Ich wusste, dass er log, weil Klaus nie schwimmen ging, der Pazifik war ihm einfach zu wild. Und als ich den Kühlschrank öffnete, wissen Sie, was ich da fand? Hinter dem Orangensaft sah Klaus Kopf hervor. Wissen Sie, James hatte sich auch aus Klaus eine Schürze gemacht, und er zog sie an und fragte mich, wie ich ihm jetzt gefiele. Ich weiß, Sie sind sicher entsetzt, dass ich mich überhaupt mal auf James eingelassen habe. Er war sogar noch labiler, als Sie ihn kennenlernten. Ich glaube, er war einfach baff, dass Sie keine Angst vor ihm hatten. Und dann die letzten Worte, die Raspail in seinem Leben sagte. Ich frage mich, warum meine Eltern mich nicht umgebracht haben, bevor ich alt genug war, sie hereinzulegen. Der schlanke Griff des Stilets bebte, als Raspails aufgespießtes Herz weiterzuschlagen versuchte. Und Dr. Lecter sagte, »Sieht aus wie ein Strohhalm, der im Krater eines Ameisenlöwen verschwindet.« »Nicht?« Aber für Raspail war es bereits zu spät, um zu antworten. Dr. Lecter konnte sich an jedes Wort erinnern und an noch viel mehr. Angenehme Erinnerungen, um sich die Zeit zu vertreiben, während sie seine Zelle sauber machten. »Clarice Starling war scharfsinnig,« dachte der Doktor. »Möglicherweise fand sie James Gump mithilfe dessen, was er ihr gesagt hatte, aber die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr hoch. Um ihn rechtzeitig zu finden, brauchte sie genauere Angaben. Dr. Lecter war sicher, ein paar Tipps würden sich geradezu von selbst anbieten, wenn er die Einzelheiten des Verbrechens las. »Möglicherweise in Zusammenhang mit der Lehre, die Gump nach der Ermordung seiner Großeltern in der Jugendbesserungsanstalt gemacht hatte. Er würde ihr James Gump morgen geben und es so augenfällig machen, dass es nicht einmal Jack Crawford übersehen könnte. Morgen war es soweit.« Dr. Lecter hörte Schritte hinter sich, und der Fernseher wurde ausgeschaltet. Er spürte, wie die Sackkarre nach hinten gekippt wurde. Jetzt würden sie ihn wieder losbinden, eine langwierige, lästige Prozedur. Sie gingen immer gleich dabei vor. Zuerst legten ihn Barney und seine Helfer mit dem Gesicht nach unten vorsichtig auf die Pritsche. Dann band Barney seine Fußgelenke mit Handtüchern an die Stange am Fußende der Pritsche und nahm ihm die Beinfesseln ab. Er öffnete, gedeckt von seinen zwei mit Gasspray und Schlagstöcken ausgerüsteten Helfern, die Schnallen am Rücken der Zwangsjacke, brachte, während er sich rückwärts aus der Zelle zurückzog, das Netz wieder an, verriegelte die Gittertür und ließ Dr. Lecter sich allein aus seinen Fesseln befreien. Dann gab der Doktor für sein Frühstück die Fesseln heraus. So verfuhr man, seit Dr. Lecter die Schwester zerfleischt hatte, und alle waren zufrieden so. Heute kam es zu einer Unterbrechung dieses Ablaufs. Ein leichter Stoß, als die Sackkarre mit Dr. Lecter über die Schwelle des Käfigs rollte. Und da war Dr. Chilton. Er saß auf der Pritsche und sah Dr. Lecters Privatkorrespondenz durch. Chilton hatte Krawatte und Jackett abgelegt. Dr. Lecter konnte etwas, das aussah wie eine Medaille von seinem Hals hängen sehen. »Stellen Sie ihn neben die Toilette, Barney,« sagte Dr. Chilton, ohne aufzusehen. »Sie und die anderen warten in Ihrer Station.« Dr. Chilton las Dr. Lecters jüngsten Briefwechsel mit den General Archives of Psychiatry zu Ende, er warf die Briefe auf die Pritsche und ging aus der Zelle. Ein Aufblitzen brach hinter der Torwartmaske hervor, als Dr. Lecters Augen ihm folgten, aber der Kopf bewegte sich nicht. Chilton ging zu dem Stuhl im Flur, bückte sich steif und entfernte ein kleines Abhörgerät von der Unterseite des Sitzes. Er schwenkte es vor den Augenschlitzen in Dr. Lecters Maske hin und her und nahm seinen Platz auf der Pritsche wieder ein. »Ich dachte, sie könnte herauszubekommen versuchen, ob es bei Migs Tod zu einem Verstoß gegen seine Bürgerrechte gekommen ist, und deshalb habe ich mitgehört,« sagte Chilton. »Ich hatte Ihre Stimme schon Jahre nicht mehr gehört. Das letzte Mal vermutlich, als Sie mir in unseren Gesprächen all diese irreführenden Antworten gaben und mich dann in Ihren Journal-Artikeln lächerlich machten. »Schwer vorstellbar, dass in Fachkreisen die Anschauung eines Insassen etwas zählen könnte, nicht? Aber ich bin immer noch hier.« »Und Sie ebenfalls,« Dr. Lecter sagte nichts. »Jahrelanges Schweigen. Und dann schickt Jack Crawford dieses Mädchen her, und Sie schmelzen förmlich dahin. Ist es nicht so? Was hat es Ihnen so angetan, Hannibal? Waren es diese guten, festen Fußgelenke? Dieser Glanz in Ihrem Haar? Sie ist umwerfend, nicht? Distanziert und umwerfend. Ein Wintersonnenuntergang von einem Mädchen, so sehe ich Sie. Ich weiß, es ist eine Weile her, dass Sie einen Wintersonnenuntergang gesehen haben, aber Sie können sich auf mich verlassen, was das angeht. Sie bekommen nur noch einen Tag mit ihr. Dann übernimmt das Morddezernat Baltimore das Verhör. Sie schrauben im Zimmer für die Elektroschockbehandlung einen Stuhl für Sie am Boden fest. Zu Ihrer Bequemlichkeit ist der Stuhl mit einem Nachttopf versehen. Und ich werde nichts davon wissen. Geht Ihnen langsam ein Licht auf? Sie haben den Braten gerochen, Hannibal. Sie wissen, dass Sie genau wissen, wer Buffalo Bill ist. Sie denken, dass Sie ihn vielleicht sogar behandelt haben. Als ich Miss Starling nach Buffalo Bill fragen hörte, war ich zunächst etwas überrascht. Ich rief einen Freund beim Morddezernat Baltimore an. Sie haben ein Insekt in Klaus Kehle gefunden, Hannibal. Sie wissen, dass Buffalo Bill ihn umgebracht hat. Crawford lässt Sie bewusst in dem Glauben, ganz besonders schlau zu sein. Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wie sehr Crawford Sie deswegen hasst, dass Sie seinen Protégé so übel haben zurichten lassen. Jetzt hat er Sie im Sack. Kommen Sie sich jetzt immer noch schlau vor? Dr. Lecter beobachtete, wie Chiltons Blicke über die Riemen wanderten, mit denen die Maske befestigt war. Chilton wollte sie ihm eindeutig abnehmen, um sein Gesicht sehen zu können. Lecter fragte sich, ob er es auf die sichere Art tun würde, von hinten. Wenn er es von vorn täte, müsste er um Dr. Lecters Kopf herumgreifen, mit den von blauen Venen überzogenen Innenseiten seiner Unterarme dicht an Lecters Gesicht. »Kommen Sie, Doktor. Kommen Sie näher.« »Nein«, er hat es sich anders überlegt. »Glauben Sie immer noch, Sie bekommen eine Zelle mit einem Fenster? Glauben Sie, Sie dürften am Strand spazieren gehen und die Vögel sehen? »Nun, das glaube ich nicht. Ich habe Senator Ruth Martin angerufen, und Sie wussten nichts von einer Abmachung mit Ihnen. Ich musste ihr erst in Erinnerung rufen, wer Sie sind. Auch von Clarice Starling hat sie nie etwas gehört. Es war eine List. Mit einem gewissen Maß an Perfidie muss man bei einer Frau immer rechnen, aber das schlägt dem Fass den Boden aus, finden Sie nicht.« »Wenn Sie sie ausgequetscht haben, Hannibal, wird Crawford Sie wegen Nicht-Anzeige eines wehren Delikts anzeigen. Natürlich werden Sie es auf Grundlage von McNaughton abschmettern, aber der Richter wird trotzdem nicht begeistert sein. Sie haben sechs Mordopfer lang geschwiegen. Der Richter wird nicht mehr solches Interesse an Ihrem Wohlergehen haben.« »Kein Fenster, Hannibal. Sie werden den Rest Ihres Lebens in einer staatlichen Anstalt auf dem Boden sitzen und den Windelwagen vorbeifahren sehen. Irgendwann verlieren Sie Ihre Zähne und Ihre Kraft, und niemand wird mehr Angst vor Ihnen haben, und Sie werden in einer Anstalt wie Flandauer draußen in der offenen Station landen. Dann werden die jungen Insassen Sie schikanieren und nach Lust und Laune Ihre sexuellen Bedürfnisse an Ihnen befriedigen, und alles, was Sie zu lesen bekommen werden, ist das, was Sie an die Wand schreiben. Denken Sie, das interessiert das Gericht? Sie haben die Alten gesehen. Sie weinen, wenn Ihnen das Aprikosenkompott nicht schmeckt. Ha! Jack Crawford und seine Mieze. Sobald seine Frau gestorben ist, werden Sie sich ganz offen zueinander bekennen. Er wird sich jugendlich erkleiden und irgendeinen Sport anfangen, den Sie gemeinsam machen können. Sie haben schon ein Verhältnis, seit Bella Crawford krank geworden ist, da können Sie schwerlich jemandem was vormachen. Sie werden Ihre Beförderungen kriegen, und Sie werden nicht einen Gedanken mehr an Sie verschwenden. Wahrscheinlich kommt Crawford am Ende sogar persönlich her, um Ihnen zu sagen, was Sie kriegen. Einen Tritt in den Hintern. Ich bin sicher, er hat Sie schon ein paar passende Worte zurechtgelegt. Hannibal. Er kennt Sie nicht so gut wie ich. Er dachte, wenn er Sie um ein paar Hinweise bäte, würden Sie das nur als Anlass nehmen, um die Mutter zu quälen. Womit er vollkommen recht hatte, dachte Dr. Lecter. Wie klug von Jack, diese unbedarfte schottisch-irische Visage täuscht. Wenn man richtig hineinzusehen versteht, ist sein Gesicht voller Narben. Wer weiß, vielleicht ist noch ein Platz für ein paar mehr. Ich weiß, wovor Sie Angst haben. Nicht vor Schmerzen oder vor der Einsamkeit. Das Einzige, was Sie nicht ertragen können, Hannibal, ist, sich zu blamieren. Nein, in dieser Hinsicht sind Sie wie eine Katze. Ich habe mein Ehrenwort gegeben, auf Sie aufzupassen, Hannibal. Und das werde ich auch tun. Meinerseits haben in unserer Beziehung persönliche Gesichtspunkte nie eine Rolle gespielt, und ich passe auch jetzt auf Sie auf. Es hat mit Senator Martin nie eine Abmachung Ihrer Person betreffend gegeben, aber jetzt gibt es eine. Beziehungsweise könnte es eine geben. Ich habe stundenlang telefoniert, in Ihrem Interesse und im Interesse dieses Mädchens. Ich nenne Ihnen jetzt die erste Bedingung. Sie äußern sich nur durch mich. Ich allein veröffentliche eine wissenschaftliche Dokumentation hierüber, über mein erfolgreich verlaufenes Gespräch mit Ihnen. Sie veröffentlichen nichts. Ich habe exklusiven Zugang zu allem Material von Catherine Martin, sollte Sie gerettet werden. Diese Bedingungen sind nicht Gegenstand von Verhandlungen. Sie antworten mir sofort. Akzeptieren Sie diese Bedingungen? Dr. Lecter lächelte in sich hinein. Antworten Sie mir, oder möchten Sie lieber der Polizei von Baltimore Rede und Antwort stehen? Das ist, was Sie dafür bekommen. Wenn Sie Buffalo Bill identifizieren und das Mädchen rechtzeitig gefunden wird, lässt Sie Senator Martin, und das wird sie Ihnen telefonisch bestätigen, dann lässt Sie Senator Martin ins Brushy Mountain State Prison in Tennessee verlegen, wo Sie dem Zugriff der Behörden von Maryland entzogen sind. Sie befinden sich dann in Ihrem Amtsbezirk, wo Jack Crawford nichts mehr zu sagen hat. Sie werden in einer Hochsicherheitszelle mit Blick auf die Wälder untergebracht. Sie bekommen Bücher und außerdem eine Möglichkeit, sich im Freien körperlich zu betätigen. Im Detail muss das zwar noch geklärt werden, aber sie lässt damit sich reden. »Sagen Sie uns, wer er ist, und Sie kommen auf der Stelle nach Tennessee. Der Gouverneur hat sich damit einverstanden, erklärt, dass sie die Tennessee State Police am Flughafen in Gewahrsam nimmt.« »Zu guter Letzt«, »Dr. Chilton doch noch etwas Interessantes gesagt, und er weiß nicht mal, was es ist.« Dr. Lektor spitzte hinter der Maske seine roten Lippen. »Polizei gewahrsam. Polizisten sind nicht so klug wie Barney. Polizisten sind es gewöhnt, mit Verbrechern umzugehen. Sie verwenden mit Vorliebe Beineisen und Handschellen. Handschellen und Beineisen lassen sich mit einem Handschellenschlüssel öffnen. Wie meinem. Sein Vorname ist Billy«, sagte Dr. Lektor. »Den Rest erzähle ich der Senatoren.« »In Tennessee.« Jack Crawford lehnte Dr. Danielsons Kaffee ab, nahm aber den Becher, um sich an dem Edelstahlbecken hinter der Pflegestation an Alka-Selzer aufzulösen. Alles war aus Edelstahl. Der Becherspender, die Theke, der Abfalleimer, das Gestell von Dr. Danielsons Brille. Das blitzende Metall suggerierte das Blinken von chirurgischem Besteck und rief bei Crawford ein deutliches Stechen in der Leistengegend hervor. Er und der Arzt waren allein auf der kleinen Galerie. »Nicht ohne eine gerichtliche Verfügung kommt gar nicht in Frage«, sagte Dr. Danielson noch einmal. Diesmal war er brüsk, um der Gastfreundlichkeit entgegenzuwirken, die er mit dem Kaffee gezeigt hatte. Danielson war Leiter der Gender Identity Clinic am Johns Hopkins, und er hatte sich bereit erklärt, sich bei Tagesanbruch lange vor der Morgenvisite mit Crawford zu treffen. »Sie müssen mir für jeden einzelnen Fall eine eigene gerichtliche Verfügung vorlegen, und wir werden jede anfechten.« »Was hat man Ihnen am Columbus und in Minnesota gesagt?« »Doch sicher das Gleiche, oder nicht?« »Das Justizministerium fragt gerade bei Ihnen an.« »Wir dürfen keine Zeit verlieren, Doktor. Wenn das Mädchen nicht schon tot ist, wird er sie bald umbringen, heute Abend oder morgen. Und dann schnappt er sich die nächste.« »Buffalo Bill im selben Atemzug mit den Problemen zu nennen, die wir hier behandeln, ist ignorant und unfair und gefährlich, Mr. Crawford, geradezu haarsträubend. Es hat Jahre gedauert, und dieser Prozess ist noch keineswegs abgeschlossen. Um der Öffentlichkeit klarzumachen, dass Transsexuelle nicht verrückt sind, dass sie nicht pervers sind, dass sie nicht schwul sind, was immer das ist, da gebe ich Ihnen völlig recht. Augenblick mal. Die Gewaltbereitschaft ist bei Transsexuellen erheblich niedriger als in der Gesamtbevölkerung. »Hier handelt es sich um anständige Menschen mit einem echten Problem, einem berüchtigt hartnäckigen Problem. Sie haben Hilfe verdient, und wir können sie Ihnen geben. Ich dulde hier keine Hexenjagd. Wir haben noch nie gegen unsere ärztliche Schweigepflicht verstoßen und werden das auch nie tun. Halten Sie sich das bitte immer vor Augen, bevor Sie weitere Schritte unternehmen, Mr. Crawford.« Privat tat Crawford nun schon monatelang den Ärzten und Schwestern seiner Frau schön, um jeden noch so kleinen Vorteil für Bella herauszuschinden. Er hatte die Nase gestrichen voll von Ärzten. Aber das hier war nicht privat. Das hier war Baltimore und dienstlich. Sei also nett. Dann habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, Herr Doktor. Meine Schuld. Es ist noch sehr früh, ich bin kein Morgenmensch. Die Sache ist die. Der Mann, den wir suchen, ist kein Patient von Ihnen. Es ist jemand, den Sie abgelehnt haben, weil Sie erkannt haben, dass er kein Transsexueller ist. Wir gehen nicht einfach blindlings an die Sache heran. Ich werde Ihnen ein paar Punkte nennen, in denen er von den typischen transsexuellen Verhaltensmustern in Ihren kranken Blättern abweicht. Hier ist eine kurze Liste von Punkten, nach denen Ihre Mitarbeiter bei den abgelehnten Patienten Ausschau halten könnten. Dr. Danielson rieb sich beim Lesen die Nase. Dann gab er das Blatt Papier zurück. Sehr originell, Mr. Crawford. Ich würde sogar sagen hochgradig bizarr. Und das ist ein Wort, das ich nicht sehr oft gebrauche. Darf ich fragen, von wem Sie dieses Sammelsurium von Spekulationen haben? Ich glaube nicht, dass Sie das gerne wissen würden, Dr. Danielson. Von der Abteilung Verhaltensforschung, sagte Crawford. In Absprache mit Dr. Alan Bloom von der University of Chicago. Alan Bloom? Hat das gut geheißen? Und wir sind nicht nur auf die Testergebnisse angewiesen. Es gibt einen weiteren Aspekt, wodurch Buffalo Bill wahrscheinlich von den anderen Kandidaten in Ihren Unterlagen absticht. Vermutlich hat er versucht, eine Vorstrafe wegen Körperverletzung zu verheimlichen, oder er hat anderes Hintergrundmaterial gefälscht. Zeigen Sie mir die Kandidaten, die Sie abgelehnt haben, Doktor. Danielson schüttelte die ganze Zeit den Kopf. Untersuchungs- und Gesprächsunterlagen sind streng vertraulich. Dr. Danielson, wie können Betrug und Verdrehung der Tatsachen vertraulich sein? Wie können der wahre Name und der wahre persönliche Hintergrund eines Kriminellen unter die ärztliche Schweigepflicht fallen, wenn er Ihnen die betreffenden Angaben gar nicht gemacht hat, sondern Sie sich diese Angaben selbst beschaffen mussten? Ich weiß, wie gewissenhaft das Johns Hopkins in dieser Hinsicht ist. Sie haben solche Fälle, da bin ich ganz sicher. Operationssüchtige stellen überall Anträge, wo Operationen gemacht werden. Das wirft kein schlechtes Licht auf die Einrichtung oder die legitimen Patienten. Denken Sie, beim FBI würden sich keine Irren bewerben. Wir kriegen ständig Zuschriften. Letzte Woche hat sich in St. Louis ein Mann mit einem Maud-Toupet beworben. Er hatte eine Panzerfaust, zwei Raketen und einen Bärenfeld-Chako in seinem Golfsack. Haben Sie ihn genommen? Helfen Sie mir, Dr. Danielson. Die Zeit läuft uns davon. Während wir hier rumstehen, macht Buffalo Bill vielleicht gerade das da aus Catherine Martin. Crawford legte ein Foto auf die blitzende Theke. Versuchen Sie das erst gar nicht, sagte Dr. Danielson. Auf so eine kindische Tour kriegen Sie mich nicht herum. Ich war Chirurg in einem Militärlazarett, Mr. Crawford. Stecken Sie Ihr Foto ruhig wieder ein. Sicher. Einem Chirurg macht es nichts aus, sich einen verstümmelten Körper anzusehen. Crawford zerdrückte seinen Becher und trat auf das Pedal, mit dem sich der Deckel des Abfalleimers hochklappen ließ. Aber ich glaube nicht, dass es einem Arzt nichts ausmacht, ein Leben ausgelöscht zu sehen. Er warf den Becher hinein und der Deckel schlug mit einem befriedigend lauten Scheppern zu. Hier ist das beste Angebot, das ich Ihnen machen kann. Ich bitte Sie nicht um Angaben zu Patienten, sondern nur um Angaben zu Bewerbungen, die Sie nach diesen Gesichtspunkten heraussuchen. Sie und Ihr psychiatrischer Zulassungsausschuss können Ihre abgelehnten Bewerbungen sicher schneller bearbeiten als ich. Sollten wir Buffalo Bill dank Ihrer Angaben finden, werde ich das nicht bekannt machen. Ich werde mir eine andere Erklärung ausdenken, wie es uns gelungen ist, und an diese Version werden wir uns dann offiziell halten. Könnte Johns Hopkins unter das Zeugenschutzprogramm fallen, Mr. Crawford? Könnten wir eine neue Identität bekommen, indem Sie uns, sagen wir mal, ins Bob-Jones-College verlegen? Ich bezweifle sehr, dass das FBI oder irgendeine andere staatliche Ermittlungsbehörde ein Geheimnis lange für sich behalten kann. Sie würden sich wundern. Ich bezweifle es. Der Versuch, uns hinter einer dilettantischen, bürokratischen Lüge zu verstecken, würde uns mehr schaden, als einfach die Wahrheit zu sagen. Bitte versuchen Sie nie, uns so zu schützen. Haben Sie vielen Dank. Haben Sie, Dr. Danielson, vielen Dank für Ihre humorvollen Bemerkungen. Sie sind außerordentlich hilfreich. Ich werde Ihnen gleich zeigen, inwiefern. Sie sind doch für die Wahrheit. Wie finden Sie dann das? Er entführt junge Frauen und zieht ihnen die Haut ab. Er zieht sich diese Häute an und tollt darin herum. Wir wollen nicht, dass er das weiterhin macht. Wenn Sie mir nicht schnellstens helfen, werde ich Folgendes mit Ihnen machen. Nur heute Vormittag wird das Justizministerium mit dem Hinweis, Sie hätten uns Ihre Unterstützung verweigert, öffentlich eine gerichtliche Verfügung beantragen. Wir werden Sie zweimal täglich beantragen, jeweils rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Nachrichtensendungen. In jeder Presseerklärung des Justizministeriums über den Fall wird erwähnt werden, inwieweit unsere Bemühungen fruchteten, Dr. Danielson vom Johns Hopkins zur Mitarbeit mit uns zu bewegen. Jedes Mal, wenn es neue Meldungen zum Fall Buffalo Bill gibt, wenn Catherine Martin irgendwo angeschwemmt wird, wenn die nächste angetrieben wird und wieder die nächste, werden wir unverzüglich eine Presseerklärung abgeben, wie sich unsere Zusammenarbeit mit Dr. Danielson vom Johns Hopkins gestaltet, selbstverständlich einschließlich Ihrer witzigen Bemerkungen über das Bob-Jones-College. Und noch etwas, Herr Doktor. Sie wissen, zufällig sind Health and Human Services hier in Baltimore. Ich denke dabei an das Amt für Eignungskriterien, und wenn ich mich nicht täusche, haben Sie schon vorher daran gedacht, oder nicht? Was wäre, wenn Senator Martin irgendwann nach dem Begräbnis ihrer Tochter den Leuten bei den Eignungskriterien folgende Frage stellt? Sollen die Geschlechtsumwandlungen, die Sie hier durchführen, als kosmetische Chirurgie eingestuft werden? Vielleicht kratzen Sie sich dann am Kopf und beschließen, Ach, wissen Sie, eigentlich hat Senator Martin recht. Ja, wir finden, das ist kosmetische Chirurgie. Und dann bekommen Sie hier plötzlich wieder genauso wenig Subventionen wie irgendeine stinknormale Schönheitsklinik. Was ist beleidigend? Nein, es ist die Wahrheit. Sie machen mir keine Angst. Sie schüchtern mich nicht ein. Gut. Ich will ja auch weder das eine noch das andere, Herr Doktor. Ich möchte nur, dass Ihnen klar ist, dass es mir ernst ist. Helfen Sie mir, Doktor. Bitte. Sie sagten, Sie arbeiten mit Alan Bloom zusammen? Ja, die University of Chicago. Ich kenne Alan Bloom, und ich würde lieber mit jemandem vom Fach darüber sprechen. Sagen Sie ihm, ich werde mich noch heute Vormittag bei ihm melden. Ich werde Ihnen noch heute Mittag mitteilen, wozu ich mich entschlossen habe. Mir liegt durchaus etwas an der jungen Frau, Mr. Crawford. Und an den anderen. Aber hier steht einiges auf dem Spiel, und ich glaube nicht, dass Ihnen das so wichtig ist, wie es sein sollte. Mr. Crawford, haben Sie in letzter Zeit Ihren Blutdruck messen lassen? Das mache ich selbst. Und medikamentieren Sie sich auch selbst? Das ist verboten, Doktor Danielson. Aber Sie haben einen Arzt. Ja. Sagen Sie ihm Ihre Werte, Mr. Crawford. Welch ein herber Verlust für uns alle, wenn Sie plötzlich tot umfielen. Sie hören im Lauf des Vormittags von mir. Wann genau heute Vormittag? Ginge es in einer Stunde? In einer Stunde. Als Crawford im Erdgeschoss aus dem Lift stieg, ertönte sein Pager. Sein Fahrer Jeff winkte ihm zu, als er auf den Observierungswagen zutrabte. Sie ist tot, und Sie haben sie gefunden, dachte er, als er nach dem Telefon griff. Es war der Direktor. Die Nachrichten waren nicht so schlecht, wie sie hätten sein können, aber trotzdem schlecht genug. Chilton hatte sich in die Ermittlungen eingemischt, und jetzt schaltete sich Senator Martin ein. Auf Anweisung des Gouverneurs hatte der Attorney General des Staates Maryland Dr. Hannibal Lectors Überstellung nach Tennessee genehmigt. Um diesen Schritt zu verhindern oder hinauszuzögern, wäre der ganze Einfluss des Federal Court des Districts Maryland nötig. Der Direktor wollte am Telefon Crawfords Meinung dazu hören, und zwar sofort. »Einen Augenblick«, sagte Crawford. Er hielt den Hörer an seinen Oberschenkel und sah aus dem Fenster des Lieferwagens. Im Februar gab es für das erste Licht des Tages nicht viel Farbe zu finden, alles grau, absolut trostlos. Jeff wollte etwas sagen, aber Crawford brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Leckt das Monster-Ego. Chiltons Ehrgeiz. Senator Martins panische Angst um ihr Kind. Catherine Martins Leben. Da gab es nicht viel zu überlegen. Lassen Sie sie gehen«, sagte er in den Hörer. Dr. Chilton und drei Tennessee State Trooper in frisch gebügelten Uniformen standen bei Sonnenaufgang auf dem windgepeitschten Asphalt dicht beisammen und versuchten, das Gebrabbel des Funkverkehrs aus der offenen Tür der Grumman Gulfstream und aus dem Krankenwagen neben dem Flugzeug zu übertönen. Der verantwortliche Käpt'n reichte Dr. Chilton einen Stift. Die Blätter wurden über die Oberkante des Klemmbretts geweht und der State Trooper musste sie nach unten drücken. »Können wir das nicht in der Luft machen?«, fragte Dr. Chilton. »Sir, die Bestätigung muss im Moment der körperlichen Übergabe erfolgen, so lauten meine Anweisungen.« Der Co-Pilot, der gerade mit dem Anbringen einer Rampe auf den Stufen der Gangway fertig geworden war, rief »Alles klar!« Die State Trooper scharrten sich mit Dr. Chilton um das Heck des Krankenwagens. Als der Anstaltsleiter die Hecktür öffnete, standen sie angespannt da, als erwarteten sie, dass gleich etwas herausspränge. Dr. Hannibal Lecter trug seine Torwartmaske und war mit Leinwandgurtenkerzen gerade an seiner Sackkarre festgezurrt. Er ließ gerade Wasser, und Barney hielt ihm die Urinflasche. Einer der Trooper schnaubte, die anderen beiden sahen weg. »Entschuldigung«, sagte Barney zu Dr. Lecter und schloss die Tür wieder. »Schon gut, Barney«, sagte Dr. Lecter. »Ich bin schon fertig. Danke.« Barney brachte Dr. Lecters Kleider in Ordnung und schob ihn ans hintere Ende des Krankenwagens. »Barney?« »Herr Dr. Lecter?« »Sie sind immer anständig zu mir gewesen. Danke.« »Keine Ursache.« »Wenn Sammy das nächste Mal wieder bei Besinnung ist, würden Sie ihn dann von mir grüßen?« »Sicher.« »Wiedersehen, Barney.« Der große Werte stieß die Türen auf und rief den State Troopern zu. »Könntet ihr ihn da unten anfassen, Leute? Nehmt ihn an beiden Seiten, wir lassen ihn zu Boden, aber vorsichtig.« Barney schob Dr. Lecter die Rampe hinauf und in das Flugzeug. Auf der rechten Seite der Maschine waren drei Sitze entfernt worden. Der Co-Pilot schnallte die Sackkarre an den Halterungen für die Sitze fest. »Fliegt er im Liegen?«, fragte einer der Trooper. »Hat er Gummihosen an?« »Bis Memphis wirst du das Wasser wohl oder überhalten müssen, Freundchen,« sagte der andere. »Dr. Chilton, könnte ich Sie kurz sprechen?«, fragte Barney. Sie standen neben dem Flugzeug, während um sie herum der Wind kleine Wirbel aus Staub und Abfällen bildete. »Diese Leute haben keine Ahnung,« sagte Barney. »Wenn wir ankommen, bekomme ich Hilfe, erfahrene Psychiatrieanwärter. Ab sofort sind die für ihn zuständig.« »Glauben Sie, Sie gehen richtig mit ihm um? Sie wissen ja, wie er ist. Man muss ihm mit Langeweile drohen, das ist das Einzige, bevor er Angst hat. Mit Handgreiflichkeiten erreicht man bei ihm rein gar nichts.« »Das würde ich auch nie zulassen, Barney.« »Sind Sie dabei, wenn Sie ihn vernehmen?« »Ja.« »Und Sie nicht,« fügte Chilton in Gedanken hinzu. »Ich könnte ihn nach der Ankunft in Tennessee fertig machen und nur ein paar Stunden nach Ende meiner Schicht wieder hier zurück sein,« schlug Barney vor. »Sie sind jetzt nicht mehr für ihn verantwortlich, Barney. Ich bin ja da. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit ihm umgehen müssen, jeden einzelnen Schritt.« »Dass Sie mal gut aufpassen,« sagte Barney. »Er wird es sicher tun.« Nachdem Crawford aufgelegt hatte, saß Clary Starling auf der Kante ihres Motelbettes und starrte fast eine Minute lang das schwarze Telefon an. Ihr Haar war zerzaust, und da sie sich in ihrem kurzen Schlaf ständig herumgeworfen hatte, hatte sich ihr Academy-Nachthemd um sie geschlungen. Sie fühlte sich, als hätte sie einen Tritt in den Bauch bekommen. Es waren nur drei Stunden vergangen, seit sie Dr. Lecter verlassen hatte, und zwei Stunden, seit sie und Crawford die Zusammenstellung der Auffälligkeiten abgeschlossen hatten, nach denen die Anträge an die Geschlechtsumwandlungszentren durchgesehen werden sollten. In dieser kurzen Zeit, während sie geschlafen hatte, war es Dr. Frederick Chilton gelungen, alles zunichte zu machen. Crawford kam sie abholen. Sie musste sich fertig machen, musste sich darauf konzentrieren, sich fertig zu machen. »Herr Gott noch mal! Herr Gott noch mal! Herr Gott noch mal! Du hast sie umgebracht, Dr. Chilton!« »Du hast sie umgebracht, Dr. Arschgesicht!« Lecter wusste einiges mehr, und ich hätte es aus ihm herausbekommen können. »Alles futsch, alles futsch jetzt, alles umsonst!« »Wenn Catherine Martin angeschwemmt wird, werde ich dafür sorgen, dass du sie dir ansehen musst. Darauf kannst du dich verlassen.« »Du hast mir die Sache aus der Hand genommen.« »Ich muss jetzt unbedingt etwas Sinnvolles zu tun haben, und zwar sofort.« »Was kann ich jetzt sofort tun? Was kann ich in diesem Moment tun?« »Mich waschen.« Im Bad ein Körbchen mit papierverpackten Seifen, Tuben mit Shampoo und Lotion, ein kleines Nähzeug, die Annehmlichkeiten, die ein gutes Motel bietet. Als sie in die Dusche stieg, sah Starling sich in einem Erinnerungsblitz mit acht Jahren, wie sie ihrer Mutter, wenn sie die Motelzimmer sauber machte, Handtücher und das Shampoo und die papierverpackte Seife brachte. Als sie acht war, gab es eine Krähe, einen Vogel aus einem Schwarm im beißenden Wind dieser öden Stadt, und diese Krähe stahl gern von den Wagen der Zimmermädchen des Motels. Sie schnappte sich alles, was glänzte. Die Krähe wartete auf ihre Chance, und dann stöberte sie unter den zahlreichen Putzutensilien auf dem Wagen. Manchmal kackte sie bei einem Notstart auf die frischen Laken. Eines der anderen Zimmermädchen warf Bleiche nach ihr, womit sie nur erreichte, dass ihre Federn mit schneeweißen Flecken gesprengtelt wurden. Die schwarz-weiße Krähe lauerte immer darauf, dass Clarice ihrer Mutter, die die Bäder putzte, irgendwelche Sachen bringen musste und den Wagen einen Moment unbewacht ließ. Ihre Mutter stand in der Tür eines Motel-Badezimmers, als sie Starling sagte, sie könne nicht mehr bei ihr bleiben und müsse in Montana leben. Ihre Mutter legte die Handtücher, die sie hielt, beiseite und setzte sich seitlich auf das Motelbett und drückte sie an sich. Starling träumte immer noch von der Krähe, sah sie auch jetzt, ohne Zeit zum Nachdenken zu haben, warum. Wie um etwas zu verscheuchen, schoss ihre Hand hoch, und dann, als müßte sie die Geste rechtfertigen, hob sie die Hand weiter und legte sie an ihre Stirn, um das nasse Haar zurückzustreichen. Sie zog sich rasch an. Hose, Bluse und eine leichte Sweaterweste, der kurzläufige Revolver in dem Pfannkuchenholster fest um ihre Rippen geschnallt, der Schnelllader auf der anderen Seite auf dem Gürtel sitzend. Ihr Blazer musste ausgebessert werden. Über dem Schnelllader hatte sich eine Naht des Futters durchgescheuert. Sie war fest entschlossen, sich zu beschäftigen, sich zu beschäftigen, bis sie sich abgeregt hatte. Sie holte das kleine Motel-Nähzeug und heftete das Futter fest. Manche Agents nähten sich Unterlegscheiben unten in ihre Jacketts, damit sie sich leichter zurückstreifen ließen. Sollte sie auch machen. Crawford klopfte an die Tür. Crawford hatte die Erfahrung gemacht, dass Ärger Frauen unattraktiv machte. Ärger ließ ihnen hinten die Haare abstehen und trieb Schindluder mit ihrer Gesichtsfarbe, und sie vergaßen, Reißverschlüsse hochzuziehen. Jeder unschöne Zug wurde verstärkt. Starling sah aus wie immer, als sie die Tür ihres Motel-Zimmers öffnete, aber sie war eindeutig stinksauer. Crawford merkte, dass er jetzt vielleicht etwas Wichtiges über sie erfahren würde. Ihm puften Seifenduft und dampfige Luft entgegen, als sie in der Tür stand. Die Decke auf dem Bett hinter ihr war über das Kissen hochgezogen. Was sagen Sie jetzt, Starling? Ich sage verdammt noch mal, Mr. Crawford. Und was sagen Sie? Er machte eine Kopfbewegung. Der Drugstore an der Ecke hat schon auf. Erstmal besorgen wir uns Kaffee. Für Februar war's ein milder Morgen. Die Sonne, noch tief im Osten, schien rot auf die Fassade der Anstalt, als sie daran vorbeigingen. Mit knackenden Funkgeräten fuhr Jeff ihnen im Observierungswagen langsam hinterher. Einmal reichte er Crawford für ein kurzes Gespräch an Telefon aus dem Fenster. Kann ich Schilden wegen Amtsbehinderung anzeigen? Starling ging ein Stück voraus. Crawford konnte ihre Kiefermuskeln hervortreten sehen, nachdem sie die Frage gestellt hatte. Nein, damit kämen Sie nicht durch. Was ist, wenn er Sie auf dem Gewissen hat? Wenn Catherine seinetwegen stirbt? Ich möchte diesen Kerl wirklich an den Kragen gehen. Lassen Sie mich weitermachen, Mr. Crawford. Schicken Sie mich nicht in die Schule zurück. Zwei Dinge. Wenn ich sie behalte, dann nicht, damit Sie Chilton an den Kragen gehen. Das hat Zeit. Zweitens. Wenn ich sie noch viel länger behalte, werden sie recycelt. Das kostet sie ein paar Monate. Die Academy macht dabei niemandem eine Ausnahme. Ich kann Ihnen garantieren, dass Sie wieder aufgenommen werden, aber das ist auch schon alles. Sie bekommen wieder einen Platz. So viel kann ich Ihnen versprechen. Sie ließ ihren Kopf beim Gehen weit nach hinten sinken. Dann nahm sie ihn wieder nach vorne. Vielleicht ist das jetzt eine Frage, die man seinem Boss lieber nicht stellen sollte, aber... Kriegen Sie jetzt Ärger? Kann Ihnen Senator Martin etwas anhaben? Starling, ich gehe in zwei Jahren in Pension. Selbst wenn ich Jimmy Hoffa und den Tylenolkiller finde, muss ich meinen Job an den Nagel hängen. Das spielt für mich keine Rolle. Crawford, immer auf der Hut vor seinen Sehnsüchten, wusste, wie sehr er sich wünschte, weise zu sein. Er wusste, ein Mann mittleren Alters kann so begierig auf Weisheit sein, dass er sie vorzutäuschen versucht. Und er wusste auch, wie tödlich das für einen jungen Menschen sein kann, der ihm glaubt. Deshalb sprach er sehr überlegt und nur von Dingen, die er wusste. Was Crawford ihr auf dieser trostlosen Straße in Baltimore sagte, hatte er im Zuge einiger eiskalter Morgendämmerungen in Korea gelernt, in einem Krieg, bevor sie geboren war. Das mit Korea ließ er weg, weil er es nicht brauchte, um sich Autorität zu verschaffen. Es ist die schwerste Zeit, Starling. Nutzen Sie diese Zeit, und sie wird sie stellen. Jetzt kommt die schwerste Prüfung, sich durch Wut und Frustration nicht vom Denken abhalten zu lassen. An diesem Punkt entscheidet sich, ob sie andere führen können oder nicht. Vergeudung und Dummheit schaden einem am meisten. Chilton ist ein gottverdammter Idiot, und vielleicht hat er Catherine Martins Tod verschuldet, aber vielleicht auch nicht. Wir sind Ihre Chance. Starling, wie kalt ist flüssiger Stickstoff unter Laborbedingungen? Was? Flüssiger Stickstoff? Etwa minus 200 Grad Celsius, bei etwas mehr Verdampfte. Haben Sie mal was damit eingefroren? Sicher. Ich möchte, dass Sie auch jetzt etwas einfrieren. Frieren Sie die Sache mit Chilton ein. Behalten Sie die Hinweise, die Sie von Lecter erhalten haben, und frieren Sie die Gefühle ein. Behalten Sie den Preis im Auge, Starling. Alles andere zählt nicht. Sie haben für ein paar Informationen gearbeitet, haben dafür bezahlt und haben sie erhalten. Und jetzt machen wir sie uns zunutze. Sie sind genauso gut oder so wertlos, wie Sie es waren, bevor uns Chilton dazwischen gepfuscht hat. Wahrscheinlich werden wir keine weiteren mehr von Lecter bekommen. Nehmen Sie die Informationen über Buffalo Bill, die Sie von Lecter erhalten haben, und bleiben Sie am Ball. Den Rest frieren Sie ein. Die Vergeudung, den Verlust, Ihren Ärger, Chilton. Frieren Sie das alles ein. Wenn wir Zeit haben, treten wir Chilton in den Arsch, bis er ihn zwischen den Schulterblättern hat. Frieren Sie es jetzt ein und schieben Sie es zur Seite, damit Sie darüber den Preis nicht aus den Augen verlieren, Starling. Catherine Martins Leben und Buffalo Bills Haut am Scheunentor. Behalten Sie den Preis im Auge. Wenn Sie das können, brauche ich Sie. Um die ärztlichen Unterlagen durchzusehen? Inzwischen waren Sie vor dem Drugstore angelangt. Nein, es sei denn, die Kliniken mauern und wir müssen uns die Unterlagen beschaffen. Ich möchte, dass Sie nach Memphis fliegen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Lecter Senator Martin etwas Brauchbares erzählt. Aber ich möchte Sie in der Nähe haben für alle Fälle. Vielleicht spricht er wieder mit Ihnen, wenn er es über hat, mit ihr zu spielen. In der Zwischenzeit möchte ich, dass Sie versuchen, sich ein Bild von Catherine zu verschaffen und davon, wie Bill auf sie gestoßen sein könnte. Sie sind nicht viel älter als Catherine, und Ihnen erzählen Ihre Freunde vielleicht Dinge, die Sie jemandem, der wie ein Cop aussieht, nicht erzählen würden. Außerdem haben wir noch die anderen Feuer im Eisen. Interpol arbeitet an Klaus' Identifizierung. Sobald wir die haben, können wir seinen Bekanntenkreis in Europa und in Kalifornien, wo er die Romanze mit Benjamin Raspail hatte, genauer unter die Lupe nehmen. Ich werde zur University of Minnesota fahren. Wir haben Sie leider auf dem falschen Fuß erwischt. Und heute Abend bin ich in Washington. Und jetzt hole ich den Kaffee. Pfeifen Sie schon mal Jeff mit dem Wagen her. In vierzig Minuten sitzen Sie im Flugzeug. Die rote Sonne beleuchtete inzwischen die oberen drei Viertel der Telefonmasten. Die Bürgersteige waren noch violett. Starling konnte in das Licht hochgreifen, als sie Jeff winkte. Sie fühlte sich erleichtert. Besser. Crawford war wirklich sehr gut. Sie wusste, seine kurze Frage nach dem Stickstoff war ein Hinweis auf ihre forensische Ausbildung, dazu gedacht, sie aufzubauen und tief verwurzelte rationale Denkgewohnheiten zu mobilisieren. Sie fragte sich, ob Männer diese Art von Manipulation tatsächlich für subtil hielten. Eigenartig, dass manche Dinge wirken, selbst wenn man sie durchschaut. Eigenartig, dass Führungsqualitäten oft plumpe Qualitäten sind. Auf der anderen Straßenseite kam jemand die Treppe des Baltimore State Hospital für geistesgestörte Straftäter herunter. Es war Barney, der in seinem Lumberjack noch riesiger wirkte. Er hatte seinen Essensbehälter in der Hand. Starling artikulierte stumm fünf Minuten in Richtung Jeff, der im Wagen wartete. Sie erreichte Barney, als er seinen alten Studebaker aufschloss. Barney! Er wandte sich mit ausdrucksloser Miene zu ihr um. Seine Augen waren vielleicht geringfügig größer als sonst. Er hatte sein Gewicht auf beiden Füßen. Er war ein bisschen. Hat Ihnen Dr. Chilton gesagt, dass der Fall damit für Sie erledigt ist? Was sollte er mir sonst sagen? Glauben Sie es? Sein Mundwinkel bog sich nach unten. Er sagte weder ja noch nein. Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun, und zwar sofort, ohne lange Fragen. Ich werde Sie freundlich darum bitten. Damit fangen wir an. Was ist noch in Lecters Zelle? Ein paar Bücher. Freude am Kochen, medizinische Fachzeitschriften. Seine Prozessakten haben Sie ihm genommen. Die Sachen an den Wänden, die Zeichnungen. Sind noch da. Ich will alles, und ich bin furchtbar in Eile. Er musterte sie einen Moment, dann sagte er ... Einen Augenblick und trabte für seine Größe leichtfüßig wieder die Treppe hinauf. Crawford wartete im Wagen auf Sie, als Barney mit den zusammengerollten Zeichnungen und den Zeitungen und Büchern in einer Einkaufstüte wieder nach draußen kam. Glauben Sie, ich wusste, dass eine Wanze unter dem Stuhl war, den ich Ihnen gebracht habe? Fragte Barney, als er ihr die Sachen gab. Das würde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen müssen. Hier ist ein Stift. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer auf die Tüte. Barney, glauben Sie, diese Leute können mit Dr. Lecter umgehen? Ich habe da meine Zweifel, und ich habe das auch Dr. Chilton gesagt. Denken Sie daran, dass ich es Ihnen gesagt habe, falls er sich plötzlich nicht mehr daran erinnern kann. Sie sind in Ordnung, Officer Starling. Aber ... wenn Sie Buffalo Bill schnappen ... Ja? Bringen Sie ihn bitte nicht zu mir bloß, weil ich einen Platz frei habe, ja? Er lächelte. Barney hat die kleine Babyzähne. Starling musste unwillkürlich grinsen. Sie winkte ihm kurz über ihre Schulter zu, als sie zum Wagen rannte. Crawford freute sich. Die Grumman Gulfstream mit Dr. Hannibal Lecter an Bord setzte in Memphis mit zwei Wölkchen blauem Reifenrauch auf. Den Anweisungen aus dem Tower folgend reute sie rasch auf die Hangars der Air National Guard zu, fort vom Passagierterminal. Im ersten Hangar wartete ein Notarztwagen und eine Limousine. Durch die getönten Scheiben der Limousine beobachtete Senator Ruth Martin, wie die State Trooper Dr. Lecter aus dem Flugzeug schoben. Am liebsten wäre sie auf die gefesselte Gestalt mit der Maske vor dem Gesicht zugestürzt, um die Information aus ihr herauszureißen. Aber dazu war sie zu klug. Senator Martins Telefon piepte. Ihr Assistent Brian Gossage reichte es ihr vom Notsitz. Das FBI. Jack Crawford. Senator Martin streckte die Hand nach dem Telefon aus, ohne den Blick von Dr. Lecter abzuwenden. Warum haben Sie mir nichts von Dr. Lecter gesagt, Mr. Crawford? Ich hatte Angst, Sie würden genau das tun, was Sie gerade tun, Senator. Ich will Ihnen nicht in die Quere kommen, Mr. Crawford. Wenn Sie mir in die Quere kommen, werden Sie es bereuen. Wo ist Lecter jetzt? Ich habe ihn gerade vor mir. Kann er Sie hören? Nein. Senator Martin, hören Sie mir zu. Wenn Sie Lecter persönliche Zusagen machen wollen, schön, meinetwegen. Aber tun Sie mir einen Gefallen. Sprechen Sie mit Dr. Alan Bloom, bevor Sie es mit Lecter aufnehmen. Bloom kann Ihnen helfen, glauben Sie mir. Ich habe kompetente Berater. Besser als Chilton, hoffe ich. Dr. Chilton klopfte an das Fenster der Limousine. Senator Martin schickte Brian Gossage nach draußen, damit er sich um ihn kümmerte. Interne Kompetenzstreitigkeiten sind reine Zeitverschwendung, Mr. Crawford. Sie haben eine unerfahrene Polizeischülerin mit einem erfundenen Angebot zu ihm geschickt. Da habe ich etwas mehr zu bieten. Dr. Chilton sagt, Lecter sei durchaus in der Lage, auf ein aufrichtiges Angebot einzugehen, und ein solches erhält er von mir, ganz unbürokratisch und ohne dass irgendwelche persönlichen Rivalitäten oder Ambitionen hereinspielen. Wenn wir Catherine wohlbehaltend zurückbekommen, stehen alle gut da, sie eingeschlossen. Wenn sie stirbt, interessieren mich irgendwelche Entschuldigungen einen Dreck. Dann benutzen Sie uns, Senator Martin. Sie hörte keinen Ärger aus seiner Stimme heraus. Nur eine professionelle, um Verlustbegrenzung bemühte Gelassenheit, die sie gut kannte. Sie ging darauf ein. Okay. Wenn Sie etwas bekommen, lassen Sie uns die entsprechenden Schritte ergreifen. Sehen Sie zu, dass wir alles bekommen. Sorgen Sie dafür, dass die lokalen Polizeibehörden alles herausrücken. Vermitteln Sie ihnen nicht den Eindruck, sie würden Ihnen eine Freude machen, wenn Sie uns Informationen vorenthalten. Paul Crandler vom Justizministerium kommt her. Er wird sich darum kümmern. Wer ist dort gerade Ihr ranghöchster Beamter? Major Barkman vom Tennessee Bureau of Investigation. Gut. Wenn es nicht schon zu spät ist, versuchen Sie, die Medien aus allem herauszuhalten. Chilton sollten Sie in dieser Hinsicht massiv drohen. Er steht gern im Rampenlicht. Wir wollen nicht, dass Buffalo Bill irgendetwas erfährt. Wenn wir ihn finden, möchten wir das Hosted Rescue Team einsetzen, eine Spezialeinheit zur Befreiung von Geiseln. Wir möchten rasch zuschlagen und eine Patz-Situation vermeiden. Beabsichtigen Sie selbst, mit Blackter zu sprechen? Ja. Würden Sie vorher mit Clarice Starling sprechen? Sie ist bereits unterwegs. Wozu? Dr. Chilton hat das Hintergrundmaterial für mich zusammengestellt. Wir haben schon genug Zeit vertan. Chilton klopfte wieder ans Fenster und artikulierte stumm durch die Scheibe. Brian Gorsuch legte ihm eine Hand auf den Unterarm und schüttelte den Kopf. Ich möchte Zugang zu Lector, wenn Sie mit ihm gesprochen haben, sagte Crawford. Mr. Crawford, er hat versprochen, für bestimmte Privilegien, oder besser, Vergünstigungen, Buffalo Bills Identität preiszugeben. Tut er das nicht, können Sie ihn haben, solange Sie wollen. Senator Martin, ich weiß, dieser Punkt ist etwas heikel, aber ich muss es Ihnen trotzdem sagen. Egal, was Sie tun, bitten Sie ihn auf keinen Fall. Gut, Mr. Crawford, ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Sie hängte auf und sagte halblaut, wenn ich etwas falsch mache, wird sie nicht toter sein als die letzten sechs, für die Sie zuständig waren. Dann winkte sie Gorsuch und Chilton in den Wagen. Dr. Chilton hatte für Senator Martins Gespräch mit Hannibal Lecter in Memphis um ein Büroambiente ersucht. Um Zeit zu sparen, war zu diesem Zweck im Hangar rasch ein Besprechungszimmer der Air National Guard umfunktioniert worden. Senator Martin musste draußen im Hangar warten, während Dr. Chilton Lecter in dem Büro für das Gespräch fertig machen ließ. Sie hielt es nicht mehr im Wagen aus. Sie ging unter dem weiten Dach des Hangars in einem engen Kreis und sah hinauf zu den vergitterten Dachstreben hoch über ihr und wieder hinab auf die auf den Boden gepinselten Streifen. Einmal blieb sie neben einer alten Phantom F4 stehen und ließ den Kopf gegen ihre kalte Seite sinken, wo in Schablonenschrift keine Stufe stand. Dieses Flugzeug muss älter sein als Catherine. Lieber Gott hab erbarmen. Senator Martin, rief Major Buckman nach ihr. Chilton winkte von der Tür. In dem Raum war ein Schreibtisch für Chilton und Stühle für Senator Martin und ihren Assistenten sowie für Major Buckman. Ein Kameramann hielt sich gerade bereit, die Begegnung auf Video aufzuzeichnen. Chilton behauptete, dies sei eine von Lecters Bedingungen. Senator Martin sah gut aus, als er den Raum betrat. Ihr marineblaues Kostüm atmete Macht. Auch Gorsuch hatte sie etwas Stärke verpasst. Dr. Hannibal Lecter saß in der Mitte des Raums auf einem massiven Eichenlehnstuhl, der am Boden festgeschraubt war. Seine Zwangsjacke und seine Beinfesseln und den Umstand, dass er noch an den Stuhl gekettet war, verbarg eine Decke. Trotzdem trug er noch die Torwartmaske, die ihn am Beißen hinderte. Warum? fragte sich die Senatoren. Zweck des Ganzen war doch gewesen, Dr. Lecter in einem Büroambiente ein gewisses Maß an Würde zuzugestehen. Nach einem Blick auf Chilton wandte sich Senator Martin wegen der Unterlagen Gorsuch zu. Chilton trat hinter Dr. Lecter und löste mit einem Blick auf die Kamera die Riemen und nahm ihm mit einer schwungvollen Bewegung die Maske ab. Senator Martin, darf ich Ihnen Dr. Hannibal Lecter vorstellen? Zu sehen, was Dr. Chilton getan hatte, um sich selbst in Szene zu setzen, machte Senator Martin mehr Angst als alles andere, was seit dem Verschwinden ihrer Tochter passiert war. Jegliches Vertrauen, das sie in Chiltens Urteil gehabt haben mochte, wurde von der kalten Furcht verdrängt, dass er ein Trottel war. Sie würde improvisieren müssen. Eine Locke von Dr. Lecters Haar fiel zwischen seine kastanienbraunen Augen. Er war so blass wie die Maske. Senator Martin und Hannibal Lecter musterten sich gegenseitig, sie extrem intelligent, er nach menschlichen Maßstäben nicht einschätzbar. Dr. Chilton kehrte an seinen Schreibtisch zurück, sah der Reihe nach alle Anwesenden an und begann. Dr. Lecter hat mir zu verstehen gegeben, Senator, dass er als Gegenleistung für ein gewisses Entgegenkommen, was die Erleichterung seiner Haftbedingungen angeht, einige spezielle Informationen zu der Fahndung beisteuern will. Senator Martin hielt ein Dokument hoch. Dr. Lecter, das ist eine eidesstattliche Erklärung, die ich jetzt unterzeichne. Sie besagt, dass ich Ihnen helfen werde. Möchten Sie sie lesen? In dem Glauben, er würde nicht antworten, wandte sie sich dem Schreibtisch zu, um zu unterschreiben. Doch er sagte, ich möchte Ihre und Katharines Zeit nicht mit kleinlichem Gefeilsche um läppische Vergünstigungen vergeuden. Das haben skrupellose Karrieristen schon zur Genüge getan. Lassen Sie mich Ihnen jetzt helfen. Und ich vertraue darauf, dass Sie mir helfen, wenn es vorüber ist. Darauf können Sie sich verlassen. Brian? Gorsuch hob seinen Block. Buffalo Bills Name ist William Rubin. Er nennt sich Billy Rubin. Mein Patient Benjamin Raspail empfahl ihn im April oder Mai 1975 an mich. Er behauptete, in Philadelphia zu leben. An die Adresse kann ich mich nicht mehr erinnern, aber in Baltimore wohnte er bei Raspail. Wo sind Ihre ärztlichen Unterlagen? schaltete sich Major Backman ein. Meine Unterlagen wurden auf gerichtlichen Beschluss vernichtet. Kurz nachdem. Wie sah er aus? fragte Major Backman. Bitte, Major. Senator Martin, die Einzige. Geben Sie mir eine Altersangabe und eine Beschreibung. Alles, woran Sie sich noch erinnern können, sagte Major Backman. Dr. Lecter zog sich einfach zurück. Er dachte an etwas anderes, an Jericho's anatomische Studien für das Floß der Medusa. Und wenn er die folgenden Fragen hörte, zeigte er es nicht. Als Senator Martin seine Aufmerksamkeit wiedererlangte, waren sie allein im Raum. Sie hatte Gorsuch's Block. Dr. Lecters Augen hefteten sich auf sie. Diese Flagge riecht nach Zigarren. Haben Sie Catherine gestillt? Wie bitte, ob ich... Haben Sie ihr die Brust gegeben? Ja. Eine Arbeit, die durstig macht, nicht wahr? Als sich ihre Pupillen verdüsteten, nahm Dr. Lecter einen einzigen Schluck von ihrem Schmerz und fand ihn köstlich. Das war genug für heute. Er fuhr fort. William Rubin ist etwa 1,85 groß und dürfte jetzt ungefähr 35 Jahre alt sein. Er ist kräftig gebaut. Zu der Zeit, als ich mit ihm zu tun hatte, wog er etwa 85 Kilo, aber in der Zwischenzeit dürfte er zugenommen haben. Er hat braunes Haar und hellblaue Augen. Geben Sie Ihnen das schon mal, dann machen wir weiter. In Ordnung. Senator Martin reichte ihre Notizen zur Tür hinaus. Ich habe ihn nur ein einziges Mal gesehen. Er hat sich zwar noch einen Termin geben lassen, ist aber nicht mehr wiedergekommen. Warum glauben Sie, dass er Buffalo Bill ist? Er hat schon damals Menschen ermordet und anatomisch ähnliche Dinge mit ihnen angestellt. Er sagte, er wolle Hilfe, um damit aufhören zu können, aber eigentlich wollte er nur darüber reden. Quatschen. Und Sie haben ihn nicht … Er war sicher, Sie würden ihn nicht anzeigen? Er hat nicht geglaubt, dass ich das tun würde, und er geht gern Risiken ein. Ich hatte auch das Vertrauen seines Freundes Raspail nicht enttäuscht. Raspail wusste, dass er das machte? Raspail hatte eine Schwäche für derlei unberechenbare Charaktere. Er war mit Narben übersät. Außer, dass er vorbestraft war, hat mir Billy Rubin keine näheren Einzelheiten erzählt. Ich führte eine kurze Anamnese durch. Sie ergab nichts weiter Ungewöhnliches, mit einer Ausnahme. Rubin erzählte mir, er habe an Elfenbeinantrags gelitten. Das ist alles, woran ich mich erinnere, Senator Martin, und ich nehme an, Sie können es kaum erwarten, zu gehen. Wenn mir noch etwas einfällt, gebe ich Ihnen unverzüglich Bescheid. Hat Billy Rubin die Person umgebracht, deren Kopf in dem Auto gefunden wurde? Ich glaube schon. Wissen Sie, wer der Tote war? Nein. Raspail nannte ihn Klaus. Waren die anderen Dinge, die Sie dem FBI gesagt haben, wahr? Jedenfalls so wahr, wie das, was das FBI mir gesagt hat, Senator Martin. Ich habe die erforderlichen Schritte für Ihre vorübergehende Unterbringung hier in Memphis eingeleitet. Wir werden über Ihre Situation sprechen, und Sie kommen nach Brushy Mountain, wenn das hier ... Wenn wir es geregelt haben. Danke. Ich hätte gern ein Telefon, falls mir noch etwas einfällt. Bekommen Sie. Und Musik. Glenn Gold, die Goldberg-Variationen. Wäre das zu viel verlangt? Geht in Ordnung. Senator Martin, vertrauen Sie keinen Anhaltspunkt ausschließlich dem FBI an. Jake Crawford verhält sich den anderen Ermittlungsbehörden gegenüber nie fair. Da sind diese Leute richtig kindisch. Er will die Festnahme unbedingt selbst vornehmen. Danke, Dr. Lecter. Schönes Kostüm, das Sie da anhaben, sagte er, als sie zur Tür hinausging. Von Raum zu Raum zieht sich James Gumbs Keller hin wie das Labyrinth, das uns in Träumen narrt. Als er noch Hemmungen hatte, unzählige Leben früher. Fröhnte Mr. Gumbs seiner Lust in den abgelegensten Räumen, weit weg von der Treppe. In den hintersten Bereichen gibt es Räume, Räume aus anderen Leben, die Gumbs seit Jahren nicht mehr geöffnet hat. Einige von ihnen sind sozusagen noch belegt, obwohl die Geräusche hinter diesen Türen schon vor langer Zeit zum Höhepunkt angeschwollen und zu völliger Stille verklungen sind. Das Bodenniveau schwankt von Raum zu Raum um bis zu dreißig Zentimeter. Es gibt Schwellen, über die man steigen, Türstürze, unter denen man sich hindurchducken muss. Es ist unmöglich, Lasten zu rollen und schwer, sie zu ziehen. Etwas vor sich hergehen zu lassen, wenn es auch noch stolpert und jammert, bettelt, sich den benebelten Kopf anschlägt, ist schwierig, sogar gefährlich. Mit wachsendem Verständnis und Selbstvertrauen legte Mr. Gumbs die Überzeugung ab, seine Bedürfnisse in den entlegenen Bereichen des Kellers befriedigen zu müssen. Inzwischen benutzte er eine Reihe von Kellerräumen um die Treppe herum, große Räume mit fließendem Wasser und Strom. Jetzt ist es im Keller vollkommen dunkel. Catherine Martin im Verlies unter dem Raum mit dem Sandboden ist still. Mr. Gumb ist hier im Keller, aber er ist nicht in dieser Kammer. Der Raum hinter der Treppe ist für das menschliche Auge vollkommen dunkel, aber er ist erfüllt von leisen Geräuschen, hier das Tröpfeln von Wasser, da das Summen kleiner Pumpen. Infolge des kleinen Echos hört sich der Raum groß an. Die Luft ist feucht und kühl. Und wie es nach Grün riecht, ein Flattern von Flügeln an der Wange, ein paar klickende Geräusche, die durch die Luft sausen, ein tiefer, nasaler Laut der Wonne, ein menschlicher Laut. In dem Raum gibt es kein Licht von einer Wellenlänge, die das menschliche Auge wahrnehmen kann. Aber Mr. Gumb ist hier, und er kann sehr gut sehen, obwohl er alles schemenhaft und in verschiedenen Grünabstufungen sieht. Er trägt eine hervorragende Infrarotbrille, aus israelischen Heerbeständen für weniger als 400 Dollar. Und er richtet den Strahl einer Infrarot-Taschenlampe auf den Drahtkäfig vor ihm. Er sitzt auf der Kante eines Stuhls und beobachtet hingerissen, wie in dem Drahtmaschenkäfig ein Insekt eine Pflanze hinaufkriecht. Die junge Imago ist gerade aus einer aufgeplatzten Krösalide in der feuchten Erde des Käfigbodens geschlüpft. Auf der Suche nach dem nötigen Platz, um die noch an ihrem Rücken klebenden, feuchten neuen Flügel zu entfalten, klettert sie vorsichtig einen Tollkirschenstänger hinauf. Sie sucht sich einen waagerechten Zweig aus. Mr. Gumb muss den Kopf auf die Seite legen, um sehen zu können. Nach und nach werden die Flügel mit Blut und Luft aufgepumpt. Sie kleben immer noch auf dem Rücken des Insekts zusammen. Zwei Stunden vergehen. Mr. Gumb hat sich kaum bewegt. Um sich selbst mit dem Fortschritt, den das Insekt gemacht hat, zu überraschen, macht er die Taschenlampe an und aus. Um sich die Zeit zu vertreiben, fährt er mit dem Lichtstrahl durch den Rest des Raums, über seine großen Aquarien voll mit pflanzlicher Gerbflüssigkeit. In den Tanks, auf Schneiderbüsten und Spannvorrichtungen, stehen seine jüngsten Anschaffungen, wie zerbrochene, antike Statuen grün unter dem Meer. Sein Licht bewegt sich über den großen galvanisierten Arbeitstisch mit seinem metallenen Lagerbock, dem Spritzschutz und den Abflüssen, streift die Hebevorrichtung darüber. An der Wand seine langgezogenen Industriespülbecken, alles in den grünen Bildern gefilterten Infrarots. Flattern, phosphorizierende Streifen queren sein Gesichtsfeld, kleine Kometenschweife von frei im Raum fliegenden Nachtfalten. Er wendet sich gerade rechtzeitig wieder dem Käfig zu. Der Falter behält seine großen Flügel so auf dem Rücken, dass ihre Musterung verborgen und verzerrt ist. Jetzt nimmt er die Flügel nach unten, um seinen Körper zu umhüllen, und die berühmte Zeichnung ist deutlich zu sehen. Ein Turtenkopf, in den pelzähnlichen Schuppen herrlich ausgeführt, starrt vom Rücken des Falters. Unter dem schattierten Schädeldach sind die schwarzen Augenlöcher und die hervorstehenden Backenknochen. Unter ihnen liegt Dunkelheit wie ein Knebel in der Partie über dem Kinn. Der Schädel ruht auf einer Zeichnung, die ausgestellt ist, wie die Oberseite eines menschlichen Beckens. Ein auf einem Becken sitzender Turtenschädel, von einer Laune der Natur auf den Rücken eines Schmetterlings gezeichnet. Mr. Gump fühlt sich innerlich so gut und leicht. Er beugt sich vor, bläst milde Luft über den Falter, der seinen spitzen Rüssel hebt und wütend quiekt. Ruhig geht er mit seinem Licht in den Verließraum. Um leiser atmen zu können, macht er den Mund auf. Er möchte sich nicht von einer Menge Lärm aus der Grube die Stimmung verderben lassen. Auf ihren kleinen, vorspringenden Zylindern sehen die Gläser seiner Brille aus wie Krabbenaugen an Stielen. Mr. Gump weiß, die Brille ist alles andere als attraktiv, aber er hatte mit ihr schon einige fantastische Erlebnisse, wenn er im finsteren Keller seine Kellerspiele spielte. Er beugt sich über das Loch und leuchtet mit seinem unsichtbaren Licht in den Schacht hinab. Gekrümmt wie eine Garnele liegt das Material auf der Seite. Es scheint zu schlafen. Der Abfalleimer steht neben ihm. Es hat nicht schon wieder bei dem idiotischen Versuch, sich die senkrechten Wände hochzuziehen, die Schnur abgerissen. Im Schlaf hält es die Ecke des Futons an sein Gesicht und nuckelt am Daumen. Während er Catherine beobachtet und den Strahl der Infrarotlampe an ihr auf- und abwandern lässt, bereitet sich Mr. Gump auf die sehr realen Probleme vor, die auf ihn zukommen. Wenn man so strenge Maßstäbe anlegt wie Mr. Gump, ist menschliche Haut teuflisch schwer zu verarbeiten. Da gilt es zunächst, ein paar grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, und die erste ist, wo man den Reißverschluss anbringen soll. Er führt den Strahl Catherines Rücken hinunter. Unter normalen Umständen würde er den Reißverschluss am Rücken anbringen. Aber wie wäre er dann allein dazu in der Lage? Das ist nichts, bei dem er jemanden um Hilfe bitten kann, so verlockend diese Vorstellung auch sein mag. Er weiß von Orten, Kreisen, wo seine Bemühungen sehr bewundert würden. Es gibt gewisse Yachten, auf denen er sich herausputzen könnte. Aber das muss warten. Er muss Sachen haben, die er allein anziehen kann. Die Vorderseite in der Mitte zu teilen, wäre ein Sakrileg. Das schlägt er sich sofort wieder aus dem Kopf. Über Catherines Farbe kann Mr. Gump im Infrarotlicht nichts sagen. Aber sie sieht dünner aus. Vielleicht hat sie gerade eine Schlankheitskur gemacht, als er sie gefangen nahm. Die Erfahrung hat ihn gelehrt, bis zur Ernte der Haut zwischen vier und sieben Tage zu warten. Abrupte Gewichtsverlust macht die Haut lockerer und leichter abziehbar. Darüber hinaus raubt der Nahrungsentzug seinen Objekten viel von ihrer Kraft und macht sie leichter zu handhaben, gefügiger. Manche von ihnen befällt eine stuporöse Resignation. Dennoch müssen ihnen ein paar Mahlzeiten zur Verfügung gestellt werden, um Anfällen von Verzweiflung und Selbstzerstörung vorzubeugen, bei denen die Haut beschädigt werden könnte. Es hat eindeutig Gewicht verloren. Dieses Material ist so besonders, so entscheidend für das, was er tut, dass er es nicht über sich bringt, lange zu warten. Und das muss er auch nicht. Morgen Nachmittag kann er es tun. Oder morgen Abend. Spätestens am Tag darauf. Bald. Clary Starling erkannte das Stonehenge-Villas-Schild aus den Fernsehnachrichten wieder. Die Wohnanlage in East Memphis, eine Mischung aus Wohnungen und Stadthäusern, legte sich u-förmig um einen Parkplatz. Starling stellte den gemieteten Chevrolet Celebrity in der Mitte der großen Parkfläche ab. Hier wohnten gut verdienende Arbeiter und kleine Angestellte, das verrieten ihr die Trans-Ems und Irox-Z-Camaros. Wohnmobile für die Wochenenden und Jetskis in Glitzeroptik standen auf einem gesonderten Bereich des Parkplatzes. Stonehenge-Villas Die Schreibweise stürte Starling jedes Mal, wenn sie auf das Schild sah. Wahrscheinlich waren die Wohnungen eine Kombination von weißen Korbmöbeln und pfirsichfarbenem Teppichboden. Schnappschüsse unter der Glasplatte des Couchtischs. Das Kochbuch für gemütliche Abende zu zweit und Fondue-Ideen. Starling, deren einziges Zuhause ein Schlafraum in der FBI-Academy war, war in solchen Dingen eine unnachsichtige Kritikerin. Sie musste sich einen Eindruck von Catherine Baker Martin verschaffen, und es kam ihr seltsam vor, dass die Tochter einer Senatorin in einer solchen Umgebung lebte. Starling hatte das knappe biografische Material gelesen, das vom FBI zusammengestellt worden war, und es stellte Catherine Martin als ein intelligentes Mädchen dar, das hinter den in sie gesetzten Erwartungen zurückgeblieben war. Sie hatte Farmington nicht geschafft und hatte zwei unglückliche Jahre in Middlebury verbracht. Jetzt studierte sie an der Southwestern und machte ein Praktikum als Lehrerin. Die Versuchung war groß, sich Catherine Martin als eine verzogene, egoistische Internatsgöre vorzustellen, als jemandem, der nie zuhörte. Starling wusste, sie musste vorsichtig sein, denn sie hatte da ihre eigenen Vorurteile und Ressentiments. Starling hatte einige Zeit in Internaten verbracht, hatte von Stipendien gelebt, mit Noten, die wesentlich besser gewesen waren als ihre Kleider. Sie hatte eine Menge Kinder aus zerrütteten, reichen Familien kennengelernt, die zu lange im Internat gewesen waren. Einige von ihnen hätten ihr gern gestohlen bleiben können, aber nach und nach hatte sie gelernt, dass Teilnahmslosigkeit eine Strategie zur Vermeidung von Schmerz sein kann und dass sie fälschlicherweise oft für Seichtheit und Gleichgültigkeit gehalten wird. Besser, sie stellte sich Catherine als ein Kind vor, das mit seinem Vater segelte, wie in dem Schmalfilm zu sehen gewesen war, den sie zusammen mit Senator Martins Appell im Fernsehen gezeigt hatten. Sie fragte sich, ob Catherine, als sie klein war, versucht hatte, ihrem Vater zu gefallen. Sie fragte sich, was Catherine gerade getan hatte, als sie kamen und ihr sagten, dass ihr Vater tot war, mit 42 einem Herzinfarkt erlegen. Starling war sicher, er fehlte Catherine. Wegen des fehlenden Vaters, der gemeinsamen Wunde, fühlte sich Starling dieser jungen Frau nahe. Für Starling war es wichtig, dass sie Catherine Martin mochte, weil es ihr half, sich voll für sie einzusetzen. Starling konnte sehen, wo Catherine's Wohnung lag. Zwei Wagen der Tennessee Highway Patrol standen davor. In dem Bereich unmittelbar davor waren weiße Pulverflecken auf dem Asphalt. Das Tennessee Bureau of Investigation musste mit Bimsstein oder einem anderen inaktiven Pulver Ölflecken abgenommen haben. Crawford hatte gesagt, das TBI sei ziemlich gut. Starling ging zu den Freizeitfahrzeugen und Booten hinüber, die in einem gesonderten Bereich des Parkplatzes nicht weit von Catherine Martins Wohnung abgestellt waren. Dort hatte Buffalo Bill sie in seine Gewalt gebracht. So nah bei ihrer Wohnungstür, dass sie nicht abgeschlossen hatte, als sie nach draußen gekommen war. Irgendetwas hatte sie aus der Wohnung gelockt. Es musste eine harmlos wirkende Situation gewesen sein. Starling wusste, dass die Polizei von Memphis eine gründliche Befragung sämtlicher Anwohner durchgeführt hatte, und niemand hatte etwas gesehen. Vielleicht war es also zwischen den hohen Wohnmobilen passiert. Hier musste er auf der Lauer gelegen haben. Vermutlich hatte er in irgendeiner Art von Fahrzeug gesessen. So musste es gewesen sein. Aber Buffalo Bill hatte gewusst, dass Catherine hier war. Er musste sie irgendwo entdeckt und ihr aufgelauert haben, bis sich ihm eine Gelegenheit bot. Es gibt nicht allzu viele Mädchen von Catherines Größe. Er saß nicht an irgendwelchen x-beliebigen Orten herum, bis eine Frau mit der richtigen Größe vorbeikam. Da konnte er tagelang herumsitzen, ohne eine zu entdecken. Alle Opfer waren groß. Alle waren groß. Einige waren dick, aber alle waren groß. Damit er was bekam, was ihm passte. Die Erinnerung an Dr. Lecters Bemerkung über die Weste ließ Starling schaudern. Dr. Lecter. Seit kurzem Memphianer. Starling holte tief Atem, ließ die Backen auf und ließ die Luft langsam entweichen. Dann sehen wir mal, was wir über Catherine sagen können. Ein Tennessee State Trooper mit seiner Smoky-the-Bear-Mütze auf dem Kopf kam an die Tür von Catherine Martins Wohnung. Als ihm Starling ihre Papiere zeigte, winkte er sie nach drinnen. Officer, ich muss mir die Räumlichkeiten hier ansehen. Sie fand Räumlichkeiten gegenüber einem Mann, der im Haus seine Mütze aufbehielt, ein gutes Wort. Er nickte. Wenn das Telefon läutet, lassen Sie die Finger davon, ich geh ran. Auf der Arbeitsplatte in der offenen Küche konnte Starling ein Tonbandgerät sehen, das ans Telefon angeschlossen war. Daneben waren zwei neue Telefone. Eines hatte keine Wählvorrichtung, eine Direktverbindung zur Sicherheitsabteilung von Southern Bell, die im mittleren Süden der USA für Fangschaltungen zuständig war. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, fragte der junge Trooper. »Ist die Polizei hier drinnen fertig?« »Die Wohnung ist für die Familie freigegeben. Ich bin nur wegen des Telefons hier. Sie können alles anfassen, wenn es das ist, was Sie meinen.« »Gut, dann werde ich mich mal umsehen.« »Okay.« Der junge Polizist holte die Zeitung hervor, die er unter die Couch gesteckt hatte, und nahm wieder Platz. Starling wollte sich konzentrieren. Sie wäre lieber allein gewesen, aber sie wusste, sie hatte Glück, dass die Wohnung nicht voller Cops war. Sie fing in der Küche an. Sie war nicht von einer passionierten Hausfrau eingerichtet. Catherine war Popcorn holen gegangen, hatte ihr Freund der Polizei erzählt. Starling öffnete den Kühlschrank. Dort waren zwei Schachteln Mikrowellenpopcorn. Von der Küche konnte man nicht auf dem Parkplatz sehen. »Von wo sind Sie?« Das erste Mal registrierte Starling die Frage nicht. »Von wo sind Sie?« Der Trooper auf der Couch beobachtete sie über seine Zeitung hinweg. »Aus Washington«, sagte sie. »Unter der Spüle?« »Ja.« »Kratzer am Rohrverbinder.« »Sie hatten den Siphon herausgenommen und untersucht.« »Gut für das TBI.« Die Messer waren nicht scharf. Die Spülmaschine war durchgelaufen, aber nicht ausgeräumt worden. Der Kühlschrank war Cottage-Cheese und Fruchtsalat gewidmet. Catherine kaufte Fertiggerichte ein, hatte wahrscheinlich ein Geschäft, in dem sie regelmäßig einkaufte, irgendeinen Supermarkt in der Nähe. Vielleicht hatte sich dort jemand herumgetrieben. Das war eine Überprüfung wert. »Sind Sie vom Attorney General?« »Nein, vom FBI.« »Der Attorney General kommt, jedenfalls so viel ich bei der Einsatzbesprechung gehört habe.« »Wie lange sind Sie schon beim FBI?« Starling sah den jungen Polizisten an. »Wissen Sie was, Officer? Ich werde Sie wahrscheinlich Verschiedenes fragen müssen, wenn ich mich hier umgesehen habe. Vielleicht können Sie mir ja dann helfen.« »Klar, wenn ich kann. Gut, okay. Lassen Sie uns also dann reden. Im Moment muss ich nachdenken.« »Ja, überhaupt kein Problem.« Das Schlafzimmer war freundlich. Es hatte etwas Sonniges, Verschlafenes, das Starling gefiel. Es war mit besseren Stoffen und besseren Möbeln eingerichtet, als sich die meisten jungen Frauen leisten konnten. Es gab einen Coromandel-Wandschirm, zwei Cloisonnay-Stücke auf den Regalen und einen guten Sekretär aus knotigem Nussbaumholz. Zwei Betten. Starling hob die Tagesdecken am Rand hoch. Am linken Bett waren die Rollen arretiert, aber am rechten nicht. »Catherine muss sie bei Bedarf zusammenschieben. Könnte einen Lover haben, von dem der Freund nichts weiß. Oder vielleicht schlafen sie auch manchmal hier. Der Anrufbeantworter hat keine Anrufweiterleitung. Möglicherweise muss sie hier sein, wenn ihre Mutter anruft.« Der Anrufbeantworter war wie ihr eigener, das Form-Made-Basismodell. Sie klappte die Abdeckung auf. Beide Bänder für Ansagetext und eingehende Anrufe fehlten. An ihrer Stelle war ein Zettel. »Bänder TBI-Eigentum Nummer 6«. Der Raum war einigermaßen aufgeräumt, aber er hatte etwas leicht Unordentliches, verursacht von Durchsuchungsbeamten mit großen Händen. Männern, die versuchen, alles wieder genau so zurückzulegen, es aber nicht ganz schaffen. Auch ohne die Fingerabdruckpulverspuren auf allen glatten Oberflächen hätte Starling gemerkt, dass die Wohnung durchsucht worden war. Starling glaubte nicht, dass ein Teil des Verbrechens im Schlafzimmer stattgefunden hatte. Wahrscheinlich hatte Crawford recht. Katharine war auf dem Parkplatz entführt worden. Aber Starling wollte sie kennenlernen, und hier hatte sie gelebt. »Lebte sie«, verbesserte sich Starling. »Hier lebte sie.« Im Nachttisch waren ein Telefonbuch, Kleenex, eine Schachtel mit Körperpflegeartikeln und hinter der Schachtel eine Polaroid SX-70-Kamera mit einem Drahtauslöser und ein kleines Stativ. Hoppla. Aufmerksam wie eine Eidechse sah Starling die Kamera an. Sie blinzelte, wie eine Eidechse blinzelt, und fasste sie nicht an. Der Kleiderschrank interessierte Starling am meisten. Katharine Baker Martin, Wäschezeichen CBM, hatte eine Menge Kleider, und einige davon waren sehr gut. Starling kannte viele Marken, darunter Garfinkels und Bridges aus Washington. »Geschenke von Mami«, sagte Starling zu sich selbst. »Katharine hatte schöne klassische Sachen in zwei Größen, damit sie ihr mit 65 und mit 75 Kilo passten«, schätzte Starling, »und für besonders kritische Phasen gab es ein paar weite Hosen und Pullover aus dem Statuesk-Shop.« In einem Hängegestell waren 23 Paar Schuhe. Sieben Paar waren von Ferragamo, Größe 42, aber es waren auch ein paar Reeboks und ausgelatschte Halbschuhe darunter. Im obersten Fach waren ein leichter Rucksack und ein Tennisschläger. Die Habseligkeiten eines privilegierten jungen Mädchens, Studentin und Lehramtspraktikantin, die besser lebte als die meisten. Im Sekretär eine Menge Briefe. Kringelige, nach links geneigte Nachrichten von ehemaligen Klassenkameradinnen im Osten. Briefmarken, Adressaufkleber. In der untersten Schublade Geschenkpapier, ein ganzer Packen davon in verschiedenen Farben und Mustern. Starlings Finger strichen über die Ränder. Sie dachte gerade darüber nach, ob sie die Angestellten des am nächsten gelegenen Supermarkts befragen sollte, als ihre Finger in dem Stoß auf einen Bogen trafen, der zu dick und steif war. Ihre Finger wanderten weiter, kehrten zu ihm zurück. Sie war ausgebildet, Abweichungen zu registrieren, und sie hatte ihn schon halb herausgezogen, als sie darauf sah. Der Bogen war blau aus einem Material wie Löschpapier, und das Muster, mit dem er bedruckt war, war eine plumpe Imitation des Comik-Hunds Pluto. Die Reihen von Hunden sahen alle aus wie Pluto, das Gelb stimmte, aber die Proportionen waren nicht richtig. »Catherine, Catherine«, sagte Starling. Sie nahm eine Pinzette aus ihrer Tasche und schob damit den Bogen Buntpapier in eine Plastikhülle, die sie fürs Erste aufs Bett legte. Die Schmuckschatulle auf der Kommode war so ein Ding aus geprägtem Leder, wie man es in jedem Mädchenschlafzimmer finden kann. Die zwei Schübe und der gestufte Deckel enthielten Modeschmuck, nichts Wertvolles. Starling fragte sich, ob die guten Stücke in dem Gummikohlkopf im Kühlschrank gewesen waren, und wenn ja, wer sie genommen hatte. Sie krümmte ihren Finger unter die Seite des Deckels und entriegelte das Geheimfach auf der Rückseite der Schatulle. Das Geheimfach war leer. Sie fragte sich, für wen diese Fächer geheim waren, sicher nicht für Einbrecher. Als sie beim Zuschieben der Schublade hinter die Schmuckschatulle fasste, berührten ihre Finger den Umschlag, der mit Klebeband an der Unterseite des Geheimfachs befestigt war. Starling zog ein paar Baumwollhandschuhe an und drehte die Schatulle um. Sie zog das leere Fach heraus und drehte es um. An seinem Boden war mit Abdeckband ein nicht zugeklebter Umschlag befestigt. Starling hielt sich den Umschlag unter die Nase. Er war nicht mit Fingerabdruckpulver bestaubt worden. Starling benutzte die Pinzette, um ihn zu öffnen und den Inhalt herauszuziehen. In dem Umschlag waren fünf Polaroid-Aufnahmen, die sie eine nach der anderen herauszog. Die Bilder zeigten einen Mann und eine Frau beim Geschlechtsakt. Köpfe oder Gesichter waren nicht zu sehen. Zwei der Bilder waren von der Frau, zwei vom Mann aufgenommen worden, und eines war anscheinend mit dem Stativ vom Nachttisch ausgemacht worden. Auf einem Foto die Körpergröße einer Person abzuschätzen war schwer, aber angesichts der spektakulären 65 Kilo an einem langen Gestell musste die Frau Catherine Martin sein. Der Mann trug etwas um seinen Penis, das aussah wie ein geschnitzter Elfenbeinring. Die Auflösung des Fotos war nicht gut genug, um Einzelheiten des Rings erkennen zu können. Dem Mann war der Blinddarm entfernt worden. Starling verstaute jede der Fotografien in einem Sandwichbeutel und steckte sie in ihren braunen Umschlag. Sie schob die Schublade wieder in die Schmuckschatulle. »Die wertvollen Sachen sind in meiner Handtasche«, sagte hinter ihr eine Stimme. »Ich glaube nicht, dass etwas weggekommen ist.« Starling sah in den Spiegel. Senator Ruth Martin stand in der Schlafzimmertür. Sie sah erschöpft aus. Starling drehte sich um. »Guten Tag, Senator Martin. Möchten Sie sich hinlegen, ich bin fast fertig.« Auch in erschöpftem Zustand hatte Senator Martin eine enorme Präsenz. Unter der gepflegten Oberfläche sah Starling eine Kämpfernatur. »Wer sind Sie eigentlich? Ich dachte, die Polizei wäre hier drin fertig.« »Ich bin Clarice Starling vom FBI. Haben Sie mit Dr. Lecter gesprochen, Senator?« »Er hat mir einen Namen genannt.« Senator Martin zündete sich eine Zigarette an und musterte Starling von oben bis unten. »Wir sind gerade dabei, herauszufinden, was er wert ist.« »Und was haben Sie in der Schmuckschatulle gefunden, Officer Starling? Was ist das wert?« »Ein paar Dokumente, die wir in wenigen Minuten überprüft haben werden, war das Beste, was Starling einfiel.« »In der Schmuckschatulle meiner Tochter. Lassen Sie mal sehen.« Starling hörte im Raum nebenan Stimmen und hoffte auf eine Unterbrechung. »Ist Mr. Copley mitgekommen, der Special Agent?« »Nein, ist er nicht.« »Und das war keine Antwort.« »Nicht so ungut, Officer, aber ich möchte sehen, was Sie aus der Schmuckschatulle meiner Tochter genommen haben.« Sie drehte den Kopf und rief über ihre Schulter. »Paul? Paul! Würden Sie kurz herkommen?« »Officer Starling? Vielleicht kennen Sie Mr. Crandler vom Justizministerium. Paul, das ist das Mädchen, das Jack Crawford zu Lecter geschickt hat.« Crandlers kahle Stelle war gebräunt und er sah fit aus mit seinen vierzig Jahren. »Mr. Crandler, ich weiß, wer Sie sind. Guten Tag,« sagte Starling. »Justizministerium, Abteilung Kriminalität, Verbindungsmann zum Kongress, Krisenfeuerwehr, mindestens eine Assistant der P.T. Attorney General. Gütiger Gott steh mir bei.« »Officer Starling hat etwas in der Schmuckschatulle meiner Tochter gefunden und in ihren braunen Umschlag gesteckt. Ich finde, wir sollten uns lieber ansehen, was es ist.« »Officer«, sagte Crandler. »Könnte ich kurz mit Ihnen sprechen, Mr. Crandler?« »Natürlich können Sie das. Später.« Er streckte die Hand aus. Starlings Gesicht glühte. Sie wusste, Senator Martin musste man im Moment einiges nachsehen, aber Crandler würde sie die Zweifel in seiner Miene nie verzeihen. Niemals. »Bitte?« Starling reichte ihm den Umschlag. Crandler sah auf das erste Foto und hatte die Klappe schon wieder geschlossen, als ihm Senator Martin den Umschlag aus den Händen nahm. Es war schmerzhaft, sie beim Betrachten der Bilder zu beobachten. Als sie fertig war, ging sie ans Fenster und hob das Gesicht mit geschlossenen Augen dem bedeckten Himmel entgegen. Im Tageslicht sah sie alt aus, und ihre Hand zitterte, als sie zur Rauchen versuchte. »Senator, ich«, begann Crandler. »Die Polizei hat dieses Zimmer durchsucht«, sagte Senator Martin. »Ich bin sicher, Sie haben diese Bilder gefunden und waren so vernünftig, sie zurückzutun und den Mund zu halten.« »Nein, haben Sie nicht«, sagte Starling. Die Frau war tief verletzt, aber daran ließ sich jetzt nichts ändern. »Mrs. Martin, wir müssen wissen, wer dieser Mann ist, das werden Sie doch einsehen. Wenn es Ihr Freund ist, wunderbar, das kann ich in fünf Minuten feststellen. Niemand sonst braucht die Fotos zu sehen und Catherine braucht es nicht zu erfahren.« »Darum kümmere ich mich«, Senator Martin steckte den Umschlag in ihre Handtasche und Crandler ließ sie gewähren. »Senator, haben Sie den Schmuck aus dem Gummikohl in der Küche genommen?«, fragte Starling. »Senator Martins Assistent Brian Gossett steckte den Kopf zur Tür herein. »Entschuldigung, Senator, aber Sie haben den Bildschirm aufgebaut. Wir können zusehen, wie Sie beim FBI nach dem Namen William Rubin suchen.« »Gehen Sie schon vor, Senator Martin«, sagte Crandler. »Ich komme gleich nach.« Ruth Martin verließ den Raum, ohne auf Starlings Frage zu antworten. Als Crandler die Schlafzimmertür schloss, hatte Stalin Gelegenheit, sich ihn genauer anzusehen. Sein Anzug war ein Triumph der Nähkunst. Und er war nicht bewaffnet. Vom vielen Gehen auf dem weichen Teppich war der Glanz auf dem unteren Zentimeter seiner Absätze abgerieben, während die Absatzkanten selbst scharf waren. Einen Moment stand er mit gesenktem Kopf, die Hand am Türgriff da. »Das war eine gute Durchsuchung«, sagte er, als er sich herumdrehte. »So billig war Starlings nicht zu haben. Sie sah ihn an.« »Sie bilden gute Durchsuche aus, in Quantico«, fügte Crandler hinzu. »Sie bilden keine Diebe aus.« »Das weiß ich. Da bin ich mir nicht so sicher.« »Lassen Sie das.« »Wir werden doch der Sache mit den Bildern und dem Gummikohl weiter nachgehen, oder?« »Ja.« »Was ist mit dem Namen William Rubin, Mr. Crandler?« »Lector behauptet, so heißt Buffalo Bill.« »Hier ist unser Fax an die Identifizierungsabteilung und den NCIC. Sehen Sie mal.« Er gab ihr ein Transkript des Gesprächs zwischen Lecter und Senator Martin, ein verschwommener Ausdruck von einem Nadeldrucker. »Fällt Ihnen was dazu ein?«, fragte er, als sie zu Ende gelesen hatte. »Hier steht nichts, worauf man ihn festnageln könnte,« sagte Starlings. »Er sagt nur, es ist ein Weißer namens Billy Rubin, der Elfenbein-Antrax hatte. Sie könnten ihn damit keiner Lüge überführen, egal was passiert. Schlimmstenfalls hat er sich bloß getäuscht. Ich hoffe, diese Angaben stimmen. Aber er könnte sich auch nur über Sie lustig machen, Mr. Crandler. Dazu ist er durchaus imstande. Haben Sie ihn mal kennengelernt?« Crandler schüttelte schnaubend den Kopf. »Dr. Lecter hat unseres Wissens mindestens neun Menschen ermordet. Er kommt auf keinen Fall frei. Er könnte Tote auferwecken, und Sie würden ihn nicht rauslassen. Deshalb ist Spaß das Einzige, was ihm noch bleibt. Das ist der Grund, weshalb wir versucht haben, ihn auszutricksen. Ich weiß, was Sie gemacht haben. Ich habe Chiltons Band gehört. Ich sage nicht, es war falsch. Ich sage, damit ist jetzt Schluss. In der Verhaltensforschung können Sie dem, was Sie aus ihm herausgekitzelt haben, weiter nachgehen, diese transsexuellen Geschichte, ob nun etwas dabei herauskommt oder nicht. Und morgen gehen Sie in Quantico wieder zum Unterricht. Oh Mann. Ich habe noch etwas gefunden. Der Bogen Buntpapier hatte unbemerkt auf dem Bett gelegen. Sie gab ihn ihm. »Was ist das?« »Sieht aus wie ein Bogen mit einem Plutomuster.« Sie zwang ihn, nach dem Rest zu fragen. Mit einer Handbewegung erwarte die Auskunft. »Ich bin ziemlich sicher, es ist Löschpapier-Acid. LSD. Vielleicht aus den 70er Jahren oder noch früher. Inzwischen hat sowas Sammlerwert. Wir sollten herauszufinden, versuchen, woher sie es hat. Sicherheitshalber sollten wir es analysieren.« »Ja, Sie können es nach Washington mitnehmen und dort im Labor geben. Sie brechen in wenigen Minuten auf.« »Wenn Sie nicht warten wollen, können wir das jetzt gleich erledigen. Wenn die Polizei einen normalen Betäubungsmitteltestkoffer hat, ist es Test J. Dauert zwei Sekunden. Wir können zurück nach Washington, zurück zum Unterricht.« Er öffnete die Tür. »Mr. Crawford hat mich angewiesen. Ihre Anweisungen sind, was ich Ihnen sage. Sie unterstehen nicht mehr Jack Crawfords Befehl. Sie stehen hiermit wieder unter derselben Oberaufsicht wie jeder andere Auszubildende. Und Ihr Platz ist in Quantico. Haben Sie mich verstanden? 14.10 Uhr geht Ihre Maschine. Seien Sie an Bord. »Mr. Crandler, Dr. Lecter hat mit mir gesprochen, nachdem er sich geweigert hatte, mit der Polizei von Baltimore zu sprechen. Er könnte das wieder tun. Mr. Crawford dachte...« Crandler schloss die Tür wieder, fester als nötig. »Officer Starling, ich habe mich Ihnen gegenüber nicht zu rechtfertigen, aber hören Sie mir trotzdem zu. Die Abteilung Verhaltensforschung hat eine beratende Funktion. Hatte das immer schon. Darauf läuft es hinaus. Jack Crawford sollte sich ohnehin wegen dringender familiärer Angelegenheiten beurlauben lassen. Es wundert mich, dass er seine Sache so gut macht, wie er sie gemacht hat. Er ist ein dummes Risiko eingegangen, als er Senator Martin aus allem heraushalten wollte, und dafür ist er abgesägt worden. Mit seiner Personalakte und so kurz vor seiner Pensionierung kann ihm allerdings nicht einmal Sie sonderlich viel anhaben. Um seine Pension würde ich mir deshalb also an Ihrer Stelle nicht allzu viele Gedanken machen.« Starling verlor etwas die Beherrschung. »Haben Sie vielleicht sonst jemanden, der drei Serienmörder geschnappt hat? Kennen Sie sonst jemanden, der auch nur einen geschnappt hat? Sie sollten das nicht ihr überlassen, Mr. Crandler.« »Sie müssen ein kluges Kind sein, sonst hätte Crawford sich nicht mit Ihnen abgegeben. Deshalb sage ich es Ihnen nur ein einziges Mal. Unternehmen Sie was wegen Ihres Mundwerks oder Sie können als Tippse Karriere machen. Begreifen Sie denn nicht? Der einzige Grund, warum Sie ursprünglich zu Lektor geschickt wurden, war doch nur, um für Ihren Direktor etwas Neues herauszufinden, womit er auf dem Capitol Hill hausieren gehen kann. Belanglose Neuigkeiten über Schwerverbrechen, eine exklusive Sensationsmeldung über Dr. Lecter, sowas verteilt er wie Bonbons, wenn er versucht, seinen Etat durchzuboxen. Auf sowas stürzen sich Kongressabgeordnete, sowas schlingen Sie nur so hinunter. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen, Officer Starling, und dieser Fall ist für Sie erledigt. Ich weiß, Sie haben einen Behelfsausweis. Geben Sie ihn mir. Ich brauche den Ausweis, um mit der Waffe fliegen zu können. Sie gehört nach Quantico. Keine Waffe? Du lieber Himmel! Geben Sie den Ausweis ab, sobald Sie zurück sind. Senator Martin, Gossic, ein Techniker und mehrere Polizisten standen um einen Bildschirm, der mit einem Modem ans Telefonnetz angeschlossen war. Die Hotline des National Crime Information Center berichtete über die Fortschritte, die man in Washington bei der Auswertung von Dr. Lekters Hinweisen machte. Hier kamen gerade Neuigkeiten vom National Center for Disease Control in Atlanta. Elfenbein-Antrax zieht man sich durch das Einatmen des Staubs zu, das beim Drechseln von afrikanischem Elfenbein entsteht, normalerweise zur Herstellung von Ziergriffen. In den Vereinigten Staaten ist es eine unter Messermachern weit verbreitete Krankheit. Bei dem Wort Messermacher schloss Senator Martin die Augen. Sie waren heiß und trocken. Sie knüllte das Klenix in ihrer Hand zusammen. Der junge Trooper, der Starling in die Wohnung gelassen hatte, brachte der Senatorin eine Tasse Kaffee. Er hatte noch immer seine Mütze auf. Starling war nicht bereit, sich sang- und klanglos zu verabschieden. Sie blieb vor der Frau stehen und sagte, »Alles Gute, Senator. Ich hoffe, dass Catherine nichts passiert.« Senator Martin nickte, ohne sie anzusehen. Crandler schob Starling nach draußen. »Ich wusste nicht, dass sie hier nichts zu suchen hat,« sagte der junge Trooper, als sie den Raum verließ. Crandler begleitete sie nach draußen. »Ich habe größte Hochachtung vor Jack Crawford,« sagte er. »Bitte sagen Sie ihm, wie sehr wir... diese Geschichte mit Bella und alles, was damit zusammenhängt, bedauern. Und jetzt zurück zur Schule und schön aufgepasst im Unterricht, ja?« »Wiedersehen, Mr. Crandler.« Dann war sie allein auf dem Parkplatz, mit dem verunsichernden Gefühl, dass sie die Welt nicht mehr verstand. Sie beobachtete eine Taube, die unter den Wohnmobilen und Bootsanhängern herumtippelte. Sie pickte eine Erdnussschale auf und legte sie zurück. Der feuchte Wind zerzauste ihr Gefieder. Starling hätte gern mit Crawford gesprochen. »Vergeudung und Dummheit schaden einem am meisten,« hatte er gesagt. »Nutzen Sie diese Zeit, und sie wird sie stählen. Jetzt kommt die schwerste Prüfung, sich durch Wut und Frustration nicht vom Denken abhalten zu lassen. An diesem Punkt entscheidet sich, ob Sie andere führen können oder nicht.« Andere zu führen, war ihr egal. Ihr wurde klar, es war ihr egal, scheißegal sogar, ob sie Special Agent Starling wurde oder nicht, jedenfalls unter solchen Umständen. Sie dachte an das arme, dicke, bedauernswerte, tote Mädchen, das sie in der Leichenhalle von Potter, West Virginia, auf dem Tisch hatte liegen sehen. Lockierte ihre Nägel mit diesem Glitzerzeug. Genau wie diese bescheuerten Prolljet-Skis. Wie hieß sie gleich wieder? Kimberly. Den Gefallen, mich heulend zu sehen, tue ich diesen Arschlöchern nicht. Mein Gott, sie alle hießen Kimberly. Allein in ihrer Klasse gab es vier. Drei Typen, die Sean hießen. Kimberly mit ihrem Seifenopernamen versuchte, sich aufzupeppen, stanzte sich haufenweise Löcher in die Ohren, alles nur, um hübsch auszusehen, alles nur, um das Beste aus sich zu machen. Und Buffalo Bill sah auf ihre traurigen, flachen Brüste und hielt den Lauf einer Pistole zwischen sie und pustete einen Seestern in ihre Brust. Kimberly, ihre arme, dicke Schwester, die ihre Beine mit Wachs entharrte. Kein Wunder, ihrem Gesicht und ihren Beinen und Armen nachzuurteilen, war ihre Haut das Beste an ihr. Kimberly, bist du irgendwo sauer? Keine Senatoren, die nach ihr suchten. Keine Jets, die verrückte Männer beförderten. Verrückt war ein Wort, das sie nicht gebrauchen sollte. Eine Menge Dinge, die sie nicht tun sollte. Verrückte Männer. Starling sah auf die Uhr. Bis zum Abflug ihrer Maschine hatte sie noch eineinhalb Stunden Zeit, und es gab eine Kleinigkeit, die sie tun konnte. Sie wollte in Dr. Leck das Gesicht sehen, wenn er »Billy Rubin« sagte. Falls sie dem Blick dieser seltsamen kastanienbraunen Augen lange genug standhalten konnte, wenn sie tief dort hineinblickte, wo das Dunkle die Funken verschluckt, entdeckte sie vielleicht etwas Brauchbares. Sie dachte, sie würde vielleicht Schadenfreude entdecken. Gott sei Dank habe ich den Ausweis noch. Sie ließ eine drei Meter lange Gummispur auf dem Asphalt, als sie losfuhr. Mit zwei getrockneten Tränen der Wut auf den Wangen fuhr Clarice Starling gehetzt durch den gefährlichen Verkehr von Memphis. Inzwischen fühlte sie sich seltsam schwerelos und frei. An der unnatürlichen Klarheit, mit der sie alles sah, merkte sie, dass sie bereit war zu kämpfen, und deshalb war sie auf der Hut vor sich. Sie war schon auf der Fahrt vom Flughafen an dem alten Gerichtsgebäude vorbeigekommen und fand es problemlos wieder. Die Polizei von Tennessee ging keine Risiken mit Hannibal Lecter ein. Sie wollten ihn sicher verwahren, ohne ihn den Gefahren des städtischen Gefängnisses aussetzen zu müssen. Die Lösung dieses Problems war das ehemalige Gerichtsgebäude und Gefängnis, ein massiver neugotischer Granitbau, errichtet in einer Zeit, als Arbeit noch nichts kostete. Jetzt war es ein städtisches Verwaltungsgebäude, ein wenig überrestauriert in dieser reichen, geschichtsbewussten Stadt. Heute sah es wie eine von Polizei umringte mittelalterliche Festung aus. Der Parkplatz war voll mit Fahrzeugen der unterschiedlichsten Polizeibehörden, Highway Patrol, Shelby County Sheriff's Department, Tennessee Bureau of Investigation und Department of Corrections. Bevor Starling auf den Parkplatz fahren konnte, um ihren Leihwagen abzustellen, musste sie einen Polizeiposten passieren. Dr. Lecter stellte ein zusätzliches Sicherheitsproblem von außen dar. Seit in den Vormittagsnachrichten sein gegenwärtiger Aufenthaltsort bekannt gegeben worden war, waren ständig Drohanrufe eingegangen. Seine Opfer hatten viele Freunde und Verwandte, die ihn liebend gern tot gesehen hätten. Starling hoffte, Copley, der FBI-Agent vor Ort, wäre nicht hier. Sie wollte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Auf der Rasenfläche neben der Eingangstreppe sah sie in einem Knäu von Reportern Chiltons Hinterkopf. In der Menge waren zwei Fernsehminicamps. Starling wünschte, ihr Kopf wäre bedeckt. Sie wandte das Gesicht ab, als sie auf den Eingang des Turms zuging. Bevor sie das Foyer betreten durfte, kontrollierte ein vor dem Eingang postierter State Trooper ihren Ausweis. Das Foyer des Turms war jetzt streng bewacht. Ein Polizist hatte am Lift Stellung bezogen, ein anderer an der Treppe. State Trooper, der Ersatz für die Streifenpolizeieinheiten, die um das Gebäude postiert waren, lasen auf den Couchen, wo sie für die Öffentlichkeit nicht zu sehen waren, den Commercial Appeal. Der Schreibtisch gegenüber dem Aufzug war mit einem Sergeant besetzt. Auf seinem Namensschild stand Tate, C.L. »Keine Presse«, sagte Sergeant Tate, als er Starling sah. »Bin ich nicht«, sagte sie. »Gehören Sie zu den Leuten des Attorney General?« fragte er, als er auf ihre Karte sah. »Deputy Assistant Attorney General Crandler«, sagte sie. »Ich komme gerade von ihm.« Er nickte. »Wir hatten schon alle möglichen Arten von Cops aus West Tennessee hier, die sich Dr. Lector ansehen wollten.« »Gott sei Dank kriegt man sowas nicht allzu oft zu sehen.« »Sie müssen erst mit Dr. Chilton reden, bevor Sie raufkönnen.« »Ich habe ihn draußen gesehen. Wir haben heute Morgen schon in Baltimore darüber gesprochen. Ist das hier das Heft, wo ich mich eintragen muss, Sergeant Tate?« Der Sergeant befühlte mit der Zunge kurz einen Backenzahn. »Gleich hier. Es gelten die Haftbestimmungen, Miss. Besucher geben ihre Waffen ab, egal ob Cops oder nicht.« Starling nickte. Sie leerte die Patronen aus ihrem Revolver, und der Sergeant freute sich zu sehen, wie sich ihre Hände an der Waffe bewegten. Sie gab sie ihm mit dem Griff zuerst und erschloss sie in seine Schublade ein. »Bernon, bring Sie rauf.« Er wählte drei Zahlen und sagte ihren Namen ins Telefon. Der Lift, eine Ergänzung aus den Zwanzigerjahren, ächzte in die oberste Etage hinauf. Er öffnete sich auf das Treppenhaus und einen kurzen Gang. »Gleich gegenüber, Ma'am,« sagte der Trooper. Auf dem Mattglas der Tür stand »Sherby County Historical Society.« Fast die gesamte oberste Etage des Turms war ein einziger, weißgestrichener, achteckiger Raum mit einem Boden und Leisten aus gebohnertem Eichenholz. Es roch nach Bohnerwachs und Büchereileim. Aufgrund seiner spärlichen Einrichtung haftete dem Raum etwas karges Kongregationalistisches an. Jetzt sah er besser aus, als er als Büro eines Amtsdieners je ausgesehen hatte. Dienst hatten zwei Männer in der Uniform des Tennessee Department of Corrections. Der kleinere von beiden stand vom Schreibtisch auf, als Starling eintrat. Der Größere saß im hinteren Ende des Raums auf einem Klappstuhl, der gegenüber einer Zellentür aufgestellt war. Es war die Selbstmordwache. »Sind Sie ermächtigt, mit dem Gefangenen zu sprechen, Ma'am?« fragte der Mann am Schreibtisch. Auf seinem Namensschild stand »Pambry T.W.« und zu seiner Schreibtischausstattung gehörten ein Telefon, zwei Schlagstöcke und Tränengas. In der Ecke hinter ihm stand ein langer Stab. »Ja, bin ich,« sagte Starling. »Ich habe ihn schon früher verhört.« »Kennen Sie die Vorschriften?« »Nicht die Absperrung überschreiten.« »Selbstverständlich.« Die einzige Farbe im Raum war die Polizeistraßensperre, ein in grellem Gelb- und Orange gestreifter Sägebock mit runden gelben Blinklichtern, die jetzt ausgeschaltet waren. Sie stand eineinhalb Meter vor der Zellentür auf dem gebohneten Boden. An einem Kleiderständer in der Nähe hingen die Sachen des Doktors, die Torwartmaske und etwas, das Starling noch nie gesehen hatte. Eine Kansas-Galgenweste. Aus dickem Leder gemacht, mit doppelt abschließbaren Handgelenksschellen an der Taille und Schnallen am Rücken, dürfte es sich dabei um das zuverlässigste Fesselungskleidungsstück der Welt handeln. Vor der weißen Wand gaben die Maske und die schwarze Weste, die am Kragen vom Kleiderständer hing, ein verstörendes Arrangement ab. Als Starling sich der Zelle näherte, konnte sie Dr. Lecter sehen. Er las an einem kleinen, am Boden festgeschraubten Tisch, sein Rücken war der Tür zugewandt. Er hatte eine Reihe von Büchern und eine Kopie der laufenden Akte über Buffalo Bill, die sie ihm in Baltimore gegeben hatte. An das Tischbein war ein kleiner Kassettenrekorder gekettet. Seltsam, ihn außerhalb der Anstalt zu sehen. Starling hatte als Kind schon Zellen wie diese gesehen, sie wurden um die Jahrhundertwende von einer Firma in St. Louis hergestellt und niemand hat seitdem bessere gebaut. Ein aus mehreren Einzelteilen zusammensetzbarer Käfig aus gehärtetem Stahl, mit dem sich jeder Raum in eine Zelle verwandeln lässt. Er bestand aus einem ganz von kalt geschmiedeten Gitterstangen umschlossenen Kubus, dessen Boden mit Stahlplatten ausgelegt war. Fenster gab es keines. Die Zelle war fleckenlos weiß und hell beleuchtet. Vor der Toilette stand ein mickriger Wandschirm aus Papier, die weißen Gitterstangen rippten die Wände. Dr. Lecter hatte einen glatten, dunklen Kopf. Er ist ein Friedhofsnerz. Er lebt im Käfig der Rippen im trockenen Laub eines Herzens. Sie blinzelte es weg. »Guten Morgen, Clarice«, sagte er, ohne sich umzudrehen. Er las die Seite zu Ende, merkte die Stelle ein und drehte sich auf seinem Stuhl herum, um sie anzusehen, die Unterarme auf der Rückenlehne, das Kinn darauf gestützt. Von Dumas wissen wir, dass die Beifügung einer Krähe im Herbst, wenn die Krähe sich an Bacholderbeeren fettgefressen hat, die Farbe und den Geschmack einer Brühe erheblich verbessert. Wie mögen Sie sie in der Suppe, Clarice? Ich dachte, bis Sie Ihre Aussicht bekommen, wollen Sie vielleicht noch Ihre Zeichnungen, die Sachen aus der Zelle. Wie aufmerksam. Dr. Chilton ist hellauf begeistert, dass Ihnen und Jack Crawford der Fall entzogen wurde. Oder haben Sie sie hergeschickt, um vielleicht doch noch etwas aus mir herauszukitzeln. Der Beamte, der die Selbstmordwache hatte, war zum Schreibtisch geschlendert, um sich mit Officer Pembry zu unterhalten. Starling hoffte, Sie könnten sie nicht hören. Sie haben mich nicht hergeschickt. Ich bin einfach so gekommen. Die Leute werden sagen, wir sind verliebt. Wollen Sie nicht wissen, was es mit Billy Rubin auf sich hat, Clarice? Dr. Lecter, ohne in irgendeiner Weise anfechten zu wollen, was Sie, Senator Martin, gesagt haben, würden Sie mir raten, weiterzumachen, was Ihre Idee hinsichtlich anfechten? Einfach wunderbar. Ich werde Ihnen gar nichts raten. Sie haben versucht, mich hereinzulegen, Clarice. Glauben Sie, ich mache mich über diese Leute lustig? Ich glaube, Sie haben mir die Wahrheit gesagt. Schade, dass Sie versucht haben, mich zum Narren zu halten. Nicht wahr? Dr. Lecters Gesicht sank hinter seinen Armen nach unten, bis nur noch seine Augen sichtbar waren. Schade, dass Catherine Martin nie mehr die Sonne sehen wird. Die Sonne ist ein Matratzenfeuer, in dem Ihr Gott starb, Clarice. Schade, dass Sie es jetzt schon nötig haben, einige wenige Tränen zu lecken, wo Sie nur können. Wirklich schade, dass wir nicht zu Ende führen konnten, worüber wir gesprochen haben. Ihre Idee mit der Imago, die Struktur des Ganzen, hatte etwas, nun, Bestechendes, dem man sich nur schwer entziehen kann. Jetzt ist es wie eine Ruine, wie ein halber Bogen, der herumsteht. Abgesehen davon, dass ein halber Bogen nicht stehen bliebe, hat man sie rausgeworfen, Clarice? Hat man ihnen die Dienstmarke weggenommen? Nein. Was ist das unter Ihrer Jacke? Eine Nachtwächterstechuhr, wie von Ihrem Dad? Nein, das ist ein Schnelllader. Dann laufen Sie also bewaffnet herum? Ja. In diesem Fall sollten Sie Ihre Jacke ein Stück auslassen. Können Sie nähen? Ja. Haben Sie dieses Kostüm selber gemacht? Nein, Dr. Lector. Sie bekommen immer alles heraus. Sie können sich nicht intensiv mit diesem Billy Rubin unterhalten haben und hinterher so wenig über ihn wissen. Das können Sie sich nicht vorstellen? Wenn Sie ihm begegnet sind, wissen Sie alles. Trotzdem konnten Sie sich diesmal nur zufällig an einen Detail erinnern. Er hatte Elfenbeinantrax. Sie hätten sehen sollen, wie Sie zusammenzuckten, als aus Atlanta die Meldung kam, dass das eine Krankheit von Messermachern ist. Sie sind voll darauf abgefahren, genauso, wie Sie es vorhergesehen haben. Dafür hätten Sie eine Sweet MP-Body kriegen sollen. Dr. Lector, wenn Sie ihm begegnet sind, wissen Sie genau über ihn Bescheid. Ich glaube, Sie sind ihm nicht begegnet, sondern Raspail hat Ihnen von ihm erzählt. Informationen aus zweiter Hand ließen sich nun nicht so gut an Senator Martin verkaufen, stimmt's? Starling blickte sich kurz um. Einer der Beamten zeigte dem anderen etwas in der Zeitschrift Guns and Ammo. Sie hatten in Baltimore noch mehr, was Sie mir hätten erzählen können, Dr. Lector. Ich glaube, das waren solide Informationen. Erzählen Sie mir den Rest. Ich habe die Fälle gelesen, Clarice. Sie auch? Alles, was Sie wissen müssen, um ihn zu finden, steht da drin. Sie müssen es nur aufmerksam lesen. Sogar Inspektor Emeritus Crawford hätte darauf kommen müssen. Übrigens haben Sie die stupende Rede gelesen, die Crawford letztes Jahr an der National Police Academy gehalten hat? Ergüsse à la Marc Aurel über Pflicht und Ehre und Standhaftigkeit? Wir werden ja sehen, wie es um Crawfords Stoizismus bestellt ist, wenn Bella ins Gras beißt. Er hat seine Philosophie aus dem Zitatenlexikon, glaube ich. Wenn er Marc Aurel verstünde, würde er diesen Fall vielleicht lösen. Sagen Sie mir, wie? Wenn Sie gelegentlich diese Anzeichen von kontextueller Intelligenz aufblitzen lassen, vergesse ich, dass Ihre Generation nicht lesen kann, Clarice. Der Kaiser rät zur Einfachheit. Erste Prinzipien. Egal, worum es sich handelt, fragen Sie immer, was ist es an sich, seinem Wesen nach? Was ist seine Kausalnatur? Das sagt mir überhaupt nichts. Was macht der Mann, den Sie suchen? Er tötet. Ach, sagte er scharf und wand sein Gesicht einen Moment von Ihrer Begriffsstutzigkeit ab. Das ist von sekundärer Bedeutung. Was ist das erste und prinzipielle Ding, was er tut? Welches Bedürfnis befriedigt er, indem er tötet? Verbitterung, Ärger über gesellschaftliche Ächtung, sexuelle Frust? Nein! Was dann? Er begehrt. Tatsächlich begehrt er genau das zu sein, was Sie sind. Es ist seine Natur zu begehren. Wie beginnen wir zu begehren, Clarice? Suchen wir uns Dinge aus, um sie zu begehren? Versuchen Sie wenigstens das zu beantworten. Nein, wir nein, ganz richtig. Wir beginnen damit, indem wir begehren, was wir jeden Tag sehen. Spüren Sie nicht, Clarice, wie jeden Tag bei zufälligen Begegnungen Blicke über sie wandern. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass sie das nicht spüren. Und wandern nicht auch ihre Blicke über Dinge? Meinetwegen, aber dann erzählen sie mir, wie Sie sind an der Reihe, mir etwas zu erzählen, Clarice. Sie haben mir keine Strandurlaube, in der Maul und Klauen solche Station mehr anzubieten. Von jetzt an möchte ich alles mit barer Münze bezahlt haben. Ich muss aufpassen, wenn ich mit ihnen Geschäfte mache. Erzählen Sie Clarice. Was soll ich erzählen? Die zwei Dinge, die sie mir vom letzten Mal schulden, was aus ihnen und dem Pferd wurde und wie sie mit ihrer Wut umgehen. Dr. Lecter, wenn dafür Zeit ist, werde ich, wir haben nicht dasselbe Verhältnis zur Zeit, Clarice. Das ist alle Zeit, die sie jemals haben werden. Später hören sie, ich höre jetzt. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Vaters schickte sie ihre Mutter zu ihrer Cousine und deren Mann auf eine Ranch in Montana. Sie waren zehn Jahre alt. Sie fanden heraus, dass sie Pferde für die Schlachtung mästeten. Sie liefen mit einem Pferd, nicht gut sehen konnte, weg. Und? Es war Sommer und wir konnten im Freien schlafen. Auf Nebenstraßen kamen wir bis Bowesman. Hatte das Pferd einen Namen? Wahrscheinlich, aber sie ... Das versucht man nicht herauszufinden, wenn man Pferde für die Schlachtung mästet. Ich nannte sie Hannah. Das fand ich einen guten Namen. Haben sie es geführt oder sind sie geritten? Beides. Um aufzusitzen, musste ich sie neben einen Zaun stellen. Sie ritten und gingen nach Bowesman. Gleich außerhalb der Stadt gab es einen Mietstall, also eine Art Reitschule für die feinen Leute aus der Stadt. Dort versuchte ich, sie unterzubringen. In der Koppel kostete das 20 Dollar die Woche. Eine Box war allerdings teurer. Sie merkten sofort, sie rum. Kleine Kinder können sie auf sie setzen und ich führe sie herum, während ihre Eltern, sie wissen schon, richtig reiten. Ich kann gleich hierbleiben und die Stallungen ausmisten. Einer von ihnen, der Mann, erklärte sich mit allem, was ich sagte, einverstanden und seine Frau rief währenddessen den Sheriff an. Der Sheriff war Polizist, ihr Vater. Das hinderte mich nicht daran, Angst vor ihm zu haben, jedenfalls zunächst. Er hat ein großflächiges rotes Gesicht. Schließlich streckte der Sheriff 20 Dollar für eine Woche Unterbringung vor, bis er alles weitere geregelt hätte. Er meinte, bei dem warmen Wetter wäre eine Box überflüssig. Die Zeitungen griffen es auf. Das Ganze sorgte für einigen Wirbel. Die Cousine meiner Mutter erklärte sich bereit, mich gehen zu lassen. Schließlich kam ich Ja. Und Hannah? Sie kam auch mit. Ein reicher lutherischer Rancher stellte das Heu. Eine Scheune hatten sie im Waisenheim schon. Wir pflügten den Garten mit ihr. Aber man musste aufpassen, wohin sie gingen. Sonst marschierte sie durch die Bohnenspaliere und stieg auf jede Pflanze, die nicht so hoch war, dass sie sie an ihren Fesseln spüren konnte. Und Erzählen Sie. Es war letztes Jahr. Sie schrieben mir in die Schule. Sie meinten, sie wäre 22 Jahre alt geworden, zog noch am letzten Tag ihres Lebens einen Wagen voll mit Kindern und starb im Schlaf. Dr. Lecter schien enttäuscht. Verrührend. Hat sie ihr Pflegevater in Montana gefickt, Clarice? Nein. Hat er es versucht? Nein. Warum sind sie dann mit dem Pferd ausgerissen? Sie wollten es töten. Wussten sie wann? Nicht genau. Ich machte mir die ganze Zeit Sorgen. Sie wurde ganz schön fett. Was gab dann den Ausschlag? Was hat sie an besagt dem Tag schließlich zu diesem Schritt bewogen? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass sie es wissen. Ich hatte mir die ganze Zeit Sorgen gemacht. Was gab den Ausschlag, Clarice? Sie sind wann aufgebrochen? Sehr früh, es war noch dunkel. Dann hat sie etwas geweckt. Was hat sie geweckt? Haben sie geträumt? Was war's? Ich wachte auf und hörte die Lämmer blöken. Ich wachte im Dunkeln auf und die Lämmer blökten. Sie haben die Frühlings Lämmer geschlachtet? Ja. Was haben sie getan? Ich konnte nichts für sie tun. Ich war nur ein Was haben sie mit dem Pferd getan? Ich zog mich an, ohne das Licht anzumachen und ging nach draußen. Sie hatte Angst. Alle Pferde in der Koppel waren unruhig und gingen herum. Ich blies ihr in die Nöstern und sie wusste, dass ich es war. Schließlich legte sie die Nöstern in meine Hand. In der Scheune und im Schuppen neben der Schafhürde waren die Lichter an. Nackte Glühbirnen, große Schatten. Der Kühllaster war gekommen. Er stand brummend mit laufendem Motor auf dem Hof. Ich führte sie weg. Haben sie sie gesattelt? Nein, ihren Sattel habe ich nicht mitgenommen, nur ein Halfter, das Hinten, wo die Lichter waren, die Lämmer hören? Nicht lange, es waren nur zwölf. Manchmal wachen sie noch immer auf, nicht? Sie wachen in eisenfarbener Dunkelheit auf und die Lämmer blöken. Manchmal. Glauben sie, wenn sie persönlich Buffalo Bill fassen und wenn sie Catherine vor ihm retten, hören die Lämmer zu Blöken auf? Glauben sie, dann retten sie auch die Lämmer und sie wachen nicht mehr im Dunkeln auf und hören die Lämmer blöken? Clarice? Ja, ich weiß nicht, ich, vielleicht. Danke, Clarice. Dr. Lecter schien seltsam abgeklärt. Sagen sie mir seinen Namen, Dr. Lecter, sagte Starling. Dr. Chilton, sagte Dr. Lecter. Ich glaube, sie kennen sich bereits. Einen Augenblick merkte Starling nicht, dass Chilton hinter ihr war. Dann packte er sie am Ellbogen. Sie zog ihn zurück. Bei Chilton waren Officer Pembry und sein großer Partner. Zum Lift, sagte Chilton. Sein Gesicht war rot gefleckt. Wussten Sie, dass Dr. Chilton keinen medizinischen Abschluss hat? sagte Dr. Lecter. Bitte behalten Sie das später in Erinnerung. Kommen Sie, sagte Sie haben hier nichts zu sagen, Dr. Chilton, sagte Starling. Officer Pembry kam hinter Chilton hervor. Nein, Ma'am, aber ich. Er hat meinen Chef und ihren Chef angerufen, tut mir leid, aber ich habe Anweisung, sie rauszubringen. Kommen Sie jetzt bitte mit. Wiedersehen, Clarice. Werden Sie mir Bescheid geben, wenn die Lämmer aufhören zu blöken? Ja. Pembry nahm oder sie setzte sich zur Wehr. Ja, sagte sie, ich sage Ihnen Bescheid. Versprechen Sie es? Ja. Warum den Bogen nicht einfach zu Ende bauen? Nehmen Sie Ihre Akte mit, Clarice. Ich brauche sie nicht mehr. Er hielt den Ordner auf armes Länge durch das Gitter mit dem Zeigefinger auf seinem Rücken. Sie langte über die Absperrung und nahm ihn. Einen Augenblick Berührung knisterte in seinen Augen. Danke, Clarice. Danke, Dr. Rector. Und so blieb er Starling in Erinnerung. Er fasst in dem Augenblick, in dem er sich nicht lustig machte. Wie er in seiner weißen Zelle stand, mit durchgedrücktem Kreuz wie ein Tänzer, die Hände vor seinem Körper ineinander verschränkt, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Am Flughafen fuhr sie so schnell über eine Bodenschwelle, dass sie sich am Wagendach den Kopf anschlug und sie musste laufen, um die Maschine zu erreichen, die zu nehmen Crander ihr befohlen hatte. Pembrey und Boyle waren erfahrene Männer, die extra vom Brushy Mountain State Prison geholt worden waren, um Dr. Lecter zu beaufsichtigen. Sie waren ruhig und gewissenhaft und glaubten nicht, von Dr. Chilton erklärt bekommen zu müssen, was sie zu tun hatten. Sie waren vor Lecter in Memphis eingetroffen und hatten die Zelle sorgfältig untersucht. Als Dr. Lecter in das alte Gerichtsgebäude gebracht wurde, untersuchten sie auch ihn. Außerdem wurde er, solange er noch in Fesseln war, von einem Krankenpfleger einer inneren Leibesvisitation unterzogen. Seine Kleidung war gründlich untersucht und die klar, indem sie während der Untersuchung dicht an seinen Ohren in leisem ruhigem Ton auf ihn einredeten. Dr. Lecter, ich sehe keinen Grund, warum wir nicht miteinander auskommen sollten. Wir behandeln sie genauso gut, wie sie uns behandeln. Benehmen sie sich wie ein Gentleman und sie werden mit entsprechender Zuvorkommenheit behandelt. Aber glauben sie bloß nicht, dass wir uns von ihnen dumm kommen lassen, Freundchen. Versuchen sie nach uns zu schnappen und sie können sehen, ob sie hinterher noch Zähne haben, irgendetwas zu beißen. Sieht ganz so aus, als hätten sie eine rosige Zukunft vor sich, die wollen sie sich doch nicht verbauen, oder? Dr. Lecter legte auf eine freundliche Art die Augen infalten. Hätte er zu Antworten beabsichtigt, wäre er durch den Holz und mit einem in einem Gummihandschuh steckenden Finger seine Backen absuchen konnte. An seinen Wangen piepte der Metalldetektor. Was ist das? fragte der Pfleger. Füllungen, sagte Pembry. Ziehen Sie ihm dort die Lippe zurück. Erste Verschleißerscheinungen da hinten, was, Doc? Sieht mir ganz so aus, als ob sie ihm den Zahn gezogen hätten, vertraute Boyle Pembry an, nachdem sie Dürfte kaum Ärger machen, wenn er nicht gerade ausflippt. Die Zelle war zwar sicher und stabil, hatte aber keinen Schieber für das Essen. Zur Mittagszeit, in der unguten Stimmung die Stalings Besuch hinterlassen hatte, machte Dr. Chilton allen Umstände, indem er Boyle und Pembry mit der langwierigen Prozedur beauftragte, dem fügsamen Dr. Lecter, der mit dem Rücken am Gitter stand, Zwangsjacke und Beinfesseln anzulegen, während Chilton mit dem Tränengas Spray bereitstand. Erst dann öffneten sie die Tür, um ihm das Tablett mit seinem Essen herein zu bringen. Obwohl Boyle und Pembry Namensschilder trugen, weigerte sich Chilton, ihren Namen zu gebrauchen, sondern sprach sie ohne Unterschied mit »Seeda an!« Umgekehrt bemerkte Boyle Pembry gegenüber, Chilton sei nur so eine Art gottverdammter Schullehrer, nachdem die beiden Wärter gehört hatten, dass der Anstaltsleiter kein Dr. Med war. Einmal versuchte Pembry Chilton klarzumachen, dass Tarlings Besuch nicht von ihnen genehmigt worden war, sondern vom Empfang unten im Erdgeschoss und stellte fest, dass das Angesichts von Chiltons Zorn keine Rolle spielte. Beim Abendessen war Dr. Chilton nicht mit ihrer eigenen Methode in die Zelle brachten. Es klappte hervorragend. Dr. Lector, heute Abend brauchen Sie Ihr Dinnerjacket nicht, sagte Pembry. Ich muss Sie lediglich bitten, sich auf den Boden zu setzen und so weit nach hinten zu rutschen, bis Sie mit nach hinten gestreckten Armen die Hände durch das Gitter strecken können. So ist es brav. Rutschen Sie noch etwas näher ran und strecken Sie sie etwas mehr nach hinten die Ellbogen durch drücken. Unmittelbar unter einer Querstrebe und mit einer Stange zwischen den Armen legte Pembry Dr. Lector außerhalb des Gitters Handschellen an. Tut allerdings ein bisschen weh, nicht? Ich weiß, dass es so ist, dauert aber nur eine Minute, das erspart uns beiden eine Menge Ärger. Dr. Lector konnte sich nicht aufrichten, nicht Erst als Dr. Lector sicher verwahrt war, kehrte Pembry an den Schreibtisch zurück, um den Schlüssel für die Zellentür zu holen. Pembry schob den Schlagstock in den Ring an seinem Handgelenk, steckte ein Tränengaspray ein und kehrte zur Zelle zurück. Er öffnete die Tür und Boyle trug das Tablett mit dem Essen hinein. Als die Tür wieder verriegelt war, brachte Pembry erst den Schlüssel zum Schreibtisch zurück, bevor er Dr. Lector die Handschellen abnahm. Während der Doktor sich frei in seiner Zelle bewegen konnte, kam er kein einziges Mal mit dem Schlüssel in die Nähe des Gitters. War doch ganz einfach, oder nicht? sagte Pembry. Es war sehr bequem, Officer. Danke, sagte Dr. Lector. Wissen Sie, ich versuche einfach nur das Beste aus der Situation zu machen. Das tun wir alle, Meister, sagte Pembry. Dr. Lector stocherte in seinem Essen herum, während er mit einem Filzstift auf seinem Block schrieb und zeichnete und kritzelte. Er drehte die Kassette in dem Rekorder um, der an das Tischbein gekettet war, und drückte auf die Wiedergabetaste. Glenn Gould, der auf dem Klavier Bass Goldberg Variationen spielte. Wunderschön Jenseits zeitlicher und räumlicher Beschränkungen erfüllte die Musik den hell erleuchteten Käfig und den Raum, in dem die Wärter saßen. Für Dr. Lector, der still am Tisch saß, verlangsamte und dehnte sich die Zeit, wie sie es sonst bei extremen Stresssituationen tut. Ohne an Tempo zu verlieren, rückten die einzelnen Töne für ihn auseinander. Selbst Bachs silbrige Sprünge waren diskrete Töne, die sich glitzernd am Stahl rings umbrachen. Mit abwesender Miene stand Dr. Lector auf und beobachtete, wie die Papierserviette von seinen Oberschenkeln glitt. Die Serviette blieb lange in der Luft, streifte das Tischbein, bauschte sich glitzerseite, bäumte sich auf und drehte sich um, bevor sie auf dem Stahlboden landete. Er machte keine Anstalten, sie aufzuheben, sondern schlenderte durch seine Zelle, ging hinter den Papierwandschirm und setzte sich auf den Deckel seiner Toilette, seinen einzigen privaten Bereich. Der Musik lauschend lehnte er sich mit der Seite an das Waschbecken, das Kinn in die Hand gestützt, die seltsamen kastanienbraunen Augen halb geschlossen. Die Goldberg-Variationen interessierten ihn strukturell. Hier kam sie wieder, die Basssequenz von der Sarabande wiederholt. Er nickte im Takt mit, während seine Zunge sich über die Schneiden seiner Zähne bewegten. Erst oben von einer Seite auf die andere, dann unten von einer Seite auf die andere. Für seine Zunge war es eine lange und interessante Wanderung, wie eine schöne Bergtour in den Alpen. Jetzt kam sein Zahnfleisch an die Reihe. Er schob die Zunge hoch hinauf in die Spalte zwischen seiner Wange und dem Zahnfleisch und führte sie langsam herum, wie manche Menschen es tun, wenn sie nachdenken. Sein Zahnfleisch war kühler als seine Zunge. Es war kühl dort oben in dem Spalt. Als seine Zunge zu dem Metallröhrchen kam, machte sie Halt. Als der Lift nach oben zu fahren begann, hörte er ihn trotz der Musik scheppern und surren. Viele Töne Musik später ging die Aufzugtür auf und eine Stimme, die er nicht kannte, sagte, ich soll das Tablett holen. Dr. Lecter hörte den Kleineren kommen, Pembry. Er konnte durch den Spalt zwischen den Feldern des Wandschirms sehen. Pembry war am Gitter. Dr. Lecter, kommen Sie und setzen Sie sich wieder wie vorher mit dem Rücken zum Gitter auf den Boden. Officer Pembry, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich hier erst noch mein Geschäft erledige. Ich fürchte, meine kleine Reise hat meine Verdauung etwas aus dem Tritt gebracht. Es dauerte sehr lang, es zu sagen. Na schön, Pembry rief durch den Raum. Wir rufen unten an, wenn wir so weit sind. Kann ich ihn mir ansehen? Wir rufen Sie an. Wieder der Lift und dann nur Musik. Dr. Lecter nahm das Röhrchen aus dem Mund und trocknete es an einem Stück Toilettenpapier ab. Seine Hände waren ruhig, seine Handflächen vollkommen trocken. In den Jahren seiner Haft hatte Dr. Lecter dank seiner unerschöpflichen Neugier viele der geheimen Gefängnistricks gelernt. In all den Jahren, nachdem er in der Anstalt in Baltimore die Schwester zerfleischt hatte, war den Wärtern bei der Durchführung der strengen Sicherheitsvorkehrungen nur zweimal ein Fehler unterlaufen. Beide Male an Barneys freiem Tag. Einmal lieh ihm ein Psychologe einen Kugelschreiber und vergaß, ihn zurück zu verlangen. Bevor der Mann aus der Station war, hatte Dr. Lecter das Plastikgehäuse des Stifts aufgebrochen und die Toilette hinunter gespült. Die metallene Miene wanderte in den gerollten Saum seiner Matratze. In seiner Zelle in der Anstalt war die einzige scharfe Kante ein Grat auf dem Kopf eines Bolzens, mit dem sein Bett an der Wand befestigt war. Das genügte. Nach zweimonatigem Reiben hatte Dr. Lecter am offenen hinteren Ende des Metallröhrchens zwei parallel zueinander verlaufende, einen halben Zentimeter lange Einschnitte angebracht. Dann schnitt er die Mine zweieinhalb Zentimeter vor ihrem offenen Ende durch und spülte das längere Stück mit der Spitze die Toilette hinunter. Barney bemerkte die vom nächtelangen Reiben herrührenden Schwielen an seinen Fingern nicht. Sechs Monate später übersah ein Wärter eine kräftige Papierklammer an einigen Dokumenten, die Dr. Lecter von seinem Anwalt geschickt bekommen hatte. Zweieinhalb Zentimeter der stählernen Klammer wanderten in das Röhrchen, der Rest in die Toilette. Die dünne Röhre, glatt und kurz, ließ sich leicht in Kleidernähten zwischen Wange und Zahnfleisch oder im Rektum verstecken. Jetzt klopfte Dr. Lecter hinter dem Wandschirm aus Papier mit dem kurzen Metall Röhrchen auf seinen Daumennagel, bis der Draht darin heraus rutschte. Der Draht war ein Werkzeug. Und jetzt kam der schwierigste Teil. Dr. Lecter steckte den Draht bis zur Hälfte in das Röhrchen und benutzte ihn dazu, um den Metallstreifen zwischen den zwei Einschnitten des Röhrchens unendlich behutsam nach unten zu biegen. Manchmal konnte er dabei abbrechen. Vorsichtig bog er mit seinen kräftigen Händen das Metall und es gab nach. Jetzt. Der winzige Metallstreifen stand im rechten Winkel vom Röhrchen ab. Nun hatte er einen Handschellen Schlüssel. Dr. Lecter hielt seine Hände hinter sich und wechselte den Schlüssel fünfzehn Mal zwischen ihnen hin und her. Dann tat er den Schlüssel in den Mund zurück, wusch sich die Hände und trocknete sie gewissenhaft. Schließlich verbarg er den Schlüssel mit Hilfe der Zunge zwischen den Fingern der rechten Hand, denn er wusste, Sir Pembry, wenn Sie es auch sind, sagte Dr. Lecter. Er saß auf dem Zellenboden und streckte seine Arme hinter sich, die Hände und Handgelenke zwischen den Gitterstäben hindurch. Danke, dass Sie gewartet haben. Es schien wie eine lange Rede, aber sie wurde durch die Musik aufgelockert. Jetzt hörte er Pembry hinter sich. Pembry befühlte sein Handgelenk, um zu sehen, ob er es eingeseift hatte. Pembry befühlte sein anderes Handgelenk, um zu sehen, ob er dieses eingeseift hatte. Pembry legte ihm die Handschellen fest an. Er ging zum Schreibtisch zurück, um den Zellenschlüssel zu holen. Trotz der Klaviermusik hörte Dr. Lecter das Klirren des Schlüsselbunds, als Pembry ihn aus der Schreibtisch Schublade holte. Jetzt kam er zurück, ging durch die Töne, zerteilte die Luft, die von kristallenen Noten schwirrte. Diesmal kam Boyle mit ihm zurück. Dr. Lecter konnte die Löcher hören, die sie in den Echos der Musik machten. Pembry überprüfte noch einmal die Handschellen. Dr. Lecter konnte Pembrys Atem hinter sich riechen. Jetzt schloss Pembry die Zelle auf und öffnete die Tür. Boyle kam herein. Als Dr. Lecter den Kopf drehte, zog die Zelle in einem Tempo durch sein Blickfeld, das ihm langsam erschien, so wundervoll scharf waren die einzelnen Details. Boyle am Tisch, wie er mit einem Klirren des Ärgers über das Durcheinander die verstreuten Abendessens Dinge auf das Tablett räumte, der Kassettenrekorder mit seinen sich drehenden Spulen, die Serviette neben dem festgeschraubten Tischbein. Aus dem Augenwinkel sah Dr. Lecter durch die Gitterstäbe Pembrys Kniekehle, die Spitze des Schlagstocks, der von seinem Gürtel hing, während er vor der Zelle stand und die Tür aufhielt. Dr. Lecter fand das Schlüsselloch in seiner linken Handschelle, steckte den Schlüssel hinein und drehte ihn. Er spürte, wie die Handschelle in seinem Handgelenk aufsprang. Er wechselte den Schlüssel in die linke Hand, fand das Schlüsselloch, steckte den Schlüssel hinein und drehte ihn. Boyle bückte sich nach der Serviette auf dem Boden. Schnell wie eine Schnappschildkröte schloss sich die Handschelle um Boyles Handgelenk und als er sein sich drehendes Auge auf Lecter richtete, legte sich die andere Handschelle um das festgeschraubte Tischbein. Dr. Lecter inzwischen auf den Beinen rannte zur Tür, während Pembry dahinter hervorzukommen versuchte, aber Lecter drückte sie mit der Schulter gegen ihn. Pembry griff nach dem Tränengasspray an seinem Gürtel, aber sein Arm wurde von der Pembry den Gürtel fester um den Körper zog, schlug er ihn mit dem Ellbogen gegen den Kehlkopf und grub seine Zähne in sein Gesicht. Nase und Oberlippe zwischen Lecters erbarmungslosen Zähnen versuchte Pembry nach Lecter zu krallen. Lecter schüttelte den Kopf wie ein Hund, der eine Ratte tötet und zog den Schlagstock aus Pembrys Gürtel. In der Zelle saß Beul inzwischen brüllend auf dem Boden, kramte in seiner Tasche verzweifelt nach dem Handschellenschlüssel, verlor ihn in der Hektik, fand ihn wieder. Lecter rannte Pembry das Ende des Schlagstocks in den Bauch und in die Kehle und Pembry ging in die Knie. Beul bekam den Schlüssel in das Schloss einer Handschelle, er brüllte und Lecter kam zu ihm. Mit Beul versuchte unter den Tisch zu kommen, aber vom Tränengas geblendet kroch er in die falsche Richtung und es war leicht, ihn mit fünf gezielten Schlägen zu erschlagen. Pembry hatte es geschafft, sich aufzusetzen und er weinte. Mit seinem roten Lächeln blickte Dr. Lecter auf ihn hinab. Ich wäre dann soweit, Officer Pembry, wenn Sie es auch sind. Der Schlagstock pfiff in am Hinterkopf, worauf dieser wie ein erschlagener Fisch zuckend auf dem Boden liegen blieb. Dr. Lecters Puls war durch die Anstrengung auf über ein hundert gestiegen, normalisierte sich aber rasch wieder. Er machte die Musik aus und lauschte. Er ging zur Treppe und lauschte wieder. Er stülpte Pembrys Taschen nach außen, nahm den Schreibtisch Schlüssel und öffnete alle Schubladen. Zwei 38er Revolver Special. Besser noch, in Bolts Hosentasche fand er ein Taschenmesser. Im Foyer wimmelte es von Polizisten. Es war 18 Uhr dreißig und die Cops an den Außenposten waren gerade im üblichen Zwei-Stunden-Rhythmus abgelöst worden. Die Männer, die aus dem frischen Abend in die Eingangshalle kamen, wärmten sich an mehreren elektrischen Heizkörpern die Hände. Einige von ihnen hatten auf den Ausgang des Memphis State Basketball Spiels gesetzt, das gerade lief, und erkundigten sich gespannt, wie es stand. Sergeant Tate gestattete nicht, dass in der Eingangshalle ein Radio lief, aber ein Officer hatte einen Walkman in sein Ohr gestöpselt. Er gab den Spielstand oft durch, aber nicht oft genug, um die Wetter zufriedenzustellen. Insgesamt waren 15 bewaffnete Polizisten in der Halle, außerdem zwei Beamte vom Department of Corrections, die um 19 Uhr Pembray und Boyle ablösen sollten. Sergeant Tate selbst freute sich schon darauf, mit der Elf- bis Siebenschicht Schluss machen zu können. Keiner der Posten meldete besondere Vorkommnisse, zu keinem der Drohanrufe gegen Lecter hatte es ein Nachspiel gegeben. Um 18 Uhr 45 hörte Tate wie der Aufzug nach oben fuhr. Er sah, wie der Bronzezeiger über der Tür über die Zahn des Stockwerkanzeigers zu wandern begann. Auf der Vier blieb er stehen. Tate sah sich in der Halle um. Ist Sweeney rauf, um das Tablett zu holen? Nein, ich bin hier, Sergeant. Können Sie vielleicht mal oben anrufen und fragen, wann die endlich fertig werden? Ich möchte langsam los. Sergeant Tate wählte drei Ziffern und lauschte. Besetzt! Fahren Sie rauf und sehen Sie nach. Er wandte sich wieder dem Eintrag für die Elf- bis Sieben Schicht zu, den er gerade fertig machte. Patrolman Sweeney drückte auf den Knopf, um den Lift nach unten zu holen. Er kam nicht. Er musste heute Abend Lammkoteletts haben, blutig, sagte Sweeney. Was glaubt ihr wohl, will er morgen zum Frühstück, her? Irgend so ein Scheißvier aus dem stehen. Sweeney wartete noch eine Minute. Mann, was soll der Scheiß, brummte er schließlich. Irgendwo über ihnen krachte der 38er. Die Schüsse halten die Steintreppe herab. Zwei schnell aufeinander folgende Schüsse und dann ein Dritter. Beim Dritten war Sergeant Tate auf den Beinen das Mikrofon in der Hand. Hier Kommandozentrale, oben im Turm sind Schüsse gefallen, Außenposten erhöhte Wachsamkeit, wir gehen rauf. Aufgeregte Rufe, Hektik in der Eingangshalle. Dann sah Tate, wie sich der Bronzezeiger des Lifts bewegte. Er war schon auf der Drei. Tate schrie gegen den Lärm an. Augenblick! Wache an den Außenposten aufteilen! Erster Trupp bleibt bei mir! Barry und Howard übernehmen sie den scheiß Lift, wenn er runter kommt! Der Zeiger blieb auf der Zwei stehen. Erster Trupp, wir gehen rauf! Und an keiner Tür vorbei, ohne sie gecheckt zu haben! Bobby nach draußen! Hol eine Flinte und die Westen und bring alles rauf! Auf dem ersten Treppen Absatz überlegte Tate fieberhaft. Das Gebot der Vorsicht stand in Widerstreit mit der schrecklichen Notwendigkeit, den Kollegen da oben zu helfen. Oh Gott, wenn er bloß nicht raus ersten, zweiten und dritten Stock müssten leer und abgeschlossen sein. Wenn man durch die Büros ging, konnte man auf diesen Etagen vom Turm in den Hauptbau kommen. Im vierten Stock ging das nicht. Tate war an einer hervorragenden Swatch-Schule in Tennessee gewesen und wusste, wie man so etwas machte. Er übernahm das Kommando und kümmerte sich um die jungen Kollegen. Rasch und korrekt nahmen sie die Treppe, gaben sich von Absatz zu Absatz Feuerschutz. Wenn ihr an einer Tür vorbeigeht, ohne sie gecheckt zu haben, reiße ich euch den Arsch auf. Hinter den Türen im ersten Stock brannte kein Licht und sie waren abgeschlossen. Jetzt drauf in den zweiten, der kurze Flur schwach beleuchtet. Auf dem Boden ein Rechteck Licht aus der offenen Fahrstuhlkabine. Tate bewegte sich an der Wand gegenüber der offenen Lifttür entlang, in der Kabine keine Spiegel, die es ihm leichter gemacht hätten. Mit einem Kilo Druck auf dem vier Kilo Abzug seiner Dienstwaffe sah er in die Fahrstuhlkabine. Leer. Tate brüllte die Treppe hoch. Boyle! Pembury! Scheiße! Er postierte im zweiten einen Mann und rückte weiter nach oben vor. Der dritte Stock war von der von oben kommenden Klaviermusik durchflutet. Die Tür zu den Büros ließ sich mit einem Stoß öffnen. Hinter den Büros fiel der Strahl der langen Taschenlampe auf eine weit offenstehende Tür, die in das große dunkle Gebäude dahinter führte. Boyle! Pembury! Er ließ zwei Mann auf der Etage zurück. Sichert die Tür, die Westen kommen gleich, lasst euch nicht in dieser Türöffnung blicken. Tate stieg die Steinstufen zur Musik hinauf. Jetzt hatte er die oberste Etage des Turms erreicht, den vierten Stock. Schwaches Licht in dem kurzen Flur, helles Licht hinter dem Milchglas, auf dem Shelby County Historical Society stand. Tate duckte sich unter der Glasscheibe der Tür hindurch, auf die Seite, die den Angeln gegenüber lag. Er nickte Jacobs auf der anderen Seite zu, drehte den Knauf und schob die Tür sichern. Tate hatte schon einiges gesehen. Er hatte Unfälle gesehen, die jeder Beschreibung spotteten, Schlägereien, Morde. Er hatte insgesamt sechs tote Polizisten gesehen. Aber er fand, dass das, was da zu seinen Füßen lag, das Schlimmste war, was er einem Kollegen hatte zustoßen sehen. Das Gebilde über dem Uniformkragen hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Gesicht. Vorder- und Oberseite des Kopfs waren nur noch blutiger Schlick aus dem zerfetztes Fleisch stand, und neben den Nasenflügeln steckte ein einzelnes Auge, die Höhlen voll Blut. Jacobs, der am Tate vorbeiging, glitt auf dem blutigen Boden aus, als er die Zelle betrat. Er beugte sich über Boyle, der immer noch an das Tischbein gekettet war. Boyle, zum Teil entleibt, das Gesicht zerhackt, schien in der Zelle explodiert zu sein, so dicht waren die Wände und das abgezogene Bett von blutigen Klumpen und Spritzern übersät. Jacobs legte ihm die Finger an den Hals. Der hier ist tot, rief er durch die Musik. Sarge? Tate, wieder bei sich, beschämt über den kurzen Aussetzer, sprach in sein Funkgerät. Kommandoposten, zwei Beamte außer Gefecht, wiederhole, zwei Beamte außer Gefecht, Häftling fehlt, Lektor ist weg, Außenposten, Fenster beobachten, Entkommer hat das Bett abgezogen, vielleicht macht er sich ein Seil, bestätigen das Krankenwagen unterwegs. Pembrey Todsart? Jacobs machte die Musik aus. Tate kniete nieder und als er die Hand ausstreckte, um am Hals nach einem Puls zu tasten, stöhnte das grässliche Etwas auf dem Boden und machte eine blutige Blase. Pembrey lebt. Tate wollte seinen Mund nicht in diese blutige Sauerei drücken, wusste aber, er würde es tun, wenn er Pembrey atmen helfen musste, wusste, er würde es nicht einen der Streifenpolizisten machen lassen. Besser Pembrey starb, aber er würde ihm atmen helfen. Aber da war ein Herzschlag, er fand ihn, und da war Atem. Er war rauh und gurgelnd, aber es war Atem. Das Wrack atmete von selbst. Tates Funkgerät knackte, Ein Lieutenant von der Streife, der draußen auf dem Parkplatz postiert war, übernahm das Kommando und wollte wissen, was es Neues gab. Tate musste sprechen. »Hierher, Murray!« rief er einem der jungen Streifenpolizisten zu. »Beugen Sie sich zu Pembrey runter und nehmen Sie ihn so, dass er Ihre Hände auf sich spüren kann. Reden Sie mit ihm!« »Wie heißt er, Sarge?« Murray war grün im Gesicht. »Pembrey!« »Und jetzt reden Sie schon mit ihm, verdammt noch mal!« Tate überfunk. »Zwei Kollegen außer Gefecht, Boyle tot, Pembrey schwer verletzt, Lector ist verschwunden und bewaffnet, er hat ihre Waffen, Gürtel und Holster sind auf dem Schreibtisch.« Die Stimme des Lieutenant kam zerkratzt durch die dicken Wände. »Können Sie bestätigen, dass die Treppe für tragbaren Fall ist?« »Ja, Sir. Rufen Sie in den dritten Stock rauf, bevor Sie hochkommen. Ich habe auf jeder Etage Männer. »Roger, Sergeant. Posten 8 hier draußen meint, hinter den Fenstern im dritten Stock des Hauptgebäudes hätte sich was bewegt. Wir haben die Ausgänge gesichert. Er kommt SWAT übernimmt. Was hat er? Zwei Revolver und ein Messer, Lieutenant. Jacobs, sehen Sie mal nach, ob Munition an den Gürteln ist. Patronenbeutel, sagte der Streifenpolizist. Der von Pembrey ist noch voll, der von Boyle auch. Der Schlagkopf hat ihre Reserve Munition nicht mitgenommen. Was ist es für welche? 38er plus PS, JHP. Tate war wieder am Funkgerät. Lieutenant, sieht so aus, als hätte er zwei sechsschüssige 38er. Wir haben drei Schüsse gehört und die Patronenbeutel an den Gürteln sind noch voll, also hat er wahrscheinlich nur noch neun Schuss. Sagen Sie SWAT es sind plus PS Hohlspitzgeschosse. Dieser Typ geht mit Vorliebe aufs Gesicht. Plus PS hatten es in sich, aber den SWAT Körperschutz würden sie nicht durchschlagen. Ein Treffer im Gesicht wäre höchstwahrscheinlich tödlich, ein Treffer an Arm oder Bein würde verstümmeln. Tragbaren kommen hoch, Tate! Die Krankenwagen waren erstaunlich schnell da, aber Tate, der das erbarmungswürdige Ding zu seinen Füßen hörte, war es nicht schnell genug. Der junge Murray versuchte, den stöhnenden, zuckenden Körper zu halten, versuchte, ihm gut zuzureden und ihn nicht anzusehen, und er sagte immer wieder in dem selben desolaten Ton. Es wird schon wie der Pembry, es sieht gut aus. Sobald Tate die Rettungssanitäter auf dem Flur sah, rief er, Sani, wie er das im Krieg getan hatte. Er packte Murray an der Schulter und schob ihn beiseite. Die Rettungssanitäter arbeiteten schnell, befestigten geschickt die geballten von blutglitschigen Fäuste unter dem Gürtel, führten einen Tubus ein und legten einen nicht klebenden Verband an, um etwas Druck auf das blutige Gesicht und den Kopf zu bekommen. Einer von ihnen riss eine intravenöse Plasmapackung auf, aber der andere, der Blutdruck und Puls maß, schüttelte den Kopf und sagte unten. Jetzt Anweisungen über Funk. Tate, ich möchte, dass Sie die Büros im Turm überprüfen und abregeln. Schließen Sie die Zugänge zum Hauptgebäude ab, dann sichern Sie die einzelnen Etagen. Ich habe Westen und Flinten raufgeschickt. Wenn er mitspielt, schnappen wir ihn uns lebend, aber gehen Sie keinerlei Risiken ein, um sein Leben zu erhalten, haben Sie mich verstanden? Habe ich, Lieutenant. Ich möchte SWAT und nur SWAT im Hauptgebäude. Lassen Sie mich das nochmal hören. Tate wiederholte den Befehl. Tate war ein guter Sergeant und das zeigte er jetzt, als er und Jacobs in ihre schweren kugelsicheren Westen schlüpften und der fahrbaren Bahre folgten, die die Sanitäter die Treppe hinunter zum Krankenwagen trugen. Ein zweites Team folgte mit Boyle. Die Männer auf den einzelnen Etagen waren wütend, als sie die Baren vorbeikommen sahen, und Tate hatte einen schlauen Spruch für sie auf Lager. Lasst euch nicht vor lauter Wut abknallen! Während draußen die Sirenen heulten, vergewisserte sich Tate, unterstützt von dem alten Hasen Jacobs, dass die Büros auch wirklich leer waren, und machte den Turm dicht. Durch den Flur im dritten Stock wehte ein kühler Luftzug. Hinter der Tür, in den weiten dunklen Tiefen des Hauptgebäudes klingelten die Telefone. Wie Glühwürmchen blinkten im ganzen Gebäude in den dunklen Büros Knöpfe auf den Telefonen und immer wieder schrillten ihre Glocken. Es hatte sich herumgesprochen, dass sich Dr. Lecter in dem Gebäude verbarrikadiert hatte, und von überall riefen Rundfunk und Fernsehreporter an, bellten schnell mit ihren Modems, versuchten Live-Interviews mit dem Monster zu bekommen. Um das zu vermeiden lässt SWAT normalerweise bis auf einen Apparat für den Unterhändler sämtliche Telefone abschalten. Dieses Gebäude war zu groß, die Büros zu zahlreich. Tate machte die Türen zu den Räumen voll blinkender Telefone zu und schloss sie ab. Seine Brust und sein Rücken waren feucht und juckten unter der Hartschalen Weste. Er nahm sein Funkgerät vom Gürtel. Kommandoposten, hier Kommandoposten. Zehn Vier Eingangshalle Turm, sind sie da? Hier, Sarge. Das im Lift bin ich. Ich komme jetzt runter. Verstanden, Sarge. Als Jacobs und Tate im Aufzug ins Erdgeschoss hinunter fuhren, fiel ein Blutstropfen auf Tates Schulter. Ein anderer traf seinen Schuh. Er blickte zur Decke der Aufzugskabine hoch. Berührte Jacobs bedeutete ihm still zu sein. Aus dem Spalt, der um die Wartungsluke in die Kabinendecke lief, tropfte Blut. Die Fahrt ins Erdgeschoss hinunter erschien lang. Ihre Waffen auf die Decke der Liftkabine gerichtet, stiegen Tate und Jacobs rückwärts aus. Tate langte wieder nach drinnen und drückte die Stopptaste. Psst, sagte Tate in der Eingangshalle. Dann ruhig. Barry, Howard, er ist auf dem Dach der Liftkabine. Sichern Sie sie. Tate ging nach draußen. Auf dem Parkplatz stand das schwarze SWAT-Fahrzeug. SWAT hatte immer eine Reihe von Aufzugschlüsseln dabei. Sie waren in wenigen Augenblicken einsatzbereit. Zwei SWAT-Männer mit schwarzem Kopf- und Körperschutz stiegen die Treppe in den zweiten Stock hinauf. Zwei weitere waren bei Tate im Erdgeschoss, ihre Sturmgewehre auf die Decke der Liftkabine gerichtet. Wie große Ameisen die kämpfen, dachte Tate. Der SWAT-Kommandant sprach in sein Kopfhörermikrofon. Okay, Johnny. Im zweiten Stock, hoch über der Aufzugskabine, drehte Officer Johnny Peterson seinen Schlüssel im Schloss und die Lifttür glitt auf. Der Schacht war dunkel. Er legte sich auf den Rücken, nahm eine Betäubungsgranate von seiner Weste und legte sie neben sich auf den Boden. Okay, ich riskiere jetzt einen Blick. Er nahm einen Spiegel mit einem langen Griff und hielt ihn über den Rand, während sein Partner mit einer starken Taschenlampe in den Schacht leuchtete. Ich sehe ihn. Er ist auf dem Dach der Kabine. Neben ihm sehe ich eine Waffe. Er rührt sich nicht. Die Frage in Petersons Kopfhörer. Können Sie seine Hände sehen? Ich sehe eine Hand, die andere ist unter ihm. Er hat die Laken um sich herum. Fordern Sie ihn auf. Legen Sie Ihre Hände auf den Kopf und keine Bewegung, rief Petersen in den Schacht hinunter. Er hat sich nicht bewegt, Lieutenant genau. Wenn Sie nicht sofort die Hände auf den Kopf legen, werfe ich eine Betäubungsgranate auf Sie! Sie haben drei Sekunden! Petersen nahm einen der Türstopper aus seiner Weste, die jeder Swatman bei sich hat. Okay, Leute, aufgepasst da unten! Hier kommt die Granate! Er warf den Türstopper in den Schacht, sah ihn von der Gestalt hoch springen. Er hat sich nicht gerüttelt, Lieutenant. Okay, Johnny, wir werden jetzt mit einem Stock die Luke von außen aufdrücken, haben Sie ihn im Visier! Petersen drehte sich auf den Bauch, sein Zehn-Millimeter-Colt, gespannt und gesichert, war direkt auf die Gestalt gerichtet. Hab ihn im Visier! Petersen konnte im Aufzugschacht unter sich einen Lichtspalt erscheinen sehen, als die Polizisten in der Eingangshalle mit einem Swat-Boots-Haken die Luke hochdrückten. Die reglose Gestalt lag zum Teil auf der Luke, und einer ihrer Arme bewegte sich, als die Polizisten von unten dagegen drückten. Petersens Daumen drückte eine Spur fester auf den Sicherungshebel der Pistole. Sein Arm hat sich bewegt, Lieutenant, aber ich glaube, es war nur die Luke, die sich bewegt hat. Roger! Hochdrücken! Die Klappe kippte zurück und schlug gegen die Wand des Aufzugschachts. Für Petersen war es schwer, in das Licht hinabzusehen. Er hat sich nicht bewegt. Seine Hand Wir kommen jetzt in die Kabine. Passen Sie also mit dem Spiegel auf, ob er sich bewegt. Jeder Beschuss erfolgt von uns. Bestätigung? Verstanden. Unten in der Eingangshalle sah Tay zu, wie sie in die Aufzugskabine gingen. Ein Gewehrschütze, der Körperschutz durch dringende Munition geladen hatte, richtete seine Waffe auf die Decke der Aufzugskabine. Ein zweiter Swatman Spiegel und das Piston Licht kamen durch die Luke, dann Kopf und Schulte des Swatmans. Er reichte einen 38er Revolver nach unten und rief »Der ist tot!« Tate fragte sich, ob Dr. Lek das Tod bedeutete, dass auch Catherine Martin sterben würde. Alle Informationen unwiederbringlich verloren, als in diesem Monsterhirn die Lichter ausgegangen waren. Jetzt zogen ihn die Swatmänner nach unten. Der Körper kam mit dem Kopf nach unten durch die Aufzugluke, wurde in viele Arme hinabgelassen. Eine seltsame Kreuzabnahme in einer beleuchteten Kiste. Die Eingangshalle füllte sich, Polizisten strömten zusammen, um zu schauen. Ein Strafvollzugsbeamter schob sich nach vorn, blickte auf die ausgestreckten tätowierten Arme. »Das ist Pembrey«, sagte er. Im Fond des heulenden Krankenwagens stützte sich der junge Sanitäter gegen das Schaukeln ab und wandte sich dem Funkgerät zu, um seinem Chef in der Unfallstation Bericht zu erstatten. Wegen der Sirene musste er ziemlich laut sprechen. Er Er ist komatös, aber die Lebenszeichen sind gut. Blutdruck okay, 130 zu 90. Ja, 90. Puls 85. Er hat schwere Fazialschnitte mit aufstehenden Fleischfetzen. Ein Auge herausgelöst. Ich habe Druck auf dem Gesicht und er ist intubiert. Möglicherweise Kopfschuss, aber sicher kann ich es nicht sagen. Auf der Bahre hinter ihm öffnen sich unter dem Bauchgurt die geballten und blutigen Fäuste. Die rechte Hand schlüpft darunter hervor, findet die Schnalle des Brustgurts. Ich habe Angst, dass ich zu viel Druck auf den Kopf gebe. Er hatte leichte Konvulsionen, bevor wir ihn auf die Bahre gelegt haben. Ja, ich habe ihn in der Fauler Lage. Hinter dem jungen Mann packte die Hand Täter hörte dicht hinter sich den Tubus zischen, drehte sich um, sah das blutige Gesicht dicht vor seinem, sah aber nicht die herabsausende Pistole, die ihn mit voller Wucht über dem Ohr traf. Der Krankenwagen verlangsamte seine Fahrt, hielt schließlich auf dem sechsspurigen Highway ganz an. Verwirrt begannen die Fahrer dahinter zu hupen, unsicher, ob sie ein Noteinsatzfahrzeug überholen durften. Ein zweimaliges Knallen lief Fehlzündungen und der Krankenwagen fuhr wieder los. Erst in Schlangenlinien, dann geradeaus auf die rechte Fahrspur wechselnd. Ein Stück weiter form die Flughafenausfahrt. Der Krankenwagen schlich weiter auf der rechten Fahrspur dahin. An seiner Außenseite gingen verschiedene Warnlichter an und aus. Dann gingen die Scheibenwischer an und aus. Dann erstarb das Sirenenheulen, orgelte wieder los, verstummte schließlich ganz und die zuckenden Lichter gingen ebenfalls aus. Ruhig setzte der Krankenwagen seine Fahrt fort, nahm die Ausfahrt zum Memphis International Airport, die schöne Architektur im winterlichen Abend hell angestrahlt. Er fuhr auf einer gekrümmten Zufahrt, hielt vor den automatischen Schranken des riesigen unterirdischen Parkhauses. Eine blutige Hand kam heraus, um einen Parkschein zu entnehmen. Und der Krankenwagen verschwand in dem Tunnel zum Parkhaus unter der Erde. Normalerweise wäre Clarice Starling neugierig gewesen, Crawfords Haus in Arlington zu sehen. Aber die Nachricht von Dr. Lecters Flucht im Autoradio trieb ihr das alles aus. Mit tauben Lippen und prickelnder Kopfhaut fuhr sie völlig mechanisch, sah das gepflegte Fünfziger Jahre Ranch aus, ohne es anzusehen und fragte sich nur ganz am Rande, ob hinter den Fenstern mit den vorgezogenen Vorhängen auf der linken Seite, hinter denen Licht brannte, Bella lag. Die Türklingel schien zu laut. Auf das zweite Läuten hin öffnete Crawford die Tür. Er trug eine weite Strickjacke und telefonierte mit einem schnurlosen Telefon. Er sagte Corplay in Memphis und gab ihr durch ein Zeichen zu verstehen, ihm zu folgen, brummte im Gehen immer wieder ins Telefon, während er sie durch das Haus führte. In der Küche nahm eine Krankenschwester ein kleines Fläschchen aus dem Kühlschrank und hielt es ans Licht. Als Crawford die Schwester mit hochgezogenen Augenbrauen ansah, schüttelte sie den Kopf. Nein, sie brauchte ihn nicht. Er nahm Starling ins Arbeitszimmer mit, drei Stufen in eine umgebaute Doppelgarage hinab. Hier gab es ausreichend Platz, Sessel und ein Sofa und auf dem vollen Schreibtisch neben einem alten Astrolabium das grüne Leuchten eines Computermonitors. Der Teppich fühlte sich an, als wäre er auf Beton verlegt. Crawford winkte sie zu einer Sitzgelegenheit. Er legte die Hand auf die Sprechmuschel. Starling, das ist Blödsinn, aber haben Sie Lecter in Memphis irgendetwas gegeben? Nein. Keinen Gegenstand? Nichts. Sie haben ihm die Zeichnungen und Sachen aus seiner Zelle mitgebracht. Davon habe ich ihm nichts gegeben, die Sachen sind alle noch in meiner Tasche. Er hat mir die Akte gegeben, das ist alles, was wir ausgetauscht haben. Crawford klemmte sich das Telefon unter die Wange. Copley, das ist kompletter Blödsinn. Ich möchte, dass Sie diesem Dreckskerl ordentlich auf die Zehen steigen, und zwar sofort, direkt zum Chef, direkt zum TBI. Sehen Sie zu, dass der ganze Rest in die Hotline kommt. Burroughs ist drauf. Ja. Er machte das Telefon aus und steckte es in die Hosentasche. Möchten Sie Kaffee, Starling? Eine Cola? Was sollte diese Frage, ob ich Dr. Lecter irgendetwas gegeben habe? Chilton behauptet, Sie müssten Lecter etwas gegeben haben, womit er die Handschellen aufschließen konnte. Nicht absichtlich, sagte er, nur aus Versehen. Manchmal hatte Crawford wütende kleine Schildkröten Augen. Er beobachtete, wie Sie es aufnahmen. Hat Chilton versucht, Ihnen an die Wäsche ist es deshalb? Vielleicht. Meinen bitte Schwarz mit Zucker. Während er in der Küche war, atmete sie in tiefen Zügen und sah sich im Raum um. Wenn man in einem Wohnheim oder einer Kaserne wohnt, hat es etwas Tröstliches, in einem richtigen Haus zu sein. Obwohl Starling der Boden unter den Füßen bebte, half ihr der Eindruck, den sie vom Leben der Crawfords in diesem Haus Brille vorsichtig die Stufen hinab, trug die Tassen. In seinen Mokasins war er einen Zentimeter kleiner. Als Starling aufstand, um ihre Kaffeetasse zu nehmen, befanden sich ihre Augen fast auf gleicher Höhe. Er roch nach Seife und sein Haar sah locker und grau aus. Copley sagt, sie haben den Krankenwagen noch nicht gefunden. Im Süden ist die Bereitschaftspolizei ausgerückt. Sie im Radio kam eben die Meldung, Dr. Lecter tötete zwei Polizisten und entkam. Zwei Strafvollzugsbeamte. Crawford rief den kriechenden Text auf seinem Computer Bildschirm auf. Ihre Namen sind Boyle und Pembrey. Hatten sie mit ihnen zu tun? Sie nickte. Ja, sie brachten mich aus dem Gefängnis. Sie haben sich anständig verhalten. Pembrey, wie er hinter Tilten hervorkam, verlegen, entschlossen, aber landhöflich. Kommen Sie bitte mit, hatte er gesagt. Er hatte Leberflecken an den Händen und auf der Stirn gehabt. Jetzt war er tot, blass unter seinen Flecken. Plötzlich musste Starling ihren Kaffee abstellen. Sie füllte ihre Lungen tief und blickte einen Moment an die Decke. Wie hat er es gemacht? Er entkam in einem Krankenwagen, sagt Copley. Wir werden der Sache nachgehen. Hat dieses Löschpapier LSD zu irgendetwas geführt? Starling hatte den späten Nachmittag und frühen Abend auf Anweisung Crandlers damit verbracht, den mit Plutos bedruckten Bogen chemisch zu analysieren. Nein, nichts. Sie probieren es mit einem Batch-Dateien Vergleich mit den DEA-Unterlagen, aber das Zeug ist zehn Jahre alt. Möglicherweise kann die Abteilung Dokumente mit dem Druckverfahren mehr anfangen als die DEA mit dem LSD. Aber es ist Löschpapier LSD, oder? Ja. Wie hat er es gemacht, Mr. Crawford? Möchten Sie das wirklich wissen? Sie nickte. Dann sag ich es Ihnen. Sie haben Lector versehentlich in einem Krankenwagen weggeschafft. Sie hielten ihn für den schwer verletzten Pembry. Hatte er Pembrys Uniform an? Sie waren ungefähr gleich groß. Er hat sich Pembrys Uniform und Teile von Pembrys Gesicht angezogen und von Boyle auch noch ein Pfund. Damit Pembrys Leiche nicht alles volltropfte, hat er sie in die wasserundurchlässige Matratzenauflage und die Laken aus seiner Zelle gewickelt und sie auf dem Dach des Aufzugs versteckt. Er hat die Uniform angezogen, sich zurecht gemacht, sich auf den Boden gelegt und die Schüsse in die Decke abgegeben, um den Tumult auszulösen. Wo er die Waffe versteckt hat, weiß ich nicht, vielleicht hinten in seiner Hose. Der Krankenwagen kommt, überall Cops mit gezogener Waffe. Die Rettungssanitäter stürmen herein und machen, wozu sie in so einem Fall ausgebildet sind, intubieren ihn, klatschen ihm einen Verband auf die am schwersten betroffenen Stellen, Druck, um die Blutung zu stoppen und ab mit ihm. Sie taten eben ihren Job. Der Krankenwagen kam nie im Krankenhaus an, die Polizei sucht noch immer danach. Was die Sanitäter angeht, sehe ich eher schwarz. Copley sagt, sie haben sich das Band mit den in der Notrufzentrale eingegangenen Anrufen angehört. Es wurde zweimal ein Krankenwagen angefordert. Sie glauben, Lecter hat selbst angerufen, bevor er die Schüsse abfeuerte, damit er nicht allzu lange herumliegen müsste. Dr. Lecter lebt kleine Späße. Dieses bittere Knurren hatte Starling noch nie in Crawfords Stimme gehört. Weil sie Bitterkeit mit Schwäche gleichsetzte, beunruhigte es sie. Dr. Lecters Flucht bedeutet nicht, dass er gelogen hat, sagte Starling. Sicher, irgendjemanden hat er belogen, uns oder Senator Martin. Aber vielleicht hat er uns nicht beide belogen. Senator Martin gegenüber behauptete er, es wäre Billy Rubin, mehr wüsste er nicht. Mir erzählte er, es wäre jemand, der sich einbildete, transsexuell zu sein, ziemlich das Letzte, was er zu mir sagte, war, warum den Bogen nicht einfach zu Ende bauen. Er sprach davon, dieser Geschlechtsumwandlungstheorie nachzugehen, dass, ich weiß, ich habe ihre Zusammenfassung gesehen, aber solange die Kliniken keinen Namen herausrücken, lässt sich damit rein gar nichts anfangen. Ern Blum hat die Leiter der fraglichen Abteilungen persönlich aufgesucht. Sie sagen, sie sehen nach. Ich muss mich darauf verlassen. Mr. Crawford, haben Sie Schere reingekriegt? Ich bin angewiesen worden, aus familiären Gründen Urlaub zu nehmen. Vom Büro des Attorney General, sprich Crandler, wurde eine neue Sondereinheit bestehend aus FBI, DEA und zusätzlichen Kräften zusammengestellt. Wer leitet Sie? Offiziell FBI Assistant Director John Galby. Sagen wir mal, er und ich stehen in engem Kontakt. John ist ein guter Mann. Was ist mit Ihnen? Haben Sie Scherereien gekriegt? Crandler hat mich aufgefordert, Ausweis und Schießeisen zurückzugeben und mich wieder zum Unterricht zu melden. Das alles war vor ihrem Besuch bei Lecter. Starling, heute Nachmittag hat er eine Bombe ans Office of Professional Responsibility geschickt. Es war ein Antrag ohne Präodiz, dass die Academy sie bis zu einer Neubewertung ihrer Diensttauglichkeit suspendiert. Eine billige Retourkutsche. John Braigham, Chef der Abteilung Schusswaffen, hat das Schreiben bei der Ausbilderkonferenz in Quantico zu sehen bekommen. Er hat Ihnen ordentlich die Meinung geigt und mir haben das Recht auf eine Anhörung. Ich werde Ihnen Ihre Diensttauglichkeit bestätigen und das wird genügen. Aber wenn Sie dem Unterricht noch länger fern bleiben, werden Sie mit Sicherheit recycelt, egal was bei der Anhörung herauskommt. Wissen Sie, was passiert, wenn Sie recycelt werden? Sicher. Sie schicken einen an die regionale Dienststelle zurück, die einen rekrutiert hat. Dort darf man dann die Berichte abheften und Kaffee kochen, bis man wieder einen Platz in einer Klasse bekommt. Ich kann Ihnen zwar einen Platz in einer späteren Klasse versprechen, aber ich kann nicht verhindern, dass Sie recycelt werden, wenn Sie zu viel vom Unterricht versäumen. Ich muss also zurück in die Schule und aufhören, an dem Fall zu arbeiten, oder Ja? Was möchten Sie, dass ich tue? Ihr Auftrag war leckter. Sie haben ihn erledigt. Ich bitte Sie nicht, sich recyceln zu lassen. Das könnte sie ein halbes Jahr kosten, vielleicht sogar mehr. Was ist mit Catherine Martin? Er hat sie jetzt fast 48 Stunden. Mitternacht werden es 48 Stunden. Wenn wir ihn nicht finden, bringt er sie wahrscheinlich morgen oder übermorgen um, wenn es wie letztes Mal ist. Leckter ist nicht alles, was alle wegen irgendwas vorbestraft, aber keiner gibt viel her. Kein Billy Rubin auf den Abonnentenlisten für Insektenzeitschriften. Die Messermacher-Gilde weiß von fünf Fällen von Elfenbein-Antrax in den letzten zehn Jahren. Ein paar von denen müssen wir noch überprüfen. Was sonst noch? Klaus ist noch immer nicht identifiziert. Interpol meldet einen in Marseille ausgestellten Haftbefehl auf einen norwegischen Matrosen, einen Klaus Biertland, wie immer man das auch ausspricht. In Norwegen suchen sie nach seinen zahnärztlichen Unterlagen, um sie uns zu schicken. Falls wir von den Kliniken etwas bekommen und wenn sie Zeit haben, können sie dabei helfen. Starling? Ja, Mr. Crawford? Gehen Sie wieder in die Schule. Wenn Sie nicht wollen, dass ich ihn jage, hätten Sie mich nicht in diese Leichenhalle mitnehmen dürfen, Mr. Crawford. Ja, das hätte ich wohl nicht tun dürfen. Aber dann hätten wir auch diese Puppe nicht. Sie liefern ihr Schießeisen nicht ab. In Quantico haben Sie zwar nichts zu befürchten, aber solange Leckter nicht festgenommen oder tot ist, tragen Sie eine Waffe, sobald Sie das Gelände in Quantico verlassen. Was ist mit Ihnen? Er hasst Sie. Sicher trägt er sich schon lange Eines Tages kommt er vielleicht dazu, aber im Moment ist er zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Es ist herrlich, wieder frei zu sein, und er ist sicher noch nicht bereit, sich das so schnell wieder zu verscherzen. Außerdem ist dieses Haus sicherer, als es aussieht. Das Telefon in Crawfords Tasche flötete los. Der Apparat auf dem Schreibtisch surrte und blinkte. Er nahm ab, hörte eine Weile zu, sagte »Okay« und legte auf. »Sie haben den Krankenwagen in einer Tiefgarage am Flughafen von Memphis gefunden.« Er schüttelte den Kopf. »Schlimm, die Sanitäter lagen hinten drin, beide tot.« Crawford nahm seine Brille ab, kramte nach seinem Taschentuch, um sie zu putzen. »Starling, das Smithsonian hat bei Burroughs angerufen, um nach ihnen zu fragen, dieser Pilcher. Die Sache mit dem Insekt steht kurz vor dem Abschluss. Ich möchte, dass Sie darüber einen 302er schreiben und ihn für die permanente Akte unterzeichnen. Sie haben das Ding gefunden und sind der Sache nachgegangen und das soll in der Akte auch zum Ausdruck kommen. Trauen Sie sich das noch zu? Starling war zum Umfallen müde. Sicher, sagte sie. Lassen Sie Ihren Wagen in der Garage stehen. Jeff Eingangstreppe wandte sie das Gesicht in hellen Fenstern mit den vorgezogenen Vorhängen zu, hinter denen die Krankenschwester Wache hielt und blickte sich dann nach Crawford um. Ich denke an Sie beide, Mr. Crawford. Danke, Starling. Officer Starling, Dr. Pilcher wollte sich im Insektenzoo mit Ihnen treffen, sagte der Wärter. Ich bringe Sie hin. Um den Insektenzoo von der Constitution Avenue Seite des Museums zu erreichen, musste man mit dem Aufzug zur ersten Etage über dem großen ausgestopften Elefanten hochfahren und ein riesiges Geschoss durchqueren, das der Erforschung der Menschheit gewidmet war. Zuerst kamen Reihen von Schädeln, ansteigend und sich ausbreitend, Ausdruck der Bevölkerungsexplosion seit Christi Geburt. Starling und der Wärter bewegten sich in einer dunklen Landschaft, bevölkert mit Figuren, die Herkunft und Veränderung der Menschheit illustrierten. Hier waren die verschiedensten Formen ritueller Verstümmelung ausgestellt. Tätowierungen, gebundene Füße, Zahnabschleifungen, peruanische Operationstechniken, Mumifizierung. »Haben Sie Wilhelm von Ellenbogen schon mal gesehen?« fragte der Wärter und leuchtete mit seiner Lampe in eine Vitrine. »Ich glaube nicht«, sagte Starling, ohne ihre Schritte zu verlangsamen. »Wenn die Beleuchtung heller gestellt ist, sollten Sie mal vorbeikommen und ihn sich ansehen. Wurde im 18. Jahrhundert in Philadelphia begraben, wurde glatt zur Seife, als ihn das Grundwasser erreichte. Der Insektenzoo ist ein großer, im Moment schwach beleuchteter Saal, erfüllt von Zirpen und Schwirren. Vor allem Kinder lieben den Zoo mit seinen Käfigen und Schaukästen voll lebender Insekten und gehen den ganzen Tag hier ein und aus. Nachts, wieder unter sich, legen die Insekten los. Ein paar der Schaukästen waren rot beleuchtet und die Notausgangsschilder brannten glühend rot in dem dunklen Saal. »Dr. Pilcher«, rief der Wärter an der Tür. »Hier«, Pilcher hielt eine kleine Taschenlampe als Leuchtfeuer hoch. »Bringen Sie die Dame hinterher raus? »Ja, und vielen Dank, Officer.« Starling nahm ihre kleine Taschenlampe aus der Handtasche und stellte fest, dass sie eingeschaltet gewesen war. Die Batterien waren leer. Die aufflackernde Wut erinnerte sie daran, dass sie müde war und einen Gang herunterschalten musste. »Hallo, Officer Starling.« »Dr. Pilcher?« »Wie wär's mit Professor Pilcher?« »Sind Sie denn Professor?« »Nein, und Doktor bin ich auch nicht. Was ich wollen Sie sich ein paar Insekten anschauen?« »Klar. Wo ist Dr. Roden?« Er hat in den letzten zwei Nächten bei der Chai-Taxi die meisten Fortschritte gemacht und naja, irgendwann musste er sich einfach hinhauen. »Haben Sie den Falter gesehen, bevor wir damit angefangen haben?« »Nein, war eigentlich nur noch Matsch. Aber Sie haben es hingekriegt. Sie haben es rausgefunden?« »Ja, eben gerade.« Er blieb an einem Drahtmaschenkäfig stehen. »Lassen Sie mich Ihnen zunächst einen Falter wie den zeigen, den Sie am Montag hergebracht haben. Das ist nicht genau der gleiche wie Ihre, aber dieselbe Familie. Eine Eule.« Der Strahl seiner Taschenlampe fand den großen, blau-glänzenden Nachtfalter, der mit zusammengefalteten Flügeln auf einem kleinen Zweig saß. Pilcher blies Luft darauf, und sofort erschien das grimmige Gesicht einer Eule, als der Falter die Unterseiten seiner Flügel ausbreitete. Die Augenpunkte auf den Flügeln blitzten wie das letzte, das eine Ratte in ihrem Leben zu sehen bekommt. Das hier ist Caligo Beltrau, ziemlich weit verbreitet. Aber mit dem Klaus-Exemplar ist es eine andere Sache. Kommen Sie. In einer Nische am Ende des Saals stand, durch ein Geländer vom Zugriff der Kinder geschützt, eine Vitrine. Sie war mit einem Tuch zugedeckt. Daneben summte ein kleiner Luftbefeuchter. Wir halten ihn zum Schutz der Finger unserer Besucher hinter Glas. Er kann kämpfen. Außerdem mag er es feucht und das Glas lässt die Feuchtigkeit nicht entweichen. Pilcher hob den Schaukasten an den Griffen behutsam hoch und stellte ihn weiter Das ist ein weiblicher Totenkopfschwärmer, sagte er. Worauf er da sitzt, ist eine Tollkirsche. Wir hoffen, er legt Eier. Der Falter war herrlich und schrecklich anzusehen, mit seinen großen braun-schwarzen Flügeln, zeltförmig wie ein Umhang, und auf dem breiten dicht beharrten Rücken sein Markenzeichen, das die Menschen in Angst versetzt, seit Menschen in ihren glücklichen Gärten unvermutet auf ihn stoßen. Der Schädel mit dem gewölbten Scheitel, ein Schädel, der gleichzeitig Totenkopf und Gesicht ist, aus dunklen Augen hervorstarrend, die Backenknochen, der Jochbogen unter den Augen, wunderschön gezeichnet. Akerontia Sticks, sagte Pilcher. Er ist nach zwei Flüssen in der Unterwelt benannt. Der Mann, den sie suchen, er wirft die Leichen immer in einen Fluss, habe ich gelesen? Ja, sagte Starling. Ist er selten? In diesem Teil der Welt, ja, freilebend kommen sie bei uns überhaupt nicht vor. Woher kommt er? Starling hielt ihr Gesicht dicht an das Drahtmaschengeflecht auf dem Schaukasten. Ihr Atem kräuselte den feinen Pelz auf dem Rücken des Falters. Sie zuckte zurück, als er quiekte und heftig mit den Flügeln schlug. Sie konnte den schwachen Lufthauch spüren, den er verursachte. Aus Malaysia. Es gibt auch eine europäische Art, die Atropos heißt, aber dieser hier und der aus Klaus Mund kommen aus Malaysia. Also hat ihn jemand gezüchtet? Pilchen nickte, und da sie ihn nicht ansah, sagte er, ja, er muss als Ei oder wahrscheinlich als Puppe aus Malaysia gekommen sein. Niemandem ist es bisher gelungen, diese Falte dazu zu bringen, in Gefangenschaft Eier zu legen. Sie paaren sich, aber keine Eier. Das Schwierigste ist, die Raupe im Dschungel zu finden, aber danach sind sie nicht mehr schwer aufzuziehen. Sie haben gesagt, sie können kämpfen? Ja, der Rüssel ist spitz und fest und sie stechen einen damit in den Finger, wenn man sie ärgert. Es ist eine ungewöhnliche Waffe und Alkohol kann ihr bei präparierten Exemplaren nichts anhaben. Das half uns, die Möglichkeiten einzugrenzen, so dass wir ihn relativ schnell identifizieren konnten. Mit einem Mal schien Pilcher verlegen, als hätte er angegeben. Sie sind auch ganz schön frech, fügte er rasch hinzu. Sie dringen in Bienenstöcke ein und schnauhen Honig. Einmal waren wir in Sabah auf Borneo sammeln und sie kamen hinter der Jugendherberge ans Licht. Es war eigenartig, sie zu hören, wir woher kommt dieser? Was? Oh, ein Tausch mit der malaysischen Regierung. Ich weiß nicht, was wir ihnen dafür gegeben haben. Jedenfalls, es war komisch, wir waren im Dunkeln und wartet mit einem Eimer voll Zyanit als was für eine Zollerklärung kam mit diesem hier. Haben sie darüber noch Unterlagen? Brauchen sie in Malaysia eine Ausfuhr zu haben, einschließlich der Stellen, wo man Anzeigen aufgibt, wenn man so was machen will. Kommen sie, ich bring sie raus. Schweigend gingen sie durch die ausgedehnte Etage. Im Licht des Aufzugs konnte Starling sehen, dass Pilcher genauso müde war wie sie. Sie sind extra aufgeblieben, sagte sie. Das war sehr nett. Ich wollte sie vorhin nicht unterbrechen. Es ist nur so, dass sich ich hoffe, schnappen ihn. Ich hoffe, sie haben es bald hinter sich. Ich habe ihnen ein paar Chemikalien aufgeschrieben, die er vielleicht kauft, wenn er weiche Exemplare konserviert. Officer Starling, ich würde sie gern kennenlernen. Vielleicht sollte ich sie anrufen, wenn ich kann. Das sollten sie unbedingt, auf jeden Fall. Fände ich schön. Die Lifttür ging zu und Pilcher und Starling waren weg. Das der Menschheit gewidmete Stockwerk war still und keine menschliche Gestalt bewegte sich, nicht die Tätowierten, nicht die Mumifizierten. Die gebundenen Füße regten sich nicht. Die Notausgangslichter im Insektenzoo glühten rot, reflektiert von zehntausend aktiven Augen der älteren Ordnung. Der Luftbefeuchter summte und zischte. Unter dem Deckel, im dunklen Schaukasten, kletterte der Totenkopf-Schwärmer die Tollkirsche hinunter. Die Flügel wie einen Umhang hinter sich herziehend, kroch er über den Boden und fand die Honigwaben in seinem Futternapf. Er packte sie mit seinen kräftigen Vorderbeinen, entrollte den spitzen Rüssel und stieß ihn durch den Wachsdeckel einer Wabe. Jetzt hockte er ruhig saugend da, während in der Dunkelheit ringsum das Zirpen und Schwirren wieder losging und mit ihm die winzigen Raubzüge und Morde. Kathrin Baker Martin Unten in der grässlichen Dunkelheit Dunkelheit flirrte hinter ihren Augenlidern und in zuckenden Schlafsekunden träumte sie, dass die Dunkelheit in sie eindrang. Die Dunkelheit kam hinterrücks, kroch ihr in Nase und Ohren, hartnäckig drängten sich die Klammen Finger der Dunkelheit jeder ihrer Körperöffnungen auf. Kathrin legte die Hand auf Mund und Nase, legte die andere auf ihre Vagina, kniff die Pobacken zusammen, kehrte ein Ohr der Matratze zu und gab das andere der Aufdringlichkeit der Dunkelheit preis. Mit der Dunkelheit kam ein Geräusch und sie schrak aus dem Schlaf hoch. Ein vertrautes emsiges Geräusch. Eine Nähmaschine mit regulierbarer Geschwindigkeit. Langsam, jetzt schnell. Oben im Keller waren die Lichter an. Wo die kleine Luke in der Schachtabdeckung offenstand, konnte sie eine Scheibe matten Gelb sehen. Ein paar Mal bellte der Pudel und die unwirkliche Stimme redete gedämpft auf ihn ein. Nähen! Nähen war hier unten völlig fehl am Platz. Nähen gehörte zum Licht, wie willkommen das sonnige Nähzimmer aus Kathrines Kindheit in ihrem Kopf aufblitzte. Die Haushälterin, die liebe Bea Love an der Maschine, ihre kleine Katze nach dem wehenden Vorhang tappend. Das alles fegte die Stimme weg, als sie den Pudel schallt. Lass das liegen, Precious! Du stichst dich noch mit der Nadel, und was dann? Ich bin fast fertig. Ja, mein Herzchen gleich gibt's Happy Happy. Und was für ein feines Happy Happy es Sie wusste, sie hatte sich zweimal gewaschen. Das letzte Mal war sie im Licht aufgestanden, damit er ihren Körper sah, obwohl sie nicht sicher war, ob er hinter dem blendend hellen Licht hervor auf sie herab blickte. Kathrin Baker Martin Nackt war eine echte Sensation, ein Mädchen mit einer Wahnsinns Figur, und das wusste sie auch. Sie wollte, er es sah. Sie bekam sehr wenig zu essen, und ihr war klar, sie sollte es besser tun, solange sie noch die Kraft dazu hatte. Sie wusste, sie würde mit ihm kämpfen, sie wusste, sie konnte kämpfen. Wäre es besser, ihn erst zu ficken, ihn so oft er konnte zu ficken, um ihn auszulaugen. Sie wusste, wenn sie die Beine um seinen Hals bekam, konnte sie ihn ungefähr in eineinhalb Sekunden ins Jenseits befördern. Bringe ich es über, mich das zu tun? Das will ich doch meinen. Eier und Augen, Eier und Augen, Eier und Augen. Aber von oben war kein Laut gekommen, als sie mit dem Waschen fertig war und den frischen Overall anzog. Es kam keine Antwort auf ihre Angebote, als der Wascheimer an seiner dünnen Schnur hochschaukelte und durch ihren Toiletteneimer ersetzt wurde. Jetzt, Stunden später, wartete sie, horchte dabei auf die Nähmaschine. Sie rief nicht nach ihm. Nach einiger Zeit, vielleicht tausend Atemzüge später, hörte sie ihn die Treppe hinaufgehen und dabei mit dem Hund sprechen. Frühstück, wenn ich zurückkomme. Er ließ das Kellerlicht an. Manchmal tat er das. Krallen und schritte auf dem Küchenboden darüber. Der Hund winselte. Sie glaubte, ihr Entführer ginge weg. Manchmal ging er lange weg. Atemzüge verstrichen. Der kleine Hund tippelte oben in der Küche herum, winselte, schleifte etwas scheppernd, klappernd über den Boden, vielleicht seinen Napf. Kratzen über ihr Kratzen und wieder bellen, kurz und scharf, diesmal nicht so deutlich, wie es immer war, wenn der Hund über ihr in der Küche war, denn der kleine Hund war nicht in der Küche. Er hatte mit der Schnauze die Tür aufgestupst, und jetzt war er unten im Keller, wo er Mäuse jagte, wie er das schon vorher getan hatte, wenn der Mann weg gewesen war. Unten im Dunkeln tastete Catherine Martin unter ihre Matratze herum. Sie fand das Stück Hühnerknochen und roch daran. Es fiel ihr nicht leicht, die kleinen Fleischfetzen und Knorpel daran nicht zu essen. Um es warm zu bekommen, steckte sie es in den Mund. Als sie schließlich aufstand, schwankte sie ein wenig in der schwindelerregenden Dunkelheit. Bei ihr, in dem senkrecht aufsteigenden Schacht, war nichts als ihr Futon, der Overall, den sie anhatte, der Toiletteneimer aus Plastik und die dünne Schnur, die zu dem fahlen, gelben Licht hochstieg. Sie hatte in jeder Phase, in der sie klar denken konnte, darüber nachgedacht. Catherine reckte sich nach oben, soweit sie konnte, packte die Schnur. Sollte sie daran reißen oder ziehen? Sie hatte tausende von Atemzügen darüber nachgedacht. Besser, sie zog vorsichtig immer fester daran. Die Schnur dehnte sich stärker, als sie erwartet hatte. Sie packte sie so weit oben, wie sie konnte und zog, schwang dabei den Arm hin und her, in der Hoffnung, die Schnur würde an der Stelle, wo sie über den hölzernen Rand der Öffnung über ihr lief, durchgewetzt. Sie bewegte sie hin und her, bis ihre Schulter schmerzte. Sie zog. Die Schnur dehnte sich. Jetzt dehnte sie sich nicht mehr. Kein Spiel mehr. Reiß bitte möglichst weit oben! Und da fiel sie schon, strenge auf ihrem Gesicht. Mit der Schnur auf Kopf und Schultern hockte sie auf dem Boden, aber um sie sehen zu können, kam nicht genug Licht aus der Öffnung hoch über ihr. Sie wusste nicht, wie viel sie hatte. Nur nicht verheddern. Vorsichtig legte sie die Schnur in Meandern auf dem Boden aus und maß sie mit ihrem Unterarm ab. Sie zählte vierzehn Unterarme. Die Schnur war an der Lukenkante gerissen. Sie band den Hühnerknochen mit den Fleischresten da an die Schnur, wo sie am Griff des Eimers befestigt war. Jetzt kam der schwierigere Teil. Nur keine Hektik. Sie war in ihrer stürmische See-Verfassung. Es war, als wäre sie bei stürmischer See auf einem kleinen Boot ganz auf sich selbst angewiesen. Sie band das abgerissene Schnurende an ihr Handgelenk und zog den Knoten mit den Zähnen fest. Sie stellte sich so weit von der Schnur weg wie möglich auf. Dann nahm sie den Eimer am Griff, schwang ihn im Kreis und warf ihn senkrecht nach oben, nach der Scheibe schwachen Lichts über ihr. Der Plastikeimer verfehlte die offene Luke, schlug gegen die Unterseite der Abdeckung und fiel zurück, traf sie im Gesicht und an der Schulter. Der kleine Hund bellte lauter. Sie nahm sich die Zeit, die Schnur auszulegen und warf wieder und wieder. Beim dritten Versuch traf der Eimer, als er herunterfiel, ihren gebrochenen Finger und sie musste sich gegen die überhängende Wand lehnen und tief durchatmen, bis der Schwindel nachließ. Der vierte Wurf krachte wieder auf sie herab, aber der fünfte nicht. Er war draußen. Der Eimer war irgendwo neben der offenen Luke auf der hölzernen Abdeckung des Schachts. Wie weit von der Öffnung entfernt? Schön ruhig bleiben. Vorsichtig zog sie an der Schnur. Sie riss kurz daran, um den Eimergriff gegen das Holz über ihr schlagen zu hören. Der kleine Hund bellte lauter. Sie durfte den Eimer nicht über den Rand der Öffnung ziehen, aber sie musste ihn nahe heranziehen. Sie zog ihn nahe heran. Der kleine Hund in einem Kellerraum in der Nähe inmitten von Spiegel und Schaufensterpuppen, an den Fäden und Stofffetzen unter der Nähmaschine schnupprend, in dem großen, schwarzen Kleiderschrank herumschnüffelnd, in den Teil des Kellers blickend, aus dem die Geräusche kommen. In den Düsteren bei Reich flitzend, um zu bellen und wieder zurück zu flitzen. Jetzt eine Stimme, die schwach durch den Keller hallt. »Precious!« Der kleine Hund bellte und sprang auf der Stelle hoch. Mit jedem Kläffen bebte sein fetter kleiner Körper. Jetzt das Geräusch eines feuchten Kusses. Der Hund blickte zur Decke hoch, über der die Küche lag, aber von dort kam das Geräusch nicht. Wiederholtes Schmatzen, als ob jemand äße. »Komm, Precious! Komm, meine Süße!« Auf Zehenspitzen mit gespitzten Ohren tippelte der Hund in das Zwielicht. »Schlürf, schürf!« »Sein braves Mädchen!« »Komm schon, Precious!« Der Pudel konnte den Hühnerknochen riechen, der an den Eimergriff gebunden war. Er kratzte an der Seite des Schachts und winselte. »Schmatz! Schmatz! Schmatz!« Der kleine Pudel sprang auf die Holzabdeckung des Schachts. Der Geruch war dort drüben, zwischen dem Eimer und dem Loch. Der kleine Hund bellte den Eimer an, winselte unschlüssig. Der Hühnerknochen zuckte ganz leicht. Der Pudel ging in die Knie, die Schnauze zwischen den Vorderpfoten, der Hintern wild wackelnd in der Luft. Er bellte zweimal und sprang auf den Hühnerknochen, packte ihn mit den Zähnen. Der Eimer schien den kleinen Hund von seiner Beute wegstupsen zu wollen. Der Pudel knurrte den Eimer an und ließ nicht los, stand rittlings über dem Griff, hielt den Knochen fest mit den Zähnen gepackt. Plötzlich stieß der Eimer den Pudel um, riss ihn von den Beinen, drückte ihn. Es gelang ihm, sich aufzurappeln, erprallte wieder mit dem Eimer zusammen, kämpfte mit ihm, eine Hinterpfote und das dazugehörige Bein rutschten in das Loch. Hektisch schrarten seine Krallen über das Holz. Der Eimer rutschte weiter, verkeilte sich mit dem Hinterteil des Hundes in der Öffnung und der kleine Hund befreite sich. Der Eimer rutschte über den Rand und verschwand zusammen mit dem Hühnerknochen in dem Loch. Sein Bellen wurde von den Wänden verstärkt, als er wütend in den Schacht hinabkläffte. Dann hörte er zu Bellen auf und legte auf ein Geräusch, denn das nur er hören konnte, den Kopf auf die Seite. Als irgendwo oben im Haus eine Tür zufier, sprang er von der Abdeckung des Schachts und stürmte japsend die Treppe hinauf. Catherine Baker Martins Tränen strömten heiß über ihre Wangen und fielen, zupften an der Vorderseite ihres Overalls, drangen warm auf ihren Brüsten durch den Stoff und sie glaubte, dass sie ganz bestimmt sterben müsste. Die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, stand Crawford allein mitten in seinem Arbeitszimmer. Dort stand er von 0.30 Uhr bis 0.33 Uhr und verlangte nach einer Idee. Dann schickte er dem California Department of Motor Vehicles ein Fernschreiben, in dem er um eine Auflistung der Eigentümer des Wohnmobils bat, das Raspail nach Aussage Dr. Lactos in Kalifornien gekauft hatte, des Fahrzeugs also, das Raspail bei seiner Romanze mit Klaus benutzt hatte. Crawford ersuchte die Kfz-Zulassungsstelle, alle Protokolle zu überprüfen, die die anderen Besitzer außer Benjamin Raspail erhalten hatten. Dann setzte er sich mit einem Klemmbrett aufs Sofa und entwarf schon einmal für alle Fälle eine Annonce, die in allen größeren Tageszeitungen veröffentlicht werden sollte. »Joononische, cremefarbene Passionsblume, 21, Model, sucht Mann, der Qualität und Quantität schätzt. Hand- und Kosmetikmodel, du hast mich in Zeitschriftenwerbungen gesehen, jetzt würde ich gern dich sehen. Bitte nur Bildzuschriften.« Crawford überlegte kurz, strich »Joononisch« durch und ersetzte es durch »Stattlich«. Sein Kopf sank nach vorn und er nickte ein. Der grüne Bildschirm des Computers machte winzige Vierecke auf den Gläsern seiner Brille. Mit einem Mal geriet der Bildschirm in Bewegung, die Zeilen krochen nach oben, bewegten sich auf Crawfords Brillengläsern. Er schüttelte im Schlaf den Kopf als kitzle ihn das Bild. Die Nachricht lautete »Mamphys Pox entdeckt bei Durchsuchung von Lectors Zelle zwei Gegenstände. Erstens provisorische Handschellenschlüssel aus Kugelschreibermine Einschnitte durch Abrasion Baltimore anweisen Anstaltszelle nach Spuren von Herstellung durchsuchen auf Anweisung Copley SAC Memphis Zweitens Blatt Notizpapier von Flüchtigem in Toilette schwimmen zurückgelassen Original unterwegs zu WX Dokumentenabteilung Schrägstrich Lab Grafik der Schrift folgt Grafik auch nach Langley Bearbeiter Benson Kryptografie Als die Grafik erschien sie kam hoch wie etwas das über den unteren Bildschirmrand lugte war es das C 33 H 36 I LTO 6 N 4 Das leise zweimalige Piepen des Computers weckte Crawford nicht aber das tat drei Minuten später das Telefon Es war Jerry Burrows auf der Hotline des National Crime Information Center Können Sie gerade Ihren Bildschirm sehen Jack Augenblick sagte Crawford Ja jetzt Das Labor hat sich schon Jack Die Nachricht die Lektor im Klo gelassen hat Die Zahlen zwischen den Buchstaben von Chiltons Namen Das ist Biochemie C 33 H 36 N 4 O 6 Ist die Formel eines Pigments in der menschlichen Galle das Bilirubin heißt Laut Labor ist es ein wichtiger Farbstoff in Scheiße Wunderbar Sie hatten Recht wegen Lektor Jack Er hat sie nur an der Nase herum geführt Pech für Senator Martin Im Labor sagen sie Bilirubin hat ziemlich genau die Farbe von Chiltons Haar Anstaltshumor nennen sie das Haben Sie Chilton in den Sechs Uhr Nachrichten gesehen Nein Marilyn Sutter hat sie oben gesehen Chilton hat sich mit der Fahndung nach Billy Rubin wichtig gemacht Dann ist er mit einer Fernsehreporterin Abendessen gegangen Dort war er dann als Lektor sich aus dem Staub machte Was für ein Granaten Arschloch Lektor sagte zu Starling sie solle sich immer vor Augen halten dass Chilton keinen medizinischen Abschluss hat sagte Crawford Ja Habs in der Zusammenfassung gesehen Ich schätze Chilton wollte Starling bumsen denke ich jedenfalls und sie hat ihn ablitzen lassen Er mag ja blöd sein aber blind ist er nicht Wie geht's der Klein Ganz okay glaube ich aber ziemlich fertig Meinen Sie Lektor hat auch Sie angeschmiert Schon möglich Aber wir bleiben dran an der Sache Ich weiß nicht was die Kliniken machen jedenfalls denke ich die ganze Zeit ich hätte wegen der Herausgabe der Unterlagen vor Gericht gehen sollen Ich bin höchst ungern auf sie angewiesen Wenn wir bis morgen vormittag nichts von ihnen gehört haben versuchen wir es auf gerichtlich im Weg Ah übrigens Jack Sie haben doch ein paar Leute draußen die wissen wie leck da aussieht oder nicht sagte Crawford Dr. Hannibal Leckte stand an der Rezeption des eleganten Marcos Hotel in St. Louis Er trug einen braunen Hut und einen bis zum Hals zugeknöpften Regenmantel Ein ordentlich angebrachter Verband verdeckte Nase und Wangen Er trug sich mit Lloyd Weiman ins Melderegister ein Die Unterschrift hatte er in Weimans Auto geübt Wie möchten Sie zahlen Mr. Weiman fragte der Portier American Express Dr. Leckte reichte dem Mann Lloyd Weimans Kreditkarte Aus der Lounge kam leise Klaviermusik An der Bar konnte Dr. Leckte zwei Leute mit Verbänden auf der Nase sehen Ein Paar mittleren Alters das zu den Aufzügen ging summte eine Cole Porter Melodie Die Frau hatte einen Gase Verband über einem Auge Der Portier zog die Kreditkarte durch Wissen Sie dass Sie die Tiefgarage des Krankenhauses benutzen können Mr. Weiman Ja Danke Dr. Leckte hatte Weimans Wagen mit Weiman im Kofferraum bereits dort abgestellt Der Hoteldiener der Weimans Reisetaschen in die kleine Suite trug erhielt dafür einen von Weimans Fünf Dollar Scheinen Dr. Leckte bestellte ein Sandwich und etwas zu trinken und entspannte sich bei einer langen Dusche Nach seiner langen Inhaftierung erschien Dr. Leckte die Suite riesengroß Er genoss es in seiner Suite hin und her und auf und ab zu gehen Von seinen Fenstern konnte er auf der anderen Straßenseite den Myron and Sadie Fleischer Pavilion des St. Louis City Hospital sehen der eines der international renommiertesten Zentren für Kranio-Fazialchirurgie beherbergte Dr. Lecktes Konterfei war zu bekannt als dass er hier auf die Dienste der plastischen Chirurgen hätte zurückgreifen können aber es war ein Ort auf der Welt an dem er mit einem Verband im Gesicht herumlaufen konnte ohne Aufmerksamkeit zu erregen er hatte hier vor Jahren schon einmal logiert als er in der hervorragenden Robert J. Brockman Memorial Library psychiatrische Studien betrieben hatte ein berauschendes Gefühl ein Fenster mehrere Fenster zu haben er stand im Dunkeln an seinen Fenstern und beobachtete wie sich Autolichter über die MacArthur Bridge bewegten und genoss seinen Drink nach der fünfstündigen Fahrt von Memphis war er wohlig müde wirkliche Hektik war an diesem Abend nur in der Tiefgarage des Memphis International Airport aufgekommen sich in dem geparkten Krankenwagen mit Wattebäuschen und Alkohol und destilliertem Wasser zu säubern war nicht sehr angenehm gewesen sobald er einmal die weiße Sanitäter Kluft anhatte ging es nur noch darum in einem verlassenen Block des Dauerparker Bereichs der großen Tiefgarage einen einzelnen Reisenden zu erwischen Praktischerweise beugte sich der Mann in den Kofferraum seines Wagens um seinen Musterkoffer herauszunehmen und bekam nicht mit wie Dr. Lecter hinter ihm auftauchte Dr. Lecter fragte sich ob ihn die Polizei für blöd genug hielt vom Flughafen abzufliegen Das einzige Problem auf der Fahrt nach St. Louis war in dem Importauto die Lichter den Abblendschalter und den Scheibenwäscher zu finden denn dass die entsprechenden Bedienungselemente an den Hebeln am Lenkrad angebracht waren war ihm neu Morgen würde er Dinge einkaufen gehen die er brauchte ein Mittel zum Aufhellen der Haare Friseur Utensilien eine Höhensonne und es gab auch noch andere verschreibungspflichtige Dinge die er sich beschaffen Veränderungen an seinem Äußeren vorzunehmen wenn es soweit war würde er weiterziehen es bestand kein Grund zur Eile Ordelia Mapp saß in ihrer gewohnten Haltung mit einem Buch gegen das Kopfende des Bettes gelehnt sie hörte Radio einen Nachrichtensender als Clarice Starling hereinstapfte machte sie ihn aus nach einem Blick auf Starlings finstere Miene fragte sie zum Glück nur möchtest du einen Tee wenn sie studierte trank Mapp ein Getränk das sie aus einer Blättermischung braute die ihre Großmutter ihr schickte und die sie schlaue Leute Tee nannte von den zwei intelligentesten Menschen die Starling kannte war einer auch der zuverlässigste den sie kannte und der andere war der beängstigendste Starling hoffte das sorgte für einen gewissen Ausgleich in ihrem Bekanntenkreis du kannst von Glück sagen dass du heute gefehlt hast sagte Mapp dieser bescheuerte Kim Won hat uns ohne Übertreibung in Grund und Boden gerannt ungelogen muss wohl so sein dass in Korea die Schwerkraft höher ist als hier und wenn die dann hier rüber kommen werden sie plötzlich ganz leicht verstehst du kriegen Jobs als Sportlehrer weil das für sie überhaupt keine Arbeit ist John Abend vor einer Weile wollte wissen ob du schon zurück bist hat sich die Haare glatt frisiert und wie ein Schuljunge in der Eingangshalle rumgedrückt wir haben uns ein bisschen unterhalten er meinte wenn du mit dem lernen hinten dran bist und wir die nächsten paar Tage in den Zeiten in denen der Schießstand auf ist büffeln müssen schließt er uns den Schießstand am Wochenende auf damit einzelnen Diensten beim Schießen gegen die DEA und den Zoll antrittst nein und nicht bei den Frauen sondern im offenen Wettbewerb nächste Frage kannst du den Stoff zum vierten Verfassungszusatz für Freitag größtenteils okay was ist Chimes gegen Kalifornien äh Durchsuchungen in höheren Schulen und was muss man bei Schuldurchsuchungen beachten oh man keine Ahnung in so einem Fall gilt sofortiger Zugriff wer war Schneckloth keine Ahnung Schneckloth gegen Baster Monty handelt es sich dabei um das angemessene Recht auf Privatsphäre oh man schäm dich Recht auf Privatsphäre ist das Katzprinzip Schneckloth ist Zustimmung zur Durchsuchung ich sehe schon wir müssen heute noch ein bisschen parken Mädchen ich habe die Notizen nicht heute Abend nein aber morgen wirst du mit empfänglichem und ahnungslosem Verstand aufwachen und dann werden wir anfangen die Ernte für Freitag auszusäen Starling Brigham meinte er sollte eigentlich nichts erzählen deshalb musste ich es ihm versprechen er meinte du kommst um die Anhörung herum er glaubt dieser blöde Wichtigtuer Krandler kann sich in zwei Tagen sowieso nicht mehr an dich erinnern deine Noten sind gut wir schmettern das problemlos ab Mab musstete Starlings müdes Gesicht mehr als du für diese arme Seele getan hast Starling hätte niemand tun können du hast dich für sie weit aus dem Fenster gelehnt und dafür ordentlich einen aufs Dach gekriegt und du hast einiges ins Rollen gebracht da hast du es wirklich verdient dass dir auch mal jemand unter die Arme greift darum würde ich vorschlagen du legst dich jetzt erst mal schlafen um alles weitere kümmere ich mich Ardelia danke und als das Licht aus war Starling ja wer findest du sieht besser aus Brigham oder Hot Bobby Lawrence frag mich was leichteres Brigham hat eine Tätowierung auf der Schulter ich konnte sie durch sein Hemd sehen was steht da drauf woher soll ich das wissen sagst du es mir wenn du es raus findest eher nicht ich hab dir aber von Hot Bobbys Python Slip erzählt den hast du doch nur durchs Fenster gesehen als er sein Handeltraining gemacht hat hat dir Gracie das erzählt oh Mann diese dumme Kuh kann einfach nicht ihre Klappe Starling war eingeschlafen es war kurz vor drei Uhr morgens als Crawford der neben seiner Frau eingenickt war wach wurde Bellas Atem hatte gestockt und sie hatte sich auf dem Bett bewegt er setzte sich auf und nahm ihre Hand Bella sie atmete tief ein und ließ die Luft wieder entweichen zum ersten Mal seit Tagen waren ihre Augen wieder offen Crawford hielt sein Gesicht dicht vor ihres aber er glaubte nicht dass sie ihn sehen konnte für den Fall dass sie ihn hören konnte sagte er Bella Kleines ich liebe dich Angst streifte die Wände seiner Brust kreiste in seinem Inneren wie eine Fledermaus in einem Haus dann bekam er sie in den Griff er wollte ihr etwas holen einfach irgendwas aber er wollte nicht dass sie merkte dass er ihre Hand los ließ er legte das Ohr auf ihre Brust er hörte ein leises klopfen ein flattern und dann blieb ihr Herz stehen es war nichts zu hören da war nur noch ein eigenartiges kühles Rauschen er wusste nicht ob das Geräusch in ihrer Brust war oder nur in seinen Ohren Gott segne dich und behalte dich bei sich und bei deinen Leuten sagte Crawford Worte von denen er wünschte sie wären wahr er zog sie auf dem Bett an sich und gegen das Kopfteil gelehnt hielt er sie an seine Brust während ihr Hirn starb mit dem Kinn schob er das Tuch von den Resten ihrer Haare zurück er weinte nicht es hatte er alles hinter sich Crawford zog ihr ihr Liebstes ihr Bestes Nachthemd an blieb eine Weile neben dem hohen Bett sitzen und hielt dabei ihre Hand an seine Wange es war eine gedrungene, clevere Hand gezeichnet von lebenslanger Gartenarbeit inzwischen auch gezeichnet von IV-Nadeln wenn sie vom Garten hereinkamen rochen ihre Hände nach Thymian am besten du stellst dir vor, es ist Eiweiß an deinen Fingern hatten die Mädchen in der Schule Bella in Puncto Sex geraten sie und Crawford hatten im Bett ihre Witze darüber gemacht vor Jahren Jahre später letztes Jahr ich denk nicht daran denk an die richtige Sache die echte Sache das war die richtige Sache sie trug einen runden Hut und weiße Handschuhe und als sie zum ersten Mal im Lift nach oben fuhren pfiff er ein dramatisches Arrangement von Begin the Begin im Zimmer zog sie ihn damit auf, dass er die vollgestopften Taschen eines kleinen Jungen hatte Crawford ging ins Nebenzimmer wenn er wollte, konnte er sich immer noch umdrehen und durch die offene Tür sehen, wie sie im warmen Licht der Nachttischlampe friedlich dalag er wartete darauf, dass ihr Körper ein von ihm losgelöster Zeremonialgegenstand würde der nichts mehr mit der Person zu tun hatte, die er auf dem Bett gehalten hatte nichts mit der Lebensgefährtin, die er nun in Erinnerung behalten würde damit er anrufen konnte dass man sie holen kam seine leeren Hände hingen mit den Handflächen nach vorn an seinen Seiten, als er am Fenster stand und in den leeren Osten blickte er hielt nicht nach der Morgendämmerung Ausschau Osten war nur die Richtung, in die das Fenster gerichtet war Fertig, Precious James Gump hatte es sich gegen das Kopfteil seines Betts gelehnt bequem gemacht der kleine Hund hatte sich warm auf seinem Bauch eingerollt Mr. Gump hatte sich gerade die Haare gewaschen und hatte ein Handtuch um den Kopf geschlungen er tastete unter den Laken herum, fand die Fernbedienung des Videorekorders und drückte auf die Wiedergabetaste Er hatte sein Programm aus zwei Videos zusammengestellt, die er auf eine Kassette überspielt hatte Er sah es an jedem Tag an, an dem er wichtige Vorbereitungen traf und er sah es immer an, unmittelbar, bevor er eine Haut erntete Der erste Teil war ein zerkratzter Wochenschau-Ausschnitt von 1948 aus den Movietone News das Viertelfinale der Wahl zur Miss Sacramento eine Vorentscheidung auf dem langen Weg zur Miss America-Wahl in Atlantic City Es war der Badeanzug-Wettbewerb und alle Mädchen trugen Blumen, als sie im Gänsemarsch zur Treppe kamen und auf die Bühne stiegen Mr. Gump's Pudel, der das alles schon viele Male mitgemacht hatte, kniff die Augen zusammen, als er die Musik hörte Er wusste, er würde gedrückt werden Die Schönheitskandidatinnen sahen sehr nach Zweiter Weltkrieg aus Sie trugen Badeanzüge von Rosemary Raid und einige der Gesichter waren bezaubernd Auch ihre Beine waren wohlgeformt, jedenfalls einige Aber sie hatten keinen richtigen Muskeltonus und an den Knien wirkten sie ein wenig schlaff Gump drückte den Pudel Hier kommt sie, Precious, hier kommt sie, hier kommt sie Und hier kam sie Näherte sich der Treppe in ihrem weißen Badeanzug Mit einem strahlenden Lächeln für den jungen Mann, der an der Treppe behilflich war Dann rasch weg auf ihren hohen Absätzen, während die Kamera den Rückseiten ihrer Schenkel folgte Mama Das war Mama Mr. Gump brauchte die Fernbedienung nicht, er hatte alles schon beim Überspielen gemacht Im Rücklauf Hier kam sie zurück, rückwärts die Treppe runter, nahm ihr Lächeln von dem jungen Mann zurück Entfermte sich, den Mittelgang hinauf Und jetzt wieder vorwärts und zurück und vorwärts, vorwärts und zurück Wenn sie den jungen Mann anlächelte, lächelte auch Gump Es gab eine weitere Einstellung von ihr in einer Gruppe Aber wenn er das Band an dieser Stelle anhielt, war das Bild sehr stark verschwommen Besser, er ließ es mit normaler Abspielgeschwindigkeit laufen und erhaschte den Blick Mama war unter den anderen Mädchen, gratulierte den Gewinnerinnen Das nächste Video hatte er vom Fernseher eines Motels in Chicago aufgenommen Er war extra los, um einen Videorekorder zu kaufen und war eine Nacht länger geblieben, um es aufnehmen zu können Es war eine dieser Endlosschleifen, die in halbseidenen Kabelkanälen spätnachts als Hintergrund für die Kontaktanzeigen dienen, die Zeile um Zeile den Bildschirm hinaufkriechen Die Endlosschleifen waren Ausschnitte aus eher harmlosen Nackedeihstreifen aus den 40er und 50er Jahren Und es gab auch FKK Volleyball und die weniger eindeutigen Passagen von Sexfilmen aus den 30ern, in denen die männlichen Darsteller falsche Nasen trugen und ihre Socken noch anhatten Der Ton bestand aus irgendwelcher Musik Im Moment war es »The Look of Love«, das überhaupt nicht zu dem munteren Treiben passte Gegen die Annoncen, die den Bildschirm hinaufkrochen, konnte Mr. Gump nichts machen, damit musste er sich einfach abfinden Jetzt ein Pool im Freien, dem Pflanzenbewuchs nachzuschließen in Kalifornien Gute Poolmöbel, alles sehr 50er-Jahre-mäßig Ein paar hübsche Mädchen, die nackt im Pool planschten Einige von ihnen hätten in dem einen oder anderen Bee-Movie mitspielen können Knackig und quirlig kletterten sie aus dem Pool und liefen, wesentlich schneller als die Musik, zur Wasserrutsche Stiegen die Leiter hinauf und hui, hinunter, mit gehobenen Brüsten, lachend, die Beine gestreckt Platsch Und da kam Mama Da kam sie, kletterte hinter dem Mädchen mit dem gelockten Haar aus dem Pool Zum Teil verdeckte ihr Gesicht eine Kriechanzeige von Cinderella, einer Sexboutique Aber jetzt sah man sie weggehen, und da stieg sie, nass und glänzend, die Leiter hoch Herrlich drall und geschmeidig, mit einer kleinen Kaiserschnittnarbe Und hui, die Rutsche hinunter Wie schön sie war Und obwohl er ihr Gesicht nicht sehen konnte, wusste Mr. Gump ganz sicher, es war Mama Aufgenommen nach dem letzten Mal, wo er sie in seinem Leben tatsächlich gesehen hatte Außer in seinem Kopf natürlich Es folgte ein abrupter Schnitt auf eine gefilmte Anzeige für einen Sexualhygieneartikel Der Pudel kniff zwei Sekunden, bevor Mr. Gump ihn drueckte, die Augen zusammen Ach, Precious, meine Sueße, komm zu Mami Mami wird so schön werden Viel zu tun, viel zu tun, viel zu tun, um für morgen alles fertig zu haben In der Küche konnte er es nie hören Gott sei Dank nicht einmal dann, wenn es aus vollem Hals bruellte Aber auf der Treppe, als er in den Keller hinunterging, konnte er es hören Er hatte gehofft, es wäre still und würde schlafen Der Pudel, den er sich unter den Arm geklemmt hatte, erwiderte das Geschrei aus dem Schacht mit einem Knurren Da bist du besser erzogen, flüsterte er in das Fell am Hinterkopf des Pudels Das Verlies war hinter einer Tür links von der Treppe Er würdigte es weder eines Blickes, noch hörte er auf die Wörter aus dem Schacht Was ihn anging, hatten sie keinerlei Ähnlichkeit mit Englisch Mr. Gump wandte sich nach rechts in die Werkstatt, setzte den Pudel ab und machte das Licht an Ein paar Falter flatterten auf und ließen sich unbeschadet auf dem Drahtgeflecht über den Deckenlampen nieder In der Werkstatt nahm es Mr. Gump sehr genau Er setzte seine frischen Lösungen immer in rostfreiem Stahl an, nie in Aluminium Er hatte gelernt, mit allem zeitig zu beginnen Bei der Arbeit ermahnte er sich, du musst gewissenhaft arbeiten, du musst genau arbeiten Du musst zügig arbeiten, denn die Schwierigkeiten sind enorm Die menschliche Haut ist schwer, 16 bis 18 Prozent des Körpergewichts, und glitschig Eine ganze Haut ist schwer zu handhaben und entgleitet einem leicht, wenn sie noch feucht ist Auch die Zeit ist ein wichtiger Faktor Haut beginnt unmittelbar nach der Ernte zu schrumpfen, am stärksten bei jungen Erwachsenen, deren Haut übrigens auch am straffsten ist Dazu kommt noch, dass die Haut nicht vollkommen elastisch ist, nicht einmal bei Jungen Dehnt man sie, nimmt sie nie mehr ihre ursprünglichen Proportionen ein Man kann etwas perfekt genäht haben, aber wehe, man zieht es zu fest über eine Bügelform Schon beult es aus und wirft Falten Da kann man noch so lange an der Maschine sitzen und sich die Augen aus dem Kopf heulen, aber davon geht nicht ein Fältchen weg Dann sind da die Busenlinien Bei denen sollte man besser wissen, wo sie sind Haut lässt sich nicht in alle Richtungen gleichweit dehnen, ohne dass sich die Collagenstränge verformen und die Fasern reißen Man braucht nur in die falsche Richtung zu ziehen und schon bekommt man Dehnungsstreifen Mit frischem Material zu arbeiten, ist schlicht und einfach unmöglich Bis Mr. Gump alles richtig hinbekam, waren viele Experimente, verbunden mit vielen Enttäuschungen, nötig gewesen Am Ende stellte er fest, dass die alten Methoden die besten waren Die einzelnen Schritte sahen so aus Zuerst weichte er seine Stücke in den Aquarien ein In Pflanzenextrakten, die von den amerikanischen Ureinwohnern entwickelt worden waren Rein natürliche Substanzen, die keinerlei mineralische Salze enthielten Dann wandte er das Verfahren an, das die Voraussetzung für das unvergleichliche samtweiche Wildleder der neuen Welt ist Die klassische Hirngerbung Die amerikanischen Ureinwohner glaubten, das Hirn eines jeden Tieres würde gerade ausreichen, um seine eigene Haut zu gerben Mr. Gump wusste, dass es nicht stimmte und hatte selbst beim Primaten mit dem größten Hirn schon lange aufgehört, es zu versuchen Inzwischen hatte er eine Gefriertruhe voller Rinderhirn, damit es ihm nie ausging Die Probleme, die bei der Verarbeitung des Materials auftraten, hatte er im Griff Dank langer Übung war er so gut wie perfekt Blieben einige schwierige strukturelle Probleme Aber auch zu deren Lösung brachte er die denkbar besten Voraussetzungen mit Von der Werkstatt erreichte man einen Flur, der zu einem unbenutzten Bad führte, in dem Mr. Gump seinen Flaschenzug und seine Uhr aufbewahrte Und weiter zum Atelier und dem weitläufigen, dunklen Labyrinth dahinter Hinter der Tür seines Ateliers war es taghell An den Deckenbalken waren dem Tageslicht angeglichene Scheinwerfer und Leuchtröhren befestigt Auf dem Boden ausgekalkter Eiche posierten Schaufensterpuppen, alle zum Teil bekleidet, einige in Leder, einige mit Nesselproben für Lederkleider In den zwei verspiegelten Wänden verdoppelten sich acht Puppen Und es waren gute, großflächige Spiegel, nicht bloß Fliesen Auf einem Schminktisch standen Kosmetika, verschiedene Perückenhalter und Perücken Das Atelier war sehr hell, alles in weiß und gekalkter Eiche Die Gliederpuppen trugen halbfertige Auftragsarbeiten Hauptsächlich exaltierte Armani-Imitationen in feinem, schwarzen Handschuhleder Mit jeder Menge Rollfalten und spitzen Schultern und Brustverzierungen Entlang der dritten Wand standen ein großer Arbeitstisch Zwei Industrienähmaschinen und drei Schneiderbüsten Davon eine, die nach genauen Maßen von James Gumps Oberkörper gefertigt war Beherrscht wurde der helle Raum von dem großen, schwarzen, chinesischen Lackschrank An der vierten Wand, der fast bis zur zweieinhalb Meter hohen Decke reichte Er war alt und die Bemalung verblichen Von einem Drachen war nichts geblieben, als ein paar goldene Schuppen und ein weißes Auge Noch immer klar und stechend Und hier die rote Zunge eines anderen Drachen, dessen Körper verblasst war Der Lack darunter war zwar rissig, aber noch intakt Der Kleiderschrank, riesig und tief, hatte nichts mit den Auftragsarbeiten zu tun Er enthielt auf Schneiderbüsten und Kleiderbügeln die besonderen Sachen Und seine Türen waren geschlossen Der kleine Hund trank aus seiner Wasserschüssel in der Ecke Und legte sich, die Augen auf Mr. Gump gerichtet, zwischen die Füße einer Gliederpuppe Mr. Gump hatte an einer Lederjacke gearbeitet Er musste sie fertigbekommen, er hatte eigentlich vorher alles wegarbeiten wollen Aber jetzt befand er sich in einem regelrechten Schaffensrausch Und seine eigene Nesselprobe stellte ihn noch nicht zufrieden Obwohl Mr. Gump sein Können als Schneider weit über das hinaus perfektioniert hatte Was ihm in seiner Jugend vom California Department of Corrections beigebracht worden war Stellte das hier eine echte Herausforderung für ihn dar Auf ein dermaßen diffiziles Vorhaben bereitete ein nicht mal die Verarbeitung von feinem Handschuhleder vor Hier hatte er zwei weiße Nesselproben in Westenform Eine exakt in seiner Größe und eine, die er nach den Maßen angefertigt hatte Die er von Catherine Baker Martin genommen hatte, als sie noch bewusstlos war Wenn er die kleinere seiner Schneiderbüsten anzog, wurden die Probleme offenkundig Sie war zwar ein großes Mädchen mit fantastischen Proportionen Aber sie war nicht so kräftig gebaut wie Mr. Gump Und vor allem hatte sie kein so breites Kreuz Sein Ideal war ein nahtloses Kleidungsstück Das war nicht möglich Er war jedoch entschlossen, die Leibchenvorderseite absolut nahtlos Und ohne den kleinsten Schönheitsfehler hinzubekommen Das hieß, alle Anpassungen mussten am Rücken vorgenommen werden Sehr schwierig Eine Nesselprobe hatte er bereits ausgemustert Und noch einmal von vorne angefangen Mit etwas geschicktem Ziehen bekäme er es mit zwei Ärmelzwickeln hin Keine französischen, sondern senkrecht eingesetzte Zwickel Mit den Spitzen nach unten Außerdem zwei Taillenzwickel am Rücken Gleich innerhalb der Nieren Er war es gewohnt, mit minimalem Spiel für die Naht zu arbeiten Seine Überlegungen berücksichtigten nicht nur die optische, sondern auch taktile Aspekte Es war keineswegs undenkbar, dass eine attraktive Person umarmt würde Mr. Gump bestreute seine Hände leicht mit Talkumpuder Und legte die Arme in einer natürlichen, bequemen Umarmung Und die Schneider büßte mit seinen Körpermaßen Gib mir einen Kuss, sagte er neckisch zu der leeren Luft, wo der Kopf sein sollte Nicht du, Dummerchen, sagte er zu dem kleinen Hund, als dieser die Ohren spitzte Gump streichelte den Rücken der Schneiderbüste so, wie es die natürliche Reichweite seiner Arme bequem zuließ Dann ging er hinter sie, um sich die Puderspuren anzusehen Niemand spürt gern eine Naht Bei einer Umarmung reichen die Hände allerdings über die Mitte des Rückens Andererseits, dachte er, sind wir an den in der Mitte verlaufenden Grad der Wirbelsäule gewöhnt Er ist nicht so störend wie eine Asymmetrie an unseren Körpern Schulternähte kamen deshalb auf keinen Fall in Frage Ein Zwickel oben in der Mitte war die Lösung Die Spitze etwas über den Schulterblättern Dieselbe Naht konnte er benutzen, um die robuste Passe zu befestigen, die zu Stützzwecken in das Futter eingearbeitet war Lükra-Applikationen unter den Schlitzen auf beiden Seiten Er musste daran denken, Lükra zu besorgen Und ein Klettverschluss unter dem Schlitz auf der rechten Seite Er dachte an diese fantastischen Charles-James-Abendkleider, bei denen die Nähte versetzt waren, damit sie total flach lagen Der Zwickel am Rücken würde von seinen Haaren verdeckt, beziehungsweise von den Haaren, die er bald haben würde Mr. Gump streifte die Nesselprobe von der Schneiderbüste und machte sich an die Arbeit Die Nähmaschine war alt und solide Ein reich verziertes, pedalbetriebenes Modell, das schätzungsweise vor vierzig Jahren für elektrischen Betrieb umgerüstet worden war Auf dem Arm der Maschine stand in verschnörkelter Blattgoldschrift Nimmermüde, stets bereit Das Pedal funktionierte noch, und Gump startete die Maschine damit für jede neue Stichfolge Wenn er besonders sauber nähen wollte, zog er es vor, barfuß zu treten Dann bewegte er das Pedal mit seinem fleischigen Fuß behutsam hin und her Und krümmte die Zehen mit den lackierten Nägeln um seinen vorderen Rand, um die Maschine sofort anhalten zu können Eine Weile waren nur die Geräusche der Maschine Das Schnarchen des kleinen Hundes und das Zischen der Dampfrohre im warmen Keller zu hören Als er mit dem Einsetzen der Zwickel fertig war, probierte er die Nesselprobe vor den Spiegeln an Der kleine Hund hatte den Kopf zur Seite geneigt und sah von der Ecke aus zu Unter den Armen musste er sie etwas herauslassen, und es gab noch ein paar ungelöste Probleme mit Einfassungen Ansonsten war sie wirklich schön Sie war weich, geschmeidig, elastisch Er konnte sich schon, so schnell es ihm passte, die Leiter einer Wasserrutsche hinaufstürmen sehen Für ein paar besonders spektakuläre Effekte spielte Mr. Gump mit den Lichtern und seinen Perücken herum Und über dem Ausschnitt probierte er ein herrliches Muschelhalsband an Es war bestimmt umwerfend, wenn er über seinem neuen Thorax ein tief ausgeschnittenes Abendkleid Oder ein aufreizendes Neglige trug Die Versuchung, jetzt weiterzumachen, sich voll in die Arbeit zu stürzen, war groß Aber seine Augen waren müde Er wollte, dass auch seine Hände absolut ruhig waren Und im Moment hatte er auch einfach nicht den Nerv für Lärm Geduldig trennte er die Nähte auf und legte die einzelnen Teile auf dem Tisch aus Eine perfekte Vorlage zum Zuschneiden Morgen ist es soweit, Precious, sagte er zu dem kleinen Hund, als er die Rinderhirne zum Auftauen herausnahm Das machen wir morgen gleich als aller, 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 allererstes Mami wird so schön Fünf Stunden lang schlief Starling tief und fest, bevor sie, von der Traumangst geweckt, mitten in der Nacht aufwachte Sie biss in den Zipfel des Lakens und presste die Handflächen auf ihre Ohren, bis sie sicher war, dass sie wirklich wach war Und nicht mehr in ihrem Traum Schweigen Und keine blökenden Lämmer Erst jetzt begann ihr Herz langsamer zu schlagen Aber ihre Füße unter der Decke wollten nicht stillhalten Gleich wusste sie, würde ihr Verstand fieberhaft zu arbeiten beginnen Zu ihrer Erleichterung stieg keine Angst, sondern wilde Wut in ihr auf Mist! Sie streckte einen Fuß in die Luft hinaus Während des ganzen langen Tages, an dem sie von Chilton behindert, von Senator Martin beleidigt, von Crandler im Stich gelassen und gerügt Von Dr. Lecter verhöhnt und durch seine blutige Flucht schockiert und schließlich von Jack Crawford von dem Fall abgezogen worden war Hatte sie eines am meisten gewurmt Für eine Diebin gehalten zu werden Senator Martin war eine Mutter, die unter extremer Anspannung stand Und sie hatte die Nase voll gehabt von Polizisten, die in den Sachen ihrer Tochter herumschnüffelten Sie hatte es nicht so gemeint Trotzdem steckte die Anschuldigung in Starling wie eine glühende Nadel Als kleines Kind hatte Starling beigebracht bekommen, dass Stehlen etwas zutiefst Schäbiges und Verachtenswertes ist Etwas, das gleich nach Vergewaltigung und Mord aus Habgier kommt Manche Formen von Totschlag waren weniger schlimm als Diebstahl Als Heimkind, für das es wenig Belohnungen, aber viele Wünsche gegeben hatte, hatte sie Diebe zu verabscheuen gelernt Als sie nun im Dunkeln lag, stellte sie sich einem weiteren Grund, weshalb sie Senator Martins Unterstellung so ärgerte Starling wusste, was der boshafte Dr. Lecter sagen würde, und es stimmte Sie hatte Angst, es könnte etwas Schäbiges geben, das Senator Martin an ihr bemerkt hatte Etwas Billiges, etwas Diebartiges, auf das Senator Martin reagiert hatte Blöde Vanderbilt-Zicke Dr. Lecter würde mit Vergnügen darauf hinweisen, dass ihr latenter Klassenhass, die mit der Muttermilch aufgesogene Wut, ein weiterer Faktor war In puncto Ausbildung, Intelligenz, Energie und, ganz besonders, Aussehen, musste Starling sich vor niemandem namens Martin verstecken Aber trotzdem war diese Wut da Und sie wusste es Starling war eine isolierte Angehörige eines wilden Stammes mit keinem offiziellen Stammbaum außer der Ehrungsliste und dem Strafregister In Schottland enteignet, aus Irland weggehungert, hatte es viele von ihnen zu gefährlichen Berufen hingezogen Viele dieser Starlings waren so verheizt worden, waren auf dem Boden enger Löcher gelandet oder mit einer Kugel an den Füßen von einer Planke gestoßen Oder in der Kälte, wenn alle nach Hause gehen wollten, mit einem misstönenden Zapfenstreich geehrt worden An einige erinnerten sich bei Regimentsabenden vielleicht ein paar Offiziere mit Tränen in den Augen Etwa so, wie sich ein Mann im Alkoholtran an einen guten Hühnerhund erinnert Verblichene Namen in einer Bibel Soweit Starling das sagen konnte, war keiner von ihnen besonders intelligent gewesen Außer einer Großtante, die wundervolle Dinge in ihr Tagebuch geschrieben hatte, bis sie Hirnfieber bekam Aber stehlen war etwas, was sie nicht taten In Amerika, das weiß inzwischen jeder, kam es vor allem auf eine ordentliche Schulbildung an Und das hatten auch die Starlings bald kapiert Einer von Starlings Onkeln hatte sich seinen Junior College Abschluss in den Grabstein meißeln lassen All die Jahre, in denen es nichts gab, wohin sie sich sonst hätte wenden können, hatte Starling von Schulen gelebt Ihre Waffe, die Wettbewerbssituation der Prüfung Sie wusste, darauf konnte sie zurückgreifen Sie konnte sein, was sie immer gewesen war, seit sie gelernt hatte, wie die Sache läuft Sie konnte im oberen Drittel ihrer Klasse sein, akzeptiert, einbezogen, erwünscht und nicht ausgestoßen Es war eine Frage des Fleißes und der Vorsicht Ihre Noten würden gut ausfallen Der Koreaner konnte sie in Sport nicht zur Schnecke machen Für herausragende Leistungen auf dem Schießstand würde ihr Name auf der großen Tafel in der Eingangshalle verewigt Auf dem Possible Board In vier Wochen wäre sie Special Agent des Federal Bureau of Investigation Müsste sie den Rest ihres Lebens vor diesem Arsch Crandler auf der Hut sein? In Gegenwart der Senatoren hatte er sich von ihr distanzieren wollen Jedes Mal, wenn Starling daran dachte, versetzte es ihr einen Stich Er war nicht sicher gewesen, dass er Beweismaterial in dem Umschlag finden würde Das hatte sie tief getroffen Wenn sie sich Crandler jetzt vorstellte, sah sie ihn in Halbschuhen aus Navy-Beständen, wie sie der Bürgermeister, der Chef ihres Vaters, getragen hatte, als er die Nachtwächterstechuhr abholen gekommen war Schlimmer noch, auch Crawford war in ihrer Achtung gesunken Der Mann war Belastungen ausgesetzt, die niemandem zugemutet werden sollten Er hatte sie ohne Unterstützung oder schriftliche Ermächtigung losgeschickt, um sich Raspales Wagen anzusehen Na schön, sie hatte darum gebeten, es unter diesen Voraussetzungen zu machen Dass es dann Ärger gab, war nicht vorherzusehen gewesen Aber dass es Ärger geben würde, wenn Senator Martin sie in Memphis sah, hätte Crawford wissen müssen Es hätte sogar Ärger gegeben, wenn sie die Fickfotos nicht gefunden hätte Catherine Baker Martin lag in derselben Finsternis, die sie jetzt umfing Das hatte sie über ihren Gedanken an sich selbst einen Moment lang vergessen Für diesen Lapsus bestraften Starling Bilder aus den vergangenen Tagen, die ihr mit abrupter Farbigkeit entgegenzuckten Mit zu greller Farbigkeit, mit schockierender Farbigkeit, mit der Art von Farbigkeit, die aus dem Dunkel springt, wenn nachts ein Blitz herabfährt Jetzt war es Kimberly, die sie verfolgte Die dicke, tote Kimberly, die sich die Ohren hatte piercen lassen, um hübsch auszusehen Die Sparte, um sich die Beinhaare mit Wachs entfernen lassen zu können Kimberly mit ihrem fehlenden Kopfhaar Kimberly, ihre Schwester Starling konnte sich nicht vorstellen, dass Catherine Baker Martin viel mit Kimberly hätte anfangen können Jetzt waren sie Schwestern unter der Haut Kimberly, die in einer Leichenhalle voll mit hinterwäldlerischen State Troopern lag Starling konnte es nicht mehr länger ansehen Wie ein Schwimmer, der zum Luftholen den Kopf dreht, versuchte sie, ihr Gesicht abzuwenden Alle Opfer Buffalo Bills waren Frauen Seine Manie waren Frauen Er lebte, um Frauen zu jagen Nicht eine Frau jagte ihn ganztags Nicht eine weibliche Ermittlerin hatte sich mit jedem seiner Verbrechen befasst Starling fragte sich, ob Crawford den Nerv hätte, sie als Technikerin mitzunehmen, wenn er sich Catherine Martin ansehen musste Bill würde sie morgen umbringen, hatte Crawford prophezeit Umbringen, umbringen, umbringen Leck mich, sagte Starling laut und setzte die Füße auf den Boden Bist du da drüben gerade dabei, einen totalen Blindgänger zu verderben, Starling? fragte Adelia Mapp Hast den Kerl hoch reingeschleust, als ich geschlafen habe Und jetzt erklärst du ihm, was er machen soll? Denk bloß nicht, ich würde dich nicht hören Entschuldige Adelia, ich wusste nicht Bei solchen Typen musst du dich schon etwas genauer ausdrücken, Starling Denen kannst du nicht einfach nur sagen, was du gesagt hast Blindgänger verderben ist wie Journalismus Du musst ihnen sagen, was, wann, wo und wie Warum, würde ich sagen, erklärt sich von selbst, während du's machst Hast du was zu waschen? Hä? Hast du gerade gefragt, ob ich was zu waschen habe? Ja, ich glaube, ich lass mal eine Maschine laufen Was hast du alles? Nur den Trainingsanzug an der Tür Okay Schließ die Augen, ich mach kurz das Licht an Es war nicht die Notizen zum vierten Verfassungszusatz für ihre bevorstehende Prüfung, die sie oben auf ihren Wäschekorb legte und in den Waschraum am Ende des Flurs mitnahm Es war die Buffalo Bill Akte Ein zehn Zentimeter dicker Packen Hölle und Schmerz in einem gelbbraunen Ordner, bedruckt mit einer Schrift in der Farbe von Blut Er enthielt einen Hotline-Ausdruck ihres Berichts über den Totenkopfschwärmer Sie musste die Akte morgen zurückgeben, und wenn sie wollte, dass die Kopie vollständig war, musste sie früher oder später ihren Bericht hinzufügen Im warmen Waschraum, unter dem tröstlichen Brummen der Waschmaschine, entfernte sie die Gummibänder, die die Akte zusammenhielten Sie breitete die Seiten auf dem Tisch zum Zusammenlegen der Wäsche aus und versuchte, die Einfügung zu machen, ohne einste Bilder zu sehen Ohne daran zu denken, welche Bilder vielleicht bald dazukämen Die Landkarte befand sich ganz oben, das war gut Aber jemand hatte etwas darauf geschrieben Dr. Lektas elegante Handschrift lief über die großen Seen, und da stand Clarice Erscheint Ihnen diese willkürliche Anordnung der Leichenfundstellen übertrieben? Erscheint sie nicht verzweifelt willkürlich? So willkürlich, dass eigentlich Absicht dahinterstehen muss? Sieht das nicht nach dem Ausschmücken eines schlechten Lügners aus? Mit Dank, Hannibal Lektar PS Sparen Sie sich die Mühe, alles durchzublättern Da ist sonst nichts Es erforderte zwanzig Minuten Blättern, bis sie sich vergewissert hatte, dass sonst nichts da war Starling rief vom Münztelefon im Flur die Hotline an und las Burroughs die Nachricht vor Sie fragte sich, wann Burroughs schlief Ich muss Ihnen sagen, Starling, der Marktwert von Lektar-Informationen ist drastisch gesunken, sagte Burroughs Hat Jack Sie wegen Billy Rubin angerufen? Nein Sie lehnte sich mit geschlossenen Augen an die Wand, während er ihr von Dr. Lektars Scherz erzählte Ich weiß nicht, sagte er schließlich Jack sagt, Sie werden in den Geschlechtsumwandlungskliniken weitermachen, aber wie intensiv? Wenn Sie sich die Informationen im Computer und die Formulierungen der Außendienstberichte mal etwas genauer ansehen, werden Sie merken, dass sämtliche Lektar-Informationen, Ihre und das Material aus Memphis, ganz bestimmte Voranstellungen haben Sie können das ganze Material aus Baltimore oder das ganze Material aus Memphis oder beides mit einem Knopfdruck in der Versenkung verschwinden lassen Und genau das haben Sie im Justizministerium vor, glaube ich Ich habe hier ein Rundschreiben, in dem es heißt, das Insekt in Klaus Kehle war Augenblick Treib gut Aber Mr. Crawford, lassen Sie es doch zukommen, sagte Starling Sicher Ich setze es ihm auf seinen Bildschirm, aber wir rufen ihn im Moment nicht an Das sollten Sie übrigens auch nicht tun Bella ist gerade gestorben Oh Übrigens gibt es auch eine erfreuliche Nachricht Unsere Leute in Baltimore haben Lektars Zelle in der Anstalt untersucht Barney, sein Wärter, hat ihnen dabei geholfen Sie haben Messingspäne von einem Bolzenkopf an Lektars Pritsche gefunden, mit dem er sich seinen Handschellen-Schlüssel gemacht hat Bleiben Sie am Ball, Mädchen Sie stehen wieder mit einer blütenweißen Weste da, taufrisch wie ein neuer Tag Danke, Mr. Burrows Gute Nacht Taufrisch und blütenweiß Mit Vic Vapo hob unter den Nasenlöchern Der letzte Tag von Catherine Baker Martins Leben brach an Was konnte Dr. Lektar damit meinen? Es ließ sich nicht sagen, was Dr. Lektar wusste Als sie ihm die Akte gegeben hatte, hatte sie damit gerechnet, er würde sich an den Bildern ergötzen und die schriftlichen Berichte zu seiner Orientierung benutzen, wenn er ihr sagte, was er bereits über Buffalo Bill wusste Vielleicht belog er sie auch schon die ganze Zeit, genauso wie er Senator Martin belogen hatte Vielleicht wusste er überhaupt nichts über Buffalo Bill Er sieht sehr viel Mich durchschaute eindeutig Es ist schwer zu akzeptieren, dass dich jemand versteht, ohne dir wohlgesonnen zu sein Starling war das in ihrem Alter noch nicht oft passiert Verzweifelt willkürlich, hatte Dr. Lektar geschrieben Starling und Crawford und alle anderen hatten die Karte mit den Stellen, an denen die Opfer entführt und gefunden worden waren, lange studiert Starling war sie wie ein schwarzes Sternbild mit einem Datum unter jedem Stern erschienen Und sie wusste, in der Verhaltensforschung hatten sie einmal versucht, Tierkreiszeichen auf die Karte zu projizieren Allerdings ohne Erfolg Wenn Dr. Lektar zum Zeitvertreib las, warum sollte er sich dann mit der Landkarte abgeben? Sie konnte ihn vor sich sehen, wie er die Akte durchblätterte, sich über den Stil der Verfasser einiger Berichte mockierte Die Stellen, an denen die Opfer entführt und gefunden worden waren, ließen kein Schema erkennen Keine praktischen Zusammenhänge, keine zeitlichen Übereinstimmungen mit Kongressen oder Messen oder mit Einbruchsserien, mit gehäuftem Auftreten von Wäscheleinediebstählen oder sonstigen fetisch orientierten Straftaten Unter dem leisen Gemurmel der Waschmaschine ließ Starling im Waschraum die Finger über die Karte wandern Hier eine Entführung Hier die Leichenfundstelle Hier die zweite Entführung Hier die Leichenfundstelle Hier die dritte und Haben diese Zeitangaben eigentlich eine chronologische Reihenfolge oder? Nein, die zweite Leiche wurde zuerst entdeckt Dieser Umstand war mit verwischter Tinte kommentarlos neben der Fundstelle auf der Karte vermerkt Die Leiche der zweiten Entführten Frau war als erste entdeckt worden im Wabash River in der Innenstadt von Lafayette, Indiana, ein Stück südlich der Interstate 65 Die erste vermisst gemeldete junge Frau wurde in Belvedere, Ohio, nicht weit von Columbus, entführt und wesentlich später in der Nähe von Lone Jack, Missouri im Blackwater River gefunden Die Leiche war beschwert gewesen Alle anderen waren nicht beschwert gewesen Die Leiche des ersten Opfers war in einer abgelegenen Gegend im Wasser versenkt worden Die zweite war stromauflärts von einer Großstadt, wo ihre baldige Entdeckung sicher war, in einen Fluß geworfen worden Warum? Die, mit der er angefangen hatte, war gut versteckt gewesen, die zweite nicht mehr Warum? Was bedeutete verzweifelt willkürlich? Die erste, erste Was hatte Dr. Lecter über erste gesagt? Was bedeutete überhaupt etwas, das Dr. Lecter sagte? Starling überflog die Notizen, die sie sich während des Rückflugs von Memphis gemacht hatte Dr. Lecter hatte gesagt, in den Unterlagen gebe es genug, um den Mörder zu finden Einfachheit hatte er gesagt Was war da gleich wieder mit Erste gewesen? Wo stand Erste? Hier Erste Prinzipien waren wichtig Erste Prinzipien hatte sich nach abgehobenem Gewäsch angehört, als er es gesagt hatte Was macht er, Clarice? Was ist das erste und prinzipielle Ding, das er tut? Welches Bedürfnis befriedigt er, indem er tötet? Er begehrt Wie beginnen wir zu begehren? Wir beginnen damit, indem wir begehren, was wir jeden Tag sehen Wenn wir zu begehren beginnen, indem wir begehren, was wir jeden Tag sehen War Buffalo Bill dann über sich selbst überrascht, als er die erste umbrachte? Brachte er jemanden aus seiner unmittelbaren Umgebung um? Ist das der Grund, warum er die erste Leiche so gut versteckte und die zweite so schlecht? Entführte er die zweite weit weg von seinem Wohnsitz und entledigte sich ihrer an einer Stelle, wo sie schnell gefunden würde, weil er möglichst früh den Eindruck erwecken wollte, die Orte der Entführungen seien willkürlich gewesen? Wenn Starling an die Opfer dachte, kam mir als erstes Kimberly Amberg in den Sinn, weil sie Kimberly totgesehen und in gewisser Weise Kimberlys Rolle übernommen hatte Hier war die erste Frederica Bimmel, 22, aus Belvedere, Ohio Es gab zwei Fotos Auf ihrem Jahrbuchfoto sah sie groß und unscheinbar aus, mit gutem, kräftigem Haar und gutem Teint Auf dem zweiten Foto, aufgenommen im Leichenschauhaus von Kansas City, sah sie wie etwas Nichtmenschliches aus Starling rief Burroughs noch einmal an Inzwischen hörte er sich leicht heiser an, aber er hörte zu Und was wollen Sie damit sagen, Starling? Vielleicht wohnt er in Belvedere, Ohio, wo das erste Opfer zu Hause war Vielleicht sah er sie jeden Tag und brachte sie ganz spontan um Vielleicht hatte er ursprünglich nur vor, ihr einen Seven abzuspendieren und über den Chor mit ihr zu reden Deshalb hat er die Leiche sehr sorgfältig versteckt und sich dann eine von sehr weit weggeschnappt Die versteckte er dann nicht so gut, damit sie zuerst gefunden würde und die Aufmerksamkeit von ihm abgezogen würde Sie wissen ja selbst, wie viel Beachtung eine Vermisstenanzeige findet, solange die Leiche nicht gefunden wird Praktisch gleich null Starling, der Rücklauf ist besser, wenn die Spur frisch ist Die Leute erinnern sich besser, Zeugen Genau das sage ich doch Er weiß das Ach, Sie können heute zum Beispiel nicht niesen, ohne dass Sie in der Heimatstadt des letzten Mädchens, Kimberly Amberg aus Detroit, einen Kopf mit ihren Tröpfchen besprühen Das Interesse an Kimberly Amberg ist plötzlich gewaltig gestiegen, seit die junge Martin verschwunden ist Auf einmal legen Sie sich mächtig ins Zeug Das haben Sie mich natürlich nie sagen gehört Werden Sie es für Mr. Crawford reinsetzen? Das mit der ersten Stadt? Sicher Ich werde es sogar für alle in die Hotline geben Ich will damit nicht sagen, es wäre keine gute Idee, Starling, aber die Stadt ist ziemlich gründlich unter die Lupe genommen worden, sobald die Frau Wie hieß die gleich wieder? Bimmel, oder? Sobald Bimmel identifiziert wurde Die Dienststelle in Columbus hat sich Belvedere sehr genau vorgenommen und jede Menge einheimischer Behörden natürlich auch Wurde bereits alles versucht Heute Morgen werden Sie jedenfalls Probleme haben, irgendwelches Interesse an Belvedere oder sonst irgendeiner Theorie von Dr. Lecter zu wecken Aber alles, was er... Starling Wir sammeln für eine UNICEF-Spende in Bellas Namen Falls Sie sich beteiligen wollen, setze ich Ihren Namen auf die Karte Sicher Danke, Mr. Burrows Starling holte die Sachen aus dem Trockner Die Wäsche fühlte sich gut an und roch gut Sie drückte die warme Wäsche fest an ihre Brust Ihre Mutter mit einem Arm voll Bettwäsche Heute ist der letzte Tag von Catherines Leben Die schwarz-weiße Krähe stahl vom Wagen Sie konnte nicht gleichzeitig im Zimmer und draußen sein, um sie zu verscheuchen Heute ist der letzte Tag von Catherines Leben Wenn ihr Vater mit dem Pick-up in die Einfahrt bog, gab er mit dem Arm ein Zeichen, nicht mit dem Blinker Sie spielte im Hof und dachte, dass er dem Pick-up mit seinem kräftigen Arm zeigte, wohin er fahren sollte Ihm gebieterisch den Weg wies Als Starling beschloss, was sie tun würde, kamen ihr ein paar Tränen Sie drückte ihr Gesicht in die warme Wäsche Crawford kam aus dem Bestattungsinstitut und hielt nach Jeff und dem Wagen Ausschau Stattdessen sah er Clary Starling unter dem Vordach warten Sie trug ein dunkles Kostüm und sah im Licht real aus Schicken Sie mich hin, sagte sie Crawford hatte gerade den Sarg seiner Frau ausgesucht und trug eine Papiertüte mit einem Paar Schuhe, das er irrtümlicherweise mitgenommen hatte Er nahm sich zusammen Sie müssen entschuldigen, sagte Starling Wenn es anders ginge, würde ich nicht ausgerechnet jetzt kommen Schicken Sie mich hin Crawford steckte die Hände in die Hosentaschen, drehte den Hals in seinem Kragen, bis er knackte Seine Augen waren leuchtend, vielleicht gefährlich Wohin soll ich Sie schicken? Sie haben mich losgeschickt, um mir einen Eindruck von Catherine Martin zu verschaffen Lassen Sie mich auch die anderen aufsuchen Alles, was uns noch bleibt, ist herauszufinden, wie er jagt Wie er sie findet, wie er sie aussucht Was den rein polizeilichen Aspekt angeht, bin ich so gut wie alle anderen, die sie haben In manchen anderen Dingen sogar besser Die Opfer sind alle Frauen und es gibt keine Frauen, die an dem Fall arbeiten Wenn ich in das Zimmer einer Frau gehe, weiß ich dreimal so viel über sie, wie ein Mann wissen würde Und Sie wissen, dass es so ist Schicken Sie mich hin Sie sind bereit, in Kauf zu nehmen, dass sie eventuell recycelt werden? Ja Wahrscheinlich kostet sie das sechs Monate ihres Lebens Sie sagte nichts Crawford stupste mit der Schuhspitze gegen das Gras Er blickte zu ihr auf, in die Prärieweite in ihren Augen Sie hatte Rückgrat Wie Bella Bei welcher würden Sie anfangen? Bei der ersten Bei Frederica Bimmel in Belvedere, Ohio Nicht bei Kimberly Amberg, die Sie gesehen haben? Er hat nicht mit ihr angefangen Leckte erwähnen? Nein, er würde es in der Hotline sehen Amberg wäre die emotionale Wahl, nicht wahr, Starling? Reisekosten kriegen Sie erstattet Haben Sie Geld? Die Banken würden erst in einer Stunde öffnen Ich habe noch etwas auf meiner Visa-Karte Crawford kramte in seinen Taschen Er gab ihr 300 Dollar in Bar und einen Scheck Fahren Sie, Starling Nur zuerst Neue Erkenntnisse geben Sie in die Hotline Rufen Sie mich an Sie hob ihm ihre Hand entgegen Sie berührte weder sein Gesicht noch seine Hand Es schien keine Stelle zu geben Die sich berühren ließ Dann drehte sie sich um und rannte zu ihrem Pinto Crawford klopfte auf seine Taschen, als sie wegfuhr Er hatte ihr den letzten Cent gegeben, den er bei sich hatte Die Kleine braucht neue Schuhe, murmelte er Meine Kleine braucht keine Schuhe mehr Er begann mitten auf dem Bürgersteig zu weinen Ströme von Tränen im Gesicht Der Leiter einer FBI-Abteilung Plötzlich kindisch Jeff sah vom Wagen aus seine schimmernden Wangen und stieß in eine Einfahrt zurück, wo Crawford ihn nicht sehen konnte Jeff stieg aus dem Wagen Er steckte sich eine Zigarette an und rauchte hektisch Sein Geschenk an Crawford war, so lange herumzutrödeln, bis Crawford wieder trocken war und sauer und berechtigt, ihn zusammenzustauchen Am Morgen des vierten Tages war Mr. Gump soweit, die Haut zu ernten Er kam mit den letzten Dingen, die er noch brauchte, vom Einkaufen zurück Und es fiel ihm schwer, nicht die Kellertreppe hinabzurennen Im Atelier packte er die Einkaufstüten aus Neues Schrägband, Streifen elastisches Lycra, die unter die Schlitze kamen Eine Packung koscheres Salz Er hatte nichts vergessen In der Werkstatt legte er neben den langen Waschbecken auf einem sauberen Handtuch seine Messer aus Es waren vier Messer Für die Häutung ein Messer mit konkavem Rücken Für die Fälle, in denen es besonders genau gehen musste, ein zierliches Federmesser, das genau der Krümmung des Zeigefingers folgte Für die Feinarbeit ein Skalpell Und ein Bajonett aus der Zeit des Ersten Weltkriegs Die gerollte Schneide des Bajonetts ist am besten dafür geeignet, eine Haut ohne sie zu beschädigen, vom Fleisch zu lösen Außerdem hatte er eine Striker-Autopsie-Säge, die er kaum benutzte und deren Kauf ihn reute Jetzt fettete er einen Perückenständer ein, packte das grobe Salz auf das Fett und stellte den Ständer in eine flache Abtopfwanne Neckisch kniff er den Perückenständer in die Nase und warf ihm einen Kuss zu Es fiel ihm schwer, nüchtern und sachlich zu bleiben Am liebsten wäre er wie Danny Kay durch den Raum geflogen Er lachte und blies sich mit einem zärtlichen Atemstoß eine Nachtfalte aus dem Gesicht Zeit, die Aquarium-Pumpen in den Tanks mit frischer Lösung in Betrieb zu setzen Ach, war da vielleicht eine schöne Puppe im Humus des Käfigs vergraben? Er stocherte mit dem Finger darin herum Ja, da war eine Jetzt der Revolver Die Frage, wie er diese umbringen sollte, beschäftigte Mr. Gump schon seit Tagen Erhängen kam nicht in Frage, weil er die Fleckenbildung auf der Brust nicht wollte Und außerdem durfte er nicht riskieren, dass sie der Knoten hinter dem Ohr verletzte Mr. Gump hatte aus jedem seiner vorangegangenen Versuche gelernt, manchmal auf schmerzhafte Weise Er war fest entschlossen, es nicht zu einer der albtraumhaften Szenen kommen zu lassen, die er bei früheren Gelegenheiten erlebt hatte Ein wichtiger Punkt Egal wie entkräftet vor Hunger oder schwach vor Angst sie auch sein mochten, sie setzten sich immer zur Wehr, wenn sie seine Gerätschaften sahen Mit seiner Infrarotlampe und der Nachtsichtbrille hatte er schon einige junge Frauen durch den vollkommen finsteren Keller gejagt Es machte ungeheuren Spaß, zuzusehen, wie sie sich durch das Dunkel tasteten oder sich in eine Ecke drückten Er jagte sie gern mit dem Revolver, und er benutzte den Revolver gern Sie verloren die Orientierung, kamen aus dem Gleichgewicht, rannten gegen Gegenstände Mit seiner Brille konnte er in der totalen Dunkelheit dastehen und warten, bis sie die Hände vom Gesicht nahmen Und sie dann in den Kopf schießen Oder zuerst in die Beine, unterhalb der Knie, damit sie noch kriechen konnten Aber das war kindisch und reine Verschwendung Danach waren sie nicht mehr zu gebrauchen, und deshalb hatte er damit aufgehört Bei seinem derzeitigen Projekt hatte er den ersten drei Angeboten, oben zu duschen Bevor er sie mit einer Schlinge um den Hals die Treppe hinuntergestoßen hatte Überhaupt kein Problem Aber die vierte war eine Katastrophe gewesen Er hatte im Bad den Revolver benutzen müssen, und es hatte eine Stunde gedauert, alles wieder sauber zu machen Er dachte an das Mädchen, nass, mit einer Gänsehaut, und wie sie zitterte, als er den Revolver spannte Er mochte es, ihn zu spannen Ein lautes Krachen Und dann war Ruhe Er mochte seinen Revolver War ja auch verständlich, denn es war eine sehr schöne Waffe Ein Colt-Python aus rostfreiem Stahl mit fünfzehn Zentimeter langem Lauf Die Abzugsvorrichtungen aller Pythons werden beim Colt-Vertragshändler eingestellt Und diese hier war ein reines Vergnügen Er spannte den Hahn jetzt und drückte ab, fing ihn aber mit dem Daumen ab Er lud den Python und legte ihn auf den Tisch in der Werkstatt Dem hier hätte Mr. Gump gern ein Shampoo angeboten, denn er wollte zusehen, wie es sich die Haare auskämmte Dabei könnte er viel für seine eigene Pflege lernen und wie das Haar auf dem Kopf lag Aber das hier war groß und wahrscheinlich auch stark Es war ein zu seltenes Exemplar, um zu riskieren, alles durch Schusswunden zu zerstören Er würde den Flaschenzug aus dem Bad holen, ihm eine Dusche in Aussicht stellen Und wenn es sich an der Halteschlaufe des Flaschenzugs festgeschnallt hatte, würde er es etwa zur Hälfte den Schacht hochziehen Und ihm ein paar Mal in den unteren Rückgratbereich schießen Wenn es das Bewusstsein verlor, konnte er den Rest mit Chloroform erledigen Das war's Jetzt würde er nach oben gehen und seine Sachen ausziehen Er würde Precious wecken und das Video mit ihr ansehen Und sich dann im warmen Keller nackt an die Arbeit machen Nackt wie am Tag seiner Geburt Ihm wurde fast schwindelig, als er die Treppe heraufging Rasch raus aus den Kleidern und in den Morgenmantel geschlüpft Dann die Videokassette eingelegt Precious, komm Precious, viel, viel Arbeit heute, komm, meine Süße Er musste sie hier oben im Schlafzimmer einsperren, während er unten im Keller den geräuschvollen Teil hinter sich brachte Precious konnte den Lärm nicht ausstehen und geriet völlig aus dem Häuschen Um sie bei Laune zu halten, hatte er ihr beim Einkaufen eine ganze Schachtel Chewies mitgenommen Precious Als sie nicht kam, rief er im Flur Precious? Und dann in der Küche und im Keller Precious! Als er an der Tür zum Verlies rief, erhielt er eine Antwort Sie ist hier unten, du Scheißkerl! sagte Catherine Martin Mr. Gump wurde übel vor Sorge um Precious Doch dann richtete ihn die Wut wieder auf Er drückte die Fäuste seitlich an seinen Kopf, presste die Stirn gegen den Türrahmen und versuchte sich in den Griff zu bekommen Ihm entfuhr ein Laut, halb Würden, halb Stöhnen und der kleine Hund antwortete mit einem Japsen Er ging in die Werkstatt und holte den Revolver Die Schnur des Toiletteneimers war gerissen Ihm war immer noch nicht klar, wie sie es angestellt hatte Letztes Mal, als die Schnur gerissen war, hatte er angenommen, es wäre bei dem absurden Versuch passiert, daran hochzuklettern Es wäre nicht das erste Mal, dass eine daran hochzuklettern versuchte, sie hatten schon alle möglichen verrückten Dinge probiert Er beugte sich über die Öffnung und rief mit betont beherrschter Stimme Precious, fehlt dir etwas? Antworte mir! Catherine zwickte den Hund in seinen dicken Hintern Er jaulte und biss sie dafür in den Arm Wie finden Sie das? fragte Catherine Es kam Mr. Gump sehr unnatürlich vor, so mit Catherine zu sprechen, aber er überwand seinen Abscheu Ich lasse einen Korb runter Da setzt du sie rein Sie lassen mir jetzt sofort ein Telefon runter, oder? Ich breche ihr das Genick Ich will Ihnen nichts tun und ich will dem kleinen Hund nichts tun, Sie müssen mir nur ein Telefon geben Mr. Gump hob den Revolver Catherine sah, wie sich der Lauf ins Licht schob Sie ging in die Hocke und hielt den Hund über ihren Kopf, schwenkte ihn dabei zwischen sich und der Waffe Sie hörte, wie er den Revolver spannte Wenn du schießt, du Wichser, dann bring mich lieber schnell um, oder ich breche ihr das Genick, darauf kannst du Gift nehmen Sie klemmte den Hund unter ihren Arm, legte ihre Hand um seine Schnauze und hob seinen Kopf Mach bloß keine Dummheiten, du Dreckskerl Der kleine Hund winselte Die Waffe verschwand Mit der freien Hand strich sich Catherine die Haare aus der feuchten Stirn Ich wollte Sie nicht beleidigen Lassen Sie mir nur ein Telefon runter, ich möchte ein funktionierendes Telefon, Sie können einfach weggehen, Sie interessieren mich nicht, ich hab Sie nie gesehen Ich werd mich um Precious kümmern Nein Ich sorge dafür, dass sie alles bekommt, was sie braucht Denken Sie auch an Ihr Wohlergehen, nicht nur an sich selbst Wenn Sie hier drinnen einen Schuss abfeuern, wird sie auf jeden Fall taub, mal ganz abgesehen davon, was sonst noch mit ihr passiert Ich will nur ein funktionierendes Telefon Besorgen Sie eine Verlängerungsschnur, besorgen Sie fünf oder sechs und stecken Sie sie ineinander Sie haben Verbindungsstecker an den Enden und lassen Sie es hier runter Ich schicke Ihnen den Hund per Luftfracht, wohin Sie wollen Wir haben zu Hause auch Hunde Meine Mutter liebt Hunde, Sie können ruhig entkommen, es ist mir egal, was es Ihnen wird Du bekommst kein Wasser mehr Das war das letzte Wasser, das du bekommen hast Okay, Precious bekommt dann auch keins mehr Und ich gebe ihr nichts aus meiner Wasserflasche Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber ich glaube, sie hat sich ein Bein gebrochen Das stimmte nicht Der kleine Hund war zusammen mit dem Köder einmal auf Catherine gefallen Und hatte ihr bei dem Versuch, Halt zu finden, mit den Krallen die Wange zerkratzt Sie konnte Precious nicht absetzen, weil er sonst sah, dass sie nicht hinkte Sie hat starke Schmerzen Ihr Bein ist total krumm und sie versucht es zu lecken Ich kann es kaum mit ansehen, schwindelte Catherine Ich muss sie unbedingt zum Tierarzt bringen Als Mr. Gump darauf vor Wut und Schmerz aufstöhnte, begann der kleine Hund zu winseln Du denkst, sie hat Schmerzen? stieß er hervor Du hast keine Ahnung, was Schmerzen sind! Wenn du ihr ein Haar krümmst, verbrühe ich dich bei lebendigem Leib Als Catherine Martin ihn die Treppe hinaufstürmen hörte, musste sie sich setzen, so heftig zitterten ihr die Arme und Beine Sie konnte den Hund nicht halten, sie konnte das Wasser nicht halten, sie konnte nichts mehr halten Als der kleine Hund auf ihren Schoß krabbelte, schloss sie ihn, dankbar für seine Wärme, in die Arme Auf dem schlammigen braunen Wasser trieben Federn, gekrümmte Federn, von Hühnerstellen herübergeweht, getragen von Windstößen, die die Haut des Flusses erzittern ließen Den Häusern an der Fell Street, Frederica Bimmerts Straße, wurde auf verwitterten Verkaufsschildern Flusslage bescheinigt, weil ihre Gärten an einen Tümpel grenzten Ein altwasser des Licking River in Belvedere, Ohio, einer 112.000 Einwohner zählenden Stadt im Rust Belt, östlich von Columbus Es war ein heruntergekommenes Viertel mit großen, alten Häusern Ein paar von ihnen waren von jungen Paaren günstig gekauft und, was die restlichen Häuser noch schlimmer aussehen ließ, mit Sears Bestluck renoviert worden Das Bimmelhaus war nicht renoviert worden Einen Moment blieb Clarice Starling in Fredericas Garten stehen und beobachtete, die Hände tief in den Taschen ihres Trenchcoat vergraben, die Federn auf dem Wasser Zwischen dem Schilf lag etwas schmutziger Schnee, blau unter dem blauen Himmel des milden Wintertages Hinter sich konnte Starling Fredericas Vater in der Stadt der Taubenschläge hämmern hören, im Orvieto der Taubenschläge, das sich vom Wasserfass bis zum Haus heraufzog Sie hatte Mr. Bimmelhaus noch nicht gesehen Die Nachbarn hatten gesagt, er wäre da Ihre Gesichter waren verschlossen, als sie es sagten Starling hatte mit sich selbst Probleme In dem Moment, in dem ihr in der Nacht klar geworden war, dass sie die Academy verlassen würde, um Buffalo Bill zu jagen Hatten viele von außen kommende Geräusche aufgehört Sie spürte eine neue, reine Stille im Zentrum ihres Bewusstseins und eine tiefe Ruhe An einer anderen Stelle, vorne an ihr, zuckte immer wieder die Einsicht, dass sie den Unterricht schwänzte und einer Riesendummheit beging Die kleinen Ärgernisse des Morgens hatten sie nicht tangiert Nicht der Turnhallen-Mief in der Maschine nach Columbus, nicht das Durcheinander und die Unfähigkeit am Leihwagen schalte Sie hatte den Angestellten angeschnauzt, um ihm Dampf zu machen, aber sie hatte nichts dabei empfunden Starling zahlte für diese Zeit einen hohen Preis Und sie war entschlossen, sie so zu nutzen, wie sie es für das Beste hielt Ihre Zeit konnte jeden Augenblick um sein, wenn Crawford überstimmt und ihr Ausweis eingezogen wurde Sie musste sich beeilen, aber über das Warum nachzudenken, sich mit Catherines schrecklicher Lage an diesem letzten Tag auseinanderzusetzen, hieße, den ganzen Tag zu vergeuden In der realen Zeit an sie zu denken, wie sie gerade genauso verarbeitet wurde, wie vor ihr Kimberly Amberg und Frederica Bimmel verarbeitet worden waren, würde sie total blockieren Die Brise flaute ab, das Wasser, still wie der Tod Nicht weit von ihren Füßen drehte sich eine gekrümmte Feder auf der Oberflächenspannung Halt aus, Catherine Starling nahm ihre Lippe zwischen die Zähne Sie hoffte, er verstand etwas von der Sache, wenn er sie erschoss Leere uns mitzufühlen und nicht mitzufühlen Leere uns still zu sein Sie wandte sich den windschiefen Taubenschlägen zu und ging auf den Planken, die im Schlamm zwischen ihnen ausgelegt waren, auf das Hämmern zu Da waren hunderte von Tauben in allen Größen und Farben Hochaufgeschossene, x-beinige und Kopftauben mit aufgeplusteter Brust Mit blitzenden Augen und wippenden Köpfen umhertippelnd, breiteten die Vögel im fahlen Sonnenlicht die Flügel aus und machten angenehme Geräusche, als sie vorbeigingen Frederikas Vater, Gustav Bimmel, war ein großer Mann, breithüftig, ohne dick zu sein, mit rot geränderten, wasserblauen Augen Eine Strickmütze war bis auf seine Augenbrauen herabgezogen Auf Sägeböcken baute er vor seinem Werkstattschuppen einen neuen Taubenschlag Starling roch Wodka in seinem Atem, als er mit zusammengekniffenen Augen auf ihren Ausweis sah Ich habe Ihnen nichts Neues zu erzählen, sagte er Vorgestern Abend war die Polizei noch mal hier, Sie sind meine Aussage noch mal mit mir durchgegangen, haben Sie mir noch mal vorgelesen Stimmt das, stimmt das Ich habe Ihnen gesagt, aber sicher stimmt es Wenn es nicht stimmen würde, hätte ich es Ihnen doch damals nicht gesagt Ich versuche eine Idee zu kriegen, wo der Eine Idee, wo der Entführer Frederica gesehen haben könnte, Mr. Bimmel Wo er sie entdeckt haben und auf die Idee gekommen sein könnte, sie in seine Gewalt zu bringen Sie fuhr mit dem Bus nach Columbus, um sich in einem Laden für eine Stelle zu bewerben Die Polizei sagt, bei dem Vorstellungsgespräch war sie noch Aber nach Hause ist sie nicht mehr gekommen Wir wissen nicht, wo sie an diesem Tag sonst noch war Das FBI hat sich ihre Master-Charge-Kontrollabschnitte geben lassen, aber für diesen Tag war keiner dabei Aber das wissen Sie ja schon alles oder nicht Das von der Kreditkarte, ja, Sir, das weiß ich Mr. Bimmel, haben Sie Fredericas Sachen vielleicht noch? Sind Sie hier? Ihr Zimmer ist oben im Haus Darf ich es mir ansehen? Er brauchte einen Moment, um zu entscheiden, wohin er seinen Hammer legen sollte Meinetwegen Kommen Sie Jack Crawfords Büro im FBI-Hauptquartier in Washington war in einem bedrückenden Grau gestrichen Aber es hatte große Fenster An diesen Fenstern stand Crawford jetzt, hielt ein Klemmbrett ans Licht und starrte auf eine Liste aus einem miserablen Tintenstrahldrucker, der seiner Meinung nach längst aussortiert gehört hätte Er war vom Bestattungsinstitut hierher gekommen und hatte den ganzen Morgen gearbeitet Den Norwegern Dampf gemacht, dass sie sich mit den zahnärztlichen Unterlagen für den vermissten Seemann Klaus beeilten In San Diego nachgehakt, dass sie sich Benjamin Raspails Bekanntenkreis am Konservatorium, wo er unterrichtet hatte, vornahmen Und war dem Zoll auf die Zehen gestiegen, dass sie nach Verstößen gegen die Einfuhrbestimmungen im Zusammenhang mit lebenden Insekten Ausschau hielten Keine fünf Minuten nach Crawfords Ankunft steckte FBI Assistant Director John Gorby, Leiter der neuen diensteübergreifenden Sondereinheit, den Kopf zur Tür herein Jack Ihr fühlen alle mit Ihnen Alle rechnen es Ihnen hoch an, dass Sie trotzdem hergekommen sind Steht der Termin für das Begräbnis schon fest? Die Totenwache ist morgen Abend Die Trauerfeier Samstag um elf Gorby nickte Es ist ein Unicef-Fond zu Ihrem Andenken eingerichtet worden, Jack Möchten Sie, dass er auf den Namen Phyllis oder Bella läuft? Wir richten uns da ganz nach Ihnen Bella, John Nehmen wir ruhig Bella Kann ich irgendetwas für Sie tun, Jack? Crawford schüttelte den Kopf Ich arbeite nur Ich werde nur arbeiten Gut, sagte Gorby Er ließ eine angemessene Anstandspause verstreichen Frederick Chilton hat darum gebeten, unter bundesbehördlichen Schutz gestellt zu werden Großartig John Spricht in Baltimore jemand mit Everett Yeo, Raspates Anwalt? Ich habe Ihnen bereits von ihm erzählt Er könnte etwas über Raspates Freunde wissen Ja Darum wird sich gleich heute Vormittag jemand kümmern Ich habe Burroughs eben eine entsprechende Nachricht geschickt Der Direktor setzt Lecter auf die Liste der meistgesuchten Jack, wenn Sie irgendetwas brauchen Golby zog die Augenbrauen hoch und hob die Hand, bevor er sich entfernte Wenn Sie irgendetwas brauchen Crawford wandte sich den Fenstern zu Er hatte einen schönen Blick von seinem Büro Da war das schöne alte Postamt, in dem er einen Teil seiner Ausbildung gemacht hatte Nach der Abschlussprüfung war er mit den anderen durch J. Edgar Hoover's Büro defiliert Hoover hatte auf einem kleinen Podest gestanden und ihnen der Reihe nach die Hand geschüttelt Es war das einzige Mal, dass Crawford dem Mann begegnet war Am Tag danach hatte er Bella geheiratet Sie hatten sich in Livorno in Italien kennengelernt Er war bei der Army gewesen, sie beim NATO starb Und sie war damals noch Phyllis Sie gingen an den Keis spazieren und ein Matrose rief Bella über das glitzernde Wasser Und danach war sie nur noch Bella für ihn Phyllis war sie nur, wenn sie unterschiedlicher Meinung waren Bella war tot Das müsste den Blick aus diesen Fenstern verändern Es war nicht richtig, dass dieser Blick derselbe blieb Er musste noch mit wegsterben, verdammt noch mal Mein Gott, Mädchen Ich wusste, es würde dazu kommen, aber es tut weh Was sagen sie immer, wenn jemand mit 55 früh pensioniert wird? Du verliebst dich in das FBI, aber das FBI verliebt sich nicht in dich Das hatte er zur Genüge mitbekommen Gott sei Dank hatte ihn Bella davor bewahrt Er hoffte, dass sie heute irgendwo war und dass es ihr endlich gut ging Er hoffte, sie konnte in sein Herz sehen Das Telefon summte, ein internes Gespräch Mr. Crawford, ein Dr. Danielson aus Ah ja, ein Knopfdruck Hier, Jack Crawford, Doktor Ist das ein abhörsicherer Anschluss, Mr. Crawford? Ja, jedenfalls an diesem Ende Sie haben kein Tonband laufen, oder? Nein, Dr. Danielson Was gibt's? Zunächst möchte ich klarstellen Das hier hat nichts mit jemandem zu tun, der einmal Patient im Johns Hopkins war Gut Wenn irgendetwas bei der Sache herauskommt, möchte ich, dass Sie in der Öffentlichkeit mit allem Nachdruck darauf hinweisen, dass er nicht transsexuell ist und nichts mit dieser Einrichtung zu tun hatte Schön, können Sie haben, ohne Einschränkungen Komm schon, du verkniffener Scheißkerl Crawford hätte alles gesagt Er hat Dr. Purvis die Treppe runtergestoßen Wer, Dr. Danielson? Er hat sich vor drei Jahren als John Grant aus Harrisburg, Pennsylvania für eine Geschlechtsumwandlung beworben Beschreibung? Weiß, männlich, damals 31, 1,83, 85 Kilo Er kam, um sich testen zu lassen und schnitt beim Wexler-Intelligenztest sehr gut ab Normal-intelligent Aber mit den psychologischen Tests und den persönlichen Gesprächen war das eine andere Sache Apropos, sein Hausbaumensch und sein Ted waren identisch mit dem Blatt, das Sie mir gegeben haben Sie haben mir gegenüber so getan, als stammte diese kleine Theorie von Alan Bloom, aber in Wirklichkeit ist sie von Hannibal Lecter, habe ich recht? Fahren Sie fort mit Grant, Doktor Der Zulassungsausschuss hätte ihn ohnehin abgelehnt, aber bis er zusammentrat, um darüber zu entscheiden, hatte sich der Fall von selbst erledigt Wie? Wir richten grundsätzlich eine Anfrage an die Polizei am Wohnsitz eines Antragstellers Die Polizei von Harrisburg war wegen zwei Überfällen auf homosexuelle Männer hinter ihm her Der letzte wäre fast an den Folgen gestorben Bei der Adresse, die er uns angegeben hatte, handelte es sich, wie es sich herausstellte, um eine Pension, in der er von Zeit zu Zeit wohnte Die Polizei fand dort seine Fingerabdrücke und einen Kreditkartenbeleg von einer Tankstelle mit seiner Autonummer drauf Er hieß keineswegs John Grant Das hatte er uns nur erzählt Etwa eine Woche später wartete er vor dem Eingang der Klinik und stieß Dr. Purvis die Treppe runter, aus purer Boshaftigkeit Wie hieß er richtig, Dr. Danielson? Ich buchstabiere es Ihnen lieber J-A-M-E-G-U-M-B J-A-M-B Das schmale, drei-stockwerke-hohe Haus von Frederica Bimmels Vater war mit Asphaltschindeln verkleidet, die an den Stellen, wo die Dachrinnen überliefen, rostig verfärbt waren Die Ahorn-Schößlinge, die in den Dachrinnen wild aufgegangen waren, hatten den Winter ziemlich gut überstanden Die Fenster auf der Nordseite hatten Plastikscheiben Im kleinen Wohnzimmer, wo es von einem Heizgerät sehr warm war, saß eine Frau mittleren Alters auf einem Läufer und spielte mit einem Baby Meine Frau, sagte Bimmel, als sie durch den Raum gingen Wir haben erst Weihnachten geheiratet Hallo, sagte Starling Die Frau lächelte vage in ihre Richtung Im Flur war es wieder kalt und überall Schachteln, hüfthoch gestapelt mit schmalen Gängen dazwischen Kartons voll mit Lampenschirmen und Einmachgläsern, Picknickkörben, alten Ausgaben von Reader's Digest und National Geographic Massiven alten Tennisschlägern, Bettzeug, einem Behälter mit Dartboards, Kunstfaserschonbezüge für Autositze in einem Fünfzigerjahre-Karo und mit dem intensiven Geruch von Mäusepisse Wir ziehen denn nächst um, sagte Mr. Bimmel Die Sachen an den Fenstern waren von der Sonne gebleicht, die Schachteln schon seit Jahren gestapelt und bauchig vor Alter, die wahllos ausgelegten Teppiche abgetreten auf den Pfaden durch die Räume Sonnenschein sprengelte das Geländer, als Starling hinter Fredericas Vater die Treppe hinaufstieg In der kalten Luft rochen seine Kleider abgestanden Durch die durchhängende Decke über dem Treppenhaus konnte sie Sonnenlicht kommen sehen Die Kartons, die auf dem Treppenabsatz gestapelt waren, waren mit Plastikplanen zugedeckt Fredericas Zimmer unter dem Dachvorsprung im zweiten Stock war klein Brauchen Sie mich noch? Später würde ich gern noch mit Ihnen sprechen, Mr. Bimmel Was ist mit Fredericas Mutter? In der Akte stand, verstorben, aber nicht wann Wie meinen Sie, was mit ihr ist? Sie starb, als Fredericas Zwölfer Ich verstehe Achten Sie etwa, dass da unten war Fredericas Mutter? Obwohl ich Ihnen gesagt habe, dass wir erst Weihnachten geheiratet haben Haben Sie das gedacht? Wahrscheinlich hat die Polizei sonst mit einer anderen Sorte Leute zu tun, Fräulein Sie hat Fredericas überhaupt nicht gekannt Mr. Bimmel, ist das Zimmer noch in etwa so, wie Fredericas es hinterlassen hat? Der Ärger wanderte irgendwo anders in ihm hin Ja, sagte er leise Wir haben es einfach so gelassen Ihre Sachen haben niemandem so richtig gepasst Stecken Sie den Heizlüfter ein, wenn Sie wollen Aber denken Sie dran, ihn wieder auszustecken, wenn Sie runterkommen Er wollte das Zimmer nicht sehen Er ließ sie auf dem Treppenabsatz zurück Einen Moment blieb Starling mit der Hand am kalten Porzellanknauf stehen Sie musste erst etwas Ordnung in ihre Gedanken bringen Bevor ihr Kopf voll wurde von Fredericas Sachen Okay Wir gehen davon aus, dass Buffalo Bill Frederica als Erste umbrachte Beschwerte und in einem Fluss weit weg von seinem Wohnsitz gut versteckte Weil er wollte, dass die späteren früher gefunden würden, versteckte er sie besser als die anderen Sie war als einzige beschwert Er wollte, dass sich, bevor Frederica aus Belvedere gefunden wurde In den Köpfen der Menschen die Vorstellung festsetzte Dass er sich seine Opfer völlig willkürlich in weit voneinander entfernt liegenden Städten aussuchte Es war wichtig, keine Aufmerksamkeit auf Belvedere zu lenken, denn hier lebt er Oder vielleicht in Columbus Er fing mit Frederica an, weil er ihre Haut begehrte Etwas zu begehren Beginnen wir nicht mit den Dingen, die wir uns vorstellen Begehren ist eine sehr konkrete Sünde Zu begehren beginnen wir mit etwas Greifbarem Mit etwas, das wir jeden Tag sehen Er sah Frederica in ihrem Alltag Er sah sie in seinem Alltag Wie sah Fredericas Alltag aus? Puh, dann mal los Starling öffnete die Tür Hier war er, dieser stille Raum, der in der Kälte nach Schimmel roch An der Wand ein Kalender vom letzten Jahr Für immer auf April aufgeschlagen Frederica war zehn Monate tot In einer Untertasse in der Ecke war Katzenfutter, hart und schwarz Starling, eine erfahrene Sperrmülleinrichterin, stand in der Mitte des Raums und drehte sich langsam um ihre eigene Achse Frederica hatte aus dem, was ihr zur Verfügung gestanden hatte, einiges gemacht Die Vorhänge waren aus geblümten Chins Den paspellierten Rändern nachzuschließen, hatte sie dafür ein paar Schonbezüge wiederverwertet Es gab eine Pinnwand, an die eine Scherpe geheftet war BHS Band war in Glitzerschrift auf die Scherpe gedruckt An der Wand war ein Poster der Sängerin Madonna und ein anderes von Deborah Harry und Blondie Auf einem Board über dem Schreibtisch konnte Starling eine Rolle der freundlichen, selbstklebenden Tapete sehen, mit der Frederica die Wände tapeziert hatte Ihre Tapezierkünste waren nicht gerade berauschend, aber besser als ihre eigenen ersten Versuche, fand Starling In einem durchschnittlichen Zuhause wäre Fredericas Zimmer freundlich gewesen In diesem trostlosen Haus war es schrill Es schwang ein Hauch von Verzweiflung darin mit Frederica hatte keine Fotos von sich selbst in ihrem Zimmer hängen Starling fand eins im Schuljahrbuch in dem kleinen Bücherregal Gesangsverein, Hauswirtschaftslehre, Nähkurs, Blaskapelle, Landwirtschaftskurs Vielleicht hatte sie dafür die Tauben als Projekt gewählt In Fredericas Jahresalbum waren einige Unterschriften Für eine prima Freundin und Ein klasse Mädchen und Meinen Chemiekumpel und In Erinnerung an den Gebäckverkauf Durfte Frederica ihre Freundinnen hier raufbringen? War sie mit einer gut genug befreundet, um sie die Treppe hinauf unters Dach mitzunehmen? Neben der Tür war ein Regenschirm Sieh dir dieses Foto von Frederica an Hier ist sie in der vordersten Reihe der Schulkapelle Frederica ist breit und dick, aber ihre Uniform sitzt besser als die der anderen Sie ist groß und sie hat schöne Haut Ihre unregelmäßigen Züge verbinden sich zu einem netten Gesicht, aber nach gängigen Maßstäben ist sie nicht attraktiv Auch Kimberly Amberg war nicht, was man als anziehend bezeichnet hätte Nicht für das hirnlose Geglotze der Highschool und ebenso wenig waren es ein paar der anderen Dagegen erschien Catherine Martin jedem attraktiv Eine große, gut aussehende junge Frau, die mit dreißig Figurprobleme bekommen würde Denk dann Er betrachtet Frauen nicht so, wie ein Mann sie betrachtet Gängige Attraktivität spielt keine Rolle Sie müssen nur glatt und geräumig sein Starling fragte sich, ob er Frauen als heute betrachtete So wie manche Schwachköpfe sie als Fotzen bezeichneten Sie wurde sich ihrer eigenen Hand bewusst, die unter dem Jahrbuchfoto die Reihe mit Auszeichnungen entlang fuhr Wurde sich ihres ganzen Körpers bewusst, des Raums, den sie einnahm, ihre Figur und ihres Gesichts, ihre Wirkung, der Macht in ihnen, ihre Brüste über dem Buch, ihr flacher Bauch dagegen, ihre Beine darunter Was ließ sich hier von ihrer eigenen Erfahrung anwenden? Starling sah sich in dem großen Spiegel an der Rückwand und war froh, anders zu sein als Frederica Aber sie wusste, der Unterschied war ein Denkschema Was sah sie deshalb nicht? Wie wollte Frederica erscheinen? Wonach sehnte sie sich? Wo suchte sie es? Welche Ziele hatte sie sich gesteckt? Hier waren ein paar Diätpläne Die Saftkur, die Reiskur Und eine hirnrissige Abmagerungskur, bei der man bei einer Mahlzeit nie gleichzeitig isst und trinkt Die Ätzirkel Beobachtete Buffalo Bill sie, um große, kräftige Mädchen zu finden? Schwer nachzuprüfen Aus der Akte wusste Starling, dass zwei der Opfer solchen Gruppen angehört hatten und dass die Mitgliederlisten verglichen worden waren Ein Agent der Dienststelle Kansas City, des traditionellen Fat Boys Büros des FBI und einige übergewichtige Polizisten wurden beauftragt, im Slenderella und im Diet Center zu trainieren Und sich in den Wohnorten der Opfer den Weight Watchers oder ähnlichen Selbsthilfegruppen anzuschließen Sie wusste nicht, ob Catherine Martin einem Diät-Zirkel angehörte Was organisiertes Abnehmen anging, könnte für Frederica Geld ein Problem gewesen sein Frederica hatte mehrere Hefte von Big Beautiful Girl, einer Zeitschrift für korpulente Frauen Hier wurde ihr geraten, nach New York City zu kommen, wo sie Neuankömmlinge aus Teilen der Welt kennenlernen können, in denen ihre Körperfülle als geschätzter Vorzug geht Klar Anderenfalls könnten sie nach Italien oder Deutschland fahren, wo sie schon nach einem Tag nicht mehr allein sind Aber sicher Und das muss man tun, wenn einem die Zehen über die Schuhspitzen stehen Meine Fresse Alles, was Frederica zu ihrem Glück fehlte, war Buffalo Bill kennenzulernen, der ihre Leibesfülle als geschätzten Vorzug betrachtete Wie hatte sich Frederica beholfen? Sie hatte etwas Make-up, eine Menge Hautpflegemittel Gut für dich, mach dir diesen Vorzug zunutze Starling ertappte sich dabei, wie sie Frederica anfeuerte, als ob das jetzt noch eine Rolle spielte In einer White-Owl-Zigarrenkiste hatte sie etwas billigen Schmuck Hier war eine runde Anstecknadel mit einer Goldfüllung, die höchstwahrscheinlich ihre verstorbenen Mutter gehört hatte Sie hatte versucht, die Finger alter Handschuhe aus Industriespitze abzuschneiden, um sie im Stil von Madonna zu tragen, aber sie waren ihr ausgefranst Sie hatte ein bisschen Musik, einen Decker-Plattenspieler aus den fünfziger Jahren, an dessen Tonarm zur Beschwerung mit Gummis ein Taschenmesser befestigt war Flohmarktplatten Liebeslieder von Samphiel, dem Meister der Panflöte Als Starling an der Schnur zog, um das Licht im begehbaren Kleiderschrank anzumachen, war sie überrascht über Fredericas Garderobe Sie hatte schöne Kleider, nicht sehr viele, aber für die Schule reichlich Genug, um damit in einem relativ förmlichen Büro oder sogar in einem kleidungsintensiven Verkäuferinnenjob bestehen zu können Eine rasche Begutachtung und Starling entdeckte den Grund Frederica nähte ihre Sachen selbst, und das keineswegs schlecht Die Nähte mit Nahtband verstärkt, die Besätze exakt sitzend Auf einem Board im hinteren Teil des Schranks waren Stapel von Schnittmustern Die meisten davon waren aus Simplicity, aber es waren auch einige aus der Vogue darunter, die schwierig aussahen Für das Vorstellungsgespräch trug sie wahrscheinlich ihre besten Sachen Was hatte sie getragen? Starling blätterte in ihren Unterlagen Hier, zum letzten Mal in einem grünen Outfit gesehen Jetzt hören Sie aber mal, Officer, was soll ein grünes Outfit sein? Frederica litt an der Achillesferse jeder knapp budgetierten Garderobe Sie hatte wenig Schuhe, und angesichts ihres Gewichts war es auch um die Schuhe, die sie hatte, nicht gerade gut bestellt Ihre Slipper waren zu ovalen gedehnt In ihren Sandalen trug sie Duftschlucker Die Ösen ihrer Joggingschuhe waren ausgeleiert Vielleicht machte Frederica etwas Sport, sie hatte einige Stulpen in Übergrößen Und die waren von Juno Catherine Martin hatte auch ein paar Hosen von Juno Starling verließ den begehbaren Schrank Sie setzte sich mit verschränkten Armen auf das Fußende des Betts und blickte in den beleuchteten Schrank Juno war eine weitverbreitete Marke, die es in vielen Geschäften für Übergrößen gab Und das warf die Kleiderfrage auf In jeder größeren Stadt gab es mindestens ein Geschäft, das sich auf Kleidung für Übergewichtige spezialisierte Beobachtete Buffalo Bill Läden für Übergewichtige, um sich eine Kundin auszusuchen und ihr zu folgen? Ging er in Frauenkleidern in Läden für Übergrößen und sah sich um? Jeder Übergrößenladen in einer Großstadt zählt Transvestiten und Drag Queens zu seinen Kunden Die Erwägung, Buffalo Bill könnte das Geschlecht wechseln wollen, war erst vor kurzem, nachdem Dr. Lecter Starling von seiner Theorie erzählt hatte, in die Ermittlungen eingeflossen Wie sah es mit seiner Kleidung aus? Mit Ausnahme Catherine Martins, die Größe 42 hatte, mussten alle Opfer in Übergrößenläden eingekauft haben Allerdings musste auch Catherine gelegentlich Läden für Übergrößen aufgesucht haben, um sich die großen Juno-Trainingssachen zu kaufen Catherine Martin konnte noch Größe 12 tragen Sie war das schmalste Opfer Frederica, das erste Opfer, war das dickste Wie schaffte es Buffalo Bill, die Körperfülle bis auf Catherine Martins Proportionen herab immer mehr zu reduzieren? Catherine hatte zwar einiges auf den Rippen, aber Bauch hatte sie keinen Hatte er selbst abgenommen? Hatte er sich etwa in letzter Zeit selbst einem Diät-Zirkel angeschlossen? Kimberly Amberg lag irgendwo dazwischen, korpulent, aber mit einer deutlich erkennbaren Taille Starling hatte es bewusst vermieden, an Kimberly Amberg zu denken, aber jetzt brach die Erinnerung einen Moment über sie herein Starling sah Kimberly auf dem Tisch in Potter liegen Kimberlys entharte Beine, die sorgfältig mit Glitzer lackierten Fingernägel hatten Buffalo Bill nicht interessiert Er sah Kimberlys flachen Busen an und fand ihn nicht gut genug Und er nahm seinen Revolver und verpasste einen Seestern in die Brust Die Tür des Zimmers wurde ein paar Zentimeter aufgeschoben Bevor sie wusste, was es war, spürte Starling die Bewegung in ihrem Herz Eine Katze kam herein Eine große Schildpattkatze mit einem goldenen und einem blauen Auge Sie sprang aufs Bett und rieb sich an ihr Sie suchte nach Frederica Einsamkeit Dicke, einsame Mädchen, die jemandem zu gefallen suchten Einsame Herzenclubs hatte die Polizei schon früh abgehakt Hatte Buffalo Bill eine andere Möglichkeit, sich Einsamkeit zunutze zu machen? Außer Gier gibt es nichts, was uns verwundbarer macht als die Einsamkeit Bei Frederica könnte Buffalo Bill Einsamkeit zu einem Einstieg verholfen haben, aber nicht bei Catherine Catherine war nicht einsam Kimberly war einsam Fang bloß nicht damit an Kimberly, gefügig und schlaff, der Rigor Mortis längst verflogen, wie sie auf dem Leichentisch herumgedreht wurde, damit Starling ihr die Fingerabdrücke abnehmen konnte Hör auf damit! Kann nicht aufhören Kimberly, einsam und von dem Wunsch erfüllt, jemandem zu gefallen Hatte sich diese Kimberly jemals gehorsam für jemanden herumgedreht, nur um sein Herz gegen ihren Rückenschlagen zu spüren? Sie fragte sich, ob Kimberly das Kratzen von Barthaaren zwischen ihren Schulterblättern gespürt hatte Starling starrte in den beleuchteten Schrank und erinnerte sich an Kimberlys fleischigen Rücken, an die dreieckigen Hautstücke, die in ihren Schultern fehlten Wie sie nun in den beleuchteten Schrank blickte, sah Starling die Dreiecke auf Kimberlys Schultern von den gestrichelten Linien eines Schnittmusters umrissen Der Gedanke schwamm weg und kreiste und kam wieder, kam so nah, dass sie ihn diesmal festhalten konnte, was sie mit einem Pulsschlag wilder Genugtuung tat Es sind Zwickel Er hat diese Dreiecke genommen, um Zwickel zu machen, mit denen er ihre Taille herauslassen konnte Der Scheißkerl kann nähen Buffalo Bill hat eine gründliche Ausbildung als Näher Er sucht sich nicht einfach Konfektionsware aus Was hat Dr. Lecter gesagt? Er macht sich ein Mädchenkostüm aus richtigen Mädchen Was hat er mich gefragt? Können Sie nähen, Clarice? Und ob ich das kann? Starling legte den Kopf in den Nacken, schloss eine Sekunde die Augen Rätsel lösen ist wie jagen Es ist ein grausames Vergnügen, und wir sind dafür geboren Im Wohnzimmer hatte sie ein Telefon gesehen Sie wollte gerade nach unten gehen, um es zu benutzen, aber Mrs. Bimmel rief bereits mit schnarrender Stimme zu ihr hoch Rief sie ans Telefon Mrs. Bimmel gab Starling das Telefon und hob das quengelnde Baby hoch Sie verließ das Wohnzimmer nicht Clary Starling? Jerry Burroughs Starling! Gut, Jerry, hören Sie Ich glaube, Buffalo Bill kann nähen Er hat die Dreiecke... Einen Augenblick Mrs. Bimmel, dürfte ich Sie bitten, mit dem Baby in die Küche zu gehen? Ich muss hier telefonieren Danke Jerry, er kann nähen Er hat... Starling! Er hat diese Dreiecke von Kimberly Amberg gebraucht, um Zwickel daraus zu machen Zwickel, wie man sie beim Nähen verwendet Wissen Sie, was ich meine? Er versteht etwas davon Er macht nicht bloß irgendwelches primitives Zeug In der Identifizierung sollen Sie in den Straftäterdateien nach Schneidern, Segelmachern, Nähern, Polsterern suchen Halten Sie unter besondere Kennzeichen nach einer Schneiderkerbe in den Zähnen Ausschau Gut, 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 ich werde es gleich an die Identifizierung weiterleiten, aber jetzt hören Sie mir endlich mal zu, ich muss vielleicht gleich mit dem Telefonieren aufhören Jack wollte, dass ich Ihnen Bescheid gebe, wir haben einen Namen und einen Ort, hört sich beides recht vielversprechend an Das Geiselbefreiungsteam ist bereits von Andrews aus gestartet Jack brieft Sie über den Scrambler Wohin fliegen Sie? Nach Calumet City bei Chicago Der Verdächtige ist James, wie James, nur ohne S am Schluss Nachname Gump, alias John Grant Weiß, männlich, 34, 85, braun und blau Jack bekam einen Anruf vom Johns Hopkins Mit ihrer Geschichte, diesem Psychogramm, wie er sich von einem richtigen Transsexuellen unterscheidet, haben Sie im Johns Hopkins einen Volltreffer gelandet Der Typ hat dort vor drei Jahren einen Antrag auf eine Geschlechtsumwandlung gestellt, hat einen Doktor vermöbelt, als er abgelehnt wurde Im Hopkins hatten Sie den falschen Namen Grant und die Adresse eines Mietshauses in Harrisburg, Pennsylvania Die Polizei hatte einen Tankbeleg gefunden mit seiner Autonummer und damit haben wir weitergemacht Als Jugendlicher, lange Haftstrafe in Kalifornien Hat mit zwölf seine Großeltern umgebracht und sechs Jahre in der Tulare Psychiatric eingesessen Ist vor 16 Jahren, als der Staat die Anstalt dicht machte, rausgekommen War lange verschwunden, schlägt gern Schwule zusammen Ist in Harrisburg ein paar Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und wieder untergetaucht Chicago, sagten Sie Woher wissen Sie, dass er in Chicago ist? Vom Zoll Sie hatten etwas über den falschen Namen John Grant in Ihren Unterlagen Vor ein paar Jahren beschlagnahmte der Zoll am LAX einen Koffer mit lebenden Puppe Nennt man das so? Insekten jedenfalls, Falter, aus Surinam Adressiert war die Lieferung an einen Laden in Calumet mit dem schönen Namen Jetzt halten Sie sich fest Mr. Hyde, zu Händen John Grant Lederwaren Tja, da könnte reinpassen, dass er nähen kann Ich leite dieses Detail gleich nach Chicago und Calumet weiter Wohnsitz haben wir für diesen Grant bzw. Gump noch keinen, der Laden existiert nicht mehr, aber wir sind ihm dicht auf den Fersen Irgendwelche Fotos? Bisher nur die aus seiner Jugendstrafakte beim Sacramento Police Department Damit ist allerdings nicht viel anzufangen, er war damals zwölf, sah aus wie Beaver Cleaver Der Funkraum faxt Sie trotzdem an die zuständigen Stellen Kann ich hin? Nein Jack hat gesagt, dass Sie fragen würden Sie haben zwei weibliche Marshals aus Chicago und eine Krankenschwester dabei, die sich um Martin kümmern, falls Sie sie befreien Außerdem würden Sie es nicht rechtzeitig schaffen, Starling Was ist, wenn er sich verbarrikadiert? Es könnte... Es wird nicht zu einer Patz-Situation kommen Wenn Sie ihn finden, schlagen Sie sofort zu Crawford hat sprengstoffbegleitetes Eindringen genehmigt Ziemlich haarige Sache mit diesem Kerl, Starling Er hat sich schon mal in einer Geiselsituation befunden Bei den Morden, die er in Sacramento als Jugendlicher begangen hat, hat er sich mit seiner Großmutter als Geisel verbarrikadiert Seinen Großvater hatte er schon getötet Und ich kann Ihnen sagen, die Sache hat ein schlimmes Ende genommen Er ist vorne, wo die ganzen Cops warteten mit ihr raus Sie haben so einen Prediger mit ihm reden lassen Er war noch ein Kind Niemand wollte auf ihn schießen Er war hinter ihr und er hat sie in den Nieren geschossen Für die Frau kam jede ärztliche Hilfe zu spät Das war mit zwölf Deshalb diesmal keine Verhandlungen, keine Warnung Wahrscheinlich ist Martin schon tot, aber vielleicht haben wir Glück Könnte sein, dass er ziemlich beschäftigt war und noch nicht dazu gekommen ist Am Ende bringt er sie zum Trotz vor unseren Augen um, wenn er uns anrücken sieht Kostet ihn ja schließlich nichts, oder? Wenn Sie ihn also finden, wumm, mit der Tür ins Haus Im Zimmer war es unerträglich heiß Und es roch nach Baby-Armoniak Burroughs redete immer noch Wir gehen die Abonnentenlisten der entomologischen Zeitschriften nach beiden Namen durch Außerdem die Mitgliederliste der Messermacher-Gilde, bekannte Straftäter und was es sonst noch alles gibt Alle arbeiten auf Hochtouren, bis es vorüber ist Sie kümmern sich doch gerade um Bimmels Bekanntenkreis, oder? Ja Im Justizministerium sagen Sie, wenn wir ihn nicht auf frischer Tat ertappen, kann es rechtlich schwierig werden Wir müssen ihn mit Martin oder irgendetwas Identifizierbarem erwischen, etwas mit Zähnen oder Fingern, um genau zu sein Versteht sich von selbst, wenn er Martin bereits irgendwo abgeladen hat, brauchen wir Zeugen, die ihn vor der Tat mit einem Opfer in Verbindung bringen Wir könnten Ihr Material von Bimmel auf jeden Fall gebrauchen Starling Sie können mir glauben, es wäre mir lieber, diese ganze Geschichte wäre gestern passiert und nicht nur aus Gründen, die die junge Martin betreffen Schieben die Sie in Quantico aufs Abstellgleis? Ich denke schon Sie geben meinem Platz jemand anderem, der ein Recycling absitzt, jedenfalls haben Sie mir das gesagt Wenn wir ihn in Chicago schnappen, haben wir das in ganz erheblichem Maß Ihnen zu verdanken In Quantico sind Sie da zwar verdammt stur, müssen Sie auch sein, aber das müssen Sie eigentlich einsehen Augenblick Starling konnte Burroughs vom Telefon abgewandt schimpfen hören Danach kam er wieder zurück Nichts, je nach den Windverhältnissen in Flughöhe können Sie in 40 bis 45 Minuten in Calumet City anrücken Falls Sie ihn früher finden, springt SWAT Chicago für Sie ein Die Stadtwerke von Calumet haben uns vier mögliche Adressen genannt Starling, halten Sie nach allem Ausschau, was Sie dort oben dazu benutzen könnten, um die Möglichkeiten weiter einzuengen Wenn Sie was über Chicago oder Calumet herausfinden, geben Sie mir auf schnellstem Weg Bescheid In Ordnung Und jetzt hören Sie zu Nur das noch, und dann muss ich Schluss machen Wenn es hinhaut, wenn wir ihn in Calumet City fassen, treten Sie manjana Punkt 8 Uhr geschniegelt und gestriegelt in Quantico an Jack geht mit Ihnen vor den Ausschuss, ebenso Brigham von der Abteilung Schusswaffen Fragen kann nicht schaden Jerry, noch eins Frederica Bimmel hatte ein paar Stulpen von Juno, das ist eine Firma, die Frauenkleidung in Übergrößen herstellt Catherine Martin hatte auch welche, ob das nun etwas zu bedeuten hat oder nicht Möglicherweise legt er sich vor Läden für Dicke auf die Lauer, um korpulente Opfer zu finden Wir könnten in Memphis, Akron und in anderen Städten anfragen Verstehe Halten Sie die Ohren steif Starling ging auf den vollgerümpelten Vorplatz des Hauses in Belvedere, Ohio hinaus 380 lange Meilen vom Brennpunkt des Geschehens in Chicago entfernt Die kalte Luft fühlte sich gut an auf ihrem Gesicht Sie boxte in die Luft, feuerte das Geiselbefreiungsteam an Gleichzeitig fühlte sie sich etwas zittrig um Kinn und Wangen Was zum Teufel sollte das? Was zum Teufel hätte sie getan, wenn sie etwas gefunden hätte? Sie hätte die Kavallerie gerufen Die Außendienststelle Cleveland und Swart Columbus plus die Polizei von Belvedere Die junge Frau zu retten Die Tochter von Senator Fick dich ins Knie, Martin, und die anderen, die es vielleicht danach treffe Wirklich, das war das Einzige, was zählte Wenn sie es schafften, war alles in Butter Wenn sie zu spät kamen Wenn sie etwas Schreckliches fanden, dann schnappten sie sich hoffentlich wenigstens Buffer Das heißt, James Gump oder Mr. Hyde oder wie sie dieses verfluchte Ding sonst nennen wollten Trotzdem, so dicht davor zu stehen Es schon fast mit Händen greifen zu können Eine gute Idee, einen Tag zu spät zu haben Und dann weit weg vom Festnahmeort zu landen und auch noch von der Schule zu fliegen Schmeckte alles nach einer Niederlage Starling hatte schon lange voller Schuldgefühle den Verdacht Dass die Starlings jetzt schon ein paar hundert Jahre vom Pech verfolgt wurden Dass alle Starlings frustriert und orientierungslos im Nebel der Zeiten herumgetappt waren Dass die Spuren des ersten Starling, wenn man sie finden könnte, im Kreis führen würden Das war typisches Verliererdenken Und sie hatte verdammt nicht vor, noch länger auf dieser Schiene zu fahren Wenn sie ihn mit Hilfe des Psychogramms fanden, das sie von Dr. Lecter bekommen hatte Musste ihr das beim Justizministerium helfen Daran musste Starling ein wenig denken Ihre Karrierehoffnungen zwickten sie wie Phantomschmerzen Egal wie es weiterging, der Geistesblitz mit dem Schnittbogenmuster war von einem berauschenden Gefühl begleitet worden Wie sie es bisher selten erlebt hatte In Zusammenhang mit dieser Sache gab es durchaus Dinge, die aufzuheben sich lohnte Aus der Erinnerung an ihre Mutter hatte sie ebenso Kraft geschöpft wie aus der an ihren Vater Sie hatte Crawfords Vertrauen errungen und behalten Das waren Dinge, die sie in ihrer eigenen White Old Zigarrenkiste aufheben konnte Ihr Job, ihre Pflicht war es, über Frederica nachzudenken und darüber, wie Gump sie in seine Gewalt gebracht haben könnte Für die strafrechtliche Verfolgung Buffalo Bills waren alle verfügbaren Fakten nötig Denk über Frederica nach, die ihr ganzes junges Leben lang hier festsaß Wo könnte sie nach dem Ausweg gesucht haben? Hatte sie ähnliche Träume wie Buffalo Bill geträumt? Hatte sie das zusammengeführt? Schreckliche Vorstellungen, dass er sie infolge seiner eigenen Erfahrungen verstanden sich sogar in sie hineinversetzt haben könnte und sich trotzdem ihre Haut genommen hatte Starling stand am Rand des Wassers Fast jeder Ort hat einen Moment des Tages, einen Einfallswinkel und eine Intensität des Lichts, bei der er am besten aussieht Wenn man irgendwo festsitzt, findet man diesen Moment heraus und freut sich auf ihn Für den Licking River hinter der Fellstreet war wahrscheinlich jetzt der mittlere Nachmittag diese Zeit War das des Bimmelmädchens Zeit zum Träumen? Die fahle Sonne ließ genug Dunst vom Wasser aufsteigen, um die alten Kühlschränke und Herde zu verschleiern, die im Gestrüpp auf der anderen Seite des Altwassers abgeladen worden waren Der Nordostwind, dem Licht entgegengesetzt, bog die Rohrkolben der Sonne zu Von Mr. Bimmels Schuppen führte ein weißes PVC-Rohr zum Fluss hinunter Es gurgelte und ein kurzer Schwall blutiges Wasser schoss daraus hervor und befleckte den alten Schnee Bimmel kam nach draußen in die Sonne Die Vorderseite seiner Hose war voller Blutflecken und er trug eine Plastiktüte voll rosafarbener und grauer Klumpen Junge Tauben, sagte er, als er Starlings Blick sah Schon mal junge Tauben gegessen? Nein Starling wandte sich wieder dem Wasser zu Nur ausgewachsene Tauben Ja, bei denen muss man nie Angst haben, auf ein Schrotkorn zu beißen Mr. Bimmel, kannte Frederica jemanden in Calumet City oder Chicago? Er hob die Schultern und schüttelte den Kopf War sie ihres Wissens mal in Chicago? Wie meinen Sie das? Meines Wissens Denken Sie, ein Mädchen von mir fährt nach Chicago und ich weiß nichts davon? Sie ist ohne mein Wissen nicht mal nach Columbus gefahren Kannte sie Männer, die nähen konnten? Schneider oder Segelmacher? Na, sie hat für alle genäht Sie konnte genauso gut nähen wie ihre Mutter Von irgendwelchen Männern weiß ich nichts Sie hat für Läden genäht, für Damen, ich weiß nicht für wen Wer war ihre beste Freundin, Mr. Bimmel? Mit wem hing sie rum? Ach, wollte eigentlich nicht umhängen sagen Nur gut, dass sie sich nicht dran gestoßen hat, er ist bloß frustriert Sie ist nicht mit irgendwem rumgehangen wie dieses ganze nichtsnutzige Pack Sie hatte immer irgendeine Arbeit Gott hat sie nicht schön gemacht, aber er hat sie fleißig gemacht Wer würden Sie sagen, war ihre beste Freundin? Stacey Habka, schätze ich Schon von klein auf Fredericas Mutter sagte immer Stacey gibt sich nur mit Frederica ab, damit sie jemanden hat, der sie bedient Ach, ich weiß nicht Wissen Sie, wo ich sie erreichen könnte? Stacey hat für die Versicherung gearbeitet Tut sie wahrscheinlich immer noch Für Franklin Insurance Mit gesenktem Kopf, die Hände tief in den Taschen ging Starling über den von Reifenspuren zerfurchten Hof zu ihrem Auto Fredericas Katze beobachtete sie von dem Fenster hoch oben Je weiter man nach Westen kommt, desto zackiger die Reaktion, die ein FBI-Ausweis hervorruft Starlings Ausweis, der einen Washingtoner Beamten bestenfalls gelangweilt eine Augenbraue hätte hochziehen lassen Er hielt die ungeteilte Aufmerksamkeit von Stacey Habkas Chef bei der Franklin Insurance Agency in Belvedere, Ohio Er löste Stacey Habka persönlich am Schalter und am Telefon ab und bot Starling sein Büroabteil für das Gespräch an Stacey Habka hatte ein rundes, flaumiges Gesicht und war mit Absätzen 1,60 groß Sie trug das Haar in Form gefestigten Außenrollen und strich es mit einer Cerbono-Bewegung aus dem Gesicht Immer wenn Starling sie nicht ansah, musterte sie sie von oben bis unten Stacey, darf ich sie Stacey nennen? Sicher Könnten Sie mir vielleicht sagen, Stacey, wie es Ihrer Meinung nach dazu kam, dass Frederica Bimmel das zugestoßen ist? Wo dieser Mann auf Frederica aufmerksam geworden sein könnte? Also das hat mich echt geschockt, die Haut abgezogen zu kriegen, also wirklich, haben Sie sie gesehen? Es hieß, es waren nur noch Fetzen von ihr übrig, als ob jemand die Luft aus... Stacey, hat sie mal jemanden aus Chicago oder Calumet City erwähnt? Calumet City Die Uhr über Stacey Habkas Kopf machte Starling nervös Wenn es das Geiselbefreiungsteam in vierzig Minuten schafft, landen sie in zehn Minuten Haben sie eine konkrete Adresse? Kümmere dich um deinen Kram In Chicago? sagte Stacey Nein, wir sind nur einmal bei der Thanksgiving-Parade in Chicago mitmarschiert Wann? In der achten Klasse Das wäre demnach, wie lange? Neun Jahre her Wir sind mit der Schulband im Bus hin und wieder zurückgefahren Was dachten Sie als erstes, als sie letztes früher verschwand? Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte Wissen Sie noch, wo Sie waren, als Sie es erfuhren? Als Sie die Nachricht bekamen? Was haben Sie in diesem Moment gedacht? Also den ersten Abend, als sie verschwunden ist, waren Skip und ich im Kino Und hinterher sind wir zu Mr. Toads was trinken Und Pam und ihre Clique, Pam Malawisi Sie kam rein und sagte, Frederica ist verschwunden Und Skip gleich, nicht mal Houdini könnte Frederica verschwinden lassen Und dann musste er natürlich allen gleich erzählen, wer Houdini war Er muss immer damit angeben, wie viel er weiß Und wir fingen an, einfach drauf los zu spintisieren Ich dachte, sie wäre einfach sauer auf ihren Dad Haben Sie denen ihr Haus gesehen? Also das ist doch wirklich das Letzte Wirklich, egal wo sie jetzt ist Ich bin sicher, es ist dir peinlich, dass Sie es gesehen haben Würden Sie da etwa nicht weglaufen? Dachten Sie, sie könnte vielleicht mit jemandem durchgebrannt sein Kam Ihnen da jemand in den Sinn, auch wenn es nicht so war? Skip meinte, sie hätte sich vielleicht einen Fettfetischisten geangelt Aber nein, so jemanden hatte sie nicht Sie hatte einen Freund, aber das ist schon lange her Er war in der zehnten Klasse in der Band Ich sage zwar Freund, aber sie quatschten nur Und kicherten wie zwei kleine Mädchen und machten zusammen Hausaufgaben Er war aber so ein richtiger Weichling, trug eine von diesen kleinen griechischen Fischermützen Skip dachte, dass er, naja, Sie wissen schon, schwul ist Sie wurde damit aufgezogen, dass sie mit einem Schwulen ging Und dann kamen er und seine Schwester bei einem Autounfall um Und sie hat niemanden mehr abgekriegt Was dachten sie, als sie nicht zurückkamen? Pam dachte, dass sie vielleicht bei irgendeiner Sekte gelandet ist Aber mir war das Ganze nicht geheuer Ich hatte jedes Mal so ein richtig ungutes Gefühl, wenn ich daran dachte Ich ging ohne Skip abends nicht mehr auf die Straße Ich machte ihm klar, ich sagte Ah, ah, mein Lieber, wenn die Sonne untergeht, gehen wir aus Hat sie jemals einen James Gump erwähnt? Oder John Grant? Hm Nein Halten Sie es für möglich, dass sie einen Freund hatte, von dem Sie nichts wussten? Gab es zeitliche Lücken? Tage, an denen Sie sich nicht gesehen haben? Nein Wenn sie einen Typen gehabt hätte, glauben Sie mir, dann hätte ich es gewusst Sie hatte keinen Typen? Halten Sie es denn für möglich, dass sie, sagen wir mal, einen Freund hatte, aber niemanden davon erzählte? Warum das denn? Zum Beispiel aus Angst, deswegen gehänselt zu werden Von uns? Wie kommen Sie denn darauf, wegen dem andermal, diesem schwuchtligen Typen in der Highschool? Stacey errötete Nein, sowas hätten wir nie gemacht Ich hab das nur unter uns gesagt Sie hatte, also alle waren, wie soll ich sagen, rücksichtsvoll zu ihr, nachdem er gestorben war Haben Sie mit Frederica gearbeitet, Stacey? Ich und Sie und Pam Malavisi und Jeronda Askew, wir haben in der Highschool im Sommer immer unten im Bargain Center gearbeitet Dann ging Pam und ich zu Richards, ob die vielleicht was für uns hätten, dort haben sie wirklich tolle Kleider Und Sie stellten erst mich an und dann Pam Und Pam erzählte, Frederica, probier's doch auch mal, Sie brauchen noch ein Mädchen Und Frederica stellte sich vor Aber Mrs. Burdine, die Geschäftsführerin, glaub ich, sie meinte Also Frederica, wir brauchen jemanden, an dem sich, wissen Sie, die Leute ein Beispiel nehmen können Damit Sie in den Laden kommen und sagen, ich will aussehen wie Sie Und Sie können Sie dann beraten, wie Sie in den und den Sachen aussehen Und wenn Sie sich zusammennehmen und abnehmen, können Sie gern wiederkommen und dann sprechen wir noch mal miteinander, hat sie gesagt Aber im Moment, wenn Sie für uns Änderungen machen wollen, werde ich es mal auf einen Versuch ankommen lassen Ich lege ein gutes Wort bei Mrs. Lippman für Sie ein Mrs. Burdine tat zwar immer zuckersüß, aber wie sich herausstellt, war sie in Wirklichkeit ein ziemliches Biest Aber das habe ich erst nicht gemerkt Frederica hat also für Richards Änderungen gemacht Den Laden, in dem Sie gearbeitet haben Ja, aber sie empfand es als ziemliche Kränkung Die alte Mrs. Lippman hat für alle die Änderungen gemacht Sie war schon lange im Geschäft und hatte mehr zu tun, als sie allein schaffen konnte Und Frederica hat für sie gearbeitet Sie hat für die alte Mrs. Lippman Änderungen gemacht Mrs. Lippman nähte für alle, machte Kleider Als Mrs. Lippman in Rente ging, wollte ihre Tochter oder wer sonst dafür in Frage kam, das Geschäft nicht übernehmen So dass Frederica die ganzen Aufträge bekam und einfach weiter für alle nähte Sie machte praktisch nichts anderes mehr Sie traf sich mit mir und Pam, wir gingen zum Mittagessen zu Pam nach Hause und sahen uns The Young and the Restless an Und selbst dann, dann hatte sie immer was dabei und hat die ganze Zeit auf ihrem Schoß genäht Hat Frederica auch mal im Laden gearbeitet, zum Beispiel um jemandem Maß zu nehmen Hatte sie mit Kunden oder Vertretern zu tun Manchmal, aber nicht oft Ich habe nicht jeden Tag gearbeitet Hat Mrs. Burdine jeden Tag gearbeitet? Könnte sie das wissen? Ja, ich denke schon Hat Frederica mal erwähnt, dass sie für eine Firma in Chicago oder Calumet City genäht hat, die Mr. Hyde hieß? Zum Beispiel irgendwelche Ledersachen mit einem Futter unterlegen Nicht, dass ich wüsste Aber Mrs. Lippman könnte so etwas durchaus gemacht haben Kennen Sie diese Marke, Mr. Hyde? Führte sie Richards oder eine der anderen Boutiquen? Nein Wissen Sie, wie ich Mrs. Lippman erreichen kann? Ich würde gern mit ihr sprechen Ach, sie lebt nicht mehr Nach ihrer Pensionierung zog sie nach Florida Und dort ist sie dann gestorben, hat Frederica gesagt Ich habe sie nie kennengelernt Ich und Skip holten Frederica nur ab und zu bei ihr ab, wenn sie viele Sachen hatte Vielleicht können sie ja mit jemandem von ihrer Familie reden oder so Ich schreibe es ihnen auf Das ging alles extrem schleppend voran Zumal Starling auf eine Nachricht aus Calumet City wartete Die vierzig Minuten waren um Das Geiselbefreiungsteam müsste gelandet sein Sie veränderte ihre Haltung, damit sie nicht auf die Uhr sehen musste und machte weiter Stacey Wo hat Frederica Kleider gekauft? Woher hatte sie diese Juno-Sachen in Übergröße, die Trainingskleidung? Ach, sie hat sich so ziemlich alles selber genäht Ich schätze, die Trainingssachen hatte sie von Richards Wissen Sie, als alle anfingen, sie richtig groß zu tragen, sodass sie über die Strumpfhosen rüberhingen? Die führten damals viele Geschäfte Sie bekam bei Richards alles günstiger, weil sie für sie genäht hat War sie mal in einem Laden für Übergrößen einkaufen? Wir gingen in jedem Laden, um uns umzusehen Sie wissen ja, wie das ist Wir gingen zum Beispiel in Personality Plus Und sie hielt nach Anregungen Ausschau, wissen Sie? Schmeichelnde Schnitte für große Größen Gab es da mal jemanden, der sie in einem Laden für Übergrößen besonders auffällig beobachtet hat Oder hatte Frederica mal das Gefühl, dass jemand ein Auge auf sie geworfen hatte? Stacey blickte einen Moment zur Decke hoch und schüttelte den Kopf Stacey, kamen gelegentlich Transvestiten zu Richards? Oder Männer, die große Kleider kauften? Kam das manchmal vor? Nein Ich und Skip haben mal in der Bar in Columbus welche gesehen War der Frederica dabei? Ach, wohl kaum Wissen Sie, wir sind übers Wochenende hingefahren Könnten Sie mir die Geschäfte für Übergrößen aufschreiben, in denen Sie mit Frederica waren? Glauben Sie, Sie können sich noch an alle erinnern? Nur hier? Oder auch in Columbus? Hier und in Columbus Und die von Richards auch Ich möchte mit Mrs. Burdine sprechen Okay FBI Agent zu sein, ist das ein ganz guter Job? Ich finde schon Kommen Sie viel rum und so? Ich meine an interessantere Orte als hier? Manchmal Muss man jeden Tag gut aussehen, oder? Ja, schon Man soll versuchen, geschäftsmäßig korrekt auszusehen Wie kommt man dazu, FBI Agent zu werden? Zuerst mal muss man aufs College gehen, Stacy Tja, nicht gerade einfach, das Geld dafür aufzubringen Allerdings Aber man kann sehen, dass man ein Stipendium kriegt Möchten Sie, dass ich Ihnen dazu Material schicke? Ja, gern Ich musste nur gerade daran denken, wie Frederica sich für mich gefreut hat, als ich diese Stelle bekam Sie war echt völlig aus dem Häuschen, sie hatte ja nie einen richtigen Bürojob Sie dachte, das wäre die ganz große Sache Das Tateikarten und den ganzen Tag Musikberieselung mit Barry Manilow Sie dachte, das wäre das Größte überhaupt Sie hatte ja keine Ahnung, das dicke Dummerchen Stacy Hupka traten Tränen in die Augen Sie machte sie weit auf und hielt den Kopf nach hinten, damit sie sich die Augen nicht neu machen musste Könnten Sie mir jetzt vielleicht diese Adressen aufschreiben? Lieber an meinem Schreibtisch Dort habe ich mein Textverarbeitungssystem und außerdem brauche ich mein Adressbuch und Zeugs Sie ging mit weit nach hinten gelegten Kopf hinaus und navigierte mit Hilfe der Decke Es war das Telefon, das Starling in Versuchung führte Sobald Stacy Hupka das Büroabteil verlassen hatte, meldete Starling ein R-Gespräch nach Washington an Um zu hören, was es Neues gab In diesem Moment verließ über der Südspitze des Lake Michigan ein 24-sitziger Passagierjet mit zivilen Kennzeichen die Reiseflughöhe und setzte in einer weiten Kurve zum Landeanflug auf Calumet City, Illinois an Die zwölf Männer des Geiselbefreiungsteams spürten, wie sich ihr Magen hob Es kam zu dem einen oder anderen betont beiläufigen Gähnen der Anspannung In der vordersten Sitzreihe nahm Joe Randall, der Kommandant des Teams, seinen Kopfhörer ab und überflog seine Notizen, bevor er aufstand, um sich an seine Männer zu richten Er glaubte, das bestausgebildete SWAT-Team der Welt zu haben, und möglicherweise hatte er Recht Auf einige seiner Männer war nie geschossen worden, aber soviel sich anhand von Simulationen und Tests sagen ließen, waren sie die Besten der Besten Randall hatte viel Zeit in Flugzeuggängen zugebracht und hielt während des holprigen Landeanflugs mühelos das Gleichgewicht Meine Damen und Herren, getarnte Bodentransportmittel bekommen wir von der DEA zur Verfügung gestellt einen Blumen-LKW und den Lieferwagen eines Installateurs Also, Vernon, Eddie, rein in eure Westen und die Zivilsachen Wenn wir hinter Betäubungsgranaten reingehen, denkt dran, ihr habt keinen Blitzschutz auf dem Gesicht Vernon, flüsterte Eddie zu, dann sieh mal zu, dass du gut auf deine Backen aufpasst Wo war denn da von unserem Arsch die Rede, hm? Ich dachte, er hat nur was von Gesicht gesagt, murmelte Eddie zurück Vernon und Eddie, die als erste an der Tür erscheinen würden, konnten unter ihrer Zivilkleidung nur dünne, kugelsichere Westen tragen Der Rest rückte in Hartschalenpanzern an, die sogar Gewehrfeuerstand hielten Bobby, deponieren Sie für die Fahrer in jedem Kombi sicherheitshalber eins Ihrer Funkgeräte, damit es keine Probleme gibt, wenn wir mit den Typen von der DEA reden Sagte Randall Die Drug Enforcement Administration, DEA, benutzt bei Razzien UHF-Geräte, das FBI dagegen VHF Das hatte schon Probleme gegeben Sie waren für die meisten Eventualitäten ausgerüstet, ob bei Tag oder Nacht Für Mauern hatten sie eine Klettergrundausrüstung, zum Abhören hatten sie Wolfs Ears und ein Wandsliquafoon Zum Sehen hatten sie Nachtsichtgeräte Die Schusswaffen mit den Nachtsichtvisieren sahen in ihren dickbäuchigen Kästen aus wie Instrumente einer Blaskapelle Es sollte ein präziser chirurgischer Eingriff werden, und das zeigte sich auch an den Waffen Es gab nichts, was aus einem offenen Verschluss feuerte Als die Landeklappen nach unten gingen, schlüpften die Männer des Teams in ihre kugelsicheren Westen In seinem Kopfhörer bekam Randall eine Nachricht aus Calumet herein Er hielt die Hand vor das Mikrofon und richtete sich wieder an seine Männer Leute, Sie haben es auf zwei Adressen eingeengt Die beste nehmen wir, die andere nimmt Swatchicago Der Flugplatz war Lansing Municipal im Südosten Chicagos, der Calumet am nächsten lag Die Maschine erhielt sofort eine Landegenehmigung Der Pilot brachte sie mit stinkenden Bremsen neben zwei Fahrzeugen zum Stehen Die mit laufendem Motor an dem Ende des Rollfelds warteten, das am weitesten vom Terminal entfernt war Neben dem Blumen-Lkw kam es zu einer kurzen Begrüßung Der DEA-Kommandant reichte Randall etwas, das aussah wie ein großes Blumenarrangement Es war ein fünf Kilo schwerer Vorschlaghammer zum Einschlagen von Türen Der Kopf wie ein Blumentopf in farbige Folie gewickelt, der Stiel mit Zweigen getarnt »Sie leicht wollen Sie das jemandem bringen«, sagte er »Willkommen in Chicago« Am Spätnachmittag machte Mr. Gump damit weiter In seinen Augen hatten mit gefährlicher Hartnäckigkeit Tränen gestanden, als er sich immer und immer wieder sein Video angesehen hatte Auf dem kleinen Bildschirm stieg Mom die Wasserrutsche hinauf und hui in den Pool, hui in den Pool Tränen trübten James Gumps Blick, als wäre er selbst im Pool Auf seinem Bauch gurgelte eine Wärmflasche, so wie der Magen seiner kleinen Hündin gegurgelt hatte, als sie auf ihm gelegen hatte Er hielt es nicht mehr länger aus Was er im Keller hatte, hielt Precious gefangen Bedrohte sie Precious hatte Schmerzen Er wusste, sie hatte welche Er war nicht sicher, ob es ihm gelingen würde, es zu töten, bevor es Precious eine tödliche Verletzung beibrachte Aber er musste es versuchen Jetzt gleich Er zog sich aus und schlüpfte in seinen Morgenmantel Er brachte seine Ernte immer nackt und blutig wie ein Neugeborenes ein Dann holte er aus seinem gut bestückten Arzneischrank die Salbe heraus, die er benutzt hatte, als die Katze Precious gekratzt hatte Außerdem ein paar kleine Heftpflaster und Q-Tips und den elisabethanischen Plastikkragen, den ihm der Tierarzt gegeben hatte, um Precious daran zu hindern, eine wunde Stelle mit den Zähnen wieder aufzukratzen Unten im Keller hatte er Zungenspateln, die er zum Schienen ihres kleinen gebrochenen Beins verwenden konnte Und eine Rolle Sting-Ease, um das Brennen zu lindern, falls das blöde Ding sie kratzte, wenn es noch wie wild um sich schlug, bevor es starb Ein gezielter Kopfschuss, und er würde einfach auf die Haare verzichten Precious war ihm mehr wert als die Haare Die Haare waren ein Opfer für ihre sichere Rettung Jetzt still und leise die Treppe hinunter in die Küche Die Pantoffeln abgestreift und die dunkle Kellertreppe hinunter, dicht an der Wand entlang, damit die Stufen nicht knarzten Das Licht ließ er aus Am Fuß der Treppe bog er nach rechts in die Werkstatt, tastete sich im vertrauten Dunkel voran, spürte, wie der Boden unter seinen Füßen sich veränderte Sein Ärmel streifte den Käfig und er hörte das leise wütende Zirpen eines brütenden Falters Da war der Schrank Er fand die Infrarotlampe und setzte die Brille auf Jetzt glühte die Welt grün Er verharrte einen Moment im tröstlichen Geblubber der Tanks, im warmen Zischen der Dampfrohre Herr der Finsternis, Königin der Finsternis Frei durch den Raum fliegende Falter zogen grüne fluoreszierende Spuren durch sein Blickfeld Ein zartes Hauchen auf seinem Gesicht, wenn ihre flaumigen Flügel sich durch das Dunkel bewegten Er checkte die Python Sie war mit 38er Spezial-Blei-Wetcutters geladen Sie würden in den Schädel eindringen und sich dort mit sofortiger, tödlicher Wirkung ausdehnen Wenn es in dem Moment, in dem er schoss, stand Und wenn er es von oben in den Kopf traf War die Gefahr nicht so groß wie bei Magnum-Munition Dass die Kugel durch den Unterkiefer wieder austrat und den Busen verletzte Seine Zähnen mit den lackierten Nägeln tasteten sich über die alten Dielen Als er mit gebeugten Knien leise, ganz leise weiterschlich Lautlos über den Sandboden des Verließraumes Leise, aber nicht so langsam Er wollte nicht, dass sein Geruch Zeit hätte, bis zu dem kleinen Hund auf den Grund des Schachts hinabzudringen Die Abdeckung des Verlieses glühte grün Steine und Mörtel deutlich erkennbar Die Maserung der Holzabdeckung scharf in seinem Blickfeld Halte das Licht und beuge dich über den Rand Da waren sie Es lag auf der Seite wie eine riesige Garnäle Vielleicht schlief es Precious schmiegte sich zusammengekrümmt an seinen Körper, sicher schlafend Oh, bitte nicht tot! Der Kopf war ungeschützt Ein Halsschuss bot sich an, um das Haar zu schonen Zu riskant! Mr. Gump beugte sich über das Loch Spähte durch die Stielaugen seiner Brille nach unten Die Python liegt gut in der Hand Es lässt sich hervorragend damit zählen Muss sie unbedingt in den Infrarotstrahl halten Er zielte über das Korn auf die Seite eines Kopfes Genau da, wo das Haar feucht an der Schläfe klebte Geräusch oder Geruch, er konnte es nicht sagen Jedenfalls war Precious plötzlich aufgesprungen und begann zu kläffen Hüpfte im Dunkeln senkrecht in die Höhe Bis es sich um sie krümmte und das Futon über sie zog Nur Knubbel, die sich unter dem Futon bewegten Unmöglich zu unterscheiden, was Hund war und was es Im Infrarotlicht war seine Tiefenwahrnehmung beeinträchtigt Er konnte nicht erkennen, welche Erhebungen es waren Aber er hatte Precious hochspringen sehen Er wusste, ihr Bein war nicht gebrochen Und im selben Moment wurde ihm noch etwas klar Es würde dem Hund nichts tun, genauso wenig wie er Ihm fiel ein Stein vom Herzen Wenn die Sache so war, konnte er ihm erst in die Beine schießen Und ihm dann, wenn es sich an die Beine fasste Ein Loch in seinem blöden Schädel verpassen Er brauchte gar nicht so vorsichtig zu sein Er machte die Lichter an Die ganzen verdammten Lichter im Keller Und holte den Scheinwerfer aus dem Lagerraum Er hatte sich im Griff Konnte vollkommen klar denken Auf dem Weg durch die Werkstatt fiel ihm ein Etwas Wasser in die Becken einlaufen zu lassen Damit in den Siphons nichts gerann Als er mit dem Scheinwerfer in der Hand an der Treppe vorbeihastete Um es endgültig hinter sich zu bringen Er tönte die Türklocke Ein durchdringendes, raues Klingeln Er musste stehen bleiben und überlegen, was es war Er hatte die Klingel jahrelang nicht mehr gehört Hatte nicht einmal gewusst, ob sie überhaupt noch funktionierte Damit sie oben und unten im Haus zu hören wäre, war sie im Treppenhaus angebracht Und jetzt läutete sie auf einmal Die staubbedeckte schwarze Metalltitte Als er sie ansah, klingelte sie wieder Klingelte immer weiter, dass der Staub davon stob Jemand war an der Tür und drückte auf den alten Knopf mit der Aufschrift Hausmeister Sie würden schon wieder gehen Er befestigte den Scheinwerfer Sie gingen aber nicht Unten im Schacht sagte es etwas, aber er achtete nicht darauf Die Klingel schepperte, schrillte Sie nahmen einfach den Finger nicht mehr vom Knopf Besser er ging nach oben und sah nach Die langläufige Python passte nicht in die Tasche seines Morgenmantels Er legte sie auf den Tisch in der Werkstatt Als er die Treppe zur Hälfte hinaufgegangen war, hörte es zu läuten auf Er wartete eine Weile Stille Er beschloss trotzdem nachzusehen Als er durch die Küche ging, ließ ihn ein lautes Klopfen an der Hintertür heftig zusammenfahren In der Speisekammer, nicht weit von der Hintertür, war eine Pumpgun Er wusste, dass sie geladen war Bei geschlossener Kellertür konnte es niemand hören Nicht einmal, wenn es sich die Lunge aus dem Leib beultete, war er ganz sicher Es klopfte wieder Mit vorgelegter Sicherheitskette öffnete er die Tür einen Spalt Ich hab es vorne schon probiert, sagte Clary Starling Aber es kam niemand an die Tür Ich suche nach Angehörigen von Mrs. Slipman, könnten Sie mir vielleicht helfen? Die leben nicht mehr her Mr. Gump schloss die Tür Als er sich in Richtung Treppe entfernte, ging das Klopfen wieder los Diesmal lauter Er öffnete die Tür mit vorgelegter Kette Die junge Frau hielt einen Ausweis in den Spalt Es stammt Federal Bureau of Investigation darauf Entschuldigen Sie, aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen Ich suche die Familie von Mrs. Slipman Ich weiß, sie hat hier gewohnt Helfen Sie mir Bitte Mrs. Slipman ist schon lange gestorben So viel ich weiß, hatte sie keine Verwandten Und einen Anwalt oder Steuerberater Jemanden, der ihre Steuerunterlagen haben müsste Kannten Sie Mrs. Slipman? Nur flüchtig Worum dreht es sich? Ich ermittle im Mordfall Frederica Bimmel Wer sind Sie bitte? Jack Gordon Kannten Sie Frederica Bimmel? Sie hat für Mrs. Slipman gearbeitet Nein War sie so eine große, dicke Person? Könnte sein, dass ich sie gesehen habe, aber Sicher bin ich nicht Ich wollte nicht unhöflich sein Ich habe geschlafen Mrs. Slipman hatte einen Anwalt Vielleicht darf ich seine Visitenkarte noch irgendwo herumliegen Mal sehen, ob ich sie finde Könnten Sie vielleicht reinkommen? Mir ist kalt und ich möchte nicht, dass meine Katze nach draußen entwischt Das geht schneller, als man denkt Er ging zu einem Schreibtisch in der hinteren Ecke der Küche, schob das Rolltop hoch und sah in ein paar Fächer Starling kam nach drinnen und holte das Notizbuch aus ihrer Handtasche Eine schreckliche Geschichte, sagte er, während er auf dem Schreibtisch herumkramte Jedes Mal, wenn ich daran denke, läuft es mir kalt den Rücken runter Haben Sie denn schon jemanden im Verdacht? Noch nicht Aber wir gehen der Sache nach Mr. Gordon, haben Sie das Haus nach Mrs. Slipmans Tod übernommen? Ja Gump beugte sich mit dem Rücken zu Starling über den Schreibtisch Er zog eine Schublade heraus und kramte darin herum Waren noch irgendwelche Papiere von ihr hier? Geschäftsunterlagen? Nein, nichts Hat das FBI schon eine Spur? Die Polizei hier scheint jedenfalls total im Dunkeln zu tappen Haben Sie eine Beschreibung oder Fingerabdrücke? Aus den Falten im Rücken von Mr. Gumbs Morgenmantel kroch ein Totenkopfschwärmer Er blieb in der Mitte seines Rückens sitzen, etwa da, wo sein Herz war und änderte die Haltung seiner Flügel Starling ließ ihr Notizbuch in die Handtasche fallen Mr. Gump Gott sei Dank ist meine Jacke offen Verlass unter einem Vorwand das Haus Geh zu einem Telefon Nein Er weiß, ich bin vom FBI Wenn ich ihn aus den Augen lasse, bringt er sie um Schieß sie in die Nieren Sie finden ihn Sie fallen über ihn her Sein Telefon Kann es nicht sehen Es ist nicht hier drin Frag nach seinem Telefon Stell die Verbindung her und dann knöpfst du ihn dir vor Sag ihm, er soll sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen und warte auf die Cops Genau so machst du es Er dreht sich um Hier ist die Nummer Er hatte eine Visitenkarte Sie nehmen? Nein Wunderbar, danke Könnte ich vielleicht die Telefon benutzen, Mr. Gordon? Als er die Visitenkarte auf den Tisch legte, flog der Falter auf Er kam hinter ihm an seinem Kopf vorbei und setzte sich zwischen ihnen über der Spüle auf einen Hochschrank Er sah ihn an Als sie den Falter nicht ansah die Augen nicht von seinem Gesicht abwandte wusste er Bescheid Ihre Blicke trafen sich und sie erkannten sich Mr. Gump legte den Kopf leicht auf die Seite Er lächelte In der Speisekammer habe ich ein schnurloses Telefon Ich hole es Ihnen Nein Tu es Sie griff nach der Waffe Eine flüssige Bewegung, die sie viertausendmal gemacht hatte und sie war genau da, wo sie sein sollte Guter zweihändiger Griff Ihre Welt das Korn und die Mitte seiner Brust Keine Bewegung Er spitzte die Lippen Und jetzt? Langsam Nehmen Sie die Hände hoch Führ ihn nach draußen Sieh zu, dass der Tisch zwischen dir und ihm bleibt Führ ihn zur Eingangstür raus mit dem Gesicht nach unten mitten auf der Straße und die Dienstmarke hochhalten Mr. Gump Mr. Gump Sie sind verhaftet Ich möchte, dass Sie jetzt langsam vor mir her nach draußen gehen Stattdessen ging er aus dem Raum Hätte er nach seiner Tasche gefasst, hinter sich gelangt Hätte sie schießen können, wenn sie eine Waffe gesehen hätte Aber er ging nur aus dem Raum Sie hörte ihn rasch die Kellertreppe hinuntergehen Sie rannte um den Tisch herum zur Kellertür Er war weg Die Treppe hell erleuchtet und leer Falle Auf der Treppe gab sie ein hervorragendes Ziel ab Dann aus dem Keller der hauchdünne Papierschnitt eines Schreis Die Treppe gefiel ihr nicht, gefiel ihr gar nicht Clarice Starling in dem entscheidenden Moment, in dem man es bringt oder nicht Catherine Martin schrie wieder Er tötet sie Und Starling ging trotzdem die Treppe hinunter Eine Hand am Geländer Den Arm, in dem sie die Waffe hielt, vor sich gestreckt Die Waffe direkt unter ihrer Blicklinie Der Boden unter ihr hüpfte über das Visier Der Waffenarm schwenkte mit ihrem Kopf hin und her Als sie zwei gegenüberliegende offene Türen am Fuße der Treppe gleichzeitig im Blick zu behalten versuchte Überall im Keller grelles Licht Sie konnte nicht durch eine Tür gehen, ohne der anderen den Rücken zuzukehren Dann tu es schnell, nach links, woher der Schrei kam In den Verließraum mit dem Sandboden, schnell fort von der Türöffnung Die Augen weiter aufgerissen als je zuvor Die einzige Stelle, wo er sich verstecken könnte, ist hinter dem Brunnen Sie drückte sich seitlich an der Wand entlang, beide Hände um den Pistolengriff gelegt Die Arme waagerecht von sich gestreckt, leichter Druck auf dem Abzug Weiter, um den Brunnen herum Und niemand dahinter Ein schwacher Schrei, der wie dünner Rauch aus dem Schacht hochstieg Jetzt japsen, ein Hund Immer die Tür im Blick näherte sie sich dem Schacht Erreichte die Ummauerung, blickte über den Rand Sah das Mädchen, blickte wieder auf Wieder nach unten, sagte, was man ihr zu sagen beigebracht hatte Die Geisel beruhigen FBI, Sie sind in Sicherheit Ein Dreck bin ich! Er hat eine Kanone! Hol mich raus! Hol mich raus! Catherine, es passiert Ihnen nichts Seien Sie still! Wissen Sie, wo er ist? Hol mich raus! Ist mir scheißegal, wo er ist! Hol mich raus! Ich hol Sie raus! Seien Sie still! Helfen Sie mir! Seien Sie still, damit ich besser hören kann! Sehen Sie zu, dass der Hund still ist! Sie stand mit gespreizten Beinen hinter dem Brunnen, sicherte die Tür Ihr Herz klopfte, ihr Atem blies Staub von den Steinen Solange sie nicht wusste, wo Gump war, konnte sie Catherine Martin nicht allein lassen, um Hilfe zu holen Sie bewegte sich auf die Tür zu und ging daneben in Deckung Von hier konnte sie an der Treppe vorbei in die Werkstatt dahinter sehen Entweder sie fand Gump, oder sie verschaffte sich Gewissheit, dass er sich aus dem Staub gemacht hatte, oder sie nahm Catherine mit nach draußen, das waren die einzigen Möglichkeiten, die sie hatte Ein kurzer Blick zurück über ihre Schulter durch den Verließraum Catherine! Catherine! Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Keine Ahnung! Ich bin hier unten wieder zu mir gekommen, den Eimer lässt er an einer Schnur runter An einem Wandbalken war eine kleine Handwinde befestigt, auf der Trommel der Winde war kein Seil Catherine! Ich muss etwas finden, womit ich Sie herausbekomme, können Sie gehen? Ja! Lassen Sie mich nicht allein! Ich muss den Raum kurz verlassen Sie blöde Kuh, werden mich hier unten nicht alleine lassen, oder meine Mutter reißt Ihnen ihren blöden Arsch auf! Catherine! Seien Sie still! Sie müssen still sein, damit ich etwas hören kann Wenn Sie sich retten wollen, müssen Sie still sein, haben Sie verstanden? Dann lauter Meine Kollegen werden jeden Augenblick hier sein, und jetzt seien Sie still! Wir lassen Sie nicht da unten! Er musste ein Seil haben Wo war es? Geh eins suchen! Starling rannte an der Treppe vorbei zur Tür der Werkstatt Türen sind am schlimmsten Schnell durch, vor und zurück an der Wand entlang, bis sie in den ganzen Raum gesehen hatte, in den Glastanks schwammen vertraute Formen, aber um zu erschrecken, war sie zu konzentriert Schnell durch den Raum, vorbei an den Tanks, an den Waschbecken am Käfig, ein paar große Falter, die herumflogen, einfach ignorieren Weiter zum Gang dahinter, grelles Licht Hinter ihr ging der Kühlschrank an, sie wirbelte in der Hocke herum, der Hahn löste sich vom Gehäuse der Magnum, der Druck ließ langsam nach Weiter zum Gang Sie hat beigebracht bekommen, nicht um die Ecke zu spähen Kopf und Waffe gleichzeitig, aber weit unten Der Gang, leer Den Keller dahinter Nirgendwo ein Seil, eine Leiter Hinter dem Atelier kein Licht Sie schloss die Tür zum dunklen Teil des Kellers, klemmte einen Stuhl unter die Klinke und schob eine Nähmaschine dagegen Sobald sie sich vergewissert hatte, dass er nicht in diesem Teil des Kellers war, würde sie riskieren, kurz nach oben zu gehen, um ein Telefon zu suchen Den Gang wieder hinauf, zu einer Tür, an der sie vorbeigegangen war Stell dich auf die Seite gegenüber den Angeln Ganz auf, in einem Zug Die Tür flog gegen die Wand, niemand dahinter Ein altes Bad, darin, Seil, Haken, eine Schlinge Catherine rausholen oder das Telefon suchen Unten im Schacht konnte Catherine nicht aus Versehen erschossen werden Und wenn Starling umgebracht wurde, war auch Catherine tot Catherine zum Telefon mitnehmen Starling wollte auf keinen Fall lange in dem Bad bleiben Er konnte an die Tür kommen und sie unter Beschuss nehmen Ein rascher Blick nach beiden Seiten und sie huschte hinein, um das Seil zu holen In dem Raum war eine große Badewanne Sie war fast ganz mit hartem, rötlich-violettem Gips gefüllt Aus dem Gips stand eine dunkel verfärbte, geschrumpfte Hand mit rosa lackierten Fingernägeln hervor Um das Handgelenk lag eine zierliche Uhr Starling sah alles gleichzeitig Das Seil, die Wanne, die Hand, die Uhr Das winzige Insektenkrabbeln des Sekundenzeigers war das letzte, was sie sah Bevor die Lichter ausgingen Ihr Herz klopfte so heftig, dass ihre Brust und ihre Arme zu zittern begannen Schwindelerregend dunkel Muss mich irgendwo festhalten Brandt der Badewanne Das Bad Raus aus dem Bad Wenn er die Tür findet, kann er den Raum unter Beschuss nehmen Nichts, um in Deckung zu gehen Allmächtiger, bloß raus hier Den Kopf einziehen und raus auf den Gang Ist jedes Licht aus? Jedes Er muss am Sicherungskasten gewesen sein Die Hauptsicherung ausschalten Wo könnte sie sein? Wo könnte der Sicherungskasten sein? An der Treppe Dort ist er meistens Wenn es so ist, wird er von dort kommen Und dann ist er zwischen mir und Catherine Catherine Martin beginnt wieder zu jammern Hier warten? Ewig warten? Vielleicht ist er weg Er kann nicht wissen, dass keine Verstärkung kommt Doch kann er schon Aber bald werde ich vermisst Heute Abend Die Treppe ist in der Richtung, aus der die Schreie kommen Such jetzt die Entscheidung Sie setzte sich in Bewegung Leise, mit der Schulter an der Wand entlangstreifend Aber so vorsichtig, dass kein Geräusch entstand Eine Hand nach vorn gestreckt Die Waffe in Taillenhöhe und in dem dunklen, engen Gang Dicht am Körper Jetzt in die Werkstatt Und jetzt spüren, wie der Raum sich weitet Mehr Platz In die Hocke Die Arme ausgestreckt Beide Hände an der Waffe Du weißt genau, wo die Waffe ist Auf Augenhöhe Nicht mehr bewegen Lauschen Kopf, Körper und Arme drehen sich gleichzeitig Wie ein Geschützturm Anhalten Lauschen In der Finsternis das Zischen von Dampfrohren Das Tröpfeln von Wasser In ihrer Nase ganz starker Ziegengeruch Katharines Gejammer Mr. Gump Mit aufgesetzter Infrarotbrille Stand an der Wand Es bestand keine Gefahr, dass sie gegen ihn stieß Zwischen ihnen war ein Tisch mit Arbeitsgeräten Er ließ sein Infrarotlicht an ihr auf- und abwandern Sie war zu schlank, um viel mit ihr anfangen zu können Aber er erinnerte sich an ihr Haar von oben in der Küche Es war wundervoll Und in einer Minute wäre alles vorüber Er bräuchte es ihr nur abziehen Sich selbst aufsetzen Und sich damit über den Schacht beugen Und zu dem Ding hinunterrufen Da schaust du was? Es machte Spaß, sie zu beobachten Wie sie sich im Dunkeln voranzutasten versuchte Jetzt hatte sie die Hüfte an den Waschbecken Und bewegte sich mit von sich gestreckter Waffe Auf die Schreie zu Es hätte Spaß gemacht, sie lange zu jagen Eine Bewaffnete hatte er noch nie gejagt Das wäre ein Riesenspaß gewesen Aber dafür war keine Zeit Schade Aus zweieinhalb Metern Entfernung Wäre ein Schuss ins Gesicht überhaupt kein Problem Jetzt Er hob die Python Spannte sie Und die Gestalt verschwamm Er blühte, er blühte grün in seinem Blickfeld Und der Revolver bäumte sich auf in seiner Hand Der Boden schlug hart gegen seinen Rücken Und sein Licht war an und er sah die Decke Starling auf dem Boden Blitzgeblendet mit röhnenden Ohren Taub vom Krachen der Schüsse Solange keiner von ihnen etwas hören konnte War sie im Dunkeln fieberhaft zu Gange Die Leeren herauszukippen Die Waffe senkrecht stellen Tasten, ob alle draußen waren Rein mit dem Schnelllader Fühlen, wieder gerade halten Drehen, sinken lassen Trommel einschnappen lassen Sie hatte vier abgefeuert Zwei Schüsse und zwei Schüsse Er hatte einmal gefeuert Sie fand die zwei guten Patronen Die sie ausgekippt hatte Wohin damit? In die Schnellladertasche Sie blieb still liegen Bewegen, bevor er hören kann Das Geräusch eines Revolvers Der gespannt wird, ist unverkennbar Sie hatte auf das Geräusch geschossen Hatte nichts gesehen Hinter den gewaltigen Mündungsblitzen der Waffen Sie hoffte, er würde jetzt In die falsche Richtung schießen Ihr den Mündungsblitz als Orientierungshilfe geben Ihr Hörvermögen kam zurück Ihre Ohren dröhnten noch Aber sie konnte hören Was war das für ein Geräusch? Pfeifen? Wie ein Teekessel Aber mit Unterbrechungen Was war's? Atem? Meiner? Nein Ihr Atem kam vom Boden warm In ihr Gesicht zurück Vorsichtig, kein Staub in die Nase kriegen Nicht niesen Es ist Atem Es ist ein Lungendurchschuss Er ist in die Brust getroffen Sie haben ihr beigebracht, wie man einen verarztet Etwas drauflegen, eine Regenhaut, eine Plastiktüte, irgendetwas Luftdichtes und dann festbinden Die Lunge wieder aufpumpen Sie hatte ihn also in die Brust getroffen Was tun? Warten? Soll er ruhig steif werden und verbluten Warten Starlings Wange brannte Sie berührte sie nicht Wenn sie blutete, wollte sie sich nicht die Hände nass machen Das Gejammer aus dem Schacht ging wieder los Catherine, die redete, weinte Starling musste warten Sie konnte Catherine nicht antworten Sie durfte nichts sagen oder sich bewegen Mr. Gams unsichtbares Licht strahlte an die Decke Er versuchte es zu bewegen, aber er konnte es ebenso wenig bewegen wie seinen Kopf Ein großer malayscher Lunafalter, der dicht unter der Decke flog, ortete das Infrarotlicht und kam nach unten Kreiste, landete auf dem Licht Die pulsierenden Schatten seiner Flügel, riesengroß an der Decke, waren nur für Mr. Gump zu sehen Außer dem schmatzenden Geräusch im Dunkeln hörte Starling nun auch Mr. Gumps gespenstische Stimme Wie sie Wort für Wort mühsam hervorwirkte Was Ist es Für ein Gefühl So schön Zu sein Und dann ein anderes Geräusch Ein Gurgeln Ein Rasseln Und dann hörte das Pfeifen auf Auch dieses Geräusch kannte Starling Sie hatte es bisher einmal gehört im Krankenhaus Als ihr Vater starb Sie tastete nach der Tischkante und stand auf Die Hände weit von sich gestreckt folgte sie dem Geräusch von Catherines Stimme, fand die Treppe und stieg im Dunkeln die Stufen hinauf Es schien lange zu dauern In der Küchenschublade war eine Kerze Damit fand sie den Sicherungskasten neben der Treppe, zuckte zusammen, als die Lichter angingen Um an den Sicherungskasten zu kommen und die Lichter auszumachen, musste er den Keller auf einem anderen Weg verlassen haben und hinter ihr wieder nach unten gekommen sein Starling musste sich vergewissern, dass er wirklich tot war Sie wartete, bis sich ihre Augen an das Licht gewöhnt hatten Erst dann ging sie in die Werkstatt zurück Und sie war immer noch vorsichtig Sie konnte seine nackten Füße und Beine unter der Werkbank hervorstehen sehen Sie behielt die Hand neben der Waffe ständig im Blick, bis sie die Waffe wegkickte Seine Augen waren offen Er war tot, durch die rechte Seite der Brust getroffen, dickes Blut unter ihm Er hatte einige seiner Sachen aus dem Schrank angezogen Und sie konnte ihn nicht lange ansehen Sie ging zum Waschbecken, legte die Magnum auf die Abtropffläche und ließ kaltes Wasser über ihre Handgelenke laufen Fuhr mit der nassen Hand über ihr Gesicht Kein Blut Falter flatterten gegen das Drahtgeflecht über den Lampen Sie musste um die Leiche herumgehen, um die Python an sich zu nehmen Am Schacht sagte sie Catherine, er ist tot Er kann Ihnen nichts mehr tun Ich gehe nach oben und rufe Nein! Hol mich raus! Hol mich raus! Hol mich raus! Sehen Sie hierher Er ist tot Das ist sein Revolver Erinnern Sie sich daran Ich werde die Polizei und die Feuerwehr verständigen Ich möchte Sie lieber nicht allein hochholen Sie könnten fallen Sobald ich angerufen habe, komme ich wieder nach unten und warte mit Ihnen, okay? Versuchen Sie, den Hund zu beruhigen, okay? Die lokalen Fernsehteams trafen kurz nach der Feuerwehr und vor der Polizei in Belvedere ein Der Feuerwehrhauptmann, aufgebracht über das grelle Scheinwerferlicht, drängte die Fernsehleute wieder die Treppe hinauf und aus dem Keller, während er ein Rohrgestell aufbaute, um Catherine Martin hochzuhieven, weil er Mr. Gums Haken am Deckenbalken nicht traute Ein Feuerwehrmann wurde in den Schacht hinabgelassen und setzte Catherine in den Rettungssitz Sie kam mit dem Hund in den Armen hoch, behielt den Hund auch im Krankenwagen Im Krankenhaus ließen sie den Hund nicht hinein, er musste draußen bleiben Ein Feuerwehrmann, der Anweisung erhielt, ihn ins Tierasyl zu bringen, nahm ihn stattdessen mit nach Hause Am National Airport Washington waren etwa fünfzig Personen, die auf die Frühmaschine aus Columbus, Ohio, warteten Die meisten holten Angehörige ab und mit ihren unter den Jacken heraushängenden Hemdzipfeln sahen sie ziemlich verschlafen und mürrisch aus Aus der Menge heraus hatte Adelia Mapp Gelegenheit, Starling eingehend zu mustern, als sie aus dem Flugzeug kamen Starling war blass, mit dunklen Ringen unter den Augen In ihrer Wange steckten einige schwarze Körner Schießpulver Starling entdeckte Mapp und sie umarmten sich Hey, altes Haus, sagte Mapp Hast du Gepäck aufgegeben? Starling schüttelte den Kopf Jeff steht mit dem Wagen draußen Warte mal schnell nach Hause Auch Jake Crawford war draußen Sein Wagen stand hinter dem Observierungsfahrzeug in der Limousinenspur Er hatte die ganze Nacht Bellas Verwandte da gehabt Ich, ähm, begann er Ich brauch ihnen wohl nicht extra zu sagen, dass sie da einen Homerun geschlagen haben, Mädchen Er berührte ihre Wange Was ist das? Verbranntes Schießpulver Der Arzt meinte, in ein paar Tagen kommt es von allein raus besser, als es rauszupulen Crawford nahm sie in die Arme und drückte sie kurz, aber nur kurz, ganz fest an sich Dann schob er sie wieder zurück und küsste sie auf die Stirn Da haben sie wirklich einen Homerun geschlagen, sagte er noch einmal Fahren sie heim Legen sie sich hin, schlafen sie sich aus Wir sprechen morgen miteinander Der neue Observierungswagen war bequem, für lange Operationen eingerichtet Starling und Mapp saßen während der Fahrt nach Quantico hinten in den großen Sesseln Weil Jack Crawford nicht dabei war, drückte Jeff etwas stärker auf die Tube Sie kamen gut voran Starling saß mit geschlossenen Augen da Nach ein paar Meilen stieß Mapp sie am Knie an Mapp hatte zwei kleine Flaschen Cola aufgemacht Eine reichte sich Starling Dann holte sie eine Viertelliter Flasche Jack Daniels aus ihrer Handtasche Beide nahmen einen Schluck von ihrer Cola und gossen einen Schuss Whisky nach Dann steckten sie den Daumen in den Flaschenhals, schüttelten kräftig und ließen den Schaum in ihren Mund schießen Ach, sagte Starling Hey, dass sie mir da hinten bloß nichts verschüttet, rief Jeff Keine Sorge, Jeff, erwiderte Mapp Und leise an Starling gewandt Du hättest ihn sehen sollen, wie er vor dem Getränkemarkt auf mich gewartet hat Sah aus, als würde er Pfirsichkerne pinkeln Als Mapp sah, dass der Whisky zu wirken begann und Starling etwas tiefer in ihren Sitz sank, fragte sie Und? Wie fühlst du dich jetzt, Starling? Ach, Adelia, ehrlich Ich habe keine Ahnung Du musst nicht zurück, oder? Höchstens nächste Woche mal einen Tag, aber ich hoffe nicht Der US Attorney ist aus Columbus rübergekommen, um mit den Cops von Belvedere zu reden Ich habe beeidete Aussagen abgegeben, damit können sie sich die Wände tapezieren Es gibt aber auch ein paar gute Nachrichten, sagte Mapp Senator Martin ruft schon den ganzen Abend aus dem Bethesda an Weißt du, dass sie Catherine ins Bethesda gebracht haben? Jedenfalls fehlt ihr nichts Rein körperlich hat er ihnen nichts getan Wie es allerdings psychisch aussieht, muss ich erst zeigen, das können sie noch nicht sagen Wegen der Schule brauchst du dir keine Sorgen zu machen Crawford und Brigham haben sich beide für dich eingesetzt Die Anhörung ist abgesagt Crandler hat seine Beschwerde zurückgezogen Diese Leute haben ein Herz wie ein öliges Kugellager, Starling Null Spiel Die Durchsuchung und Festnahmeprüfung morgen früh um acht musst du nicht mitmachen Aber du musst sie am Montag nachholen und gleich danach die Sportprüfung Wir pauken übers Wochenende, ja? Kurz vor Quantico hatten sie den Jack Daniels geschafft Sie warfen das Beweismaterial in eine Abfalltonne auf einem Rastplatz Dieser Pilcher, Dr. Pilcher vom Smithsonian, hat dreimal angerufen Musste ihm versprechen, dir auszurichten, dass er angerufen hat Er ist kein Doktor Glaubst du, es könnte was Ernsteres werden? Vielleicht, aber ich weiß es noch nicht Macht einen recht witzigen Eindruck Ich bin inzwischen zu der Überzeugung gelangt Ein gewisser Sinn für Humor ist das Beste an Männern Damit meine ich natürlich abgesehen von Geld und einer grundsätzlichen Verträglichkeit Ja, und Manieren vergisst das nicht Richtig, er kann ruhig ein Schwein sein, Hauptsache er hat Manieren Starling tappte wie ein Zombie von der Dusche zum Bett Mapp ließ ihre Leselampe noch eine Weile an, bis Starlings Atem regelmäßig ging Starling fuhr im Schlaf zusammen, ein Muskel in der Wange zuckte und einmal flogen ihre Augen weit auf Als Mapp einige Zeit vor Tagesanbruch aufwachte, kam ihr das Zimmer leer vor Mapp machte ihre Lampe an Starling war nicht in ihrem Bett Da beide Wäschesäcke fehlten, wusste Mapp, wo sie suchen musste Sie fand Starling im warmen Waschraum, wo sie im Geruch von Bleichmittel und Seife und Weichspüler gegen eine träge, brummelnde Waschmaschine gelehnt vor sich hindößte Es war zwar Starling, die die psychologische Ausbildung hatte, Mapp hatte einen Abschluss in Jura Aber Mapp wusste trotzdem, dass der Rhythmus der Waschmaschine wie ein mächtiger Herzschlag war Und das Strömen des Wassers das, was die Ungeborenen hören Unsere letzte Erinnerung an Frieden Jack Crawford, der auf dem Sofa in seinem Arbeitszimmer lag, wachte früh auf und hörte das Schnarchen der Verwandten seiner Frau im Haus In den unbeschwerten Momenten, bevor sich das Gewicht des Tages auf ihn legte, erinnerte er sich nicht an Bellas Tod Sondern an das Letzte, was sie mit klaren und ruhigen Augen zu ihm gesagt hatte Wie sieht es im Garten aus? Er nahm Bellas Körnerschaufel, ging im Bademantel nach draußen und hüttete, wie er ihr versprochen hatte, die Vögel Er schrieb seinen schlafenden Verwandten einen Zettel und verließ vor Sonnenaufgang leise das Haus Im Großen und Ganzen war Crawford immer gut mit Bellas Verwandtschaft ausgekommen Und es half, den Trubel im Haus zu haben, aber jetzt war er froh, nach Quantico fahren zu können Er ging in seinem Büro die über Nacht eingetroffenen Fernschreiben durch und sah die Frühnachrichten, als Starling die Nase gegen das Glas der Tür drückte Er nahm für sie ein paar Berichte von einem Sessel und sie sahen sich, ohne etwas zu sagen, die Nachrichten an Jetzt kam es Die Fassade von James Gumps altem Haus in Belvedere mit dem leeren Laden und den weiß gestrichenen Fenstern mit den massiven Gittern davor Starling erkannte es kaum wieder Ein Kabinett des Grauens, nannte es der Nachrichtensprecher Schlecht ausgeleuchtete, wackelige Bilder vom Brunnenschacht und vom Keller Vor der Fernsehkamera hochgehaltene Fotoapparate und wütende Feuerwehrleute, die die Fotografen zurückdrängten Von den Scheinwerfern aufgescheuchte Falter, die in die Lichter flogen Ein Falter mit dem Rücken auf dem Boden, das Flügelschlagen in einem letzten Zittern ersterbend Catherine Martin, wie sie eine Bahre ablehnte und mit dem Mantel eines Polizisten um die Schultern zum Krankenwagen ging Der Hund, der den Kopf zwischen den Kragenaufschlägen hervorsteckte Eine Seitenansicht von Starling, wie sie mit gesenktem Kopf die Hände in den Manteltaschen rasch zu einem Auto ging Einige der grausigeren Details waren herausgeschnitten worden In den hinteren Bereichen des Kellers durften die Kameras nur die niedrigen, kaltbestreuten Schwellen der Kammern mit Gams Tableaus zeigen Die Anzahl der in diesem Bereich des Kellers gefundenen Leichen betrug bislang sechs Zweimal hörte Crawford, wie Starling die Luft durch die Nase ausstieß Die Nachrichten wurden durch eine Werbepause unterbrochen Guten Morgen, Starling Hallo, sagte sie, als wäre es schon später am Tag Der US Attorney in Columbus hat mir über Nacht ihre Aussage gefaxt Sie müssen ihm ein paar Kopien unterschreiben Sie sind also von Frederica Bimmels Haus zu Stacy Hupker und dann zu dieser Mrs. Burdine aus dem Laden für den Bimmel genäht hat Richards Fashions Und Mrs. Burdine gab ihnen Mrs. Lippmans alte Adresse, die von diesem Haus da Starling nickte Stacy Hupker war ein paar Mal dort, um Frederica abzuholen, aber Gefahren ist immer ihr Freund, weshalb ihre Angaben ziemlich vage waren Die genaue Adresse hatte ich von Mrs. Burdine Mrs. Burdine Hat nichts von einem Mann bei Mrs. Lippman gesagt? Nein Jetzt brachten die Nachrichten Filmmaterial aus dem Bethesda Naval Hospital Senator Ruth Martins Gesicht von einem Limousinenfenster eingerahmt Catherine war gestern Abend bei klarem Verstand, ja Sie schläft jetzt, sie ist sediert worden Wir können wirklich von Glück reden Nein, wie ich zuvor bereits sagte, steht sie unter Schock, aber sie ist bei klarem Verstand Nur ein paar blaue Flecken und ein gebrochener Finger Und dehydriert ist sie auch Danke Sie piekste ihren Chauffeur in den Rücken Danke, nein, sie hat mir gestern Abend von dem Hund erzählt Ich weiß nicht, was wir mit ihm machen werden Wir haben bereits zwei Hunde Der Bericht endete mit einem nichtsagenden Zitat eines Stressspezialisten, der im Lauf des Tages mit Catherine Martin sprechen würde, um das Ausmaß des psychischen Schadens abzuschätzen Crawford schaltete den Fernseher aus Wie fühlen Sie sich, Starling? Noch nicht so richtig da Sie auch? Crawford nickte, kam rasch zum nächsten Punkt Senator Martin hat in der Nacht ein paar Mal angerufen, sie möchte vorbeikommen, Sie sehen Catherine auch, sobald sie wieder reisefähig ist Ich bin immer zu Hause Crandler auch, er möchte herkommen, er hat seine Beschwerde zurückgezogen Wenn ich's mir recht überlege, bin ich doch nicht immer zu Hause Nur ein kleiner Rat Benutzen Sie Senator Martin Lassen Sie sich von ihr sagen, wie dankbar sie ist Lassen Sie sich von ihr auf die Schulter klopfen Tun Sie's bald Dankbarkeit hat eine kurze Halbwertszeit So wie Sie sich benehmen, werden Sie sie eines Tages brauchen Das sagt Adelia auch Ihre Zimmergenossin, Mab? Der Superintendent hat mir erzählt, Mab will mit Ihnen für die Prüfungen pauken, die Sie am Montag nachholen Sie ist ihrem Erzrivalen Stringfellow gerade um eineinhalb Punkte davongezogen, sagt er Für die Rede bei der Schlussfeier? Ja, aber Stringfellow ist ein zäher Brocken Er sagt, so leicht lässt er sich nicht abhängen Da wird er aber früher aufstehen müssen In dem Durcheinander auf Crawfords Schreibtisch war das Origami-Huhn, das Dr. Lecter gefaltet hatte Crawford bewegte seinen Schwanz auf und ab, das Huhn pickte Lecter hat den Megaheld gelandet Er führt die Top Ten der meistgesuchten Verbrecher an Trotzdem könnte es eine Weile dauern, bis er gefasst wird Da kann es nichts schaden, sich ein paar gute Angewohnheiten zuzulegen, wenn man sich außerhalb der Garnision aufhält Sie nickte Im Moment dürfte er noch mit anderen Dingen beschäftigt sein, fuhr Crawford fort Aber wenn das nicht mehr so ist, will er sich bestimmt ein wenig amüsieren Nur damit wir uns hier nicht missverstehen, Ihnen ist hoffentlich klar, dass er Sie genauso erledigen könnte wie jeden x-beliebigen anderen Ich glaube nicht, dass er mich aus dem Hinterhalt überfallen würde Das wäre plump und außerdem könnte er mir keine Fragen mehr stellen Aber sobald ich anfinge, ihn zu langweilen, könnte er es jederzeit tun Behalten Sie Ihre guten Angewohnheiten bei, mehr will ich damit gar nicht sagen Wenn Sie die Garnision verlassen, zeigen Sie Ihre Dreierkarte Keine telefonischen Auskünfte über Ihren Aufenthaltsort, wenn sich jemand nicht zweifelsfrei ausweisen kann Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gern ein Fangschaltungsalarm an Ihrem Telefon anbringen lassen Er wird erst ausgelöst, wenn Sie auf einen Knopf drücken Ich rechne nicht damit, dass er mir etwas antun wird, Mr. Crawford Aber Sie haben gehört, was ich gesagt habe Habe ich Ich habe es gehört Nehmen Sie diese beeilten Aussagen und lesen Sie sie durch Fügen Sie ruhig etwas hinzu, wenn Sie wollen Wenn Sie fertig sind, beglaubigen wir hier Ihre Unterschrift Starling, ich bin stolz auf Sie Und Brigham und der Direktor auch Es hörte sich steif an Nicht so, wie er gern gehabt hätte, dass es sich anhörte Er kam an die Tür seines Büros mit Jetzt ging sie fort von ihm, den leeren Flur hinunter Er schaffte es, ihr aus seinem Jammertal tröstend hinterherzurufen Starling, Ihr Vater sieht Sie James Gump sorgte noch Wochen, nachdem man ihn in seine letzte Grube hinabgelassen hatte, für Schlagzeilen Reporter fliegten, zunächst mit Hilfe der Unterlagen des Sacramento County, seine Vergangenheit zusammen Seine Mutter war einen Monat mit ihm schwanger gegangen, als sie sich bei der Wahl zur Miss Sacramento 1948 nicht auf den vorderen Rängen platzieren konnte Das James in seiner Geburtsurkunde war offenkundig ein Schreibfehler, den zu verbessern niemand der Mühe für Wert befunden hatte Als aus ihrer Karriere als Schauspielerin nichts wurde, verfiel seine Mutter zusehends dem Alkohol Gump war zwei, als ihn das Los Angeles County in einem Heim unterbrachte Mindestens zwei wissenschaftliche Fachzeitschriften gaben diese unglückliche Kindheit als den Grund an, weshalb er in seinem Keller Frauen wegen ihrer Haut umbrachte In keinem der beiden Artikel tauchten die Wörter verrückt und böse auf Die Filmaufzeichnung des Schönheitswettbewerbes, die James Gump sich als Erwachsener immer wieder angesehen hatte, zeigte tatsächlich seine Mutter Aber die Frau in dem Poolstreifen war nicht seine Mutter, wie vergleichende Messungen ergaben Mit zehn nahmen Gumps Großeltern ihn aus dem Haushalt ungeeigneter Pflegeeltern zu sich Und zwei Jahre später brachte er sie um Die Tulare Vocational Rehabilitation bildete Gump während seines Aufenthalts in der psychiatrischen Klinik zum Schneider aus Er zeigte eindeutig Eignung für diese Tätigkeit Die Unterlagen über Gumps spätere Anstellungen sind unvollständig und lückenhaft Reporter fanden mindestens zwei Restaurants, in denen er schwarz arbeitete Und sporadisch war er in der Bekleidungsindustrie tätig Es ist nicht erwiesen, dass er in dieser Phase Morde beging, aber Benjamin Raspail hatte es behauptet Er arbeitete in dem Kuriositätenladen, in dem die Schmetterlingsobjekte hergestellt wurden, als er Raspail kennenlernte Und er ließ sich von dem Orchestermusiker eine Weile aushalten Damals begann auch Gumps zwanghaftes Interesse für Nachtfalter und Schmetterlinge und die Veränderungen, die sie durchlaufen Als Raspail ihn verließ, brachte Gump Raspails nächsten geliebten Klaus um, köpfte ihn und häutete ihn zum Teil Später suchte er Raspail im Osten auf Raspail, auf den böse Jungs einen unwiderstehlichen Reiz ausübten, stellte ihn Dr. Lecter vor Der Nachweis hierfür konnte in der Woche nach Gumps Tod erbracht werden Als das FBI von Raspails nächstem Angehörigen die Bandaufnahme von dessen Therapiesitzungen bei Dr. Lecter beschlagnahmte Die Bandaufnahmen von den Therapiesitzungen waren schon vor Jahren, als Dr. Lecter für geistesgestört erklärt wurde Den Familien der Opfer ausgehändigt worden, damit diese sie vernichteten Aber Raspails zerstrittene Angehörige hatten die Bänder in der Hoffnung aufbewahrt, mit ihrer Hilfe Raspails Testament anfechten zu können Nach dem Anhören der frühen Aufnahmen, die nur Raspails langweilige Erinnerungen an seine Schulzeit enthielten, verloren sie das Interesse Nach den jüngsten Meldungen über James Gump hörten sie sich jedoch auch den Rest an Als sie den Anwalt Everett Yeo anriefen und ihm damit drohten, die Bänder zu einer neuerlichen Anfechtung von Raspails Testament heranzuziehen Verständigte der Anwalt Clarice Starling Auf den Bändern ist auch die letzte Therapiesitzung aufgezeichnet, in deren Verlauf Lecter Raspail umbrachte Wichtiger noch, aus ihnen wird auch ersichtlich, wie viel Raspail seinem Therapeuten Lecter über James Gump erzählte Raspail erzählte Dr. Lecter, dass Gump von Nachtfaltern fasziniert war, dass er früher Leute gehäutet hatte, dass er Klaus getötet hatte Dass er bei der Lederwarenfirma Mr. Hyde in Calumet City eine Stelle gehabt, sich aber von einer alten Dame aus Belvedere, Ohio die Futter für die Mr. Hyde in Corporation nähte, hatte aushalten lassen Eines Tages würde sich Gump den ganzen Besitz der alten Dame unter den Nagel reißen, hatte Raspail prophezeit Als Lecter las, dass das erste Opfer aus Belvedere war und geschunden worden war, wusste er, wer dahinter steckte sagte Crawford zu Starling, als sie sich das Band anhörten Hätte Chilton sich nicht eingemischt, hätte er sie auf Gumps Spur geführt und als Genie dagestanden Er gab mir einen Hinweis, sagte Starling, indem er in die Akte schrieb, die Orte wären zu willkürlich gewählt Und in Memphis fragte er mich, ob ich nähen kann Was hat er damit bezweckt? Er wollte sich amüsieren, sagte Crawford Das tut er schon sehr, sehr lange Von James Gump wurde keine Bandaufnahme gefunden Und seine Aktivitäten in den Jahren nach Raspails Tod mussten in mühevoller Kleinarbeit Anhand von Geschäftsbriefen, Benzinquittungen und Einstellungsgesprächen mit Boutiquebesitzern rekonstruiert werden Als Mrs. Lipman auf einer Florida-Reise mit Gump starb, erbte er alles Das alte Haus mit der Wohnung, dem leeren Laden und dem riesigen Keller Und eine beträchtliche Menge Geld Er hörte auf, für Mr. Hyde zu arbeiten Behielt aber in Calumet City noch eine Weile ein Apartment, das er als Geschäftsadresse benutzte Um sich auf den Namen John Grant Lieferungen zuschicken zu lassen Er arbeitete weiterhin für einen kleinen Kreis von Lieblingskunden Und bereiste, wie er das für Mr. Hyde gemacht hatte, Boutiquen in ganz Amerika Um für Sonderanfertigungen, die er in Belvedere machte, Maß zu nehmen Außerdem dienten diese Geschäftsreisen dazu, nach Opfern Ausschau zu halten Und sie loszuwerden, wenn sie ihren Zweck erfüllt hatten Alles in dem braunen Lieferwagen, der stundenlang über die Interstate rauschte Während die fertigen Ledersachen an den Gestellen im Laderaum Über dem gummierten Leichensack auf dem Boden hin und her schwangen Er hatte die wundervolle Freiheit des Kellers Platz zum Arbeiten und zum Spielen Zuerst waren es nur Spiele Junge Frauen durch das dunkle Labyrinth zu jagen Und in abgelegenen Räumen amüsante Tableaus zusammenzustellen Um sie dann zu verschließen und ihre Türen nur wieder zu öffnen Um etwas Kalk hineinzustreuen Frederica Bimmel begann etwa ein Jahr vor Mrs. Lippmans Tod Für die alte Dame zu arbeiten Frederica begegnete James Gump, als sie bei Mrs. Lippman Sachen zum Nähen abholte Frederica Bimmel war nicht die erste junge Frau, die er umbrachte Aber sie war die erste, die er wegen ihrer Haut umbrachte Fredericas Briefe an Gump wurden unter seinen Sachen gefunden Starling konnte die Briefe kaum lesen Wegen der Hoffnung in ihnen Wegen der schrecklichen Not in ihnen Wegen der Liebesbezeigungen seitens Gams, auf die ihre Äußerungen hindeuteten Liebster geheimer Freund in meiner Brust Ich liebe dich Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde Und das Schönste daran ist zu wissen Es beruht auf Gegenseitigkeit Wann hatte er sein wahres Gesicht gezeigt? Hatte sie den Keller entdeckt? Was machte sie für ein Gesicht, als er sich von seiner anderen Seite zeigte? Wie lange ließ er sie am Leben? Was das Schlimmste war? Frederica und Gump blieben wirklich bis zum Schluss Freunde Sie schrieb ihm aus dem Verlies einen Brief Die Boulevardpresse taufte Gump in Mr. Hyde um Und aus Enttäuschung, dass sie nicht selbst auf den Namen gekommen waren Brachten sie die ganze Geschichte noch einmal von vorne Im sicheren Schoß von Quantico brauchte sich Starling nicht mit der Presse auseinanderzusetzen Umso intensiver setzte sich dafür die Boulevardpresse mit ihr auseinander Der National Tattler kaufte Dr. Frederick Chilton die Bänder von Starlings Gespräch mit Dr. Hannibal Lecter ab Für seine Draculas Braut-Serie spann das Blatt diese Gespräche weiter aus und deutete an Starling habe Lecter für seine Auskünfte sehr intime sexuelle Enthüllungen gemacht Was Starling ein Angebot von Velvet Talks, The Journal of Telephone Sex, Eindruck Die Zeitschrift People brachte einen kurzen, wohlwollenden Beitrag über Starling Für den Jahrbuchfotos der University of Virginia und des Lutheran Home in Bozeman verwendet wurden Das beste Foto war von Hannah, dem Pferd, wie es auf seine alten Tage einen Wagen voller Kinder zog Starling schnitt das Bild von Hannah aus und steckte es in ihre Brieftasche Es war das Einzige, was sie aufhob Ihre Wunden begannen zu heilen Ordelia Mapp war eine hervorragende Nachhilfelehrerin In einer Unterrichtsstunde machte sie eine Prüfungsfrage aus größerer Entfernung aus, als ein Leopard ein Hinken sehen kann Aber sie war keine besondere Läuferin Sie erklärte Starling das Läge an dem vielen Faktenwissen, das sie mit sich herumschleppte Starling hatte sie auf der Joggingstrecke ein gutes Stück abgehängt Doch jetzt standen sie unter der alten DC-6, die das FBI für Entführungssimulationen verwendet Es war Sonntagmorgens Sie hatten zwei Tage lang gebüffelt und die fahre Sonne tat gut Und, was hat Pilcher am Telefon gesagt? Fragte Mapp gegen das Fahrgestell gelehnt Er und seine Schwester haben ein Haus in der Chesapeake Bay Ja und? Seine Schwester ist mit ihren Kindern und Hunden dort und vielleicht auch mit ihrem Mann Und? Sie sind in dem einen Teil des Hauses Es ist ein großer alter Kasten direkt am Wasser, den sie von seiner Großmutter geerbt haben Oh Mann, komm endlich zur Sache Pilch hat die andere Hälfte des Hauses Nächstes Wochenende möchte er, dass wir hinfahren Jede Menge Zimmer, sagt er Mehr Zimmer, als man braucht, hat er es, glaube ich, ausgedrückt Seine Schwester würde mich anrufen und einladen, meinte er Echt? Ich wusste gar nicht, dass es noch Leute gibt, die das machen Tja, hört sich alles recht verlockend an, so wie er es dargestellt hat Kein Stress, warm eingepackt am Strand spazieren gehen Wenn du nach Hause kommst, brennt ein Feuer im Kamin Hunde, die mit ihren großen, sandigen Pfoten an einem hochspringen Hm, wie idyllisch, hm, hm Große, sandige Pfoten Erzähl weiter Na ja, für den Anfang ein bisschen viel, wenn man bedenkt, dass wir noch nicht einmal miteinander ausgegangen sind Er behauptet, wenn es richtig kalt wird, ist es am besten, mit zwei oder drei großen Hunden zu schlafen Er sagt, sie haben so viele Hunde, dass jeder zwei haben kann Pilcher will diesen alten Trick mit dem Hundekostüm bei dir ausprobieren Das hast du doch geschnallt, oder? Er behauptet, gut kochen zu können Seine Schwester sagt, das stimmt tatsächlich Oh, sie hat schon angerufen Ja Und wer hat sie sich angehört? Ganz okay Jedenfalls so, als wäre sie in der anderen Hälfte des Hauses Was hast du ihr gesagt? Ich hab gesagt, ja, vielen Dank Das ist, was ich gesagt hab Gut, sagte Mab Sehr gut Ist ein paar Krabben Schnapp dir Pilcher und Knutschen ordentlich ab Und lass richtig die Sau raus Über den dicken Teppichboden im Flur des Markers Hotel Schob ein Zimmerkellner einen Wagen An der Tür von Suite 91 hielt er an und klopfte mit einem behandschuten Knöchel leise an die Tür Er legte den Kopf auf die Seite und klopfte noch einmal, um die Musik zu übertönen Bach Zwei- und dreistimmige Inventionen Glenn Gould am Klavier Herein Der Herr mit dem Verband über der Nase saß im Morgenmantel am Schreibtisch und schrieb Stellen Sie es ans Fenster Kann ich den Wein sehen? Der Kellner brachte ihn Der Herr hielt die Flasche unter das Licht seiner Schreibtischlampe Drückte ihren Hals an seine Wange Machen Sie ihn auf, aber stellen Sie ihn nicht in den Eiskübel Sagte er und schrieb ein großzügiges Trinkgeld unten auf die Rechnung Ich will ihn jetzt nicht probieren Er wollte nicht, dass der Kellner ihm den Wein zum Probieren reichte Er fand den Geruch seines Urarmbands unangenehm Dr. Lecter war bester Stimmung Die Woche war sehr zufriedenstellend verlaufen Sein Äußeres ließ nichts zu wünschen übrig Und sobald sich ein paar kleine Verfärbungen verflüchtigt hatten konnte er die Verbände abnehmen und Passfotos von sich machen lassen Die eigentliche Arbeit übernahm er selbst Kleine Silikoninjektionen in die Nase Das Silikongel war nicht verschreibungspflichtig Aber die Injektionsnadeln und das Novokain waren es Dieses Problem umging er, indem er ein Rezept vom Ladentisch einer Apotheke in der Nähe des Krankenhauses stahl Er überpinselte das gekrakelte ausstellenden Arztes mit weißer Korrekturflüssigkeit und kopierte anschließend das unbeschriebene Rezeptformular Das erste Rezept, das er schrieb, war eine Kopie dessen, das er gestohlen hatte Er brachte es in die Apotheke zurück, damit dort nichts fehlte In seinen ansonsten feinen Gesichtszügen war der Boxernaseneffekt nicht besonders erfreulich und er wusste, wenn er nicht aufpasste, würde das Silikon verrutschen Aber bis er nach Rio kam, würde es genügen Als seine Hobbys ihn, lange vor seiner ersten Festnahme, immer mehr in Anspruch zu nehmen begannen hatte Dr. Lecter für Zeiten vorgesorgt, in denen er sich möglicherweise auf der Flucht befinden würde In der Mauer eines Wochenendhäuschens am Ufer des Susquehanna River befanden sich Geld und Papiere für eine neue Identität Darunter ein Pass und die Dinge zur Veränderung seines Äußeren, die er auf den Passfotos benutzt hatte Der Pass war zwar inzwischen abgelaufen, aber ihn zu erneuern wäre kein Problem Da er lieber mit dem großen Abzeichen eines Gruppenreisenden auf der Brust durch die Passkontrolle geschleust werden wollte hatte er bereits eine sich grauenvoll anhörende Rundreise gebucht die sich »Faszination Südamerika« nannte und ihn nach Rio führen würde Statt die Hotelrechnung von seiner Amex-Karte abbuchen zu lassen beschloss er, auf den Namen des verstorbenen Lloyd Wyman einen Scheck auszustellen der erst einmal ein paar Tage durch die Mühlen der Bank wandern und ihm so zu einem zusätzlichen Vorsprung verhelfen würde An diesem Abend erledigte er seine Post, die er über eine Nachsendeagentur in London würde verschicken müssen Zuerst schickte er Barney für seine zahlreichen Gefälligkeiten in der Anstalt ein großzügiges Trinkgeld und ein Dankesschreiben Als nächstes verfasste er eine kurze Nachricht an Dr. Frederick Chilton in bundesbehördlicher Obhut und kündigte an, dass er Dr. Chilton in nächster Zukunft einen Besuch abstatten werde Nach seinem Besuch schrieb er, wäre es für das Krankenhaus sicher sinnvoll, Chilton die Fütterungsanweisungen auf die Stirn zu tätowieren, um sich unnötige Schreibarbeit zu ersparen Zum Schluss schenkte er sich ein Glas von dem hervorragenden Batard Montrachet ein und schrieb an Clarice Starling »Nun, Clarice, haben die Lämmer aufgehört zu schreien?« »Sie schulden mir, wie Sie wissen, noch eine Auskunft« »Wie ich Sie gerne hätte. Eine Anzeige in der Inlandsausgabe der Times und in der International Herald Tribune am ersten eines beliebigen Monats fände ich schön. Besser, Sie setzen sie auch noch in die China-Mail. Ich werde nicht überrascht sein, falls die Antwort »Ja« und »Nein« lautet. Fürs erste Schweigendilemma. Aber, Clarice, urteilen Sie über sich selbst mit der Barmherzigkeit der Kerkerwaage von Three. Sie werden es sich immer und immer wieder verdienen müssen, das Gesegnete schweigen. Denn es ist das Leid, das Sie antreibt. Das Leid vor Ihren Augen. Und dieses Leid wird niemals enden. Nie. Ich beabsichtige nicht, Sie heimzusuchen, Clarice, da die Welt interessanter ist mit Ihnen darin. Haben Sie die Güte, mir die gleiche Liebenswürdigkeit zu erweisen. Dr. Lecter hielt den Füller an seine Lippen. Er blickte auf den Nachthimmel hinaus und lächelte. Ich habe Fenster. Orion ist jetzt über dem Horizont und neben ihm Jupiter, heller als er vor dem Jahr 2000 jemals wieder sein wird. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen die Uhrzeit zu verraten und wie hoch er steht. Aber ich nehme an, auch Sie können ihn sehen. Einige unserer Sterne sind dieselben. Clarice. Hannibal Lecter. Weit im Osten, an der Chisa-Peak-Küste, stand Orion hoch in der klaren Nacht über einem großen alten Haus und einem Zimmer, wo der Schein des Feuers, das für die Nacht mit Kohlestaub abgedeckt ist, im Takt des Winds über den Schornsteinen sanft pulsiert. Auf einem großen Bett sind viele Steppdecken, und auf den Decken und unter ihnen sind mehrere große Hunde. Weitere Erhebungen unter den Decken sind vielleicht, vielleicht aber auch nicht, Noble Pilcher. Unter den gegebenen Lichtverhältnissen lässt sich das unmöglich feststellen. Aber das Gesicht auf dem Kissen, rosig im Feuerschein, ist eindeutig das von Clarice Starling. Und sie schläft tief, friedlich, im Schweigen der Lämmer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020